Michael Robotham Dein Wille geschehe Eine Produktion des Audiobuchverlags Freiburg Gelesen von Frank Arnold Universität Bath Es ist elf Uhr morgens, Ende September, und es regnet so heftig, dass Kühe in den Flüssen treiben und Vögel auf den aufgeblähten Kadavern hocken. Der Hörsaal ist voll. Zwischen den Treppen zu beiden Seiten des Raums erstrecken sich ansteigende Sitzreihen, so hoch, bis sie sich in der Dunkelheit verlieren. Mein Auditorium sieht blass aus, ernst, jung und verkatert. Die Orientierungswoche mit ihren zahlreichen Erstsemesterpartys ist in vollem Gange, und viele der Anwesenden haben offenbar heftig mit sich gerungen, ob sie heute zu den Vorlesungen kommen oder wieder ins Bett gehen sollten. Vor einem Jahr haben sie noch Teenie-Filme geschaut und mit Popcorn gekrümelt. Jetzt leben sie weit weg von zu Hause, betrinken sich mit subventioniertem Alkohol und sind gespannt darauf, etwas zu lernen. Ich betrete das Podium und klammere mich mit beiden Händen am Rednerpult fest, als hätte ich Angst, umzufallen. Mein Name ist Joseph O'Loughlin. Ich bin klinischer Psychologe und werde Sie durch diesen Einführungskurs in die Verhaltenspsychologie begleiten. Ich mache eine Pause und blinzle in die Lichter. Ich hätte nicht gedacht, dass es mich nervös machen würde, wieder zu lehren, aber plötzlich zweifle ich daran, irgendetwas Wissenswertes vermitteln zu können. Ich habe noch Bruno Kaufmanns Rat im Ohr. Bruno ist der Chef des Psychologischen Instituts der Universität und mit einem perfekten teutonischen Namen für diese Position ausgestattet. Nichts von dem, was wir Ihnen beibringen, nützt Ihnen in der wirklichen Welt irgendwas, alter Junge, hat er gesagt. Unsere Aufgabe besteht lediglich darin, Ihnen ein Blafometer an die Hand zu geben. Ein was? Wenn Sie fleißig sind und ein bisschen was kapieren, lernen Sie zu erkennen, ob Ihnen jemand kompletten Schwachsinn erzählt. Bruno hatte gelacht und ich hatte unwillkürlich eingestimmt. Ich atme tief ein und beginne. Warum steuert ein eloquenter Hochschulabsolvent, der Stadtplanung studiert hat, ein Passagierflugzeug in einen Wolkenkratzer und tötet tausende von Menschen? Warum schießt ein Junge im Teenageralter auf einem Schulhof wahllos um sich? Oder warum bringt ein minderjähriges Mädchen in einer Toilette ein Baby zur Welt und lässt es im Mülleimer liegen? Schweigen Wie hat sich ein unbehaarter Primat zu einer Spezies entwickelt, die Atomwaffen konstruiert, sich Big Brother anschaut und fragt, was es bedeutet, ein Mensch zu sein und wie wir hierher gekommen sind? Warum weinen wir? Warum sind manche Witze komisch? Warum neigen wir dazu, an Gott zu glauben oder auch nicht? Warum erregt es uns, wenn jemand an unseren Zähnen nuckelt? Warum haben wir Probleme, uns an manche Dinge zu erinnern, während wir einen nervtötenden Britney Spears Song nicht mehr aus dem Kopf bekommen? Was bewegt uns, zu lieben oder zu hassen? Und nicht zuletzt, warum sind wir alle so verschieden? Ich blicke in die Gesichter in den vorderen Reihen. Ich habe ihre Aufmerksamkeit gewonnen, zumindest für einen Moment. Wir Menschen beschäftigen uns nun schon seit tausenden von Jahren mit uns selbst, entwickeln zahllose Theorien und Philosophien, erschaffen erstaunliche Meisterwerke der Kunst, der Technik und originelle Gedankengebäude, aber in all der Zeit haben wir ungefähr so viel gelernt. Mit Daumen und Zeigefinger deute ich einen Zentimeter an. Sie sind hier, um Psychologie zu studieren, die Wissenschaft von der menschlichen Seele, die Wissenschaft, die sich mit Erkenntnis, Glauben, Gefühl und Begehren befasst, die unverstandenste Wissenschaft von allen. Mein herabhängender linker Arm zittert. Bruno betritt den Hörsaal. Er macht an meinem ersten Tag einen kleinen Kontrollbesuch. Ich kann sein Gesicht in der Dunkelheit nicht sehen, aber ich weiß, dass er lächelt. Vergessen Sie alles, was man Ihnen über Psychologie erzählt hat. Sie werden dadurch nicht zu einem besseren Pokerspieler und sie hilft Ihnen auch nicht Mädchen anzumachen oder sie besser zu verstehen. Ich lebe mit dreien zusammen und Sie sind mir alle ein vollständiges Rätsel. Es geht nicht um Traumdeutung, ESP, multiple Persönlichkeiten, Gedankenlesen, Rohrschachttests, Phobien, wiedergefundene Erinnerungen oder Verdrängung. Und am allerwichtigsten, es geht nicht darum, besser mit sich selbst in Kontakt zu kommen. Falls das Ihr Ehrgeiz ist, schlage ich vor, Sie kaufen sich einen Playboy und suchen sich ein stilles Eckchen. Hier und da erhebt sich schnaubendes Gelächter. Ich werde Sie mit einem Gedanken allein lassen. Ein Stück des menschlichen Gehirns von der Größe eines Sandkorns enthält 100.000 Neuronen, zwei Millionen Axonen und eine Milliarde Synapsen, die alle miteinander reden. Die Zahl der Permutationen und Kombinationen von Aktivität, die in jedem unserer Köpfe theoretisch möglich sind, übersteigt die Zahl der Elementarteilchen im Universum insgesamt. Ich mache eine Pause, um die Zahlen über Sie hinwegrollen zu lassen. Wir kommen im großen Unbekannten. Die Vorlesung ist beendet. Brillant, alter Junge, sagt Bruno, während ich meine Unterlagen einpacke. »Ironisch, leidenschaftlich, amüsant, inspirierend. Mit deiner kleinen Marotte hast du alles, was man braucht, um ausgesprochen beliebt zu werden, Joseph.« »Meine Marotte?« »Dein Parkinson.« Er verzieht keine Miene, als ich ihn ungläubig ansehe. Ich klemme meine ramponierte Aktentasche unter den Arm und gehe zum Seitenausgang des Hörsaals. »Nun, es freut mich, dass du glaubst, sie hätten zugehört,« sage ich. »Oh, zuhören tun sie nie,« erwidert Bruno, »wenn manchmal etwas durch ihren Alkoholnebel dringt, geschieht das per Osmose, aber du hast dafür gesorgt, dass sie garantiert wiederkommen.« Seine Augen verschwinden beinahe zwischen den Falten. Bruno trägt eine Hose ohne Taschen. »Aus irgendeinem Grund habe ich einem Mann, der keine Hosentaschen braucht, nie getraut. Was macht er mit seinen Händen?« Es regnet immer noch. Es gießt, genauer gesagt, in Strömen. So geht das jetzt schon seit Wochen. Vierzig Tage und vierzig Nächte müssten beinahe vorüber sein. Eine ölige Flut aus Schlamm, Schutt und Matsch, die über den Südwesten Englands schwappt, macht Straßen unpassierbar und verwandelt Keller in Swimmingpools. Es war Brunos Vorschlag, dass ich als Dozent arbeite. Zwei Stunden pro Woche plus vier halbstündige Tutorien. Sozialpsychologie. Wie schwer konnte das sein? »Hast du einen Schirm?« fragt er. »Ja. Wir teilen ihn uns. Binnen Sekunden sind meine Schuhe voll Wasser. Bruno hält den Schirm und drängt mich im Laufen beiseite. Vor dem psychologischen Institut steht ein Streifenwagen in einer Nothaltebucht. Ein junger, schwarzer Constable im Regenmantel tritt aus dem Gebäude. Er ist groß und kurzhaarig, seine Schultern sind leicht gebeugt, als hätte der Regen sie niedergedrückt. »Dr. Kaufmann?« Bruno nickt kaum merklich. »Wir haben eine Notsituation auf der Clifton Bridge.« Bruno stöhnt. »Nein, nein, nicht jetzt!« Eine Weigerung hat der Constable nicht erwartet. Bruno drängt noch immer meinen Schirm in der Hand an ihm vorbei zur Glastür des psychologischen Instituts. »Wer haben versucht, sie telefonisch zu erreichen?« ruft der Polizist. »Ich habe den Auftrag, sie abzuholen.« Bruno bleibt stehen und wendet sich, Kraftausdrücke murmelnd um. »Es muss doch noch jemand anderen geben.« »Ich habe keine Zeit!« Regentropfen kullern über meine Wange. Ich frage Bruno, was los sei. Seine Miene hält sich plötzlich auf. Er springt über eine Pfütze und gibt mir meinen Regenschirm zurück, als würde er die olympische Fackel weiterreichen. »Das ist der Mann, den Sie eigentlich suchen,« sagte zu dem Polizisten. »Mein geschätzter Kollege, Professor Joseph O'Loughlin, ein klinischer Psychologe mit herausragendem Ruf, ein alter Hase mit großer Erfahrung in diesen Dingen.« »In welchen Dingen?« »Na, mit Leuten, die springen.« »Verzeihung?« »Auf der Clifton Suspension Bridge,« fügt Bruno hinzu. »Irgendein Schwachkopf, der nicht genug Grips hat, bei dem Regen zu Hause zu bleiben.« Der Constable öffnet mir die Beifahrertür. »Weiblich, Anfang vierzig,« präzisierte. »Ich begreife noch immer nicht.« »Komm schon, alter Junge,« fügt Bruno hinzu. »Das ist Dienst an der Allgemeinheit.« »Warum machst du es nicht?« »Wichtige Termine. Ein Treffen aller Institutsleiter mit dem Rektor.« Er lügt. »Keine falsche Bescheidenheit, alter Junge. Was ist mit dem jungen Burschen, dem du in London das Leben gerettet hast?« »Wohlverdiente Lorbeeren. Du bist ungleich besser qualifiziert als ich. Mach dir keine Sorgen. Wahrscheinlich springt sie eh, bevor du da bist.« Ich frage mich, ob er sich manchmal selbst reden hört. »Ich muss mich sputen. Viel Glück!« Er stößt die Glastür auf und verschwindet in dem Gebäude. Der Polizist hält noch immer die Wagentür auf. »Die Brücke ist abgesperrt worden,« erklärte. »Wir müssen uns wirklich beeilen, Sir.« Gemauerte Türme tauchen am Horizont auf. Die Clifton Suspension Bridge ist Brunells Meisterwerk, ein Wunderwerk der Ingenieurskunst im Dampfzeitalter. Rücklichter verschwimmen. Der Verkehr staut sich länger als eine Meile vor der Auffahrt zur Brücke. Auf dem Randstreifen fahren wir an den stehenden Fahrzeugen vorbei bis zur Straßensperre der Polizei. Der Constable öffnet mir die Tür und gibt mir meinen Regenschirm. Eine Böe weht mir den Regen seitlich ins Gesicht und reißt mir den Schirm fast aus der Hand. Vor mir liegt die verlassene Brücke. Die gemauerten Türme stützen die gigantischen verketteten Trägerkabel, die sich anmutig bis zur Fahrbahn schwingen und zum gegenüberliegenden Ufer hin wieder ansteigen. Eine Eigenschaft von Brücken besteht darin, dass sie die Möglichkeit bieten, eine Überquerung zu beginnen, ohne je auf der anderen Seite anzukommen. Für Menschen, die das so sehen, ist eine Brücke virtuell ein offenes Fenster, an dem sie vorbeigehen oder durch das sie hinausklettern können. Die Clifton Suspension Bridge ist eine Sehenswürdigkeit, eine Touristenattraktion und eine bekannte Selbstmörderbrücke. Gut ausgelastet, häufig benutzt, beliebt, wäre aber vielleicht eine zu unglückliche Wortwahl. Manche Leute sagen, auf der Brücke spukten die Geister früherer Selbstmörder. Auf der Fahrbahn wurden unheimliche Schatten gesichtet. Heute gibt es keine Schatten. Und der einzige Geist auf der Brücke ist aus Fleisch und Blut. Eine nackte Frau steht auf der anderen Seite des Sicherheitszauns, den Rücken an das Metallgitter gepresst. Die Absätze ihrer roten Schuhe balancieren auf der Kante. Wie bei einer Figur auf einem surrealistischen Gemälde wirkt ihre Blöße nicht besonders schockierend oder unpassend. Sie steht mit steifer Würde aufrecht und starrt mit der Mine eines Menschen aufs Wasser, der sich von der Welt abgekoppelt hat. Der Einsatzleiter stellt sich vor. Er trägt Uniform. Sergeant Abernathy. Seinen Vornamen bekomme ich nicht mit. Ein anderer Polizist hält seinen Schirm. Wasser strömt von dessen dunkler Nylon Kuppel auf meine Schuhe. Was brauchen Sie? fragt Abernathy. Einen Namen. Haben wir nicht. Sie spricht nicht mit uns. Hat sie irgendwas gesagt? Nein. Möglicherweise steht sie unter Schock. Wo sind ihre Kleider? Nichts gefunden. Ich blicke den Fußgängerweg hinunter. Er ist von beiden Seiten eingezäunt, mit fünf Bahnen Draht auf der Krone, so dass man ihn nur mit Mühe überwinden kann. Der Regen fällt so dicht, dass sich das andere Ende der Brücke kaum ausmachen kann. Wie lange ist sie schon da draußen? Etwa eine Stunde. Haben Sie ein Fahrzeug gefunden? Wir suchen noch. Wahrscheinlich ist sie von der dicht bewaldeten Ostseite ausgekommen. Aber selbst wenn sie sich erst auf der Brücke ausgezogen hat, müssen Dutzende von Fahrern sie gesehen haben. Warum hat sie niemand aufgehalten? Eine große Frau mit doppelkurzen, schwarz gefärbten Haaren unterbricht unsere Beratung. Sie zieht die Schultern hoch und hat die Hände in den Taschen ihres Regenmantels vergraben, der bis zu ihren Knien hängt. Sie ist riesig, vierschrültig, und sie trägt Männerschuhe. Aber Nathys Pose wird steifer. Was machen Sie denn hier, Ma'am? Ich versuche bloß nach Hause zu kommen, Sergeant, und nennen Sie mich nicht Ma'am, ich bin nicht die verdammte Queen. Sie blickt zu den Fernsehteams und Pressefotografen, die sich auf dem begrasten Ufer versammelt haben, und ihre Stative und Lichter aufbauen. Schließlich wendet sie sich mir zu. Was zittern Sie denn so, Schätzchen? So unheimlich bin ich auch nicht. Tut mir leid, ich habe Parkinson. Schicksal! Kriegt man da eine Plakette? Eine Plakette? Für Behindertenparkplätze. Damit kann man praktisch überall parken. Das Ding ist fast so gut wie Detective zu sein, nur dass wir auch noch Leute erschießen und schnell fahren dürfen. Sie ist offensichtlich höherrangig als Abernathy. Sie blickt zur Brücke. Sie machen das schon, Doc. Kein Grund, nervös zu werden. Ich bin Professor, kein Arzt. Ein Funkgerät wird unter meine Jacke geschoben, und man legt mir einen reflektierenden Sicherheitsgurt an, der auf der Brust zugeklickt wird. Die Frau zündet sich eine Zigarette an und zupft einen Tabakkrümel von ihrer Zungenspitze. Obwohl sie den Einsatz nicht leitet, strahlt sie natürliche Autorität aus, so dass die uniformierten Beamten offenbar bereitwillig alles befolgen, was sie sagt. Beide Zufahrten sind vorübergehend abgesperrt. Die Brücke ist bis auf zwei Krankenwagen und wartende Notärzte und Sanitäter vollkommen leer. Autofahrer und Schaulustige drängen sich unter Schirmen und Regenmänteln. Einige sind wegen der besseren Sicht eine Böschung hinaufgestiegen. Regen prasselt auf den Asphalt, Tropfen zerstieben in winzigen, pilzförmigen Wolken, bevor sie durch Gullis rauschen und wie ein Vorhang aus Wasser vom Brückenrand fallen. Ich ducke mich unter den Straßensperren durch und gehe langsam auf die Brücke. Meine Hände sind nicht in den Taschen und mein linker Arm weigert sich zu schwingen, und das macht er manchmal. Er kommt beim Plan soll einfach nicht mit. Vor mir sehe ich die Frau. Aus der Entfernung hatte ihre Haut makellos ausgesehen, aber nun fällt mir auf, dass ihre Schenkel zerkratzt und schlammverschmiert sind. Das Dreieck ihres Schamhaars ist dunkler als ihr Haar, das sie in einem locker geflochtenen Zopf im Nacken trägt. Und da ist noch etwas. Buchstaben auf ihrem Bauch. Ein Wort. Als sie sich zu mir umdreht, kann ich es lesen. Hure. Warum die Selbstanklage? Warum nackt? Das ist eine öffentliche Erniedrigung. Vielleicht hatte sie eine Affäre und hat einen geliebten Menschen verloren. Jetzt möchte sie sich selbst bestrafen, um zu beweisen, dass es ihr wirklich leid tut. Oder es könnte eine Drohung sein. Das ultimative Spiel mit dem Risiko. Wenn du mich verlässt, bringe ich mich um. Nein, das ist zu extrem, zu gefährlich. Teenager drohen bei scheiternden Beziehungen manchmal sich etwas anzutun. Es ist ein Zeichen emotionaler Unreife. Diese Frau ist Ende dreißig oder Anfang vierzig, mit kräftigen Schenkeln und kleinen Zellulitedellen an Po-Backen und Hüften. Eine Narbe fällt mir ins Auge. Ein Kaiserschnitt. Sie ist Mutter. Ich bin jetzt bis auf wenige Schritte herangekommen. Sie drückt den Po fest gegen den Gitterzaun und hat den linken Arm um einen der Drähte auf der Krone geschlungen. Mit der anderen Hand presst sie ein Handy ans Ohr. Hallo? Ich heiße Joe. Und Sie? Sie antwortet nicht. Von einer kräftigen Böe erfasst, scheint sie kurz das Gleichgewicht zu verlieren und nach vorne zu schwanken. Der Draht schneidet in ihre Armbeuge und sie zieht sich zurück. Ihre Lippen bewegen sich. Sie telefoniert. Ich muss ihre Aufmerksamkeit gewinnen. Sagen Sie mir nur Ihren Namen. Das ist doch nicht so schwer. Sie können mich Joe nennen und ich kann Sie... Ich schnappe Fetzen ihres Gespräches auf. Nein. Nein. Bitte. Nein. Wer ist am Telefon? Frage ich. Das mache ich. Versprochen. Ich habe alles getan. Bitte verlangen Sie nicht... Hören Sie mir zu. Sie wollen das nicht tun. Ich blicke nach unten. Gut siebzig Meter tiefer schiebt sich ein breiter Lastkahn mit Maschinenkraft gegen die Strömung flussaufwärts. Der angeschwollene Fluss leckt an den Ginster- und Weißdornbüschen am Ufer. Auf der Oberfläche treibt buntes Konfetti aus Müll. Bücher, Äste und Plastikflaschen. Ihnen ist bestimmt kalt. Ich habe eine Decke. Weder gibt sie keine Antwort. Ich muss dafür sorgen, dass sie mich zur Kenntnis nimmt. Ein Nicken oder ein einziges zustimmendes Wort ist schon genug. Ich muss sicherstellen, dass sie mir zuhört. Vielleicht könnte ich versuchen, sie Ihnen über die Schulter zu legen, nur um sie zu wärmen. Ihr Kopf schnellt zu mir herum und sie schwankt nach vorne, als wolle sie loslassen. Ich bleibe wie angewurzelt stehen. Okay, ich komme keinen Schritt näher. Ich bleibe, wo ich bin. Sagen Sie mir nur Ihren Namen. Sie wendet den Blick zum Himmel und blinzelt in den Regen wie ein Gefangener auf dem Hof, der einen kurzen Moment der Freiheit genießt. Was auch schiefgelaufen ist, was immer passiert ist oder sie aufgewühlt hat, wir können darüber reden. Ich möchte Ihnen Ihre Entscheidungen auch gar nicht ausreden. Ich will nur verstehen, warum. Ihre Zehen sacken ab und sie muss sich mit aller Kraft auf ihre Absätze stellen, um das Gleichgewicht zu halten. In ihren Muskeln staut sich Milchsäure. Ihre Waden müssen starr vor Schmerz sein. Ich habe schon Leute springen sehen, erkläre ich ihr. Sie sollten nicht glauben, dass es ein schmerzfreier Tod ist. Ich werde Ihnen erzählen, was passiert. Sie werden in weniger als drei Sekunden auf dem Wasser aufschlagen und bis dahin eine Fallgeschwindigkeit von etwa 120 Stundenkilometern erreicht haben. Ihr Brustkorb wird zertrümmert werden und die gebrochenen Rippen werden sich in ihre inneren Organe bohren. Manchmal wird das Herz durch den Aufschlag zusammengedrückt und reißt sich von der Aorta los, sodass ihr Brustkorb voller Blut laufen wird. Ihr Blick ist starr auf das Wasser gerichtet. Ich bin sicher, dass sie mir zuhört. Ihre Arme und Beine werden unversehrt bleiben, aber ihre Hals- oder Lendenwirbel werden vermutlich brechen. Es ist kein schöner Anblick und es ist nicht schmerzlos. Jemand muss sie bergen. Jemand muss ihre Leiche identifizieren. Hoch über uns hört man ein Donner grollen. Die Luft vibriert und die Erde scheint zu zittern. Irgendetwas naht. Sie sieht mich an. Sie versteht nicht, flüstert sie mir zu und lässt das Telefon sinken. Für den Bruchteil einer Sekunde scheint es an ihren Fingerspitzen zu kleben, als wolle es sich an sie klammern, bevor es trudelnd im Abgrund verschwindet. Der Himmel verdüstert sich und mir tritt ein halb verschwommenes Bild vor Augen. Eine sich verflüchtigende Gestalt, den Mund zu einem Schrei der Verzweiflung aufgerissen. Ihr Po ist nicht mehr gegen das Gitter gepresst, ihr Arm nicht mehr um den Draht geschlungen. Sie wehrt sich nicht gegen die Schwerkraft, rudert nicht mit Armen und Beinen oder klammert sich an die Luft. Sie ist verschwunden, stumm aus meinem Blickfeld gefallen. Alles scheint stehen zu bleiben, als ob die Welt einen Herzschlag ausgesetzt hätte oder zwischen zwei Pulsschlägen hängen geblieben wäre. Und dann gerät plötzlich alles wieder in Bewegung. Notärzte und Polizisten rennen an mir vorbei, Menschen schreien und weinen. Auf der Brücke kotzt sich ein Typ die Seele aus dem Leib. Menschen schwärmen auf die Brücke und starren über den Rand. Sie haben gesehen, wie mein Engel gefallen ist. Wie eine Marionette, deren Fäden gekappt wurden, ist sie mit schlaffen Gliedern und Gelenken in die Tiefe getaumelt, nackt, wie sie auf die Welt gekommen ist. Ich habe ihnen eine Show geboten, einen Hochseilakt, eine Frau, die über den Rand ins Nichts getreten ist. Habt ihr gehört, wie ihre Seele zerbrochen ist? Habt ihr gesehen, wie die Bäume im Hintergrund zu einem grünen Wasserfall verschwammen? Einen Moment war es, als würde die Zeit stillstehen. Ich nehme den Stahlkamm aus der Gesäßtasche meiner Jeans und ziehe gleichmäßige Furchen von der Stirn bis in den Nacken, ohne den Blick von der Brücke zu wenden. Ich presse die Stirn ans Fenster und betrachte die im flackernden Licht der Einsatzfahrzeuge blau- und rotglänzenden geschwungenen Kabel. Böen, die an den Läden rütteln wie in winzige Tropfen gegen die Scheibe, die an dem Glas hinunterperlen. Es wird dunkel. Ich wünschte, ich könnte von hier aus den Fluss sehen. Trieb sie auf der Wasseroberfläche oder ist sie direkt auf den Grund gesunken? Wie viele Knochen sind gebrochen? Hat sich ihr Darm im Moment ihres Todes entleert? Das Turmzimmer befindet sich in einem georgianischen Haus, das einem Araber gehört, der England für den Winter verlassen hat. Ein reicher, in Öl gebadeter Wichser. Vor der Luxussanierung war das Haus eine alte Pension, zwei Straßen entfernt von der Avon Gorge. Aus meinem Turmfenster kann ich über die Dächer hinweg bis zur Schlucht sehen. Ich frage mich, wer der Mann auf der Brücke ist. Er kam mit einem großen Constable und ist seltsam gehinkt, mit einem Arm, der die Luft zersägt, während der andere schlaff herunterhing. Vielleicht ein Unterhändler? Ein Psychologe. Kein Freund großer Höhen jedenfalls. Er hat versucht, sie zur Umkehr zu bewegen, aber sie hat nicht auf ihn gehört. Sie hat mir zugehört. Das ist der Unterschied zwischen einem Profi und einem beschissenen Laien. Ich weiß, wie man eine Seele zerbricht. Ich kann einen Willen brechen oder beugen, ein Bewusstsein für den Winter abmelden, ein Gehirn auf tausend verschiedene Weisen waschen. Ich habe mal mit einem Typen namens Hopper gearbeitet, einem bulligen Redneck aus Alabama, der beim Anblick von Blut immer kotzen musste. Er war früher beim US Marine Corps und hat mir ständig erklärt, dass die tödlichste Waffe der Welt ein Marine mit seinem Sturmgewehr sei, wenn er nicht gerade kotzt. Hopper war filmsüchtig und zitierte ständig aus Full Metal Jacket die Figur des Gunnery Sergeant Hotman, der seine Rekruten als Maden und undisziplinierte Haufen amphibischer Uhrscheiße anbrüllte. Hopper war nicht aufmerksam genug, um ein guter Verhörspezialist zu werden. Er war ein brutaler Schläger, aber das reicht eben nicht. Man muss schlau sein, man muss die Menschen studieren, in Erfahrung bringen, was ihnen Angst macht, wie sie denken, woran sie sich im Ernstfall klammern. Man muss beobachten und zuhören. Menschen verraten sich auf tausend verschiedene Weisen, durch ihre Kleidung, ihre Hände, ihre Stimmen, durch ihr Zögern, ihre Dicks und Gästen. Mein Blick schweift über die Brücke zu den perlgrauen Wolken, die immer noch um meinen Engel weinen. Im Fallen sah sie wunderschön aus, wie eine Taube mit einem gebrochenen Flügel oder von einem Luftgewehr getroffen. Als Kind habe ich auf Tauben geschossen. Unser direkter Nachbar, der alte Mr. Hewitt, hatte einen Taubenschlag und ließ seine Vögel bei Rennen starten. Es waren richtige Brieftauben, und er nahm sie immer auf Reisen mit und ließ sie fliegen. Ich saß am Fenster meines Zimmers und erwartete sie. Der blöde alte Sack konnte nicht begreifen, warum es nur so wenige nach Hause schafften. Heute Nacht werde ich gut schlafen. Ich habe eine Hure zum Schweigen gebracht und eine Botschaft an die anderen gesandt. An die eine. Sie wird zurückkommen wie eine heimkehrende Brieftaube. Und ich werde warten. Ein schlammbespritzter Land Rover bremst am Straßenrand und kommt auf dem Schotter schlittern zum Stehen. Der weibliche Detective, dem ich auf der Brücke begegnet bin, beugt sich vor und öffnet unter klagendem Quietschen der Angeln die Beifahrertür. Ich bin klatschnass, meine Schuhe sind mit Erbrochenem bekleckert. Sie stellt sich als Detective Inspector Veronica Cray vor und sagt, ich solle mir keine Gedanken machen. Sie setzt mich an der Universität ab und schüttelt mir zum Abschied die Hand. Sie hat kurze Fingernägel und einen kräftigen Händedruck. Als sie wieder loslässt, klebt eine Visitenkarte in meiner Handfläche. Meine Privatnummer steht auf der Rückseite, sagt sie. Wir sollten uns mal zusammen betrinken. Mein Handy war abgeschaltet. Auf der Mailbox sind drei Nachrichten von Julian. Ihr Zug aus London ist vor mehr als einer Stunde angekommen. Ihre Stimme wechselt von Nachricht zu Nachricht, von verärgert über besorgt zu hektisch. Ich habe sie seit drei Tagen nicht gesehen. Sie war mit ihrem Boss, einem amerikanischen Spekulanten, auf Geschäftsreise in Rom. Meine großartige Frau spricht nämlich vier Sprachen und macht gerade Karriere in der Finanzwelt. Sie sitzt auf ihrem Koffer und arbeitet an ihrem PDA, als ich in der Kurzparkerzone am Bahnhof halte. Kann ich sie vielleicht mitnehmen? frage ich. Ich warte auf meinen Mann, antwortet sie. Er hätte schon vor einer Stunde hier sein sollen, ist aber nicht gekommen, hat nicht angerufen. Jetzt kommt er auch nicht mehr, wenn er nicht eine sehr gute Erklärung vorbringen kann. Tut mir leid. Das ist eine Entschuldigung, keine Erklärung. Ich hätte anrufen sollen. Das ist die Feststellung des Offensichtlichen, aber immer noch keine Erklärung. Wie wäre es, wenn ich dir eine Erklärung, eine unterwürfige Entschuldigung und eine Fußmassage anbiete? Du massierst mir die Füße nur, wenn du Sex willst. Ich will widersprechen, aber sie hat recht. Mein Gott, ist sie schön. Ich weiß noch genau, wie mein Blick in einem Pub in der Nähe des Trafalgar Square zum ersten Mal auf sie fiel. Sie studierte im ersten Jahr Sprachen an der University of London, wo ich Postgraduate-Student war. Sie war Zeugin eines meiner heroischsten Momente geworden, einer Rede gegen das Übel der Apartheid, gehalten auf einer Obstkiste vor der südafrikanischen Botschaft. Ich bin sicher, irgendwo in den Gedärmen des MI5 schlummert noch eine Mitschrift dieser Rede, sowie ein Foto meiner Wenigkeit mit Schnauzer und Schlaghosen. Nach der Kundgebung gingen wir in einen Pub, und Julian kam zu mir und stellte sich vor. Ich lud sie zu einem Drink ein und versuchte, sie dabei nicht anzustarren. Sie hatte einen kleinen dunklen Fleck auf der Unterlippe, der absolut betörend war und immer noch ist. Wenn ich mit ihr rede, wird mein Blick davon angezogen. Wenn ich sie küsse, meine Lippen. Ich musste nicht mit Dinner bei Kerzenscheinen und Blumen um Julian werben. Sie hat mich ausgewählt, und ich schwöre, am nächsten Tag haben wir bei Toast und Tee unser gemeinsames Leben geplant. Ich liebe sie aus so vielen Gründen, aber vor allem, weil sie auf und an meiner Seite und ihr Herz groß genug für uns beide ist. Sie macht mich besser, mutiger, stärker. Sie erlaubt mir zu träumen. Sie hält mich zusammen. Wir fahren auf einen Parkplatz vor einem Haus in Wallow. Ich habe Mrs. Logan angerufen und ihr gesagt, dass wir später kommen, sagt Julian. Mrs. Logan passt donnerstags und freitags auf unsere dreijährige Tochter immer auf. Nachdem ich jetzt an der Universität lehre, brauchen wir ein Fulltime-Kindermädchen. Am Montag führe ich Gespräche mit Bewerberinnen. Emma stürmt an die Tür und schlingt ihre Arme um mein Bein. Mrs. Logan steht im Flur. »Tut mir leid, dass wir zu spät kommen. Ein Notfall«, erkläre ich. »Es wird nicht wieder vorkommen.« Julian nimmt mir Emma ab, knuddelt sie und fragt nach Charlie. Charlie ist unsere ältere Tochter. Sie ist zwölf. Seit wir aus London weggezogen sind, sind wir alle ein bisschen bodenständiger geworden. Es war Julians Idee. Sie meinte, es wäre weniger stressig für mich. Was stimmt? Günstigere Häuser. Bessere Schulen. Mehr Platz für die Mädchen. Die üblichen Argumente. Unsere Freunde hielten uns für verrückt. Somerset? Das kann nicht euer Ernst sein. Abendessen mit einem Glas Wein. Ich mache den Abwasch. Julian döst auf dem Sofa ein und entschuldigt sich verträumt, als ich sie nach oben führe und ein Bad für sie einlaufen lasse. Das sind unsere besten Abende, wenn wir uns ein paar Tage nicht gesehen haben, uns im Vorbeigehen berühren und es fast nicht erwarten können, bis Charlie im Bett ist. Am späten Vormittag des nächsten Tages rufe ich die Zentrale der Bristol Police an und frage nach Sergeant Abernathy. Es hat endlich aufgehört zu regnen. Über den Baumkronen sehe ich ein Fleckchen blauen Himmel und einen blassen Regenbogen. Die Frau konnte noch nicht identifiziert werden. Es wird eine Untersuchung geben. Ich soll meine Aussage zu Protokoll geben. Die Polizeizentrale von Avon und Somerset liegt in Portishead an der Severn-Mündung, neun Meilen westlich von Bristol. Der Sergeant, ein großer Mann mit Sommersprossen, sitzt am Schreibtisch. Auf seinem Schreibtisch sehe ich ein Dutzend Umschläge und Stapel mit Fotos. Erstaunlich, wie viel Papierkram in derart kurzer Zeit produziert wurde. Er nimmt eine Satellitenaufnahme aus einer Pappröhre und breitet sie auf seinem Tisch aus. In der Mitte sieht man die Clifton Suspension Bridge, die aus dieser Perspektive flach auf dem Wasser zu liegen scheint, statt sich fünfundsiebzig Meter darüber zu erheben. »Das ist Lee Woods«, sagt er und zeigt auf eine dunkelgrüne Fläche auf der Westseite der Avon-Gore. Am Freitag um dreizehn Uhr vierzig hat ein Mann, der mit seinem Hund im Ashton Nature Reserve spazieren war, eine fast nackte Frau in einem gelben Regenmantel gesehen. Als er auf sie zuging, rannte sie weg. Sie telefonierte mit einem Handy und er dachte, es handelte sich womöglich um Fernsehaufnahmen. Um fünfzehn Uhr fünfundvierzig wurde sie zum zweiten Mal gesehen. Der Fahrer einer Reinigung sah eine splitternackte Frau, die in der Nähe der St. Mary's Road über die Ronham Hill Road ging. Um sechzehn Uhr zwei hat eine Überwachungskamera an der Brückenaufahrt auf der Westseite sie erfasst. Das heißt, von Lee Woods muss sie über die Bridge Road gekommen sein. Die Details sind wie Markierungen auf einer Zeitlinie, die den Nachmittag in mehrere unerklärlich erscheinende Abschnitte unterteilt. Zwischen der ersten und der zweiten Zeugenbeobachtung liegen eine Lücke von zwei Stunden und eine halbe Meile. Der Sergeant blättert so schnell durch die Fotos der Überwachungskamera, dass es aussieht, als würde sich die Frau in stockender Zeitlupe bewegen. Durch Regentropfen auf der Linse sind die Fotos an den Rändern verwischt, aber die Blöße der Frau könnte nicht schärfer sein. Das letzte Foto zeigt ihre Leiche am Deck eines flachen Boots. Albino weiß, mit einem Stich ins Fahle um die Hüften und die flach gedrückten Brüste. Die einzig erkennbare Farbe ist das Rot ihres Lippenstifts und der verschmierten Buchstaben auf ihrem Bauch. Das Handy wurde noch nicht gefunden. Es ist im Fluß untergegangen. Das Telefon auf Abernathis Schreibtisch klingelt. Ich höre nur seinen Teil des Gesprächs. Sind Sie sicher? Wann hat sie sie zuletzt gesehen? Okay. Und seitdem hat sie nichts mehr von ihr gehört? Verstehe. Ist sie jetzt zu Hause? Schicken Sie jemanden vorbei, um sie abzuholen. Und besorgen Sie auf jeden Fall ein Foto. Ich will nicht, dass eine 16-Jährige eine Leiche identifiziert, wenn wir nicht verdammt sicher sind, dass es Ihre Mutter ist. Mein Magen fühlt sich an wie im freien Fall. Eine Tochter. 16. Bei Selbstmord geht es nicht um Selbstbestimmung oder freien Willen. Irgendjemand bleibt immer zurück. Montagmorgen. Grau. Trocken. Die Agentur schickt mir drei Kandidatinnen zum Vorstellungsgespräch. Ich glaube, man nennt sie nicht mehr Kindermädchen. Es sind Erzieherinnen oder Kinderpflegerinnen. Julian ist geschäftlich auf dem Weg nach Moskau. Charlie im Bus zur Schule und Emma spielt im Esszimmer mit Puppenkleidern und versucht, Stinky, unserer neurotischen Katze, einen Hut aufzusetzen. Nach den Gesprächen mit den Kandidatinnen weiß ich, dass keiner als Kindermädchen in Frage kommt. Es klingelt. Vor der Tür steht ein Teenager mit rotbraunen Haaren in Hüftjeans, einem T-Shirt und einer karierten Jacke. An ihren Ohrläppchen glitzern Stecker wie Quecksilbertropfen. Sie drückt eine Umhängetasche an die Brust und steht ein wenig vorgebeugt. Der Oktoberwind wirbelt welke Blätter um ihre Füße. »Ich hatte niemanden mehr erwartet,« erkläre ich. Sie legt stirnrunzelt den Kopf zur Seite. »Sind Sie Professor O'Loughlin?« »Ja.« »Ich bin Darcy Wheeler.« »Kommen Sie rein, Darcy. Wir müssen leise sein. Emma schläft.« Sie folgt mir durch den Flur in die Küche. »Sie sehen sehr jung aus. Ich hatte jemand Älteren erwartet.« Wieder sieht sie mich fragend an. Ihre Augen sind blutunterlaufen und vom Wind gerötet. »Wie lange arbeiten Sie schon als Kinderbetreuerin?« »Verzeihung?« »Wie lange betreuen Sie schon Kinder?« Nun wirkt sie beunruhigt. »Ich gehe noch zur Schule.« »Das verstehe ich nicht.« Sie drückt ihre Tasche noch ein wenig fester an sich, als wollte sie sich wappnen. »Sie haben mit meiner Mutter gesprochen. Sie waren da, als sie gestürzt ist.« Ihre Worte erschüttern die Stille, als hätte jemand ein Tablett mit Gläsern fallen lassen. Mir fällt die Ähnlichkeit auf, die Form ihres Gesichts, die dunklen Augenbrauen, die Frau auf der Brücke. »Wie hast du mich gefunden?« »Ich habe den Polizeibericht gelesen.« »Wie hast du hergefunden?« »Ich habe den Bus genommen.« »Bei ihr klingt es ganz selbstverständlich, aber so etwas sollte nicht passieren. Trauernde Töchter haben nicht einfach vor meiner Tür zu stehen.« »Die Polizei hätte Darsys Fragen beantworten und sich um ihre therapeutische Betreuung kümmern müssen. Man hätte einen Verwandten auftreiben sollen, der sich um sie kümmert.« »Die Polizei sagt, es wäre Selbstmord gewesen, aber das ist unmöglich. Mom würde nie. Sie könnte es nicht. Nicht so.« Ihre Stimme zittert vor Verzweiflung. »Wie hieß deine Mutter?« »Christine.« »Möchtest du eine Tasse Tee, Darcy?« Sie nickt. Ich setze den Kessel auf und hole zwei Tassen, um mir Gelegenheit zu geben, meine Antwort zurechtzulegen. »Wo warst du?« »Ich bin in einem Internat.« »Weiß die Schule, wo du bist?« Darcy antwortet nicht. Sie krümmt die Schultern und sinkt noch weiter in sich zusammen. »Ich setze mich ihr gegenüber und warte, bis sie mich ansieht.« »Ich möchte ganz genau wissen, wie du zu mir gefunden hast.« Die Geschichte sprudelt heraus. Die Polizei hatte sie Samstagnachmittag befragt. Sie wurde von einer Sozialarbeiterin betreut und dann zurück nach Hampton House, einer privaten Mädchenschule in Cardiff, gebracht. Samstagabend wartete sie, bis das Licht gelöscht war, schraubte die Holzbarrieren vor dem Fenster ihres Schlafhauses ab und öffnete sie weit genug, um hinaus zu schlüpfen. Sie drückte sich um den Wachmann herum, ging zu Fuß bis Cardiff Central und wartete auf den ersten Zug. Sie nahm den Zug um acht Uhr vier nach Bath Spa und einen Bus nach Norton St. Philips. Die letzten drei Meilen bis Wellow ist sie gelaufen. Die Reise hat fast den ganzen Vormittag gedauert. »Was ist mit deinem Vater?« Sie zuckte Axel. »Wo ist er?« »Keine Ahnung. Er hat Mom verlassen, bevor ich geboren wurde. Danach haben wir nichts mehr von ihm gehört.« »Ich muss deine Schule anrufen.« »Dorthin gehe ich nicht zurück.« Die unvermittelt stählerne Entschlossenheit in ihrer Stimme überrascht mich. »Wir müssen Bescheid sagen, wo du bist.« »Warum? Denen ist es egal. Ich bin sechzehn. Ich kann machen, was ich will.« Ihr Trotz klingt nach einer im Internat verbrachten Kindheit. Das hat sie stark gemacht. Unabhängig. Wütend. »Warum ist sie hier? Was erwartet sie von mir?« »Es war kein Selbstmord«, sagt sie noch einmal. »Mom hatte Angst vor großen Höhen. Ich meine, wirklich Angst. Sie wollte nicht mal das Londoner Riesenrad, das London Eye besteigen. Und als wir im letzten Sommer in Paris waren und auf den Eiffelturm gefahren sind, ist sie in Panik geraten. Sie hat Höhen gehasst.« Darcy stößt ein langgezogenes Schluchzen aus. »Als Profi weiß ich, dass ich jeden körperlichen Kontakt vermeiden muss, aber mein väterlicher Impuls ist stärker. Ich nehme sie in die Arme und ziehe ihren Kopf an meine Brust.« »Sie waren da«, flüstert sie. »Es war kein Selbstmord. Sie würde mich nie allein lassen.« »Es tut mir leid. Bitte helfen Sie mir.« »Ich weiß nicht, ob ich das kann, Darcy. Bitte.« Ich wünschte, ich könnte ihr den Schmerz nehmen. Ich wünschte, ich könnte ihr sagen, dass es nicht für immer so wehtun und sie eines Tages vergessen wird, wie es sich angefühlt hat. Ich habe Pädagogen davon sprechen hören, wie schnell Kinder vergeben und vergessen. Das ist Quatsch. Kinder erinnern sich. Kinder bewahren ihren Groll. Kinder hüten Geheimnisse. Kinder wirken manchmal stark, weil ihr Abwehrmechanismus noch nie von einer Tragödie durchbrochen oder untergraben wurde, aber er ist so zart und zerbrechlich wie Glasgespinst. »Ich muss dir ein paar Fragen stellen«, Darcy nickt. »War deine Mutter wegen irgendetwas aufgewühlt oder deprimiert?« »Nein.« »Was hat deine Mutter gemacht?« »Sie war Hochzeitsplanerin. Sie hatte ihre eigene Firma. Blissful. Sie hat sie zusammen mit ihrer Schulfreundin Sylvia Furness gegründet.« »Ich verstehe immer noch nicht, was sie hier will. Ich konnte ihre Mutter nicht retten, und ich kann auch ihr nicht mehr sagen als die Polizei. Christine Wheelers letzte Worte waren zwar an mich gerichtet, aber sie hat mir keinen Hinweis gegeben.« »Was soll ich tun?« »Frage ich.« »Kommen Sie mit mir zu unserem Haus. Dann werden Sie sehen.« »Was werde ich sehen?« »Dass sie sich nicht umgebracht hat.« »Ich habe sie springen sehen, Darcy.« »Dann muss irgendwas sie dazu gebracht haben.« Über der Tür des kleinen Landhauses aus dem 18. Jahrhundert winden sich knorrige Glycinien bis zum Dachvorsprung. Die angebaute Garage war früher einmal ein Stall und ist jetzt Teil des Haupthauses. Darcy schließt die Haustür auf, tritt in den düsteren Flur. Sie wird sich um Emma kümmern, während ich mich im Haus umsehe. Auf dem Kamin Sims stehen gerahmte Fotos. Die meisten zeigen Darcy in einem Ballettkostüm, entweder hinter oder auf der Bühne. Weitere Fotos sowie Ballettpokale und Medaillen sind in einer Vitrine ausgestellt. Ein Häufchen mit abgelegten Frauenkleidern liegt auf dem Fußboden. Das Mobilteil des Telefons ist tot, der Akku ist leer. Ich versuche ein Bild von dem heraufzubeschwören, was am Freitag geschehen ist. Ich kann mir das Gewöhnliche dieses Tages vorstellen. Eine Frau, die ihre alltäglichen Pflichten erledigt, als das Telefon klingelte. Sie nahm ab. Dann zog sie ihre Kleider aus, ohne die Vorhänge zuzuziehen. Sie verließ das Haus nackt, nur mit einem Plastikregenmantel bekleidet, ohne die Haustür doppelt zu verriegeln. Sie war in Eile. Ihre Handtasche liegt noch auf einer Ablage im Flur. Die dicke Glasplatte des Couchtischs wird von zwei Keramikelefanten mit gereckten und über dem Kopf geplätteten Rüsseln getragen. Ich knie mich neben den Tisch, betrachte die glatte Glasfläche aus der Nähe und entdecke kleine Brösel von abgebrochener Kreide oder Lippenstift. Hier hat sie sich das Wort Hure auf den Leib geschrieben. Ich entdecke noch etwas auf dem Glas. Eine Reihe halb durchsichtiger Kreise und stumpfe Lippenstiftstriche. Die Kreise sind getrocknete Tränen. Sie hat geweint. Und die Striche können die Ränder geschwungener Buchstaben sein, die über ein Blatt hinausgingen. Christine hat etwas mit Lippenstift geschrieben. Eine Telefonnummer kann es nicht gewesen sein, dafür hätte sie einen Stift benutzt. Wahrscheinlich war es eher eine Botschaft oder ein Zeichen. Vor 48 Stunden bin ich Zeuge geworden, wie diese Frau in den Tod gesprungen ist. Es konnte nur Selbstmord gewesen sein, aber psychologisch ergibt das überhaupt keinen Sinn. Jede ihrer Handlungen deutet auf Vorsatz hin, aber sie war nur ein widerwilliger Teilnehmer. Als letztes hat Christine Wheeler zu mir gesagt, dass ich nicht verstehen würde. Da hatte sie recht. Wir fahren zu Detective Inspector Veronica Cray. Sie erzählt mir, dass das Auto der Toten sichergestellt wurde. Ich erläutere meine Theorie. Christine Wheeler wollte nicht springen. Sie hat sich einfach ergeben. Sie hat ihre Kleider ausgezogen und einen Regelmantel angelegt. Sie hat keinen Abschiedsbrief hinterlassen. Sie hat weder ihre Angelegenheiten geregelt, noch ihre Besitztümer verteilt. Nichts an ihrem Verhalten war typisch für eine Frau, die sich umbringen will. Eine Frau mit Höhenangst springt nicht freiwillig von einer Brücke. Sie tut es nicht nackt. Sie beschmiert ihren Körper nicht mit Beleidigungen. »Sie machen Ausflüchte, Professor. Die Lady ist gesprungen«, sagt D.I. Cray. Sie hat mit jemandem telefoniert. Er könnte etwas zu ihr gesagt haben. Doch Detective Cray ist nicht überzeugt. Auf der Rückfahrt bittet mich Darcy, vorerst bei mir bleiben zu dürfen, da sie nicht ins Internat zurück will. Ich halte das für keine gute Idee, fahre aber mit Emma und ihr nach Hause. Ich sitze im Arbeitszimmer. Vincent Ruiz' Visitenkarte liegt vor mir auf der Schreibtischunterlage. Ruiz ist ehemaliger Detective Inspector der London Metropolitan Police. Vor fünf Jahren hat er mich wegen Mordverdachts verhaftet, nachdem man eine frühere Patientin von mir am Ufer des Grand Union Canal erstochen aufgefunden hatte. Mein Name stand in ihrem Terminkalender. Es ist eine lange Geschichte. Bezeichnen wir sie als vergangen. Seither ist Ruiz eine dieser Randfiguren geblieben, die in meinem Leben auftauchen und wieder verschwinden und das Grau ein wenig heller machen. Vor seiner Pensionierung hat er sich regelmäßig zum Abendessen eingeladen, mit Julian geflirtet und mein Fachwissen für seine laufenden Mordermittlungen angezapft. Er hat die Mädchen gekitzelt, zu viel Wein getrunken und dann die Nacht auf dem Sofa verbracht. Ich rufe ihn an, erzähle ihm von Christine Wheeler und beschreibe die letzten zwölf Stunden in Stichpunkten, wie sie für Ex-Polizisten fast zur zweiten Sprache geworden sind. Ruiz weiß die Lücken zu füllen. Ohne, dass ich D.I. Cray erwähnt habe, sagt er ihre Reaktion präzise voraus. Ich bitte ihn, Christine Wheelers Anruf zurückverfolgen zu lassen. Er schweigt eine Weile. Ich kenne jemanden, der für British Telecom arbeitet. Er ist Sicherheitsberater. Er war unser Ansprechpartner, wenn wir Telefone abgehört oder Anrufe zurückverfolgt haben. Alles ganz legal, versteht sich. Selbstredend. Er verspricht, dass er bei mir vorbeikommen wird. Ich beende den Anruf und lege Ruiz' Karte in eine Schublade. Als ich die Schublade zuschäbe, fällt mir ein zerknüllter Beleg auf dem Boden ins Auge. Ich hebe ihn auf und streiche ihn auf der Schreibtischunterlage glatt. Zuoberst steht in kunstvoller Schrift der Name des Hotels. Es ist die Rechnung für ein vom Zimmer Service gebrachtes Frühstück, inklusive Champagner, Eiern, Speck, Obst und Pasteten. Julian hat sich richtig was gegönnt. Normalerweise isst sie nur Müsli oder Obstsalat. Ich knülle die Rechnung wieder zusammen und will sie wegwerfen. Ich weiß nicht, was mich davon abhält. Ein Fragezeichen. Ein Anflug von Unbehagen. Das Gefühl zerstreut sich und verfliegt. Um ein Schloss zu knacken, braucht man größtes Fingerspitzengefühl und ein feines Ohr. Zuerst stelle ich mir den Mechanismus bildhaft vor und konzentriere meine Gedanken darauf. Alle Sinne sind wichtig, nicht nur Hören und Tasten. Man muss sehen, um Modell und Bauart zu identifizieren. Riechen, um festzustellen, ob es kürzlich geschmiert wurde. Schmecken, um festzustellen, womit. Ich kann durch Wände gehen. Schlösser zerbröseln unter meinen Fingern. Für mich sind die verschiedenen Stifte in den Schlössern wie unterschiedliche Töne mit ihrem jeweils eigenen Klang und Timbre. Hört ihr? Das war der Schlussakkord. Die Tür öffnet sich. Ich betrete die Wohnung und gehe behutsam über die lackierten Holzdielen. Mein Werkzeug packe ich wieder ein. Was ich jetzt brauche, ist eine Taschenlampe. Ich halte nach Telefonen Ausschau. In der Küche liegt ein Mobilteil. Im Wohnzimmer und im Schlafzimmer steht jeweils eine Aufladestation. Ich arbeite mich von Zimmer zu Zimmer vor und skizziere im Kopf den Grundriss der Wohnung. Es gibt Briefe zu lesen, Rechnungen zu sortieren, Telefonnummern und Fotos zu betrachten. Neben dem Telefon lehnt eine Geburtstagseinladung. Was finde ich noch? Hier ist ein knalliger Umschlag aus Glanzpapier. Du bist herzlich eingeladen zu einer Hens-Party, ein Junggesellinnen-Abschied. Von Hand ist am unteren Rand hinzugefügt, Tanzschuhe mitbringen. Die Wohnung hat drei Schlafzimmer. Das kleinste gehört einem Kind. An der Wand hängen ein Coldplay-Poster und ein Harry-Potter-Kalender. Daneben Pferdefotos und Schleifen von einem Ponyclub. Ihr Schlafanzug liegt unter dem Kopfkissen. An einem Haken am Fensterbrett baumelt ein Kristall. Aus einer Truhe in der Ecke quellen Stofftiere. Das Elternschlafzimmer hat ein eigenes angrenzendes Bad. Die Schubladen des Schminktischs sind vollgestopft mit Lippenstiften, Peeling-Lotionen, Nagellacken und Toilettenartikeln von Hotels und Fluglinien. In der untersten Schublade liegt ein Kosmetiktäschchen aus Kunstfell mit einem kleinen, pinkfarbenen Vibrator und Handschellen. Es ist meine Stimme, die die Schlampe hören wird, wenn sie stirbt. Meine Worte. Ich werde sie fragen, ob sie Angst hat. Ich werde ihre Seele aufbrechen. Ich werde ihr Herz stillstehen lassen. Ich werde sie am Boden zerschmettern und mich an ihrem blutigen Mund laben. Wann? Bald. Heute Morgen wollen sich meine Beine nicht bewegen. Es bedarf strenger Worte und starker Willenskraft, um sie aus dem Bett zu hieven. Ich stehe auf und ziehe einen Bademantel an. Es ist schon nach sieben. Charlie müsste mittlerweile aufgestanden sein. Sie kommt zu spät zur Schule. Ich rufe nach ihr. Niemand antwortet. Die Kinderzimmer sind leer. Ich gehe nach unten. Auf dem Küchentisch stehen zwei frisch benutzte Müsli-Schalen. Keiner hat die Milch zurück in den Kühlschrank gestellt. Emma und Darcy kommen durch die Hintertür ins Haus. Das Mädchen schnappt sich die Kleine und drückt sie fest an sich. Beide lachen. Darcy sagt, dass sie Charlie pünktlich zur Bushaltestelle gebracht hat. Sie wird heute auf Emma aufpassen. Ruiz kommt um kurz nach elf. Sein alter, forstgrüner Mercedes ist an den Stoßstangen und Türen Schlamm bespritzt. Es ist die Sorte Wagen, die nach Inkrafttreten der neuen Schadstoffnorm verboten werden wird, weil mit jeder Tankfüllung ganze Pazifik-Atolle verschwinden. Wir fahren über die Küstenstraße nach Portishead Richtung Bristol, vorbei an der Severnmündung. Die über den Dächern kreisenden Möwen stemmen sich gegen den böigen Wind. Ich berichte ihm die Einzelheiten des vergangenen Freitags, schildere ihm Christine Wheelers letzte Augenblicke auf der Brücke, erzähle von ihrer Kleidung, die in ihrem Haus neben dem Telefon auf dem Fußboden lag, und einer Nachricht, die sie möglicherweise auf den Couchtisch gestützt mit Lippenstift geschrieben hat. Wir biegen in ein neues Gewerbegebiet voller Bürogebäude aus Metall und Glas ab. Der graue Asphalt der Straßen wirkt inmitten der frisch angelegten Blumenbeete besonders kahl. Ruiz fährt auf einen Parkplatz. Auf einem einzelnen Schild neben der Klingel des Gebäudes steht »Fastnet Telecommunications«. Die Empfangssekretärin führt uns in einen Raum mit etlichen Bildschirmen und Regalen mit Softwarehandbüchern. Er verströmt den Geruch von neuen Computern, gepresst in Plastik, Lösungsmitteln und Klebstoff. »Was macht dieser Oliver Rapp?«, frage ich. »Er ist Telekommunikationstechniker.« »Der Beste«, sagt mein Kumpel bei der British Telecom. »Manche Typen reparieren Telefone, er repariert Satelliten.« »Kann er Christine Wheelers letzten Anruf zurückverfolgen?« »Das werden wir ihn fragen.« Oliver Rapp schleicht sich beinahe ins Zimmer. Unvermittelt tritt er durch eine zweite Tür. Er ist hochgewachsen, mit Glatze, großen Händen und leicht gebeugt, so dass er beim Nicken und Händeschütteln zur Begrüßung die Krone seines Kopfes präsentiert. Als routinierter Beobachter von Ticks und Marotten glaube ich, dass er der Typ ist, der eine Fliege oder Hosenträger nicht aus modischen Gründen trägt, sondern einfach, weil er sie praktisch findet. »Fragen Sie los«, fordert er uns auf. »Wir suchen eingehende Anrufe für eine Mobilfunknummer«, erklärt Ruiz. »Ist das eine offizielle Ermittlung?« »Wir unterstützen die Polizei.« Ich frage mich, ob Ruiz so gut lügen kann, weil er in seinem Leben so vielen Lügnern begegnet ist. Oliver hat sich in den Computer eingeloggt und gibt nacheinander eine Reihe von Passwörtern ein, bevor er Christine Wheelers Handynummer eintippt. Der Bildschirm baut sich mit den Details von ihrem Mobiltelefonkonto und dem Einzelverbindungsprotokoll neu auf. »Das sind die Anrufe der letzten Monate.« »Was ist mit Freitagnachmittag?« »Wo hat sie sich aufgehalten?« »Auf der Clifton Suspension Bridge.« »Gegen fünf.« Oliver startet eine neue Suche. Der Monitor wird von einer Welle von Zahlen überschwemmt, die offenbar von einem blinkenden Cursor abgelesen werden. Die Suche bleibt ergebnislos. »Das verstehe ich nicht,« sage ich. »Sie hat per Handy telefoniert, als sie gesprungen ist.« »Vielleicht hat sie Selbstgespräche geführt,« erwidert Oliver. »Nein, ich habe eine zweite Stimme gehört.« »Dann muss sie ein anderes Telefon benutzt haben.« Meine Gedanken kreisen um weitere Möglichkeiten. »Woher hatte sie ein zweites Handy?« »Warum hat sie die Telefone gewechselt?« »Könnte ein Datenfehler vorliegen?« fragt Ruiz. Die bloße Andeutung empört Oliver. »Meiner Erfahrung nach sind Computer verlässlicher als Menschen.« Er streicht über die Oberkante des Monitors, als hätte er Angst, die Gefühle des empfindsamen Geräts könnten verletzt worden sein. »Erklären Sie mir noch einmal, wie das System funktioniert,« bitte ich Ihnen. Die Frage freut ihn sichtlich. »Ein Mobiltelefon ist ein komplizierteres Funkgerät wie ein Walkie-Talkie, aber während letzteres nur gut eineinhalb Kilometer und ein CB-Funkgerät etwa acht Kilometer weit senden kann, ist der Radius eines Mobiltelefons gewaltig, weil es von Sendemast zu Sendemast springen kann, ohne das Signal zu verlieren.« Er streckt seine Hand aus. »Zeigen Sie mir Ihr Handy.« »Ich gebe es ihm.« Jedes Mobiltelefon hat eine zweifache Kennung. Die MIN, die Mobile Identification Number, wird von einem Mobilfunkprovider zugeteilt und entspricht einer siebenstelligen Festnetznummer mit dreistelliger Vorwahl. Die elektronische Seriennummer ISN ist eine 32-stellige binäre Nummer, die durch den Hersteller festgelegt wird und nicht verändert werden kann. »Wenn Sie auf Ihrem Handy angerufen werden, ist ein Signal im Mobilfunknetz unterwegs, bis es eine Basisstation in Ihrer Nähe erreicht.« »Eine Basisstation?« »Ein Telefonmast. Sie haben sie vielleicht schon auf hohen Gebäuden oder Bergen gesehen. Der Mast sendet Funkwellen, die von Ihrem Mobiltelefon empfangen werden. Außerdem bekommen Sie einen Kanal für jedes Telefonat zugeteilt, damit Sie nicht unvermittelt in einer Partyline landen.« Oliver tippt weiter. »Jeder abgehende oder ankommende Anruf hinterlässt ein digitales Protokoll, wie eine Spur von Brotkromen.« Er zeigt auf ein rotes Dreieck auf dem Bildschirm. »Laut Einzelverbindungsprotokoll wurde Mrs. Wheelers Mobiltelefon zum letzten Mal am Freitagmittag um 12.26 Uhr angerufen. Der Anruf lief über einen Mast in der Upper Bristol Road. Das ist auf den Albion Buildings.« »Das ist nicht weit von Ihrem Haus entfernt, stelle ich fest. Wahrscheinlich der nächste Mast. Ruiz späht ihm über die Schulter. Kann man auch sehen, wer Sie angerufen hat?« »Der Anruf kam von einem anderen Handy.« »Und wer ist der Besitzer?« »Für derartige Informationen brauchen Sie eine richterliche Genehmigung.« »Ich sag es keinem weiter,« erwidert Ruiz und klingt wie ein Schuljunge vor einem verstohlenen Kuss hinter dem Fahrradschuppen. Wann endete das Gespräch? Oliver wendet sich wieder dem Bildschirm zu und ruft eine neue, mit Zahlen bedeckte Karte auf. »Das ist interessant. Die Signalstärke hat abgenommen, sie muss sich bewegt haben.« »Woher wissen Sie das?« »Diese roten Dreiecke bezeichnen die Position der Mobilfunkmasten. In bebauten Gegenden stehen sie normalerweise etwa drei Kilometer voneinander entfernt, aber auf dem Land können es auch schon mal bis zu 35 Kilometer werden. »Je weiter man sich von einem Mast entfernt, desto schwächer wird das Signal. Die nächste Basisstation, der Mast, auf den man sich zubewegt, registriert das stärker werdende Signal. Die beiden Basisstationen koordinieren sich, und der Anruf wird an den neuen Mast übergeben. Das passiert so schnell, dass wir es kaum mitbekommen.« »Christine Wheeler hat also noch über ihr Handy telefoniert, als sie ihr Haus verlassen hat?« »Seht so aus.« »Können Sie uns sagen, wohin sie gegangen ist?« »Wenn Sie mir genug Zeit lassen?« »Brot krumen, wie gesagt. Es könnte ein paar Tage dauern.« Ruiz hat ein plötzliches Interesse für die Technik entwickelt. Er hat sich an den Stuhl herangezogen und starrt auf den Bildschirm. »Uns fehlen drei Stunden. Vielleicht können wir herausfinden, wohin Christine Wheeler gegangen ist.« »Solange sie ihr Mobiltelefon bei sich hatte,« erwidert Oliver. »Wenn ein Handy eingeschaltet ist, sendet es auf der Suche nach einer Basisstation in der Nähe kontinuierlich ein Kontrollsignal. Möglicherweise erreicht es dabei auch mehr als eine Basisstation, dann orientiert es sich nach dem stärksten Signal. Das ausgesendete Kontrollsignal ist eine kurze Nachricht von weniger als einer Viertelsekunde, die jedoch die MIN und die ISN eines Mobiltelefons enthält, den digitalen Fingerabdruck. Diese Information wird von der Basisstation gespeichert.« »Das heißt, man kann jedes Handy orten?« »Solange es eingeschaltet ist.« »Wie präzise können Sie den Aufenthaltsort bestimmen? Können Sie den genauen Standpunkt orten?« »Nein, es ist nicht wie GPS. Der nächste Mast könnte kilometerweit entfernt sein. Manchmal kann man das Signal von drei oder mehr Masten triangulieren, um eine genauere Positionsbestimmung zu erreichen.« »Wie genau?« »Bis auf die Straße. Auf keinen Fall bis auf ein einzelnes Gebäude.« Mein fassungsloser Gesichtsausdruck lässt ihn schmunzeln. »Das ist etwas, was Ihr freundlicher Mobilfunkbetreiber ungern laut anpreist.« »Die Polizei auch nicht,« fügt Ruiz hinzu. »Der begonnen hat, sich Notizen zu machen und einzelne Punkte mit Kästchen und Kreisen markiert.« »Wir wissen, dass Christine Wheeler irgendwann am Freitagnachmittag auf der Clifton Suspension Bridge angekommen ist. Irgendwann vorher hat sie aufgehört, ihr eigenes Handy zu benutzen und ein anderes genommen. Wann ist das geschehen und warum?« Oliver stößt sich am Tisch ab und rollt mit seinem Stuhl zu einem anderen Computer. Seine Finger fliegen über die Tastatur. »Ich durchsuche alle Basisstationen in der Gegend. Wenn wir von fünf Uhr an chronologisch rückwärts gehen, finden wir vielleicht Mrs. Wheelers Handy.« Er zeigt auf den Monitor. »Es gibt drei Basisstationen in der Nähe. Die nächste ist auf dem Sine Hill am Anfang der Queen Victoria Avenue. Der Mast steht auf dem Dach des Princess Building. Der am zweitnächsten entfernte Mast befindet sich zweihundert Meter entfernt auf dem Dach der Clifton Library.« Er gibt Christine Wheelers Handynummer in eine Suchmaske ein. Der Bildschirm baut sich erneut auf. »Da!« Er weist auf ein Dreieck auf dem Monitor. »Sie war um fünfzehn Uhr zwanzig in der Gegend.« »Hat sie da immer noch mit demselben Anrufer gesprochen?« »Sieht so aus. Das Gespräch endete um fünfzehn Uhr sechsundzwanzig.« »Ruiz und ich sehen uns an.« »Wie ist sie zu einem zweiten Handy gekommen?« fragt er. »Entweder hat es ihr jemand gegeben, oder sie hat es bei sich. Darcy hat kein zweites Telefon erwähnt. Oliver hört mit und wird langsam in die Suche hineingezogen.« »Warum interessieren Sie sich so für diese Frau?« »Sie ist von der Clifton Suspension Bridge gesprungen.« Er atmet langsam aus, wodurch sein Gesicht noch mehr an einen Totenschädel erinnert. »Es muss doch eine Möglichkeit geben, das Gespräch auf der Brücke zurückzuverfolgen,« sagt Ruiz. »Nicht ohne Nummer,« erwidert Oliver. »Über die nächstgelegene Basisstation liefen achttausend Anrufe pro Viertelstunde. Wenn wir die Suche nicht eingrenzen können, was ist mit der Dauer?« Christine Wheeler stand eine Stunde lang am Rand der Brücke und hat die ganze Zeit telefoniert. »Die Anrufe werden nicht nach Dauer protokolliert,« erklärt er. »Ich würde Tage brauchen, um sie einzeln zu überprüfen.« Mir kommt eine andere Idee. »Wie viele Anrufe haben um Punkt siebzehn Uhr sieben geendet?« »Warum?« Da ist sie gesprungen. Oliver wendet sich wieder der Tastatur zu und startet eine erneute Suche. Auf dem Bildschirm rauscht ein rasender Strom von Zahlen vorbei, der zu einem schwarz-weißen Wasserfall verschwimmt. »Erstaunlich,« sagt Oliver und zeigt auf den Monitor. »Es gibt einen Anruf, der genau um siebzehn Uhr sieben beendet wurde. Das Gespräch dauerte mehr als neunzig Minuten.« Er fährt mit dem Finger an den Details entlang und stutzt. »Was ist los?«, frage ich. »Das ist eigenartig,« antwortet er. »Mrs. Wheeler hat mit einem anderen Handy telefoniert, das über dieselbe Basisstation lief.« »Und was bedeutet das?« »Dass derjenige, mit dem sie telefoniert hat, entweder selbst mit auf der Brücke war oder sie zumindest sehen konnte.« Die Polizeigarage von Bristol liegt hinter verrusten Mauern und einem Stacheldrahtzaun verborgen in der Nähe der Badminster Railway Station. Jedes Mal, wenn ein Zug vorbei rattert oder an einem Bahnsteig hart bremst, bebt der Boden. Ruiz und ich sehen uns Christine Wheelers Wagen an. Der blaue Renault ist nicht Gegenstand einer kriminaltechnischen Ermittlung. Der Automechaniker lässt uns gewähren. An einer Scheibe im Innenraum entdecke ich Spuren, die mit einer Mischung aus Ruß und Asche, die Ruiz mit Hilfe einer Zigarette und einer Kerze hergestellt hat, sichtbar werden. Wie bei einem Zaubertrick bilden sich Symbole heraus, die sich zu einem Wort formen. Hilfe! Ein lang anhaltendes Donnergrollen zerreißt die Luft, und tief in mir reißt auch etwas. Christine Wheeler hat mit Lippenstift ein Schild geschrieben, es von innen gegen das Wagenfenster gedrückt und gehofft, dass es jemand sehen würde. Niemand hat Notiz davon genommen. Mitten im Hof balancieren Bogenlampen auf Stativen und tauchen das Gelände in ein so grelles Weiß, dass alles jenseits davon ganz im Schatten versinkt. Die weißen Overalls scheinen von innen zu leuchten. Der Wagen wird auseinandergenommen. Sitze, Matten, Scheiben, Armaturen und Innenverkleidung werden entfernt, abgesaugt, auf Fingerabdrücke untersucht, gesiebt, abgekratzt und gerupft wie der Kadaver eines Metalltiers. Jedes Bonbonpapier, jede Faser, jede Fussel, jeder verschmierte Abdruck wird fotografiert, gesichert und verzeichnet. Draußen wird es dunkel und kälter. Detective Inspector Veronica Cray steht im Tor der Garage, einem schwarzen Backsteinbogen unter der Eisenbahnüberführung. Ein Zug rattert über ihren Kopf. Sie zündet sich eine Zigarette an und schiebt das abgebrannte Streichholz hinter die anderen in dem Briefchen. Dadurch entsteht eine nachdenkliche Pause, in der sie ihrem Stellvertreter Anweisungen gibt. Ruiz sitzt mit geschlossenen Augen in seinem Mercedes. Ich frage mich, ob es ihm schwerfällt, in Fällen wie diesem als Rentner, anderen den Vortritt zu lassen. Bestimmt erwachen alte Instinkte in ihm, ein Bedürfnis, das Verbrechen zu lösen und die Ordnung wiederherzustellen. Er hat mir einmal erklärt, das Geheimnis bei der Lösung eines Gewaltverbrechens sei es, sich auf den Verdächtigen zu konzentrieren und nicht auf das Opfer. Ich arbeite genau umgekehrt. Indem ich mit dem Opfer vertraut bin, weiß ich über den Verdächtigen Bescheid. Ein Mörder geht nicht immer gleich vor. Umstände und Ereignisse beeinflussen seine Tat. Ebenso das Opfer. Wie hat sie unter Druck reagiert? Was hat sie gesagt? D.I. Cray steht jetzt neben mir und starrt in eine Ölwanne. Sagen Sie, Professor, verschaffen Sie sich eigentlich regelmäßig Zugang zu Polizeigaragen und zerstören wichtige Beweismittel? Nein, Detective Inspector. Sie bläst Qualm aus, schnaubt zweimal und blickt auf den Vorhof, wo Ruiz vor sich hindöst. Wer ist Ihr Tanzpartner? Vincent Ruiz. Sie blinzelt. Sie wollen mich auf den Arm nehmen. Keineswegs. Woher zum Teufel kennen Sie Vincent Ruiz? Er hat mich mal verhaftet. Ich verstehe, dass das ein verlockender Gedanke sein könnte. Sie hat den Blick nicht von Ruiz gewandt. Sie konnten es nicht auf sich beruhen lassen. Es war kein Selbstmord. Wir haben Sie beide springen sehen. Sie hat es nicht aus eigenem Antrieb getan. Ich habe keinen gesehen, der ihr eine Pistole an den Kopf gehalten hat, niemanden, der sie gestoßen hat. Eine Frau wie Christine Wheeler beschließt nicht plötzlich, sich nackt auszuziehen und mit einem Schild, auf dem Hilfe steht, aus der Tür zu spazieren. D.I. Cray unterdrückt einen Rülpser, als wäre ihr irgendetwas, was ich gesagt habe, sauer aufgestoßen. Okay, nehmen wir einen Moment an, dass Sie recht haben. Wenn Mrs. Wheeler bedroht wurde, warum hat sie dann nicht jemanden angerufen oder ist zur nächsten Polizeiwache gefahren? Vielleicht konnte sie das nicht. Glauben Sie, dass er mit ihr im Auto war? Als sie das Schild hochgehalten hat, wohl nicht. D.h. er hat zugehört? Ja. Und vermutlich hat er sie in den Tod gequatscht? Ich antworte nicht. Ruiz ist aus seiner Mercedes gestiegen, streckt seine Glieder und lässt seine Schultern träge kreisen. Er kommt zu uns und die beiden mustern sich, wie zwei Hähne im Hühnerstall. Zu Hause erzähle ich Darcy, dass der Tod ihrer Mutter jetzt untersucht wird, und stelle ihr weitere Fragen. Dabei erfahre ich, dass sie Streit mit ihrer Mutter hatte. Worum ging es da? Darcy zuck die Achseln. Ich wollte auf die National Ballet School. Ich sollte nicht zum Vortanzen, aber ich habe Mams Unterschrift gefälscht und bin auf eigene Faust mit dem Zug nach London gefahren. Ich dachte, wenn ich einen Platz kriege, würde sie ihre Meinung vielleicht ändern. Was ist passiert? Pro Jahr werden nur 25 Tänzer angenommen. Hunderte bewerben sich. Als der Brief mit der Zusage kam, hat Mams ihn gelesen und in den Müll geworfen. Dann hat sie sich in ihrem Schlafzimmer eingeschlossen. Warum? Die Studiengebühren betragen 12.000 Pfund pro Jahr. Das konnten wir uns nicht leisten. Aber sie zahlt doch deine Schulgebühren. Ich habe ein Stipendium. Wenn ich von der Schule abgehe, verliere ich das Geld. Mams Firma lief nicht so besonders. Sie hat sich eine Menge Geld geliehen und konnte es nicht zurückzahlen. Ich sollte nichts davon wissen, aber ich habe einen Streit zwischen ihr und Sylvia belauscht. Deswegen wollte ich von der Schule abgehen, jobben und Geld sparen. Ich dachte, ich könnte vielleicht nächstes Jahr auf die Ballettschule gehen. Sie senkt die Stimme zu einem Flüstern. Als Mom mir die Spitzenschuhe geschickt hat, dachte ich, sie hätte ihre Meinung geändert. Die Spitzenschuhe? Das verstehe ich nicht. Fürs Ballett? Ich weiß, was Spitzenschuhe sind. Irgendwer hat mir ein Paar geschickt. In einem Päckchen. Der Hausmeister hat es am Samstagmorgen vor dem Schultor gefunden. Adressiert an mich. Dann war ein Paar Spitzenschuhe. Gainer meintens. Die sind echt teuer. Wie teuer? Achtzig Pfund das Paar. Ich dachte, Mom hätte sie geschickt. Ich habe versucht, sie anzurufen, aber ich bin nicht durchgekommen. Die erste Semesterwoche liegt hinter meinen Studenten. Nach Ende meines Seminars fängt Bruno Kaufmann mich ab. Hallo, alter Junge, ich dachte, ich könnte dich vielleicht zu einem Mittagessen überreden. Ich bin schon verabredet. Ist sie hübsch? Ich sehe Ruiz vor mir und verneine die Frage. Bruno geht weiter neben mir. Scheußliche Geschichte, das auf der Brücke letzte Woche. Absolut scheußlich. So eine nette Frau. Du kanntest sie? Meine Ex-Frau ist mit Christine zur Schule gegangen. Ich wusste gar nicht, dass du mal verheiratet warst. Ja. Maureen hat es ziemlich schwer getroffen, die Ärmste. Ein Schock, verständlicherweise. Das tut mir leid. Wann hat sie Christine zuletzt gesehen? Ich denke, ich könnte sie fragen. Er zögert. Ist das ein Problem? Dafür würde ich sie anrufen müssen. Ihr redet nicht miteinander. Die Geschichte unserer Ehe, alter Junge. Es war wie ein Stück von Harold Pinter. Voll tiefgründigem Schweigen. Ich lasse Bruno an der Treppe des Psychologischen Instituts stehen. Ruiz wartet, Zeitung lesend, in seinem Wagen auf mich. Wir haben eine Verabredung mit Veronica Cray in der Trinity Road Police Station in Bristol. Wir warten vor der Polizeistation, bis jemand kommt. Eine Metalltür öffnet sich, und ein großer Schwarzer muss beinahe den Kopf einziehen, um hindurchzupassen. Meine erste Vermutung ist verkehrt. Er wird nicht aus dem Gewahrsam entlassen. Er gehört hierher. Ich bin Detective Constable Abbott, sagte er, aber Sie können mich Monk nennen. Das macht ja so ziemlich jeder. Seine Hände sind so groß wie Boxhandschuhe. Ich fühle mich, als sei ich wieder zehn Jahre alt. Veronica Crays Büro ist eine Schachtel in einer Schachtel, die mit einem schlichten Schreibtisch und mehreren Aktenschränken möbliert ist. An den Wänden hängen Fotos von unaufgeklärten Fällen und bisher nicht gefassten Verdächtigen. Andere Menschen füllen Schubladen oder Terminkalender mit ihren unerledigten Aufgaben. Detective Inspector Cray lässt sie zur Tapete werden. Sie ist schwarz gekleidet und frühstückt gerade. Eine Tasse Tee und ein Berliner, ausgebreitet auf irgendwelchen Akten. Sie nimmt den letzten Bissen und sucht ihre Notizen zusammen. Ich habe jetzt eine Einsatzbesprechung. Sie können zuhören. Der Besprechungsraum ist sauber, modern und offen und parzelliert durch versetzbare Raumteiler und Tafeln. An einer von ihnen haftet ein Foto. Daneben steht Christine Wheelers Name. Die Versammelten sind in der Mehrzahl Männer, die aufstehen, als D.I. Cray hereinkommt. Ein Dutzend Beamte sind für die Ermittlung eingeteilt worden, die noch nicht als Mordermittlung firmiert. Wenn die Ermittlungskommission nicht binnen fünf Tagen entweder ein Motiv oder einen Verdächtigen präsentieren kann, werden die Vorgesetzten den Fall zur Entscheidung an den Coroner weiterschieben. D.I. Cray leckt sich Puderzucker von den Fingern und fängt an. Am vergangenen Freitag um 17.07 Uhr ist diese Frau von der Clifton Suspension Bridge in den Tod gesprungen. Oberste Priorität hat die Rekonstruktion der letzten Stunden ihres Lebens. Ich will wissen, wo sie war, mit wem sie gesprochen hat und was sie gesehen hat. Sie skizziert den Ablauf der Ereignisse vom vergangenen Freitag, beginnend mit dem Vormittag. Christine Wheeler verbrachte zwei Stunden in ihrem Büro bei Blissful und ging dann nach Hause. Um 11.34 Uhr erhielt sie auf ihrem Festnetztelefon einen Anruf aus einer öffentlichen Telefonzelle in Clifton, an der Ecke Westfield Place und Sion Lane, mit Blick auf die Clifton Suspension Bridge. Das Telefonat dauerte 34 Minuten. Vielleicht war es jemand, den sie kannte. Vielleicht hat sie sich mit ihm verabredet. Das Gespräch über die Festnetzleitung endete, kurz nachdem ihr Handy zu klingeln begann. Möglicherweise ist der zweite Anruf ein Ergebnis des ersten. D.I. Cray gibt einem Beamten ein Zeichen, der einen Overhead-Projektor bedient. Eine Karte der Gegend um Bristol und Bath wird an eine weiße Tafel hinter ihr projiziert. Telefontechniker triangulieren die Signale von Christine Wheelers Handy, um die wahrscheinlichste Route zu bestimmen, die sie am Freitag von ihrem Haus nach Lee Woods genommen hat. Sie wendet sich einem anderen Detektiv zu, der eine kurzärmelige Jacke und Jeans trägt. Sie nennt ihn Safari Roy, noch ein Spitzname. Er passt zu ihm. Überprüfen Sie Ihre Geschäftspartnerin Sylvia Furness. D.I. Craig gibt den anderen Beamten weitere Anweisungen. Dann ist die Besprechung beendet. Julian kommt mit dem Zug der Great Western Main Line von Paddington um 15.40 Uhr. Um diese Tageszeit ist die Fahrt angenehm, weil der meiste Verkehr in die Gegenrichtung fließt. Emma ist in ihrem Kindersitz festgeschnallt. Darcy sitzt neben mir auf dem Beifahrersitz, die Arme um die hochgezogenen Knie geschlungen. Wenn sie ihren Körper so ziharmonikagleich zusammenfaltet, nimmt sie kaum Platz ein. »Wie ist Ihre Frau?« fragt sie. »Wundervoll.« »Wie lange sind Sie schon verheiratet?« »Sechzehn Jahre.« Sie stützt ihr Kinn auf die Knie, und ich bemerke den violetten Nagellack, den sie aufgetragen hat. »Was macht Ihre Frau?« »Nenn Sie Julian.« »Sie ist Dolmetscherin.« »Ist sie viel weg?« »In letzter Zeit öfter.« »Und Sie bleiben zu Hause?« »Ich habe eine Teilzeitstelle an der Universität.« Julian steigt aus dem Zug, und ihre Augen werden wie von Zauberhand größer, als sie die Blumen sieht. Ich küsse sie. Sie entscheidet sich für ein flüchtiges Küsschen, während meine Lippen verharren wollen. Sie hakt sich bei mir unter. Ich ziehe ihren Koffer hinter uns her. »Wie geht es den Mädchen?« fragt sie. »Großartig.« »Ich erzähle ihr von Darcy, die auf Emma aufpasst und zurzeit bei uns wohnt. Julian ist entsetzt.« »Wir fahren schweigend nach Hause.« »Ich weiß nicht, was mit Julian los ist. Es ist ganz untypisch für sie, so abweisend zu sein.« »Warum ist sie über Darcys Anwesenheit so verärgert?« »Es scheint beinahe eine Frage von Eigentum, Markierung von Territorium, Verteidigung eines Anspruchs.« »Aber das ist lächerlich. Darcy stellt keine Bedrohung dar.« Zu Hause beim Auspacken bemerke ich ein Bündel schwarzer Wäsche in ihrem Koffer. Ein Mieder und ein Höschen. »Wann hast du denn die gekauft?« »Letzte Woche in Rom.« »Die hast du mir gar nicht gezeigt.« »Hab ich vergessen.« »Ich hänge die Träger des Mieders über meinen Zeigefinger.« »Ich wette an dir, sehen sie noch besser aus.« »Vielleicht führst du sie mir später vor.« »Sie nimmt mir die Teile ab und wirft sie in den Waschkorb.« »Für wen hat sie sie getragen?« Irgendetwas rührt sich in meiner Brust. Das gleiche nagende Unbehagen wie nach der Entdeckung der Hotelrechnung für ein Champagnerfrühstück. Julian trägt keine sexy Unterwäsche. Sie sagt, es wäre unbequem und unpraktisch. Jedes Mal, wenn ich ihr zum Valentinstag etwas Knapperes geschenkt habe, hat sie es nur einmal getragen. Sie bevorzugt Panties von Marks & Spencer, hochgeschnitten, Größe 38, schwarz oder weiß. Weshalb hat sie ihre Meinung geändert? Sie hat in Rom Reizwäsche gekauft und sie mit nach Moskau genommen. Ich will sie fragen, warum, aber ich weiß nicht, wie ich die Frage formulieren soll, ohne eifersüchtig oder schlimmer zu klingen. Der Moment vergeht. Julian wendet sich ab. Sie ist sichtlich müde. Drei Uhr nachts. Die Mädchen schlafen. Ich schlüpfe aus dem Bett und schließe die Tür zu meinem Arbeitszimmer, bevor ich das Licht anmache. Ich könnte weder den Medikamenten die Schuld geben, aber in meinem Kopf schwirren einfach zu viele Gedanken durcheinander. Dieses Mal denke ich nicht über Christine Wheeler oder Darcy nach und ich lebe auch nicht noch einmal den Moment auf der Brücke. Meine Sorgen sind eher privater Natur. Ich denke immer wieder an die Reizwäsche und die Hotelrechnung. Ein Gedanke führt zum anderen. Ein Dutzend Frauen haben eine Ecke des Lokals okkupiert und Tische und Stühle an den Rand der Tanzfläche geschoben. Die Schlampe tanzt, lässt die Hüften kreisen wie ein Go-Go-Girl, das Gesicht gerötet vom Lachen und zu viel Wein. Ich weiß, was sie denkt. Sie denkt, jeder Mann in dem Laden sieht sie an, begehrt sie. Aber ihr Gesicht ist zu hart und ihr Körper ist noch härter. Zum Glück ist es nicht jugendliche Unschuld, die ich begehre. Nicht Reinheit. Ich will im Dreck warten. Ich will die Risse in ihrem Make-up und die Schwangerschaftsstreifen auf ihrem Bauch sehen. Ich will ihre Leiche baumeln sehen. Alice geht zur Jukebox und liest die Liste der Songs unter der Scheibe. Was für eine Mutter nimmt ihre kaum halbwüchsige Tochter zu einer solchen Party mit? Sie sollte zu Hause im Bett liegen. Stattdessen schmolt sie feist und wie angewachsen vor sich hin, isst Chips und trinkt Limonade. »Tanzt du nicht gerne?«, frage ich sie. Alice schüttelt den Kopf. »Muss ziemlich langweilig sein, wenn man nicht gerne tanzt.« Sie zuckt die Achseln. »Du heißt Alice, stimmt's?« »Woher wissen Sie das?« »Ich habe gehört, wie deine Mutter es gesagt hat. Es ist ein schöner Name.« »Bitte geh noch etwas schneller«, sprach der Weißfisch zu der Schnecke. »Hinter uns«. »Geh dich nicht um, krabbel, zwick, zwack, eine Zecke. Sie, die Schildkröt und der Hummer laufen schon aufs Ufer zu, und sie warten schon am Strande. Sagst du mir das Tänzchen zu? Willst du, magst du, willst du, magst du? Sagst du mir das Tänzchen zu?« »Das ist aus Alice in Wonderland«, sagt sie. »Ja, das stimmt.« »Das hat mein Dad mir immer vorgelesen.« »Ulkiger und ölkiger! Wo ist dein Dad jetzt?« »Nicht hier.« »Ist er geschäftlich unterwegs?« »Er reist viel.« »Ihre Mom wird über die Tanzfläche gewirbelt, sodass ihr Kleid hochweht und ihr weißer Slip hervorblitzt.« »Deine Mom amüsiert sich!« Alice verdreht die Augen. »Sie ist peinlich!« »Alle Eltern sind peinlich.« Sie mustert mich eingehender. »Warum tragen Sie eine Sonnenbrille?« »Damit ich nicht erkannt werde.« »Vor wem verstecken Sie sich?« »Was glaubst du, vor wem ich mich verstecke? Vielleicht bin ich berühmt?« »Sind Sie?« »Ich bin inkognito hier.« »Was bedeutet das?« »Getarnt.« »Das ist aber keine besonders gute Tarnung.« »Vielen Dank.« Sie zuckt die Achseln. »Was für Musik magst du, Alice?« »Warte! Sag es mir nicht. Ich glaube, du bist ein Coldplay-Fan.« Sie reißt die Augen auf. »Woher wissen Sie das?« »Du bist offensichtlich ein Mädchen mit sehr gutem Geschmack.« Dieses Mal lächelt sie. »Chris Martin ist ein Kumpel von mir,« sage ich. »Nie im Leben.« »Doch!« »Sie kennen den Liedsänger von Coldplay?« »Klar.« »Wie ist er denn so?« »Ein guter Typ. Gar nicht eingebildet.« »Wie meinen Sie das?« »Na ja, großspurig, von sich überzeugt und so.« »Ja, nun, aber sie ist eine blöde Kuh.« »Gwyneth Paltrow ist in Ordnung.« Alice erzählt mir von ihrem Pferd. Sie hat ein kleines, beinahe mandelförmiges Muttermal am Hals unter ihrem rechten Ohr. Noch ein Stück tiefer baumelt ein Hufeisenanhänger an einem Goldkettchen, als sie auf den Fersen auf- und abwippt. Erneut teilt kreischendes Gelächter durch die Kneipe. Zwei Männer haben sich der Party angeschlossen. Einer von ihnen hat den Arm um die Hüfte ihrer Mom gelegt und hält in der anderen ein Bierglas. Er flüstert ihr etwas ins Ohr. Sie nickt. »Ich wünschte, ich könnte nach Hause gehen«, sagt Alice verzweifelt. »Ich würde dich fahren, wenn ich könnte«, sage ich, »aber das würde deine Mom nicht erlauben«, Alice nickt. »Ich soll nicht mal mit Fremden reden.« »Ich bin doch kein Fremder. Ich weiß alles über dich. Ich weiß, dass du Coldplay magst, ein Pferd namens Sally hast und in Bath wohnst.« Sie lacht. »Woher wissen Sie, wo ich wohne? Das habe ich Ihnen nicht erzählt.« »Doch, hast du.« Sie schüttelt stur den Kopf. »Nun, dann muss es deine Mutter erwähnt haben.« »Kennen Sie sie?« »Kann sein.« »Ihre Limonade ist leer. Ich lade sie zu einer weiteren ein, aber sie lehnt ab. Die feuchte Kälte vor der offenen Tür lässt sie zittern.« »Ich muss los, Alice. War nett, dich kennenzulernen.« Sie nickt. Ich lächle, aber mein Blick schweift zur Tanzfläche, wo ihre Mutter sich an ihren neuen Freund klammert, der sie nach hinten beugt und an ihrem Hals knabbert. Ich wette, sie riecht wie eine überreife Frucht. Sie wird schnell angestoßene Stellen bekommen. Sie wird leicht platzen. Ich kann den Saft schon schmecken.« Das Telefon klingelt in meinen Schlaf. Julian greift über mich hinweg und nimmt ab. »Wissen Sie, wie spät es ist?« fragt sie wütend. »Es ist noch nicht einmal fünf Uhr. Sie haben das ganze Haus aufgeweckt.« Ich entwinde ihr den Hörer. Am anderen Ende der Leitung ist Veronica Cray. »Einen wunderschönen guten Morgen, Professor. Aufstehen. Ich schicke Ihnen einen Wagen.« »Was ist los?« »Es gibt eine neue Entwicklung.« Monk und Safari Roy erwarten mich vor dem Haus. Eine halbe Stunde später halten wir im Schatten des Fußballstadions von Bristol City, wo sich drei brutal hässliche Wohntürme über viktorianischen Reihenhäusern, Fertigbaufabrikhallen und einem Parkplatz erheben. An der Ecke parkt ein Polizeibus, in dem ein Dutzend Einsatzkräfte sitzen. Einige tragen kugelsichere Westen. Veronica Cray hebt den Kopf. Auf der Kühlerhaube vor ihr ist ein Stadtplan auf dem abkühlenden Blech ausgebreitet. Daneben steht Oliver Rapp, leicht gebückt, als wäre ihm seine Größe neben ihr peinlich. »Tut mir leid, wenn ich ehrlichen Unfrieden gestiftet habe,« sagt D.I. Cray unaufrichtig. »Schon in Ordnung.« »Unser Oliver war sehr fleißig.« Sie weist auf einen Punkt auf der Karte. »Gestern Abend um 19 Uhr begann Christine Wheelers Handy, Signale zu einem Funkturm etwa 400 Meter von hier entfernt zu senden. Es ist dasselbe Telefon, mit dem sie am Freitagnachmittag das Haus verlassen hat. Es hat sich nicht mehr gemeldet, seit das Signal in Lee Woods ausgeschaltet wurde und Christine auf das zweite Handy wechselte, mit dem sie von der Brücke gesprungen ist.« »Jemand hat es benutzt?« frage ich. »Um eine Pizza zu bestellen, die zu einer Wohnung geliefert wurde, in der ein gewisser Patrick Fuller lebt. Ein Ex-Soldat. Der wurde aus der Armee entlassen, weil er vom Temperament her ungeeignet gewesen sei.« »Was heißt das?« Sie zog die Achseln. »Das ist ihr Gebiet, nicht meins. Fuller wurde vor etwa einem Jahr bei einem Bombenanschlag an einer Straße im Süden Afghanistans verwundet. Zwei Soldaten seines Zugs kamen ums Leben. Eine Krankenschwester in einem Militärhospital in Deutschland beschuldigte ihn, sie begrapscht zu haben. Die Armee entließ ihn.« »Ich betrachte die beiden grauen Betontürme, die wie Inseln am langsam heller werdenden Himmel aussehen.« D.I. Cray redet immer noch. »Vor vier Monaten hat Fuller seinen Führerschein verloren, nachdem er positiv auf Kokain getestet wurde. Etwa zur selben Zeit hat ihn auch seine Frau verlassen und die beiden Kinder mitgenommen.« »Wie alt ist er?« »Zweiunddreißig.« »Kennt er Christine Wheeler?« »Wissen wir nicht.« »Und was passiert jetzt?« »Wir verhaften ihn.« Der Wohnturm hat ein Treppenhaus und einen Fahrstuhl. Der Hintereingang riecht nach aufgeplatzten Mülltüten, Katzenpisse und feuchten Zeitungen. Patrick Fuller wohnt im vierten Stock. Ein Dutzend Polizisten in Kampfmontur nimmt die Treppe. Vier weitere Beamte benutzen den Fahrstuhl. Ihre Bewegungen sind bis ins Letzte choreografiert. Resultat monatelanger Ausbildung. Trotzdem wirkt das Ganze übertrieben und unnötig, wenn man bedenkt, dass der Mann bisher nicht wegen Gewalttätigkeit auffällig geworden ist. Vielleicht ist das die Zukunft. Ein Vermächtnis des 11. September und der Bombenanschläge in der Londoner U-Bahn. Die Polizei klopft nicht mehr an die Tür und bittet Verdächtige höflich mit auf die Wache. Stattdessen legen sie gepanzerte Rüstungen an und brechen Türen mit Ramböcken auf. Privatsphäre und persönliche Freiheit sind weniger wichtig als die öffentliche Sicherheit. Ich verstehe die Argumente, aber ich vermisse die alten Zeiten.« Der Einsatzleiter hat die Wohnungstür erreicht und drückt auf die Klingel. Er dreht sich um und nickt. Veronica Cray nickt zurück. Sie holen kurz mit dem Rambock aus, und die Tür ist verschwunden. Das Einsatzkommando bleibt abrupt stehen. Ein knurrender Pitbull springt den ersten Beamten an, der taumelt rückwärts und fällt. Mit gefletschten Zähnen stürzt sich der Pitbull auf seine Kehle, wird jedoch zurückgehalten. Ein Mann in weiter Hose und Sweatshirt hat das Halsband des Hundes gepackt. Er wirkt älter als 32. Blasse Augen, schütteres Blondes, ordentlich nach hinten gekämmtes Haar. Er beschimpft die Polizisten lautstark, schreit, sie sollen ihn in Ruhe lassen und sich verpissen. Der Hund bäumt sich auf den Hinterbeinen auf und will sich losreißen. Pistolen werden gezogen. »Hören Sie mir zu, Patrick«, rufe ich. Er zögert und mustert mich. In seinem Gesicht arbeitet es unerführlich vor Wut und Empörung. »Ich heiße Joe«. »Verpiss dich, Mr. Joe«. »Was ist denn das Problem?« »Gar nichts, wenn die mich in Ruhe lassen.« »Sie werden sie erschießen, Patrick, oder ihren Hund.« »Ich habe nichts Unrechtes getan.« »Sagen Sie ihnen, dass Sie abhauen sollen.« Sein Tonfall ist kultivierter, als ich erwartet habe. »Das werden Sie nicht tun. Dafür ist es schon zu weit gekommen.« »Die haben meine verdammte Tür eingetreten.« »Okay, Sie hätten vielleicht vorher klopfen sollen. Darüber können wir später reden.« Der Pitbull bäumt sich wieder auf. Fuller reißt ihn zurück. Das Tier wirkt und röchelt. »Ich habe für dieses Land gekämpft«, sagt Patrick. »Ich habe Kameraden sterben sehen. Wissen Sie, wie das ist?« »Nein.« »Sagen Sie mir, warum ich mir diesen Mist gefallen lassen muss.« »Das ist das System, Patrick.« »Scheiß auf das System!« »Meistens funktioniert es.« »Nicht für mich!« Ich richte mich gerade auf und breite meine Hände offen aus. »Es liegt an Ihnen. Wenn ich Kehrtmache und diesen Flur hinuntergehe, erschießen Sie Ihren Hund oder Sie. Sie können den Hund aber auch im Schlafzimmer einschließen und mit erhobenen Händen rauskommen. Dann wird niemand verletzt.« Er denkt noch eine Weile darüber nach, bevor er heftig an dem Halsband zieht und das Tier zurück in die Wohnung zerrt. Eine Minute später kommt er wieder heraus. Die Polizisten umringen ihn. Er wird auf die Knie und dann auf den Bauch gezwungen, die Hände hinter dem Rücken gefesselt. Ein Hundeexperte ist mit einem Netz an einem langen Stab eingetroffen. Als er den Pitbull nach draußen trägt, strampelt er wild in der Luft. »Nicht den Hund!«, flüstert Patrick. »Tun Sie meinem Hund nichts!« Ein Polizeiverhör ist ein Schauspiel in drei Akten. Im ersten werden die Figuren vorgestellt, im zweiten wird der Konflikt ausgebreitet und der dritte liefert die Lösung. Dieses Verhör ist anders verlaufen. Seit einer Stunde versucht Veronica Cray einen Sinn in Patrick Fullers weitschweifigen Antworten und bizarren Erklärungen zu erkennen. Er leugnet, in Lee Woods gewesen zu sein. Er leugnet, Christine Wheeler getroffen zu haben. Er leugnet, aus der Armee entlassen worden zu sein. Er scheint im Begriff seine eigene Geschichte zu leugnen. Gleichzeitig kann er sich plötzlich und unerklärlicherweise in einer Einzelheit verlieren, auf die er sich konzentriert, während er alles andere ausblendet. Ich beobachte ihn durch den Einwegspiegel und komme mir vor wie ein Voyeur. Der Verhörraum ist neu, in Pastellfarben gestrichen und mit gepolsterten Stühlen ausgestattet. An den Wänden hängen Drucke von Küstenlandschaften. Patrick läuft, den Kopf gesenkt und mit hängenden Armen alle vier Ecken ab, als hätte er seinen Busfahrschein verloren. D.I. Cray fordert ihn, auf Platz zu nehmen. Das tut er auch, aber nur für einen Moment. Jede neue Frage bringt ihn wieder auf Trab. Veronica Cray ist langsam frustriert. Es wäre leichter, wenn Fuller gar nichts sagen würde, dann könnte sie zumindest die Indizien logisch ausbreiten und zu einer Mauer von Fakten gegen ihn auftürmen. Stattdessen findet er ständig neue Ausflüchte, die sie zwingen, immer wieder anzusetzen. Ich bitte darum, mit Fuller reden zu dürfen. Eine Hirnverletzung könnte sein Verhalten erklären. Er wurde in Afghanistan verwundet. Ein Bombenanschlag auf einer Straße. Ich beobachte aus dem dunklen Observationsraum, wie Fuller konzentriert durch den Verhörraum schreitet, kehrt Macht und versucht, seine Füße auf exakt dieselben Stellen zu setzen wie zuvor. Er zögert. Er hat vergessen, wie viele Schritte er zurück zu seinem Ausgangspunkt braucht. Er schließt die Augen und versucht, sich zu erinnern, bevor er sich wieder in Bewegung setzt. Als ich die Tür öffne, erschrickt er. Einem Moment ist ihm nicht klar, wer ich bin. Dann erinnert er sich an mich. Seine Besorgnis weicht einer Folge winziger Grimassen, als wollte er seine Gesichtsmuskeln fein justieren, bis er mit dem Ausdruck, den er der Welt zeigt, zufrieden ist. »Hallo, Patrick.« »Mein Hund?« Ihr Hund wird gut versorgt. »Was haben Sie eben auf dem Boden gesehen?« »Nichts.« »Sie haben darauf geachtet, auf irgendetwas nicht zu treten.« »Die Mausefallen.« »Wer hat die Mausefallen aufgestellt?« »Er sieht mich hoffnungsvoll an.« »Sie können Sie sehen?« »Wie viele können Sie sehen?« »Er zeigt mit dem Finger und zählt.« »Zwölf. Dreizehn.« »Ich bin Psychologe, Patrick. Haben Sie schon einmal mit einem Menschen wie mir gesprochen?« Er nickt. »Nach Ihrer Verwundung?« »Ja.« »Haben Sie Albträume?« »Manchmal.« »Wovon handeln die Albträume?« »Zuerst sehe ich Leons Leiche, die über mir liegt. Er hat die Augen nach innen verdreht. Überall ist Blut. Ich weiß, dass er tot ist.« »Spike schreit wie am Spieß, weil seine Beine eingeklemmt sind und der Wagen brennt. Und wir wissen alle, dass der Jeep in die Luft fliegen wird, wenn die Flammen den Tank erreichen.« Patrick atmet in kurzen, stockenden Zügen. Auf seiner Stirn stehen Schweißperlen. »Ist das in Wirklichkeit passiert, Patrick?« Er antwortet nicht. »Wo ist Spike jetzt?« »Er wurde erschossen.« »Wer hat ihn erschossen?« »Ich.« »Warum haben Sie Spike erschossen?« »Er war von einer Kugel in die Brust getroffen worden, aber er schrie immer noch. Die Flammen hatten seine Beine erreicht. Wir konnten ihn nicht befreien. Wir steckten fest. Wir erhielten den Befehl zum Rückzug. Er hat geschrien. Er hat mich angefleht im Sterben.« »Ich werde Ihnen einige Fragen stellen, Patrick.« »Es ist kein Test, aber Sie müssen sich konzentrieren.« »Er nickt.« »Welchen Tag haben wir heute?« »Freitag.« »Und welches Datum?« »Den Sechzehnten.« »Eigentlich ist heute der Fünfte.« »Welchen Monat?« »August.« »Wie kommen Sie darauf?« »Es ist heiß draußen.« Sie sind aber gar nicht für warmes Wetter angezogen. Beinahe überrascht mustert er seine Kleidung. Dann sehe ich, wie sein Blick abschweift und sich auf etwas hinter ihm konzentriert. Ich plaudere weiter übers Wetter und wende den Kopf weit genug, um den gerahmten Druck zu sehen, der neben dem Spiegel hängt. Eine Strandszene mit spielenden Kindern und Paddelbooten. Patrick hat ein Problem mit seinem kontextuellen Gedächtnis. Er behält Fetzen autobiografischer Informationen, kann sie jedoch nicht mit einem bestimmten Ort oder Zeitpunkt verknüpfen. Die Erinnerungen treiben lose in seinem Kopf. Bilder prallen zusammen. Deswegen erzählt er wirre Geschichten und meidet den Blickkontakt. Er sieht Mausefallen auf dem Boden. Wenn Patrick mein Patient wäre, würde ich einen Behandlungsplan aufstellen und um Einsicht in seine Krankenakte bitten. Vielleicht würde ich sogar einen Hirnscan veranlassen, der wahrscheinlich eine Verletzung der rechten Hirnhälfte belegen würde, irgendeine Gehirnblutung. Auf jeden Fall leidet er zumindest an posttraumatischem Stresssyndrom. Deswegen flunkert und fabuliert er. Er findet fantastische Geschichten, um Dinge zu erklären, an die er sich nicht erinnern kann. Er macht es unabsichtlich. Automatisch. Patrick, sage ich sanft, in Ihrer Wohnung hat man ein Telefon gefunden, das einer Frau gehörte, die in Lee Woods war. Er starrt mich mit leerem Blick an. Ich weiß, dass die Erinnerung da ist. Er hat bloß keinen Zugriff auf die Information. Sie war nackt, sage ich. Sie trug einen gelben Regenmantel und hochhackige Schuhe. Sein Blick hört auf zu schweifen, und er sieht mich direkt an. Ihre Schuhe waren rot. Ja. Es ist, als ob die Räder in seinem Kopf plötzlich stillstehen und hinter der Scheibe alle die gleiche Furcht zeigen. Verstreute Fragmente von Erinnerung und Gefühl fallen zusammen. Sie haben sie gesehen? Er zögert. Sie war auf dem Weg. Er nickt. War sie in Begleitung? Er schüttelt den Kopf. Was hat sie gemacht? Sie ist gelaufen. Haben Sie sie angesprochen? Nein. Wie sind Sie in den Besitz des Telefons gekommen? Ich habe es gefunden. Wo? Sie hat es im Wagen liegen lassen. Und da haben Sie es sich genommen? Er war nicht abgeschlossen, murmelt er, weil ihm keine andere Ausrede einfällt. Ich habe mir Sorgen um sie gemacht. Ich dachte, sie braucht vielleicht Hilfe. Warum haben Sie dann nicht die Polizei angerufen? Ja, Akku war leer. Ich musste ein Aufladegerät kaufen. Das hat mich zehn Pfund gekostet. Meinen Sie, das bekomme ich erstattet? Hören Sie mir zu, Patrick. Sehen Sie mich an. Haben Sie mit der Frau im Park gesprochen? Sein Gesicht fängt wieder an zu zucken. Was hat sie gesagt, Patrick? Es ist wichtig. Sie hat nach ihrer Tochter gefragt. Sie wollte wissen, ob ich sie gesehen hätte. Hat sie gesagt, warum? Er schüttelt den Kopf. Ist das alles, was sie gesagt hat? Ja. Was ist dann passiert? Er zuckt die Achseln. Sie ist weggelaufen. Ich stelle weitere Fragen, um so etwas wie ein Gerippe aus Wahrheit zusammenzusetzen, bis er plötzlich ohne jede Vorwarnung verstummt und auf den Boden starrt. Er hebt einen Fuß und steigt über eine Mausefalle. Ich habe ihn wieder verloren. Er ist woanders. Vor dem Verhörraum setze ich mich mit den Detektives zusammen und erkläre ihnen, warum Patrick meiner Ansicht nach Will redet und Geschichten erfindet. Ist das ein Dauerzustand? fragt Veronica Cray. Ich weiß es nicht. Patrick behält den Kern einer Information, kann sie jedoch mit keinem bestimmten Ort oder Zeitpunkt verknüpfen. Seine Erinnerungen schweben frei. Wenn sie ihm ein Foto zeigen und ihm beweisen, dass er in Lee Woods war, wird er es akzeptieren. Aber das heißt nicht, dass er sich daran erinnert, dort gewesen zu sein. Das heißt, er könnte trotzdem unser Mann sein. Sehr unwahrscheinlich. Er gibt zu, am Tatort gewesen zu sein. Und er hatte ihr Telefon. Er hat sie nicht dazu gebracht, zu springen. Die I. Cray unterbricht mich. Bei allem gebotenen Respekt, Professor. Ich weiß, dass Sie gut sind in dem, was Sie tun, aber Sie haben keine Ahnung, wozu dieser Mann fähig ist. Sie können glauben, dass ich mich irre, aber das ist noch kein Grund, das Nachdenken einzustellen. Ich habe Ihnen meine Meinung vorgetragen. Sie machen einen Fehler. Wenn Patrick mein Patient wäre, würde ich einen Behandlungsplan aufstellen und um Einsicht in seine Krankenakte bitten. Vielleicht würde ich sogar einen Hirnscan veranlassen, der wahrscheinlich eine Verletzung der rechten Hirnhälfte belegen würde, irgendeine Gehirnblutung. Auf jeden Fall leidet er zumindest an posttraumatischem Stresssyndrom. Deswegen flunkert und fabuliert er. Er findet fantastische Geschichten, um Dinge zu erklären, an die er sich nicht erinnern kann. Er macht es unabsichtlich. Automatisch. Ich komme auf Christine Wheelers Handy zu sprechen, das man in seiner Wohnung gefunden hat. Es lag in ihrem nicht abgeschlossenen Auto. Der Akku war leer. Er hat das Handy mitgenommen und ein Aufladegerät gekauft. Die kleine Alice reitet ihre braune Stute. Ihre Haare sind zu einem Zopf geflochten, der in ihrem Rücken auf- und abwippt, während sie sich auf ihren langsamen Runden durch die Koppel im Sattel bewegt. Drei weitere Reitschülerinnen sind hinzugekommen, alle in Reithosen, Reitstiefeln und Reiterhelmen. Ich tippe die Nummer in mein Handy und drücke auf die grüne Taste. Eine Frau meldet sich. Spreche ich mit Sylvia Furnes? Ja. Der Mutter von Alice? Ja. Wer ist denn da? Ich bin der gute Samariter, der auf ihre Tochter aufpasst. Wie meinen Sie das? Sie ist vom Pferd gefallen, hat sich heftig das Knie verdreht, aber jetzt ist es okay. Ich habe es gesund geküsst. Sie atmet scharf ein. Wer sind Sie? Wo ist meine Tochter? Sie liegt ja auf dem Bett direkt neben mir, Sylvia. Was soll das heißen? Nach dem Sturz war sie ein bisschen mit Schlamm bespritzt, ihre Reithose war schmutzig, ich habe sie in die Waschmaschine gesteckt und Alice gebadet. Sie hat so wunderbare Haut. Welche Spülung benutzt sie? Ihr Haar fühlt sich so weich an. Ich weiß nicht. Und dieses hübsche, mandelförmige Muttermaler nirgends. Ich werde es küssen. Nein, fassen Sie sie nicht an. Schmerz und Verwirrung wirken ihr die Stimme ab. Angst. Panik. All das macht sie gerade durch. Gefühlsüberlastung. Lassen Sie mich mit Alice sprechen. Sie kann nicht sprechen. Warum nicht? Weil ihr Mund mit Klebeband zugeklebt ist. Keine Angst, Sylvia. Sie kann sie hören. Ich halte ihr das Telefon ans Ohr. Sie können ihr sagen, dass Sie sie lieben. Ein Stöhnen. Bitte lassen Sie sie gehen. Aber wir haben so viel Spaß zusammen. Sie ist so ein süßes kleines Ding. Ich passe auf sie auf. Kleine Mädchen brauchen jemanden, der auf sie aufpasst. Wo ist Alice's Daddy? Er ist nicht da. Kleine Mädchen brauchen einen Vater. Er ist geschäftlich unterwegs. Warum benimmst du dich wie eine Ohre, wenn er weg ist? Das tue ich nicht. Alice findet das schon. Nein. Sie wird größer. Eine knospende Frau. Bitte rühren Sie sie nicht an. Sie ist sehr tapfer. Sie hat nicht geweint, als ich die Kleider aufgeschnitten habe. Jetzt ist sie ein bisschen verlegen, weil sie nackt ist, aber ich habe ihr gesagt, dass sie sich keine Sorgen machen soll. Ich konnte ihr schlecht ihre schlammigen Kleider wieder anziehen. Man sollte sie übrigens wirklich mit einem BH ausstatten. Ich glaube, sie ist zu weit. Ich meine, sie wird im Mai zwölf. Sie bettelt mich jetzt an, schluchzt am Telefon. Nein, bitte. Sie ist doch noch... Eine Jungfrau, ich weiß. Ich habe es überprüft. Sylvia, hyperventiliert. Beruhige dich, erkläre ich ihr. Atme tief ein. Es ist wichtig für Alice, dass du mir gut zuhörst. Was wollen sie? Ich will, dass du mir hilfst, sie zur Frau zu machen. Nein, nein! Hör mir zu, Sylvia, unterbrich mich nicht. Bitte, lassen Sie sie gehen. Was habe ich gesagt? Bitte! Ich schlage das Telefon auf meine Hand. Hast du das gehört, Sylvia? So klingt es, wenn ich mit der Faust in Alice's Gesicht schlage. Ich werde sie wieder schlagen, wenn du mich noch einmal unterbrichst. Nein, bitte! Tut mir leid! Sie verstummt. So ist es gut, Sylvia, viel besser. Ich werde dir jetzt erlauben, Alice Hallo zu sagen. Sie kann dich hören. Was willst du ihr sagen? Baby, hier ist Mami, schluchzt sie. Alles wird gut. Hab keine Angst, ich werde dir helfen. Sag ihr, dass sie sich entspannen soll. Entspann dich einfach. Sag ihr, sie soll kooperieren. Tu, was der Mann sagt. Das ist sehr gut, Sylvia. Sie ist schon viel ruhiger. Jetzt kann ich anfangen und du kannst mir helfen. In welches Loch soll ich sie zuerst ficken? Sie heult auf. Bitte fassen Sie sie nicht an, bitte nicht. Bringen Sie sie nach draußen. Setzen Sie sie auf der Straße ab. Ich werde die Polizei nicht rufen. Warum sollte ich das tun? Sie ist noch ein Kind. In manchen Ländern werden Mädchen in ihrem Alter verheiratet. Außerdem beschneidet man sie und näht ihnen die Fotze zu. Ein Stöhnen aus den Tiefen ihres Körpers. Nehmen Sie mich. Sie können mich haben. Warum sollte ich dich nehmen, wenn ich die kleine Alice habe? Sie ist jung. Du bist alt. Sie ist rein. Du bist eine Nutte. Bitte nehmen Sie mich. Kannst du sie atmen, Hör? Ich lege meinen Kopf auf ihre Brust. Ihr Herz pocht. Klopf, klopf, klopf. Nehmen Sie mich bitte. Ich mache alles, was Sie wollen. Oh, vorsichtig, was du sagst, Sylvia. Willst du wirklich ihren Platz einnehmen? Ja. Könntest du? Würdest du? Ja. Woher weiß ich, dass ich dir trauen kann? Das können Sie, bitte lassen Sie sie gehen. In der anderen Hand habe ich ein zweites Handy. Ich wähle eine neue Nummer. Sylvia deckt ihren Hörer mit der Hand zu und geht an ihr Handy. Helfen Sie mir, flüstert sie drängend. Bitte, rufen Sie die Polizei. Er hat meine Tochter. Ich spreche jede Silbe ihres Namens überdeutlich aus. Sylvia, rate mal, wer hier ist. Sie heult verzweifelt auf. Alice hat mir deine Handynummer gegeben. Das war ein Test. Ich kann dir nicht mehr vertrauen. Ich werde jetzt auflegen. Du wirst Alice nie wiedersehen. Nein, 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 schluchzte. Es tut mir leid, bitte. Es war ein Fehler. Es wird nicht noch mal vorkommen. Ich halte das Telefon wieder an Alice' Ohr. Sag ihr, dass es dir leid tut. Eigentlich wollte ich sie nur vergewaltigen und zurückschicken. Jetzt wirst du sie nie wiedersehen. Bitte tun Sie ihr nichts. Oh, schau, jetzt weint sie. Alles, ich tue alles. Ich lege auf ihr, Sylvia und spann dich, Kleine. Keine Angst, es ist Mamis Schuld. Sie war nicht vertrauenswürdig. Nein, 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 bitte, spreizt die Beine, Kleine. Es wird wehtun und wenn ich fertig bin, vergrabe ich dich so tief, dass deine Mami dich nie findet. Aber die Würmer finden dich. Deine Leiche wird ihnen so süß schmecken. Nehmen Sie mich, nehmen Sie mich, kreischt Sylvia. Rühren Sie sie nicht an. Tun Sie meinem Kind nichts. Sag ihr, dass es dir leid tut. Und dann sag Lebewohl. Nein, hören Sie, ich mache alles. Tun Sie ihr nichts. Nehmen Sie mich stattdessen. Bist du auch würdig, Sylvia? Du müsst mir beweisen, dass du würdig bist, ihren Platz einzunehmen. Wie? Zieh dich aus. Was? Alice ist nackt. Ich will, dass du auch nackt bist. Zieh dich aus. Oh, sieh nur, Alice nickt. Sie will, dass du ihr hilfst. Kann ich noch mal mit ihr sprechen? Okay, sie hört dich. Baby, kannst du mich hören? Es ist okay, hab keine Angst. Mami kommt und holt dich. Ich verspreche es dir. Ich liebe dich. Das war wirklich rühren, Sylvia. Bist du schon nackt? Ja. Geh zu dem Fenster und zieh die Vorhänge auf. Warum? Ich habe meine Augen überall, Sylvia. Ich kann dir genau sagen, wie dein Schlafzimmer und dein Kleiderschrank aussehen. Deine Kleider an den Bügeln. Deine Schuhe. Wer sind sie? Ich bin der Mann, der deine Tochter zu Tode fickt, wenn du nicht genau das machst, was ich sage. Ich möchte bloß ihren Namen wissen. Nein, das möchtest du nicht. Du willst eine Verbindung hier stellen. Du willst eine Beziehung zu mir aufbauen, weil du denkst, dass es dadurch weniger wahrscheinlich wird, dass ich Alice etwas antue. Spiel keine Spielchen mit mir, Sylvia. Ich bin ein Profi. Ich weiß, wie man Leute manipuliert und ihnen den Verstand verdreht. Das ist mein Beruf. Ich habe es für unser Land gemacht. Wie meinen Sie das? Ich meine, dass ich weiß, was du denkst. Ich weiß alles über dich. Ich weiß, wo du wohnst. Ich kenne deine Freundinnen. Ich werde dir noch eine Prüfungsaufgabe stellen. Denk dran, was beim letzten Mal passiert ist. Ich kenne eine deiner Freundinnen. Sie heißt Helen Chambers. Was ist mit Helen? Ich will, dass du mir sagst, wo sie ist. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich habe sie seit Jahren nicht gesehen. Du lügst! Nein, es ist wahr. Sie hat mir vor ein paar Wochen eine E-Mail geschickt. Was hat sie geschrieben? Sie sagte, sie würde nach Hause kommen. Sie wollte sich mit mir treffen. Sylvia, lüg mich nicht an! Ich lüge nicht! Du bist eine beschissene Lügnerin! Nein! Bist du schon nackt? Ja. Du hast die Vorhänge noch nicht aufgezogen. Doch, habe ich! Das ist gut. Jetzt geh zu deinem Kleiderschrank. Ich will, dass du deine schwarzen Stiefel suchst, die Spitzen mit den Fick mich absetzen. Ich will, dass du sie anziehst. Ich höre, wie sie die Schuhe sucht und stelle mir vor, wie sie auf Knien herumwühlt. Ich kann sie nicht finden. Doch, das kannst du. Dafür muss ich das Telefon weglegen. Nein! Wenn du das Telefon weglegst, stirbt Alice. Es ist ganz einfach. Ich suche ja! Das dauert zu lange. Ich werde Alice die Augenbinde abnehmen müssen. Weißt du, was das heißt? Sie kann mich erkennen. Ich werde sie töten müssen. Ich löse die Schleife. Wenn sie die Augen öffnet, stirbt sie. Ich habe sie gefunden! Da sind sie! Zieh sie an! Ich muss das Telefon weglegen, um den Reißverschluss hochzuziehen. Nein! Das musst du nicht! Es ist unmöglich! Hältst du mich verblöd, Silvia? Denk nicht, dass ich das ja nicht schon mal gemacht hätte. Es gibt tote Mädchen landauf und landab. Man liest in den Zeitungen von ihnen und sieht ihre Fotos im Fernsehen. Vermisste Teenager. Ihre Leichen wurden nie gefunden. Das war ich. Ich habe das getan. Also versuch nicht, mich zu verarschen, Silvia. Das tue ich nicht. Sie werden Alice laufen lassen. Ich meine, wenn ich tue, was Sie sagen, lassen Sie sie laufen. Ein oder zwei kommen davon, aber nur, wenn jemand bereit ist, ihren Platz einzunehmen. Bist du dazu bereit, Silvia? Enttäusche mich nicht und enttäusch Alice nicht. Entweder du tust es für mich oder sie tut es für mich. Ja! Ich dirigiere sie ins Bad. In der zweiten Schublade ihres Badezimmerschränkchens liegt ein Lippenstift. Pink. Gloss. Sieh dich im Spiegel an, Silvia. Was siehst du? Ich weiß nicht. Ach, komm schon. Was siehst du? Nicht. Eine Hure. Trag den Lippenstift auf. Mach dich für mich schön. Ich kann nicht. Entweder du tust es für mich oder sie tut es für mich. Schon gut. Jetzt die unterste Schublade. Darin liegt ein pinkfarbenes Täschchen. Nimm es. Es ist nicht da. Doch. Und lüge mich nicht wieder an. Bestimmt nicht. Bist du bereit? Ja. Ich sage ihr, dass sie zur Wohnungstür gehen, die Autoschlüssel und das Täschchen mitnehmen soll. Mach die Tür auf, Silvia. Immer hübsch einen Fuß vor den anderen. Und sie lassen Alice laufen. Wenn du tust, was ich sage. Sie tun ihr nichts. Ich werde gut auf sie aufpassen. Sieh nur. Alice nickt. Sie ist glücklich. Sie wartet auf dich. Silvia ist unten angekommen und öffnet die Haustür. Ich verbiete ihr, irgendjemanden anzusehen oder irgendwem Zeichen zu machen. Sie sagt, die Straße sei leer. Jetzt geh zu deinem Wagen. Steig ein. Schließ dein Telefon an die Freisprechanlage an. Du musst fahren und reden. Ich habe keine Freisprechanlage. Lüge mich nicht an, Silvia. Der Adapter liegt im Handschuhfach. Wohin fahre ich? Du kommst zu mir. Ich werde dir den Weg beschreiben. Pass auf, dass du nirgendwo falsch abbiegst und weder die Hupe noch die Lichthupe betätigst. Das kriege ich mit. Enttäusch mich nicht. Fahr geradeaus durch den Kreisverkehr und dann rechts in die Sydney Road. Warum tun sie das? Was habe ich ihnen getan? Davon will ich lieber gar nicht erst anfangen. Ich habe nichts getan. Alice hat nichts getan. Ihr seid alle gleich. Nein, das sind wir nicht. Ich bin nicht so, wie sie sagen. Ich habe dich beobachtet, Silvia. Ich habe gesehen, wie du bist. Sag mir, wo du bist. Am Museum. Bege in die Warminster Road und folge der Straße, bis ich dir neue Anweisungen gebe. Silvia versucht eine neue Taktik, um zu mir vorzudringen. Ich kann sehr gut zu ihnen sein, sagt sie zögernd. Ich bin sehr gut im Bett. Ich kann Sachen machen, was immer sie wollen. Ich weiß, dass du das kannst. Wie oft hast du deinen Mann betrogen? Ich betrüge meinen Mann nicht. Du lügst. Ich sage die Wahrheit. Ich möchte, dass du dich selbst ohrfeigst, Silvia. Sie begreift nicht. Schlag dir ins Gesicht. Zur Strafe. Ich gebe ihr einen Moment zu gehorchen. Als ich nichts höre, schlage ich das Telefon auf meine Faust. Hast du das gehört, Silvia? Alice hat wieder deine Strafe empfangen. Ihre Lippe blutet. Ich kann nichts dafür, Kleiner. Es ist Mamis Schuld. Silvia schreit mich an, aufzuhören, aber ich habe genug von ihrem erbärmlichen Gewimmer und ihren verseuchten Entschuldigungen gehört. Ich schlage das Telefon wieder und wieder auf meine Hand. Bitte tun Sie ihr nichts, schluchzt sie. Ich komme. Alice ist so ein süßes Ding. Ich habe ihre Tränen gekostet. Sie schmecken wie Zuckerwasser. Hatte sie schon ihre Regel? Sie ist erst elf. Ich kann sie zum Bluten bringen. Ich kann sie aus Stellen bluten lassen, die du dir nicht einmal vorstellen kannst. Nein, ich komme. Wo ist Alice? Sie wartet auf dich. Lassen Sie mich mit ihr reden. Sie kann dich hören. Ich liebe dich, Baby. Wie sehr liebst du sie. Wirst du ihren Platz einnehmen? Ja. Komm zu mir, Silvia. Sie wartet. Komm und hol sie nach Hause. Der Baum ist ein Riese mit weit ausgestreckten Armen. An einem Ast hängt ein lebloser weißer Körper. Nicht weiß, nackt, mit Kapuze. Hinter den Ästen taucht auf der anderen Seite des Tals nach und nach eine monochrome Landschaft aus der Dunkelheit auf. Felder, unterteilt durch Hecken und Flecken mit immergrünem Gestrüpp. Gewundene Reihen von Buchen, die den Flußläufen folgen. Noch ist die Sonne nicht am kränklich dunkelviolett gefärbten Himmel zu sehen. Priemeln, Schlüsselblumen und Narzissen sind noch unter der Erde. Farben könnte es auch gar nicht geben. Das breite Stahltor ist mit blau-weißem Polizeiband abgesperrt. Um eine naheliegende Scheune herum sind Scheinwerfer aufgebaut. Das verwitterte Holz wirkt wie weiß getüncht von all dem Licht. Die Zufahrt zum Bauernhof ist ebenfalls abgesperrt worden. Von Reifenspuren werden Fotos und Gipsabdrücke gemacht. Die Zufahrt mündet in eine schmale Straße, die in beiden Richtungen durch Polizeifahrzeuge blockiert ist. Die Polizei hat eine provisorische Sperre eingerichtet. Ich muss einem Constable mit einem Klemmbrett meinen Namen nennen. Veronica Cray steht wie ein Henker neben der Leiche. Eine nackte Frau, die an einer Hand mit Handschellen an einen Ast gefesselt ist. Das Handgelenk unter dem geschlossenen Metallring ist wund und blutig. Ein weißer Kopfkissenbezug, der sich auf ihren Schultern bauscht, verhüllt ihren Kopf. Ihre Zehen berühren gerade eben den Boden. Zu ihren Füßen liegt ein Handy. Der Akku ist leer. Sie trägt kniehohe Lederstiefel. Ein Absatz ist abgebrochen, der andere steckt im Schlamm. Ein Blitzlicht flackert in kurzen Abständen auf, sodass es aussieht, als würde sich die Leiche wie eine Puppe in einer Animation bewegen. Ruiz ist auch schon da und reibt sich gegen die Kälte über die Arme. Wir hören beide zu, wie der Pathologe Veronica Cray einen ersten vorläufigen Bericht erstattet. Die noch nicht amtliche Todesursache ist Erfrieren. Die Hypostase deutet darauf hin, dass sie hier gestorben ist, aufrecht stehend. Es gibt keine Spuren sexueller Gewalt oder Anzeichen, dass sie sich gewehrt hat, aber dazu kann ich Ihnen mehr sagen, wenn ich sie im Labor habe. Was ist mit der Todeszeit? fragt sie. Die Totenstarre hat bereits eingesetzt. Normalerweise kühlt eine Leiche ein Grad pro Stunde ab, aber gestern Nacht hatten wir Temperaturen unter Null. Sie könnte seit zwölf Stunden tot sein, vielleicht auch länger. Der Pathologe kritzelt seine Unterschrift auf ein Klemmbrett und kehrt zu seinen Leuten zurück. Die I. Cray macht mir ein Zeichen, ihr zu folgen. Wir gehen über die Bretter zum Baum. Heute habe ich meinen G-Stock dabei, ein Indiz, das die Wirkung der Medikamente nachlässt. Es ist ein schöner Stock aus poliertem Walnussholz mit einer Stahlspitze. Inzwischen ist es mir nicht mehr ganz so peinlich, ihn zu benutzen. Vielleicht habe ich aber auch bloß noch mehr Angst davor, dass mein Bein blockiert und ich umfalle. Der Fotograf macht Nahaufnahmen von den Fingern der Frau. Sie hat schmale, lackierte Nägel. In seiner Nacktheit ist ihr Körper von marmorner Blässe. Ich kann die süße Säure ihres Parfums und Urins riechen. »Wissen Sie, wer das ist?« Ich schüttle den Kopf. Den Stoff mit beiden Händen umfassend rollt die I. Cray die Kapuze hoch. Es ist Sylvia Furness, die Schulfreundin und Geschäftspaterin von Christine Wheeler. Ihr Kopf hängt nach vorne und ist unter dem Körpergewicht zu einer Seite verdreht. Ihr aschblondes Haar ist lockig, verfilzt und an den Schläfen dunkler. Ihre Tochter Alice hat sie am späten Montagnachmittag als vermisst gemeldet. Alice wurde nach ihrer Reitstunde zu Hause abgesetzt und fand die Wohnungstür offen vor. Keine Spur von ihrer Mutter. Ihre Kleider lagen auf dem Boden. Am Dienstagmorgen wurde eine Vermisstenmeldung herausgegeben. »Wer hat die Leiche gefunden?« frage ich. »Sie weist über meine Schulter auf einen Bauern, der auf dem Vordersitz eines Kleinlasters sitzt.« »Gestern Nacht glaubte er, Füchse gehört zu haben. Also hat er gleich heute früh nachgesehen. Zuerst hat der Sylvia Furness in der Scheune geparkten Wagen gefunden. Und dann die Leiche.« Veronica Cray lässt die Kapuze wieder über Silviers Gesicht fallen. Der Ort ihres Todes zeugt von einem Feingefühl für surrealabstraktes und schmerzhaft theatralisches, ein Hauch von Sägemehl und Schminke, als ob alles inszeniert sei, um von jemandem gefunden zu werden. D.I. Cray stopft die Hände in die Taschen ihres Mantels. »Ergibt das für Sie irgendeinen Sinn?« »Noch nicht.« »Es gibt keinen Hinweis auf einen Kampf. Sie ist weder vergewaltigt noch gefoltert worden. Sie ist erfroren, verdammt noch mal!« »Ich weiß, dass Sie an Christine Wheeler denkt. Die Ähnlichkeiten lassen Sie in keinem Fall ignorieren, aber für jede Ähnlichkeit könnte ich einen ebenso zwingenden Unterschied nennen.« Außerdem überlegt sie, ob Patrick Fuller beteiligt gewesen sein könnte. Er war am Sonntagvormittag aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden, nachdem wegen des Diebstahls von Christine Wheelers Handys Strafanzeige gegen ihn erstattet worden war. Ich beobachte, wie Silviers Leiche vom Baum herabgenommen und auf eine Plastikplane am Boden gebettet wird. Die Natur ist ein herzloser Zuschauer. Aber egal, wie grausam eine Tat oder Katastrophe auch sein mag, Bäume, Felsen und Wolken bleiben ungerührt. Vielleicht ist die Menschheit deshalb so entschlossen, den letzten Baum zu fällen, den letzten Fisch zu fangen und den letzten Vogel abzuschießen. Wenn die Natur unserem Schicksal gegenüber so gleichgültig sein kann, warum sollten wir dann Mitgefühl für sie zeigen? Da ist er wieder, der Mann, der versucht hat, mit meinem gefallenen Engel zu reden. Ein richtiger Leichensammler, was? Der Sensenmann. Ich habe in meinem Leben genug Seelenklempner getroffen. Ärzte im Majorsrang, die mentale Einläufe verpassen und versuchen, Soldaten dazu zu bewegen, ihre Albträume ans Tageslicht zu zerren wie einen dampfenden Haufen Scheiße. Die meisten von ihnen waren die reinsten Scharlatane, bei denen ich immer das Gefühl hatte, ich tue ihnen einen Gefallen, wenn ich ihnen etwas erzählte. Anstatt mir Fragen zu stellen, saßen sie da und hörten zu, oder taten zumindest so. Ich kannte mal einen Typen namens Fellini. Er war mein erster befehlshabender Offizier in Afghanistan und hatte immer Albträume. Fellini war schon seit zwölf Jahren in Afghanistan. Zuerst hatte er mit Osama Bin Laden gegen die Sowjets gekämpft. Am Ende kämpfte er dann gegen ihn. In der Zwischenzeit beobachtete er für die CIA und die DEA die Opiumproduktion. Er war der erste westliche Vertreter, der nach der Eroberung von Masar el-Sharif durch die Taliban 1998 in die Stadt kam. Er hat mir erzählt, was er da sah. Die Taliban waren durch die Straßen gezogen und hatten mit Maschinenpistolen auf alles geschossen, was sich bewegte. Sie zogen von Haus zu Haus, trieben die Hazara zusammen und sperrten sie in Schiffscontainer aus Stahl, die in der sengenden Sonne standen. Sie vertrockneten oder erstickten. Andere warf man lebendig in Brunnen, die dann mit Bulldozern zugeschüttet wurden. Kein Wunder, dass Fellini Albträume hatte. Seltsamerweise hatte das seine Gefühle für die Taliban in keiner Weise beeinträchtigt. Er respektierte sie. Die Taliban wußten, dass sie die Einheimischen nie auf ihre Seite ziehen würden, erklärte er mir. Also erteilten sie ihnen eine Lektion. Fellini war der beste Verhörspezialist, den ich je gekannt habe. Es gab kein Körperteil, dem er keinen Schmerz zufügen konnte. Er hatte auch eine Theorie zum Islam. Er sagte, seit 4000 Jahren werde derjenige als Herrscher respektiert, der den dicksten Knüppel besitzt. Es ist die einzige Sprache, die die Araber verstehen. Sunniten, Schiiten, Kurden, Wahabiten, Ismailiten, Palästinenser. Scheißegal. Aber genug mit der Nostalgie. Sie nehmen die Leiche der Schlampe ab. D.I. Cray steht neben einer großen Thermoskanne und rührt Zucker in ihren Tee. Was bringt jemanden wie Sylvia Furness dazu, sich auszuziehen, die Wohnung zu verlassen und hierher zu kommen? Ich glaube, er hat ihre Tochter benutzt. Aber Alice war bei der Reitstunde. Und Darcy war in der Schule. Richtig, aber was, wenn Christine das nicht wusste? Was, wenn er sie von etwas anderem überzeugt hat? D.I. Cray atmet tief durch und streicht sich über ihr kurzes Haar, das einen Moment niedergedrückt wird und sich dann gleich wieder aufrichtet. Ich habe Geschichten über Sie gehört, Professor. Es heißt, Sie können Dinge über Menschen sagen. Sie verstehen, Sie deuten wie Teeblätter in einer Tasse. Ich mache klinische Beobachtungen und gebe Einschätzungen. Ist mir egal, wie Sie es nennen. Jedenfalls scheinen Sie gut in so etwas zu sein. Sie achten auf Details. Sie entdecken gerne Muster. Ich will, dass Sie für mich ein Muster finden. Ich will wissen, wer das getan hat. Ich will wissen, warum und wie er es getan hat. Und ich will diesen kranken Wichser daran hindern, es noch einmal zu tun. Ich war 33 Jahre alt, als ich begriff, was es heißt, jemanden sterben zu sehen. Er hieß Hamad Mahoush und war in einem Kontrollpunkt in Südafghanistan verhaftet worden, nachdem zwei Royal Marines bei einem Bombenanschlag getötet worden waren. Wir erzogen Hamad einen Schlafsack über den Kopf und schnürten ihn mit Draht zu. Dann rollten wir ihn über den Boden und setzten uns auf seine Brust. Dabei versagte sein Herz. Es gibt Leute, die behaupten, Folter wäre keine wirksame Methode, verlässliche Informationen zu bekommen, weil die Starken dem Schmerz trotzen, während die Schwachen alles gestehen, damit er aufhört. Das ist richtig. Meistens ist es vollkommen zwecklos, aber wenn man schnell handelt und den Schock der Verhaftung mit der Angst vor der Folter verknüpft, kann man einem Menschen alle möglichen Geheimnisse entlocken. Manchmal spritzten wir sie mit Wasser ab, rollten sie im Dreck und prügelten sie mit Leuchtstäben, bis sie im Dunkel strahlten. Wir haben Hamads Leiche in Kalk begraben. Danach konnte ich tagelang nicht schlafen, weil ich mir dauernd vorstellte, wie seine Leiche sich aufblähte und Gase aus seiner Brust austraten, so dass es klang, als würde er noch atmen. Ich denke heute noch manchmal an ihn. Dann wache ich nachts mit einem Druck auf der Brust auf und male mir aus, wie ich unter der Erde liege und Kalk auf meiner Brust brennt. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich weiß, dass es etwas Schlimmeres gibt, als unter der Erde zu liegen oder gequält und gefoltert und verprügelt zu werden. Ich habe es am Donnerstag, dem 17. Mai, kurz nach Mitternacht erlebt. Da habe ich Chloe zum letzten Mal gesehen. Sie saß noch im Schlafanzug auf dem Beifahrersitz eines Wagens und wurde mir geraubt. Das war vor neunundzwanzig Sonntagen. Zehn Erinnerungen an meine Tochter. Erstens, die Blässe ihrer Haut. Zweitens, gelbe Shorts. Drittens, eine selbstgebastelte Vatertagskarte mit zwei aufgeklebten Figuren, einer großen und einer kleinen, die sich an den Händen halten. Viertens, das Märchen von Hans und der Bohnenranke, das ich ihr erzählt habe, aber ohne den Teil, in dem der Riese aus dem gemahlenen Knochen von Hans Brot backen will. Fünftens, die Platzwunde über ihrem linken Auge nach einem Sturz, die mit zweieinhalb Stichen genäht werden musste. Kann man etwas mit einem halben Stich nähen? Vielleicht habe ich mir das ausgedacht, um sie zu beeindrucken. Sechstens, Ihr Auftritt als Indianer-Square in der Schulaufführung von Peter Pan. Siebtens, ein Europapokal-Rückspiel in München, zu dem wir gefahren sind, obwohl ich das einzige Tor verpasst habe, als ich die Schokolinsen aufheben musste, die sie unter ihrem Sitz verstreut hatte. Achtens, Der Spaziergang am Strand von St. Mors in unserem letzten gemeinsamen Urlaub. Neuntens, Ihr Stolz, nachdem ich ihr beigebracht hatte, ohne Stützräder Fahrrad zu fahren. Zehntens, Ihre zahme Ente, die ich einstäfern musste, nachdem ein Fuchs in den Stahl eingebrochen war und ihr einen Flügel ausgerissen hatte. Das Telefon klingelt. Ich öffne die Augen. Schwere Vorhänge und lichtdichte Jalousien machen den Raum fast vollkommen dunkel. Ich greife nach dem Hörer. Es ist die Post. Der Anrufer fragt, ob er mit Gideon Tyler spricht. Mein Päckchen an Chloe Tyler, das ich vor sieben Wochen verschickt habe, konnte nicht zugestellt werden. Alice Furness hat drei Tanten, zwei Onkel, zwei Großeltern und einen Urgroßvater, die sich anscheinend gegenseitig in der Demonstration von Mitgefühl überbieten wollen. Alice kann keinen Schritt tun, ohne dass einer von ihnen an ihre Seite eilt. Sie fragt, wie sie sich fühlt, ob sie Hunger hat oder ob man etwas für sie tun kann. Ruiz und ich werden gebeten, im Wohnzimmer zu warten. Die große Doppelhaushälfte am Stadtrand von Bristol gehört Sylvias Schwester Gloria, die den Clan offensichtlich zusammenhält. Sie ist in der Küche und diskutiert mit den anderen Familienmitgliedern, ob man uns erlauben soll, Alice zu befragen. Der Urgroßvater ist nicht dabei. Er sitzt uns in einem Sessel gegenüber und starrt uns an. Er heißt Henry und ist älter als Methusalem, einer der Sprüche meiner Mutter. Sylvia Furness muss die Jüngste gewesen sein. Ihre älteren Schwestern sind bereits in die lange, ungewisse Phase des mittleren Alters eingetreten, in denen Jahre kein getreuer Maßstab des Lebens mehr sind. Die Debatte in der Küche wird hitzig. Ich höre eine ordentliche Portion vulgärer Psychologie und Klischees. Sie wollen Alice beschützen, was verständlich ist, aber sie hat schon mit den Detektives gesprochen. Eine Übereinkunft wird getroffen. Eine Tante wird bei der Befragung von Alice zugegen sein, eine dünne Frau in einem dunklen Rock und Strickjacke. Sie heißt Denise und zieht, wie ein Zauberkünstler, scheinbar unerschöpfliche Vorräte an Papiertaschentüchern aus dem Ärmel. Um ihre Arme hat Alice ein Bündel weißes Fell geschlungen, ein Kaninchen mit langen, rosa gerenderten Ohren, die eng an seinem Körper anliegen. »Erzähl mir von Montagnachmittag«, sage ich. »Ich bin nach Hause gekommen, und Mom war nicht da. Sie hat auch keinen Zettel hingelegt.« »Wer hatte einen Schlüssel zu eurer Wohnung?« »Mom und ich.« Das Kaninchen ist nach oben gekrabbelt und schmickt sich unter Alice's Kinn. Sie kichert. »Hat es einen Namen?«, frage ich. »Noch nicht.« »Dann muss es ganz neu sein.« »Ja, ich habe es gefunden.« »Wo?« »In einer Kiste vor unserer Tür.« »Wann?« »Am Montag.« »Als du von der Reitstunde nach Hause gekommen bist?« Sie nickt. »Erzähl mir genau, was du vorgefunden hast.« Sie seufzt. Die Wohnungstür stand offen, auf der Fußmatte stand eine Kiste, Mom war nicht zu Hause. »War bei der Kiste auch ein Brief?« »Nein, auf der Seite stand bloß mein Name.« »Weißt du, wer sie für dich dort abgestellt hat?« Alice schüttelt den Kopf. »Hast du hier mit jemandem darüber geredet, dass du dir ein Kaninchen wünschst?« »Nein, ich dachte, es wäre von meinem Dad. Er redet dauernd von weißen Kaninchen und Alice im Wunderland. Aber es war nicht von deinem Dad.« Erneutes Kopfschütteln, ihr Pferdeschwanz wippt. »Wer könnte dir sonst ein Kaninchen schicken?« Sie zuckt mit den Schultern. »Es ist wirklich wichtig, Alice. Hast du mit irgendjemandem über deine Mom oder Kaninchen oder Alice im Wunderland gesprochen?« »Es könnte ein Bekannter deiner Mutter gewesen sein oder ein Fremder. Jemand, der einen Vorwand gefunden hat, sich mit dir zu unterhalten.« Sie geht in die Defensive. »Wie soll ich mich daran erinnern? Ich rede dauernd mit Leuten. Dies ist jemand, an den du dich bestimmt erinnerst. Denk scharf nach.« Sie streichelt die Ohren des Kaninchens, damit sie sich aufrichten. »Vielleicht war da jemand.« »Wer?« »Ein Mann. Er hat gesagt, er wäre inkognito. Ich wusste nicht, was das bedeutet.« »Wo hast du ihn getroffen?« »Ich war mit Mom aus.« Alice erzählt von der Party, zu der sie mit Sylvia gegangen ist, um den Junggesellinnenabschied einer Freundin zu feiern. Sie stand neben der Musicbox, als ein Mann mit Sonnenbrille sie angesprochen hat. Sie haben über Musik und Pferde geredet. Er hat aus »Alice im Wunderland« zitiert. »Woher wußte er deinen Namen?« »Ich hab's ihm gesagt.« »Hast du ihn je zuvor gesehen?« »Nein.« »Kannte er den Namen deiner Mutter?« »Ich weiß nicht. Er wußte, wo wir wohnen.« »Woher?« »Keine Ahnung. Ich hab's ihm nicht gesagt. Er wußte's einfach.« Ich gehe die Geschichte noch mehrmals mit ihr durch. Türme, Schichten von Details aufeinander, packe Fleisch und Sehnen auf das Gerippe. Ich will nicht, dass sie etwas umschreibt oder auslässt. Sie muss sich an seine genauen Worte erinnern. Er war etwa so groß wie ich, mit dünnem, blondem Haar, älter als ihre Mutter, jünger als ich. Alice kann sich nicht erinnern, was er anhatte, und hat auch keine Tätowierungen, Ringe oder sonstige auffällige Kennzeichen bemerkt, abgesehen von der Sonnenbrille. Sie gehnt. Die Unterhaltung beginnt sie zu langweilen. Es ist mir nicht gelungen, ihr ein Gefühl für die Dringlichkeit der Situation zu vermitteln, und sie ist des Redens überdrüssig. Sie starrt mich vorwurfsvoll an, als wäre das Ganze irgendwie meine Schuld, der Tod ihrer Mutter, das allgemeine Durcheinander in ihrem Leben. Jeder geht anders mit Trauer um, und Alice empfindet einen Schmerz, den ich mir nicht einmal vorstellen kann. Ich habe mehr als zwanzig Jahre mit dem Studium menschlichen Verhaltens zugebracht, habe Patienten behandelt und mir ihre Zweifel und Ängste angehört, aber keine Erfahrung und kein psychologisches Fachwissen der Welt werden es mir je möglich machen, nachzuempfinden, was ein anderer Mensch fühlt. Ich kann dieselbe Tragödie erleben oder dieselbe Katastrophe überleben, aber meine Gefühle werden wie die der anderen immer einzigartig und auf ewig privat sein. Es ist kalt, aber nicht eisig. Kahle Bäume um die Stromleitungen herum, brutal zurückgeschnitten, zeichnen sich blass vor einem lavendelfarbenen Himmel ab. Ruiz schiebt die Hände tief in die Taschen und entfernt sich von dem Haus. Er humpelt leicht auf dem rechten Bein, das sich nie ganz von einer alten Schussverletzung erholt hat. Ich schließe zu ihm auf und bemühe mich, Schritt zu halten. Jemand hat Darcy nach dem Tod ihrer Mutter Ballettschuhe geschickt, ohne beigelegten Brief oder Absender. Wahrscheinlich hat dieselbe Person auch das Kaninchen für Alice dagelassen. Sind das Visitenkarten oder Kondolenzgaben? Wir sind beim Wagen angekommen. Ruiz lehnt sich an die Tür. Mal angenommen, du hast recht, und er zielt auf die Töchter ab. Wie macht er es? Darcy war in der Schule. Alles ist auf ihrem Pferd geritten. Sie waren nicht in Gefahr. Ich habe keine einfache Erklärung. Dazu braucht es eine andere Ebene der Vorstellungskraft, einen Salto in die Verzweiflung. Wie beweist er eine solche Lüge? fragt Ruiz. Er muss Dinge über die Töchter wissen, nicht bloß ihren Namen und ihr Alter, sondern intime Details. Er könnte in den Wohnungen gewesen sein, sie unter einem Vorwand getroffen oder beobachtet haben. Seine Mutter würde doch garantiert die Schule oder den Reitstall anrufen. Man glaubt nicht einfach jemandem, der behauptet, die eigene Tochter in seiner Gewalt zu haben. Da irrst du dich. Du legst niemals auf. Ja, du willst es überprüfen, du willst die Polizei anrufen, du willst um Hilfe schreien, aber was du auf keinen Fall tun wirst, ist auflegen. Du kannst nicht riskieren, dass er recht hat. Du willst es nicht riskieren. Und was machst du stattdessen? Du redest immer weiter. Du tust genau das, was er sagt. Du bleibst am Telefon und fragst immer wieder nach einem Beweis, während du gleichzeitig unentwegt darum betest, dass du dich irrst. Ruiz wiegt sich auf seinen Absätzen vor und zurück und betrachtet mich in einer Art angewidertem Staunen. Ich habe erwartet, dass er mir widerspricht. Ich dachte, es würde die Einbildungskraft überfordern, sich vorzustellen, dass jemand auf der Grundlage einer Annahme oder aus rationaler Angst von einer Brücke springt oder sich an einen Baum kettet. Stattdessen räuspert er sich. Ich kannte mal einen Mann in Nordirland, der mit einem Laster voll Sprengstoff in einer Armeekaserne gerast ist, weil die R.A. seine Frau und zwei Kinder als Geiseln hielt. Seiner jüngsten Tochter hatten sie vor seinen Augen die Kehle durchgeschnitten. Was ist passiert? Bei der Explosion kamen zwölf Soldaten ums Leben. Und er selbst. Und was geschah mit seiner Familie? Die R.A. ließ sie laufen. Wir verstummen beide. Manche Gespräche brauchen kein Schlusswort. Zu Hause spreche ich Darcy noch mal auf die Ballettschuhe an. Das Paket, das bei deiner Schule abgegeben wurde, erzähl mir davon. Sie beschreibt einen in braunes Papier eingeschlagenen Schuhkarton ohne Karte, nur mit ihrem in Großbuchstaben geschriebenen Namen beschriftet. Gibt es außer deiner Mutter noch jemanden, der dir ein solches Geschenk machen würde? Sie schüttelt den Kopf. Das ist sehr wichtig, Darcy. Ich möchte, dass du über die vergangenen Wochen nachdenkst. Hast du jemanden kennengelernt oder mit einem Fremden gesprochen? Hat dir vielleicht irgendjemand Fragen über deine Mutter gestellt? Ich war im Internat. Okay, aber du hattest doch bestimmt freie Wochenenden. Bist du einkaufen gewesen? Hast du die Schule aus irgendeinem anderen Grund verlassen? Ich bin zum Vortanzen nach London gefahren. Hast du dort mit jemandem gesprochen? Mit den Lehrern und den anderen Tänzerinnen? Was ist mit der Zugfahrt? Da war so ein Typ. Er saß mir gegenüber. Und du hast mit ihm geredet? Nicht sofort. Sie streicht sich den Pony hinter die Ohren. Es sah aus, als wäre er eingeschlafen. Ich bin in den Speisewagen gegangen, und als ich zurückkam, fragte er mich, ob ich Tänzerin wäre. Er meinte, er könne das an meinem Gang sehen, wegen der Spreizfüße, verstehen Sie? Es kam mir seltsam vor, dass er so viel über Ballett wusste. Wie sah er aus? Sie zuckt die Achseln. Wie alt! Nicht so alt wie sie. Er trug eine Sonnenbrille wie Bono. Hat er mit dir geflirtet? Sie zuckt die Schultern. Kann sein, ich weiß nicht. Würdest du ihn wiedererkennen? Glaub schon. Sie beschreibt ihn. Es könnte derselbe Mann sein, der mit Alice gesprochen hat, obwohl seine Haare dunkler und länger waren und er andere Kleidung trug. D.I. Cray hat sechs Kartons bei uns anliefern lassen. Am Morgen müssen sie wieder im Einsatzraum des Reviers sein. Ein Kurier wird sie kurz nach Mitternacht abholen. In den Kartons befinden sich Zeugenaussagen, Rekonstruktionen zeitlicher Abläufe, Telefonunterlagen und Tatortfotos zu beiden Morden. Ich habe es geschafft, sie von Julian unbemerkt ins Haus zu schmuggeln. Ich schließe die Tür zu meinem Arbeitszimmer ab, setze mich und nehme mir den ersten Karton vor. Mein Mund fühlt sich trocken an, aber diesmal kann ich es nicht meinen Tabletten zuschreiben. Vor mir stehen, in Kartons verpackt, die Belege zweier Leben und zweier Tode. Nichts wird diese Frauen wieder zurückbringen, und nichts kann ihre Gefühle weiter verletzen. Trotzdem fühle ich mich wie ein ungebetener Gast, der ihre Unterwäsche durchwühlt. Fotos, Zeugenaussagen, Abläufe, Videos, Versionen der Vergangenheit. Es heißt, einmal ist ein Ereignis, zweimal ist Zufall und dreimal ist ein Muster. Ich habe nur zwei Verbrechen, über die ich nachdenken kann. Die beiden Opfer, Christine Wheeler und Sylvia Furness, waren gleich alt. Sie sind zusammen zur Schule gegangen. Beide waren Mütter junger Töchter. Ich versuche mir ihr jeweiliges Leben vorzustellen, die Orte, an denen sie waren, die Menschen, die sie getroffen, die Erfahrungen, die sie gemacht haben. In nur 48 Stunden haben die Detektives eine Biografie von Sylvia Furness, geborener Ferguson, zusammengetragen. Geboren 1972, aufgewachsen in Bath, Schülerin an der Oldfield School for Girls. Sylvia war ein Partygirl, das sich gerne mit Freundinnen traf und tanzen ging. Christine dagegen war still, kein bisschen abenteuerlustig, fleißig und zuverlässig, hatte keinen Freund und kein aktives Sozialleben. Die beiden Frauen hätten nicht unterschiedlicher sein können. Interessanterweise hat Sylvia einen Kursus in Selbstverteidigung belegt. Karate. In diesem Fall hat es ihr nicht geholfen, sich zu wehren. Man hat keinerlei Spuren eines Kampfes gefunden. Sie hat sich gefügt. Der Kissenbezug über ihrem Kopf war eine Allerweltsmarke. Die Handschellen gehörten ihrem Ehemann, erworben in einem Sexshop in Amsterdam, um ihr Liebesleben aufzupeppen. Woher wußte der Mörder von den Handschellen? Er muß in Silvias Wohnung gewesen sein, eingeladen oder auch nicht. Sie hat keinen Diebstahl oder Einbruch gemeldet. Ich fange an, laut zu denken und mit ihm zu reden, um zu verstehen, wie ein Jäger von seiner Sorte denkt und fühlt. »Du wußtest so viel über sie, über ihre Häuser, ihre Aktivitäten, ihre Töchter, ihre Schuhe. Hast du ihnen gesagt, was sie anziehen sollen?« Es klopft. Ich drehe den Schlüssel und öffne die Tür einen Spalt. »Das ist Julian.« »Was ist los?« »Nichts.« »Ich habe dich mit jemandem reden hören.« »Mit mir selbst.« Sie versucht, unter meinem Arm hindurch auf meinen Schreibtisch zu spielen. »Warum hast du abgeschlossen?« »Es gibt Dinge, die die Mädchen nicht sehen sollen.« Ihre Augen werden schmal. »Du tust es wieder, stimmt's? Du bringst dieses Gift in unser Haus. Nur für heute Abend.« Sie schüttelt den Kopf. Ihre Stimme klingt flach. »Ich hasse Geheimnisse. Ich weiß, dass die meisten Menschen welche haben, aber ich hasse sie.« Sie dreht sich um. Ich sehe ihre nackten Füße unter dem Bademantel den Flur hinunter verschwinden. »Was ist mit deinen Geheimnissen?« will ich sagen, aber sie ist schon fort, und die Frage bleibt unausgesprochen. Ich schließe die Tür und drehe den Schlüssel im Schloss. Der zweite Karton enthält Fotos von den Tatorten, beginnend mit Gesamtaufnahmen aus der Distanz bis hin zu Detailfotos von einzelnen Körperteilen. Nach der Hälfte der Alben kann ich nicht mehr. Ich stehe auf, vergewissere mich, dass die Tür abgeschlossen ist, trete ans Fenster und starre durch die kahlen Äste der Kirschbäume auf den Friedhof hinter der Kirche. Mir bleiben noch zwei Stunden, bis der Kurier kommt. Ich nehme einen Notizblock und lege jeweils ein Foto von Christine Wheeler und Sylvia Furness nebeneinander auf den Schreibtisch. Keine Nacktfotos, sondern normale Porträts. Darunter stelle ich mit Fotos von beiden Tatorten eine krassere Collage zusammen. Wegen der Kapuze über ihrem Kopf springen die Bilder von Sylvia einen eher an, ihre Füße berühren nur mit Mühe den Boden. Sie mußte auf Zehenspitzen stehen. Nach wenigen Minuten müssen ihre Beine höllisch geschmerzt haben. Mit fortschreitender Erschöpfung sackten ihre Fersen ab, sodass ihr mit Handschellen gefesseltes Handgelenk das ganze Gewicht tragen mußte. Weitere Schmerzen. Die Kapuze, die Blöße und eine Stressposition, das riecht nach Folter und Exekution. Je länger ich die Bilder anstarre, desto vertrauter erscheinen sie mir. Dies sind Bilder von einem anderen Schauplatz. Bilder aus dem Krieg. Das Abu Ghraib-Gefängnis im Irak wurde zum Synonym für Folter und körperliche Misshandlung. Bilder von nackten, angeleinten Gefangenen mit Kapuzen über dem Kopf, verhöhnt und gedemütigt, gingen um die ganze Welt. Einige mußten in Stresspositionen verharren, auf Zehenspitzen und mit ausgestreckten oder schmerzhaft nach hinten gebundenen Armen stehen. Schlafentzug, Erniedrigung, extreme Hitze oder Kälte, Hunger und Durst, das sind die Kennzeichen von Verhören unter Folter. Es dauerte sechs Stunden, Christine Wheelers Willen zu brechen. Wie viel Zeit hatte er mit Sylvia Furness? Sie wurde seit dem Montagnachmittag vermisst und am Mittwochmorgentod aufgefunden, ein Zeitfenster von 36 Stunden, von denen sie zwei Drittel tot war. Normalerweise dauert es Tage, Menschen einer Gehirnwäsche zu unterziehen und ihre Verteidigungsmechanismen zu knacken. Wer immer das war, hat es geschafft, Sylvia in zwölf Stunden zu brechen. Das ist unglaublich. Es war keine Blutgier. Er hat nicht auf sie eingetreten oder geprügelt. Er hat sich diese Frauen nicht durch Misshandlung unterworfen. An ihren Leichen gab es keine Spuren, die auf Schläge oder irgendeine andere Form physischer Gewalt hindeuteten. Er hat Worte benutzt. Wo lernt ein Mensch diese spezielle Fähigkeit? Dafür ist Training nötig. Ausbildung. Ich ziehe einen senkrechten Strich auf einer Seite meines Notizbuches, überschreibe die linke Hälfte mit »Was ich weiß« und beginne, verschiedene Punkte zu notieren. Es handelt sich um vorsätzliche, entspannte, ja beinahe euphorische Verbrechen, die Ausdruck einer verderbten Lust sind. Er hat sorgfältig ausgewählt, was seine Opfer an- bzw. ausgezogen haben. Er kannte den Inhalt ihrer Kleiderschränke. Er kannte ihr Make-up, wußte, wann sie allein zu Hause waren. Und die Schuhe waren ihm wichtig. Ich fange wieder an, laut zu denken. »Warum diese Frauen? Was haben sie dir getan? Haben sie dich ignoriert? Dich ausgelacht? Dich verlassen? Sylvia Furnes hat sich bestimmt nicht leicht gefügt. Sie war kein Unschuldslamm. Du musst sie zermürbt und zu diesem Baum geschickt haben. Deine Stimme immer in ihrem Ohr. Aber was hast du gesagt? Man muss sehr versiert sein, um so viel Kontrolle über einen anderen Menschen auszuüben, um den Willen einer Frau zu brechen. Du hast das nicht zum ersten Mal gemacht. Ich bin Typen wie dir begegnet. Ich habe gesehen, wozu sexuelle Sadisten fähig sind. Diese Frauen haben jemanden oder etwas verkörpert, das du verachtest. Sie waren sowohl symbolische als auch sorgfältig ausgewählte Ziele. Deshalb sind sie sich auch so unähnlich. Sie waren Schauspielerinnen, gecastet in deinem Stück, weil sie über ein bestimmtes Aussehen, das richtige Alter oder einen anderen Faktor verfügten. Was sind die Bestandteile deiner Fantasie? Ein Faktor ist die öffentliche Demütigung. Du wolltest, dass man sie findet. Du hast diese Frauen gezwungen, nackt durch die Gegend zu paradieren. Sylvias Leiche war aufgehängt wie ein Stück Fleisch. Christine hatte das Wort Hure auf ihren Bauch geschmiert. Das erste Verbrechen ergab keinen Sinn. Es war zu öffentlich, zu entblößt. Warum hast du nicht einen privateren Ort gewählt, ein leeres Haus oder einen abgelegenen Bauernhof? Du wolltest, dass Christine gesehen wird. Es war ein Element deiner abnormen Inszenierung. Du hast es getan, weil du Befriedigung daraus ziehst. Vielleicht war das nicht dein Ausgangsmotiv, aber es ist zum entscheidenden Antrieb geworden. Irgendwann hat sich in deiner Fantasie sexuelles Begehren mit Wut und dem Bedürfnis vermischt, andere zu beherrschen. Du hast gelernt, Schmerz und Folter zu erotisieren. Du hast darüber fantasiert, in deinen Träumen Frauen genommen, gedemütigt, bestraft und zerbrochen. Er niedrigt, entwertet, zerstört. Du bist pedantisch. Du machst dir Notizen, findest möglichst viel über deine Opfer heraus, indem du sie und ihre Häuser beobachtest. Du weißt, wann sie morgens zur Arbeit gehen, wann sie nach Hause kommen und abends das Licht ausmachen. Ich kenne die genauen Details deiner Planung nicht, deshalb weiß ich nicht, wie eng du dieser Strategie gefolgt bist, aber du warst bereit, Risiken einzugehen. Was, wenn man Christine Wheeler auf der Brücke gerettet oder Sylvia Furness entdeckt hätte, bevor die Kälte ihr Herz stillstehen ließ? Sie hätten dich identifizieren können. Das ergibt keinen Sinn. Es sei denn, es sei denn, sie haben dein Gesicht nie gesehen. Du hast in ihr Ohr geflüstert, ihnen gesagt, was sie tun sollen, und sie haben gehorcht, aber sie haben dein Gesicht nicht gesehen. Ich schiebe das Notizbuch beiseite, lehne mich zurück und schließe die Augen, ausgelaugt, müde und zitternd. Es ist spät. Im Haus ist es still. Hinter dem matten Glas des Lampenschirms an der Decke sehe ich die Motten, die darin verendet sind, und eine Glühbirne, eine zerbrechliche Glashülle mit einem glühenden Faden. Menschen benutzen Glühbirnen häufig, um Ideen zu symbolisieren, ich nicht. Meine Ideen nehmen Gestalt an den Bleistiftstrichen auf einem weißen Blatt, weiche, abstrakte Linien, die langsam bestimmter werden, Licht, Schatten und Klarheit erlangen. CD 3 Auf Veronica Cray's Tisch liegen ein Dutzend aufgeschlagene Zeitungen. Der Mord an den beiden Frauen ist der erfeuchte Traum jedes Boulevardreporters. Zeichner der Polizei sollen sich mit Darcy und Alice zusammensetzen. Die beiden sollen getrennt voneinander befragt werden, um festzustellen, ob man mit ihrer Hilfe ein Phantombild des Mannes erstellen kann, mit dem sie wenige Tage vor dem Tod ihrer Mütter gesprochen haben. Die Mädchen haben ihn, was Größe und Statur angeht, in etwa gleich beschrieben. Aber Darcy erinnert sich daran, dass er dunkles Haar hatte, während Alice sich sicher ist, dass er blond war. Natürlich kann man sein Erscheinungsbild verändern, aber Augenzeugenbeschreibungen sind notorisch unzuverlässig. Nur sehr wenige Menschen können sich an mehr als eine Handvoll Merkmale erinnern. Geschlecht, Alter, Größe, Haarfarbe und Rasse. Das reicht aber nicht, um ein wirklich präzises Phantombild zu erstellen, und ein schlechtes Phantombild richtet mehr Schaden an, als es nützt. Derweil folgte die Ermittlungskommission einem Dutzend weiterer Spuren. Eine Verkehrsüberwachungskamera hat am Montag um 16.08 Uhr in der Warminster Road Sylvia Furness Wagen registriert. Ein unidentifizierter, silberner Transporter fuhr hinter ihr über die Ampel. Vor einer Woche hat ein ähnlich aussehendes Auto die Clifton Suspension Bridge überquert, 20 Minuten bevor Christine Wheeler über den Sicherheitszaun kletterte. Die gleiche Marke, das gleiche Modell. Keine der Überwachungskameras hat das Nummernschild ganz erfasst. Sylvia Furness erhielt am Montag um 16.15 Uhr einen Anruf, der von einem Mobiltelefon kam, das vor zwei Monaten unter Vorlage zweifelhafter Papiere in einem Laden im Süden Londons gekauft wurde. Mit einem zweiten, am selben Tag erworbenen Handy wurde um 16.42 Uhr Sylvias Mobiltelefon angerufen, dieselbe Vorgehensweise wie bei Christine Wheeler. Ein Anruf überlappte den anderen. Der Anrufer hat Sylvia vom Festnetztelefon auf ihr Handy transferiert und sich dabei womöglich vergewissert, dass der Kontakt nicht abbrach. »Haben Sie das psychologische Profil fertig?« fragt D.I. Cray. Ich nicke. »Ich habe heute Morgen eine Einsatzbesprechung. Sie sollten mitkommen.« Im Einsatzraum geht es geschäftiger und lauter zu als beim letzten Mal. Mehr Detektives und ziviles Hilfspersonal sind versammelt, die die Daten beider Verbrechen erfassen und abgleichen. Das Ganze ist jetzt offiziell eine Mordermittlung mit einer Sonderkommission. Sylvia Furness hat ihre eigene Tafel, neben der von Christine Wheeler, bekommen. Dicke schwarze Linien verbinden Verwandte, Kollegen und gemeinsame Freunde. Ich höre, wie Veronica Cray alle Anwesenden auf den Stand der vergangenen 24 Stunden bringt. Sie verteilt Aufgaben und wirft mir einen kurzen Blick zu. »Professor O. Lachlan hat ein psychologisches Profil erstellt. Ich übergebe jetzt an ihn.« Meine Notizen stehen auf einem Blatt Papier in meiner Jackentasche. Ich ziehe es hervor und blicke darauf wie auf einen Spickzettel. Der Mann, nach dem sie suchen, ist ein versierter und erfahrener sexueller Sadist, erkläre ich und halte kurz inne, um in ihre Gesichter zu blicken. Er wollte diese Frauen nicht bloß töten. Er wollte sie physisch und psychisch vernichten. Er wollte intelligenten, lebenssprühenden Frauen den letzten Fetzen Hoffnung, Glauben und Menschlichkeit rauben. Sie suchen nach einem Mann, der etwa so alt ist wie seine Opfer oder Älter. Seine Planung, seine Selbstsicherheit und das Maß an Selbstkontrolle deuten auf Reife und Erfahrung hin. Er ist überdurchschnittlich intelligent, sehr eloquent und offenbar trügerisch charmant. Deshalb haben seine Freunde, Arbeitskollegen und Trinkkumpane wahrscheinlich keine Ahnung von seinen sadistischen Neigungen. Seine Bildungsabschlüsse entsprechen wahrscheinlich nicht seiner Intelligenz. Er langweilt sich schnell und hat vermutlich die Schule oder ein Studium abgebrochen. Seine organisatorischen Fähigkeiten und sein methodisches Vorgehen deuten auf eine militärische Ausbildung hin. Doch er hat einen Punkt erreicht, an dem er Befehle nur noch befolgt, wenn er die Person, die sie erteilt, respektiert. Aus diesem Grund ist er vermutlich selbstständig oder arbeitet allein. Die Zeitpunkte der Morde lassen auf flexible Arbeitszeiten Nacht- oder Wochenendtätigkeiten schließen. Er stammt wahrscheinlich aus der Gegend, jemand, der Straßen, Entfernungen und Straßennamen kennt. Er hat beide Opfer über das Telefon dirigiert. Er wußte, wo sie wohnen, kannte ihre Telefonnummern und wußte, wann sie allein sein würden. Das alles hat Planung und Recherche erfordert. Dieser Mann achtet peinlich genau darauf, möglichst keine Spuren zu hinterlassen. Bis auf das Handy, das er Christine Wheeler überlassen hat, haben wir nichts von ihm. Er tarmt seine Aktionen, kauft verschiedene Handys unter falschen Namen, ruft aus unterschiedlichen Telefonzellen an und bleibt ständig in Bewegung. Die Opfer waren gezielt ausgewählt. Die Frage, die wir beantworten müssen, lautet, warum und wie. Sie waren Freundinnen und Geschäftspartnerinnen. Sie sind zusammen zur Schule gegangen. Sie hatten Dutzende gemeinsamer Freunde und möglicherweise Hunderte gemeinsamer Bekannter. Sie haben in derselben Stadt gelebt, hatten denselben Friseur und gaben ihre Kleider in dieselbe Reinigung. Finden Sie heraus, warum er sie ausgewählt hat, dann sind wir seiner Ergreifung einen großen Schritt näher. Ich mache eine Pause und blicke auf meine Notizen, um mich zu vergewissern, dass ich nichts ausgelassen habe. Mein linker Zeigefinger hat zu zittern begonnen, aber meine Stimme ist nach wie vor fest. Ich webe sanft auf den Zehen und beginne auf und ab zu gehen. Ihre Augen folgen mir. Ich glaube, unser Täter hat jede der beiden Frauen davon überzeugt, dass sie keine andere Wahl hatte, als zu tun, was er sagte, weil sonst ihre Tochter leiden würde. Das deutet darauf hin, dass er verbal extrem selbstsicher ist. Was seine körperliche Selbstsicherheit betrifft, würde ich jedoch ein Fragezeichen setzen. Er hat diese Frauen nicht mit brutaler Gewalt übermannt. Er hat sie mit seiner Stimme eingeschüchtert und unter Kontrolle gebracht. Vielleicht fehlt ihm der Mut für eine direkte Konfrontation. D.I. Cray hätte gerne praktischere Informationen. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass er ein Ex-Freund oder verschmähter Liebhaber war? Für nicht sehr wahrscheinlich. Warum? Wenn eines der beiden Opfer entkommen oder gerettet worden wäre, hätte es einen alten Freund oder Liebhaber identifizieren können. Ich bezweifle, dass der Täter dieses Risiko eingehen würde. Und es gibt noch einen anderen Aspekt. Hätten die Frauen seine Befehle so umfassend befolgt, wenn sie ihn gekannt hätten? Eine unbekannte Stimme ist beängstigender, einschüchternder. Irgendjemand hustet. Ich stutze und frage mich, ob das ein Signal ist. Ich höre gedämpfte Kommentare. Das bringt mich zu einem weiteren Punkt, sage ich. Möglicherweise hat er seine Opfer gar nicht direkt berührt. Niemand reagiert. Monk meldet sich als Erster. Wie meinen Sie das? Vielleicht haben die Opfer ihn gar nicht zu Gesicht bekommen. Aber Sylvia Furnes war mit Handschellen an einen Baum gefesselt. Das hätte sie auch selbst machen können. Und was ist mit der Kapuze? Auch das könnte sie selbst gewesen sein. Ich erläutere die Spurenlage. Das Feld war schlammig. Unter dem Baum hat man nur ein paar Fußabdrücke gefunden. Es gab keinerlei Anzeichen für sexuelle Gewalt oder einen Kampf. Keine anderen Reifenspuren führten zu dem Feld. Damit will ich nicht sagen, dass er die Tatorte nicht vorher besichtigt hat. Er hat sie sorgfältig ausgewählt. Außerdem war er meiner Ansicht nach in der Nähe. Darauf deutet das Handysignal hin. Aber ich glaube nicht, dass sie ihn gesehen hat. Ich glaube nicht, dass er sie körperlich berührt hat. Gehirnwäsche? Gehirnwäsche? Sagt Roy. Ich nicke. Ich höre pfeifende Seufzer und skeptisches Grunsen. Das übersteigt ihr Fassungsvermögen. Warum? Was ist sein Motiv? Fragt D.I. Cray. Rache. Wut. Sexuelle Befriedigung. Was? Sollen wir uns eins aussuchen? Es ist alles drei. Dieser Mann ist ein sexueller Sadist. Es geht ihm nicht darum, Frauen zu töten. Es ist viel persönlicher. Er demütigt sie. Er vernichtet sie psychisch, weil er hasst, was sie repräsentieren. Vielleicht hat er ein Problem mit seiner eigenen Mutter, einer Ex-Frau oder einer ehemaligen Freundin. Vielleicht entdecken sie sogar, dass sein erstes Opfer Auslöser seines Gräuels war. Sie meinen Christine Wheeler? Fragt Monk. Nein, sie war nicht die erste. Ungläubiges Schweigen. Es gibt weitere Opfer? Fragt D.I. Cray. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Wann? Wo? Beantworten sie diese Fragen und sie haben ihn. Der Mann, der das getan hat, hat auf diesen Moment hingearbeitet. Er hat geprobt und seine Techniken verfeinert. Veronica Cray wendet den Blick ab und starrt stumm und so angestrengt aus dem Fenster, dass ich mich frage, ob sie gerne fliehen und in ein anderes Leben verschwinden würde. Selbst erfahrene Polizeibeamte und Mitarbeiter psychiatrischer Einrichtungen haben ihre Probleme mit der Tatsache, dass jemand intensive, ja euphorische Lust beim Quälen und Töten eines anderen Menschen empfindet. Die Besprechung ist beendet. D.I. Cray begleitet mich nach unten. Wenn Sie mit Ihren Vermutungen über den Mann Recht haben, wird er wieder töten, oder nicht? Irgendwann. Können wir ihn bremsen? Vielleicht können Sie mit ihm kommunizieren. Wie das? Er ist nicht darauf aus, die Polizei in ein Katz-und-Maus-Spiel zu verwickeln, aber er liest bestimmt Zeitung, hört Radio, sieht fern. Er hat Anschluss, und das bedeutet, dass Sie ihm eine Botschaft senden können. Was sollen wir sagen? Sagen Sie ihm, dass Sie ihn verstehen. Die Medien bedenken ihn mit wenig schmeichelhaften Attributen. Lassen Sie ihn die Missverständnisse richtigstellen. Würdigen Sie ihn nicht herab, bringen Sie ihn nicht gegen sich auf. Er will Respekt. Und was haben wir davon? Wenn Sie ihn zu einem Anruf bewegen können, heißt das, Sie haben ein Ergebnis diktiert. Es ist ein kleiner Schritt. Der erste. Wer überbringt die Botschaft? Es muss ein festes Gesicht sein. Es darf keine Frau sein. Es muss ein Mann sein. D.I. Cray hebt ein wenig das Kinn, als hätte irgendetwas am Horizont Ihre Aufmerksamkeit geweckt. Wie wär's mit Ihnen? Nein, nicht ich. Warum nicht? Ich bin kein Detective. Das ist doch egal. Sie kennen diesen Mann. Sie wissen, wie er tickt. Ich stehe im Foyer und höre mir all die Argumente an, die sie auflistet, ohne mir Gelegenheit zum Einspruch zu geben. Aus dem Hof rast ein Polizeiwagen mit heulender Sirene, die meine Proteste übertönt. Das wäre also entschieden. Entwerfen Sie eine Erklärung. Ich setze eine Pressekonferenz an. Die elektrischen Türen gleiten auf, und ich trete hinaus. Der Klang der Sirene ist verhallt und hat nur ein Gefühl von Veränderung und Verlust hinterlassen. In dem Bewusstsein, dass sie mich weiter beobachtet, senke ich den Kopf und lasse meine Arme und Beine schwingen. Überall Blumen, an den Zaun und an Baumstämme gelehnt. In der Mitte des größten Kranzes klemmt ein Foto von Christine Wheeler in einer Plastikhülle. Darcy trägt ein Kostüm von Julian und einen schwarzen Wintermantel, dessen Saum beim Gehen beinahe den Boden berührt. Sie steht in einem Kreis auf der anderen Seite des Grabes neben ihrer Tante, die heute Morgen aus Spanien eingetroffen ist, und ihrem Großvater, der, eine karierte Decke über den Beinen, im Rollstuhl sitzt. Dies ist nicht meine erste Beerdigung, aber sie fühlt sich irgendwie verkehrt an. Die Trauernden sind zu jung. Es sind Christines alte Schulfreundinnen und Kommilitonen. Einige hatten nichts Passendes zum Anziehen im Kleiderschrank und haben sich statt für schwarz für ein gedämpftes Grau entschieden. Sie wissen nicht, was sie sagen sollen, also stehen sie flüsternd in Grüppchen herum und werfen Darcy bekümmerte Blicke zu. Alice späht aus dem Schatten ihrer Tante Gloria hervor. Ihr Vater ist aus Genf zurück. Er trägt einen schwarzen Anzug und telefoniert mit seinem Handy. Unsere Blicke treffen sich, ehe seiner nach rechts schweift und er seine Hand auf Alices Schulter legt. Als nächstes muss er seine Frau beerdigen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es wäre, Julian zu verlieren. Ich will es mir nicht vorstellen. Auf der anderen Seite des Friedhofs haben Fernsehteams und Fotografen auf einem Hügel hinter Leitkegeln und Absperrband Position bezogen. Uniformierte Beamte halten sie von den Trauergästen fern. Ruiz gesellt sich zu uns. Ich habe ihn seit gestern nicht gesehen. Wo warst du? Ich hatte was zu erledigen. Möchtest du das vielleicht ein wenig erläutern? Er blickt zu Darcy. Ich habe ihren Vater gesucht. Hat sie dich darum gebeten? Nö. Sie hat ihn nie kennengelernt. Ich meinen Vater auch nicht, meint er achselzuckend. Ich dachte, er hätte es vielleicht trotzdem gerne gewusst. Falls sich herausstellt, dass er ein Axtmörder ist, gebe ich Darcy seine Adresse nicht. Der Sarg ist mit einer Winde über das Grab gehievt worden. Auf dem polierten Holztürmen sich Blumen. Darcy weint. Ihre Tante wirkt teilnahmslos. Eine Frau legt den Arm um Darcys Schulter. Sie wirkt elend mit rot gerenderten Augen. Über einem langen grauen Rock trägt sie einen schwarzen Mantel. Plötzlich erkenne ich den Mann neben ihr, Bruno Kaufmann. Es muss eine Ex-Frau Maureen sein. Bruno hat erwähnt, dass sie eine Schulfreundin von Christine war. Das bedeutet, dass sie auch mit Sylvia zur Schule gegangen ist. Mein Gott! Sie hat in etwas mehr als einer Woche zwei Freundinnen verloren. Kein Wunder, dass sie so erschüttert aussieht. Bruno hebt einen Finger zu einem beiläufigen Gruß in meine Richtung. Der Pfarrer will anfangen. Seine vor Kälte belegte Stimme trägt nicht weit. Meine Gedanken schweifen weiter über die Gräber und Wiesen hinweg, jenseits der Bäume und des Geräteschuppens, zu einem Friedhofsarbeiter, der das Geschehen beobachtet. Er pellt ein Ei und wirft die Schalen in eine braune Papiertüte. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Ist irgendjemandem schon aufgefallen, dass Friedhöfe wie Komposthaufen riechen? Sie haben Blut und Knochen über die Rosen gesprenkelt. Es steigt mir direkt in die Nase. Die Trauernden sind in Schwarz, wie Krähen, die um ein überfahrenes Tier flattern. Ich spüre ihre Trauer, aber es kommt mir nicht traurig genug vor. Ich kenne wahre Traurigkeit. Es ist das Geräusch eines Kindes, das seine Geburtstagsgeschenke ohne mich öffnet und Kleider trägt, die ich bezahlt habe. Das ist traurig. Der Psychologe ist auch da. Er ist wie einer dieser B-Promis, die noch zur Eröffnung eines Testaments kommen würden. Diesmal hat er seine Frau mitgebracht, die viel zu scharf für jemanden wie ihn ist. Aber vielleicht macht sein Gezitter das Vorspiel ja interessanter. Wer ist sonst noch da? Die Lesbe von der Polizei und ihre Stummfilm-Trottel-Bullenbrigade. Darcy, die Tänzerin, ist stoisch und tapfer. Wir sind uns am Tor kurz begegnet, und in ihrem Blick flackerte so etwas wie Wiedererkennen auf, als wüsste sie nicht mehr genau, ob sie mich kennt. Doch dann bemerkte sie meinen Overall und die Schubkarre und verwarf den Gedanken. Der Pfarrer erzählt der Trauergemeinde, dass der Tod nur der Beginn einer Reise ist, ein Märchen, das durch die Jahrhunderte wiederholt. Brüste beben, Tränen tropfen, dabei ist der Boden schon feucht genug. Warum trifft der Tod die Menschen jedes Mal wie ein Schock, obwohl er doch bestimmt die fundamentalste aller Wahrheiten ist? Wir leben, wir sterben. Dieses Ei zum Beispiel, wäre es befruchtet und warm gehalten worden, hätte vielleicht ein Küken daraus werden können. Stattdessen wurde es in kochendes Wasser geworfen und zu einem Imbiss verarbeitet. Köpfe senken sich zum stillen Gebet, Mäntel flattern im auffrischenden Wind um Knie, die Äste über mir ächzen wie die Leiber toter Seelen. Ich muss los, ich habe Orte aufzusuchen, Schlösser zu knacken, Willen zu brechen. Der Gottesdienst ist vorbei. Wir gehen über die Wiese bis auf den Weg. Ein feuchtwarmer Duft steigt von den Blumenbeeten auf, und am perlgrauen Himmel fliegen Zugvögel in Formation Richtung Süden. Bruno Kaufmann fasst meinen Arm. Ich stelle ihm Julian vor. Er verbeugt sich übertrieben. Ich blicke an ihm vorbei und bemerke Maureen. Wir haben uns noch nicht kennengelernt, spreche ich sie an. Das mit Christine und Sylvia tut mir sehr leid. Ich weiß, dass sie mit beiden befreundet waren. Meine beiden besten Freundinnen, sagt sie mit stockendem Atem. Wie geht es ihnen? Mir geht es gut. Sie schnäuzt sich die Nase. Ich habe Angst. Wovor haben sie Angst? Meine beiden besten Freundinnen sind tot, das macht mir Angst. Die Polizei ist in mein Haus gekommen und hat mich befragt, das macht mir Angst. Bei lauten Geräuschen schrecke ich zusammen, ich verriegele die Türen, blicke beim Fahren in den Rückspiegel, und das macht mir auch Angst. Sie schiebt das durchgeweichte Papiertaschentuch in ihre Manteltasche und zieht ein neues aus einer Plastikverpackung. Ihre Hände zittern. Wann haben sie sie zum letzten Mal gesehen? Vor zwei Wochen. Wir haben ein kleines Privatklassentreffen gefeiert. Was für ein Privatklassentreffen? Nur wir vier. Die alte Clique aus Oldfield. Wir waren zusammen auf der Schule. Wir haben uns in unserem Lieblingspub verabredet. Helen hat es organisiert. Helen? Eine andere Freundin. Helen Chambers. Sie lässt den Blick über den Friedhof schweifen. Ich dachte, sie würde kommen. Es ist seltsam. Helen hat das Wiedersehen organisiert. Sie war der Grund für unser Treffen. Wir hatten sie seit Jahren nicht gesehen. Aber sie ist nicht gekommen. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Sie hat weder angerufen noch eine Mail geschickt. Sie haben gar nichts von ihr gehört? Sie schüttelt schniefend den Kopf. Wie lange haben sie sie nicht mehr gesehen? Seit sieben Jahren. Fast acht. Wo ist sie gewesen? Sie hat geheiratet und ist nach Nordirland und dann nach Deutschland gezogen. Chris und Sylvia waren Brautjungfern. Ich sollte Trauzeugin sein, aber Bruna und ich haben damals in Amerika gelebt und ich konnte nicht zur Hochzeit kommen. Ich habe ihr per Video alles Gute gewünscht. Maureens Augen schimmern. Wir haben uns alle gegenseitig versprochen, in Kontakt zu bleiben, aber Helen schien einfach davon zu treiben. Ich habe ihr zum Geburtstag und zu Weihnachten Karten geschickt. Hin und wieder kam aus heiterem Himmel ein nichtssagender Antwortbrief. Aus Wochen wurden Monate und dann Jahre. Wir haben uns aus den Augen verloren. Traurig. Und dann hat sie sich bei Ihnen gemeldet? Vor einem halben Jahr hat sie uns allen, Christine, Sylvia und mir, eine E-Mail geschickt und berichtet, dass sie ihren Mann verlassen hätte. Sie wollte einen Urlaub mit ihrer Tochter machen, um den Kopf freizubekommen und dann heimkehren. Vor einem Monat schickte sie uns dann eine weitere E-Mail, in der sie erzählte, sie sei zurück und wolle sich mit uns treffen. Sie hat das Lokal ausgewählt, das Garrick's Head in Bath. Kennen Sie es? Ich nicke. Da waren wir früher dauernd, bevor wir alle geheiratet und Kinder bekommen haben. Wir haben ein paar Drinks genommen, herumgealbert und sind manchmal noch zu einem Club los. Sylvia hat für ihr Leben gerne getanzt. Maureens Hände haben aufgehört zu zittern, aber sie kommt nicht zur Ruhe. Sie redet, als ob ein verstoßenes Leben zurückgekehrt sei, um sie zu holen. Eine verlorene Freundin, eine Stimme aus der Vergangenheit. Als ich gehört habe, dass Christine Selbstmord begangen haben soll, habe ich es keine Sekunde geglaubt. Sie würde sich nie auf diese Weise umbringen. Sie würde Darcy nie allein lassen. Ihre Augen sind feucht, doch ihre Wimperntusche scheint wasserfest. Autos parken in der Einfahrt und auf dem Fußweg vor dem Wheeler House. Darcy empfängt die Trauergäste und nimmt Mäntel und Handtaschen entgegen. Sie sieht mich an, als wäre ich gekommen, um sie zu retten. In der Küche unterhalte ich mich mit Darcys Tante, Carrie Wheeler. Sie hat Darcy noch nicht gesagt, dass sie sie mit nach Spanien nehmen will. Ich bemerke, dass ich das für keine gute Idee halte. Darcy hat vor, auf die Ballettschule in London zu gehen. Carrie kann nur darüber lachen. Darcy geht noch zur Schule und der gesamte Besitz ihrer Mutter gehört längst der Bank. Ich bin richtig wütend über Carries arrogantes Auftreten. Verärgert verlasse ich die Küche. Darcy sitzt in ihrem Zimmer am Fenster und starrt in den Garten. Der Raum ist voller Bandposter und Stofftiere, eine Zeitkapsel aus Darcys Kindheit, die unglaublich weit entfernt scheint. Ich bemerke Papierfetzen auf dem Boden und einen wahllosen Stapel Beileidskarten auf ihrem Bett. Jemand hat sie eilig und achtlos aufgerissen. Du hast Karten gelesen? Nein, ich habe sie so gefunden. Wann? Eben, als ich nach Hause gekommen bin. Wer hat sie geöffnet? Sie zuckt mit den Achseln, spürt jedoch die Anspannung in meiner Stimme. Ich frage, ob das Haus abgeschlossen war. Wer Schlüssel hatte, wo sie die Karten und Briefe gefunden hat. Sie lagen auf dem Bett. Fehlt eine? Das weiß ich nicht. Ich blicke aus dem Fenster auf eine Reihe junger Pappeln, die an der Straßenecke endet. Ein silberner Van fährt auf der Suche nach einer Hausnummer langsam die Straße hinunter. Können wir jetzt gehen? Diesmal nicht. Was soll das heißen? Du bleibst hier, bei deiner Tante. Aber sie fliegt zurück nach Spanien. Und sie möchte, dass du mit ihr kommst. Nein, nein! Darcy sieht mich vorwurfsvoll an. Das kann ich nicht. Das mache ich nicht. Was ist mit meinem Ballettstipendium? Ich habe einen Studienplatz gewonnen. Spanien kann auch wie ein Urlaub sein. Ein Urlaub? Ich kann nicht plötzlich aufhören zu tanzen und dann irgendwann wieder anfangen. Ich war noch nie in Spanien. Ich kenne dort niemanden. Du hast doch deine Tante. Die mich hasst! Nein, das stimmt nicht. Reden Sie mit ihr! Das habe ich schon. Ihre Unterlippe zittert. Dann wirft sie sich mir plötzlich an die Brust und schlingt ihre Arme um meinen Hals. Willst du mich? Ich bin kein Kind mehr. Ihre Stimme klingt anders. Bitte, Darcy! Lass mich bei dir bleiben! Das geht nicht! Sie schüttelt den Kopf und beißt sich auf die Lippe, um nicht zu weinen. Sie begreift sofort. Mit diesem Moment hat sich alles verändert. Ich kann sie nie wieder mit zu mir nach Hause nehmen. Jetzt nicht mehr. Ich schließe die Tür und lehne mich von außen dagegen. Mein Gefühl ist Furcht. Furcht vor Entdeckung. Furcht vor dem, was sie getan hat und der Frage, inwieweit ich dafür verantwortlich bin. Menschliches Verhalten ist mein vermeintliches Fachgebiet, aber manchmal bin ich erstaunt über meine tiefe Ahnungslosigkeit. Wie kann mein Psychologe sein und so wenig über das Thema wissen? Das menschliche Bewusstsein ist komplex und unberechenbar. Ein Meer aus Ungewissheit. Und mir bleibt nichts anderes übrig, als Wasser zu treten oder auf ein fernes Ufer zuzuschwimmen. Julian wartet unten an der Treppe. Ist alles okay? fragt sie. Kann sie in meinen Augen etwas erkennen? Es ist eingebrochen worden. Ich muss die Polizei anrufen. Eine Stunde später haben Polizisten die Trauergäste ersetzt. Die Karten und Umschläge sind ins Labor abtransportiert. Türen und Fenster auf Anzeichen eines gewaltsamen Eindringens untersucht worden. Nichts wurde gestohlen. Für mich gibt es keinen Grund mehr, hier zu sein und jeden Grund zu gehen. Außerdem geht mir nicht aus dem Sinn, was Maureen über das Wiedersehen und den Verlust ihrer beiden besten Freundinnen gesagt hat. Warum sollte jemand Beileidskarten öffnen? Was hat er gesucht? Darcy ist immer noch oben. Ihre Tante redet in der Küche mit den Polizisten. Ich trete aus dem Haus und warte, bis meine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt haben. Ruiz wartet im Wagen. Die Heizung pustet warme Luft gegen die Windschutzscheibe. Ich muss dich um einen weiteren Gefallen bitten. Hast du überhaupt noch welche gut? Einen. Da habe ich wohl den Überblick verloren. Ich möchte, dass du jemanden suchst. Sie heißt Helen Chambers. Hast du nicht schon genug Frauen in deinem Leben? Sie ist mit Christine Wheeler und Sylvia Furness zur Schule gegangen. Sie wollten sich vor vierzehn Tagen treffen, aber sie ist nicht erschienen. Es ist schon nach Mitternacht, als ich nach Hause komme. Das Haus ist dunkel. Dahinter erhebt sich schwarz der Kirchturm vor einem dunkelvioletten Himmel. Ich schließe leise die Tür, ziehe die Schuhe aus und gehe nach oben. Emma liegt, alle viere weit von sich gestreckt, auf ihrer Decke. Ich falte ihre Beine darunter und ziehe die Decke bis an ihr Kinn. Sie rührt sich nicht. Charlies Tür steht einen Spalt breit offen. Ihre Lavalampe taucht das Zimmer in einen rosafarbenen Schimmer. Charlie liegt auf der Seite, die Hand dicht an ihrem Mund. Auch Julian schläft. Ich ziehe mich im Bad aus und putze mir die Zähne, bevor ich neben sie ins Bett schlüpfe. Sie dreht sich um, schlingt Arme und Beine um mich und drückt ihre Brüste an meinen Rücken. Es ist spät, flüstert sie. Tut mir leid. Wo ist Darcy? Bei ihrer Tante. Sie greift mit resoluter Entschlossenheit nach meinem Schwanz, formt mit Daumen und Fingern einen Ring. Dann beugt sie sich nach unten und nimmt ihn in den Mund. Als ich bereit bin, hockt sie sich rittlings auf mich und drückt mich aufs Bett. Ihre Schenkel sind offen. Sie rutscht ein wenig nach hinten, nimmt mich in sich auf und atmet scharf ein. Sie legt meine Hände auf ihre Brüste. Ihre Brustwarzen sind hart. Ich muss mich gar nicht bewegen, sondern nur zusehen, wie sie sich aufbäumt und wieder fallen lässt. Meine Kapitulation annimmt, ihren Höhepunkt sucht und meinen steuert. Es fühlt sich nicht an wie Versöhnungs- oder Neuanfangssex. Es ist eher wie ein leiser Seufzer, der die Glut aufleuchten lässt. Hinterher legt Julian ihren Kopf auf meine Brust und ich höre ihr beim Einschlafen zu. Nach etwa einer Stunde schiebe ich ihren Kopf auf das Kissen, schlüpfe aus dem Bett und schleiche auf Zehenspitzen in mein Arbeitszimmer. Ich schließe die Tür, bevor ich das Licht anmache und nach der Hotelrechnung aus Rom suche. Ich ziehe sie zwischen den Seiten meines Notizbuchs hervor und reiße sie in kleine Stücke, die ich in den Papierkorb rieseln lasse. Es ist schon nach neun. Ich liege im Bett und stache an die Decke. Von unten höre ich Schritte, Lachen und Kinderreime. Ich komme mir vor, als hätte ich meine Lieblingsseifenoper im Radio eingeschaltet und würde einer weiteren Episode im Leben der Orlochlens zuhören. Mit geputzten Zähnen, gewaschenem Gesicht und mit Medikamenten versorgt, stapfe ich nach unten. Aus dem Wohnzimmer dringt Gelächter. Ich lausche an der Tür. Julian interviewt Kindermädchen. Die meisten Fragen scheint Emma zu stellen. In der Küche isst Ruiz einen Toast und liest meine Zeitung. Ich habe Helen Chambers Familie ausfindig gemacht. Sie lebt auf dem Dauberny Estate bei Westbury. Das sind knapp 50 Kilometer von hier. Ich habe angerufen, aber nur einen Anrufbeantworter erreicht. Helen Chambers steht weder im Wählerverzeichnis noch im Telefonbuch. Das Dauberny Estate liegt gut drei Kilometer nördlich von Westbury auf der Grenze zwischen Somerset und Wiltshire. Die sanft geschwungene Landschaft ist mit kleinen Bauernhöfen sowie mit Seen und Stauseen gesprenkelt, randvoll vom Regen der letzten Wochen. Ruiz sitzt am Steuer seines Mercedes. Die Federung ist so weich, dass es sich anfühlt wie in einem Wasserbett auf Rädern. Was wissen wir über die Familie, frage ich? Brian und Claudia Chambers. Er ist Besitzer einer Baufirma, die große Aufträge in der Golfregion ausführt. Bis das Dauberny Estate in den 1980ern aufgeteilt und verkauft wurde, war es eines der größten Güter des Landes. Den Chambers gehören das Herrenhaus und viereinhalb Hektar Land. Was ist mit Helen? Sie ist Einzelkind und hat 1988 die Oldfield Girls School in Bath abgeschlossen, im selben Jahr wie Christine Wheeler und Sylvia Furness. Sie hat an der Bristol University Wirtschaftswissenschaft studiert und vor acht Jahren geheiratet. Seitdem lebt sie im Ausland. Er hebt den Zeigefinger vom Lenkrad. Da ist es. Wir biegen in eine Einfahrt ein, die durch ein drei Meter hohes Eisentor zwischen zwei Steinsäulen gesichert ist. Ansonsten ist das Gelände von einer Betonmauer umgeben, aus deren Krone Glasscherben ragen wie gezackte Blumen. Auf einem Pfahl, der das Tor um etwa sieben Meter überragt, ist eine Überwachungskamera montiert. Das Anwesen ist gesichert wie eine Festung. Ich drücke auf den Knopf der Gegensprechanlage am Tor. Erst nach längeren Erklärungen ist man bereit, uns zu empfangen. Giebel und Dachfirs tauchen zwischen den Bäumen auf. Ruiz rollt langsam über ein Gitter und kommt vor dem Haupthaus zum Stehen. Das große Doppelportal muss mindestens fünfzehn Zentimeter dick sein. Nur ein Flügel öffnet sich und Claudia Chambers spät heraus. Eine schlanke, immer noch attraktive Frau Ende fünfzig in Kaki-Hose und Kaschmir-Jacke. Ich stelle uns vor. Sie bietet uns nicht die Hand an, sondern führt uns durch eine Marmorhalle in ein großes Wohnzimmer voller Perser-Teppiche und passender Chesterfield-Sofas, sowie Bücherregalen in den Nischen links und rechts des Kamins, in dem ein Feuer vorbereitet ist, aber nicht brennt. Auf dem Kaminsims und einigen Beistelltischen stehen Fotos, die den Lebenslauf eines Kindes von der Geburt über das Kleinkindalter bis zum jungen Mädchen nachzeichnen. Der erste verlorene Zahn, der erste Schultag, der erste Schneemann, das erste Fahrrad, ein Leben voller Premieren. »Ihre Tochter?«, frage ich. »Unsere Enkelin,« antwortet sie. »Sie weist auf das Sofa und möchte, dass wir Platz nehmen.« »Kann ich Ihnen etwas anbieten? Tee vielleicht?« »Gerne, danke,« antwortet Ruiz für uns beide. Wie hergezaubert erscheint eine mollige Frau in der Tür. Zu Claudias Füßen muss es irgendwo unter dem Teppich oder an der Seite des Sofas eine versteckte Klingel geben. Claudia gibt Anweisungen und das Hausmädchen verschwendet. Claudia wendet sich uns wieder zu, nimmt auf dem Sofa gegenüber Platz und legt die Hände in den Schoß. Alles an ihrem Verhalten wirkt verschlossen und abwehrend. »Christine Wheeler ist von der Clifton Suspension Bridge gesprungen,« sage ich. »Wir glauben, sie wurde genötigt.« »Genötigt?« »Sie wurde gezwungen zu springen,« erklärt Ruiz. Claudia schüttelt heftig den Kopf, als wollte sie die Information abwehren. »Sylvia Furness ist erfroren.« Sie wurde mit Handschellen an einen Baum gefesselt, aufgefunden. »Wer sollte so etwas tun?« fragt Claudia, der Welt nicht mehr ganz so gewiss. »Sie haben es nicht im Fernsehen oder in der Zeitung gesehen?« »Ich verfolge die Nachrichten nicht. Es deprimiert mich.« »Wann haben Sie Christine und Sylvia zum letzten Mal gesehen?« »Seit Helens Hochzeit gar nicht mehr. Sie waren Brautjungfern.« Sie zählt die verflossene Zeit an den Fingern ab. »Acht Jahre. Meine Güte, ist das wirklich schon so lange her?« Hatte Ihre Tochter noch Kontakt zu Ihren Freundinnen? »Das weiß ich nicht. Helen ist mit ihrem Mann ins Ausland gegangen, sie kam nur selten nach Hause.« Das Hausmädchen kommt mit einem Tablett. Kanne und Teetassen wirken beinahe zu zierlich, um kochendes Wasser zu fassen. Claudia gießt uns Tee ein, beinahe spürbar darauf konzentriert, ein Zittern ihrer Hände zu unterdrücken. Draußen hört man knirschende Reifen auf dem Kies. Sekunden später wird die Haustür aufgerissen, eilige Schritte durchqueren die Halle. Brian Chambers legt einen Auftritt hin, der einem Mann seiner Größe gemäß ist. Er platzt ins Zimmer, anscheinend wild entschlossen, irgendjemanden zu schlagen. »Wer zum Teufel sind Sie?« brüllt er. »Was machen Sie in meinem Haus?« Er hat schütteres Haar, große Hände und einen dicken Hals. Sein Kopf glänzt wie ein Helm. »Ruiz ist bereits auf den Beinen. Ich brauche etwas länger.« »Ist schon gut, Schatz«, sagt Claudia. »Christine und Sylvia ist etwas Schreckliches zugestoßen.« »Aber damit gibt sich Brian Chambers nicht zufrieden.« »Wer hat sie geschickt?« »Verzeihung?« »Wer hat sie hergeschickt? Diese Frauen haben nichts mit uns zu tun.« »Er ist offensichtlich im Bilde über Christine und Sylvia.« »Warum hat er es seiner Frau nicht erzählt?« »Beruhige dich, Schatz«, sagt Claudia. »Sei einfach still«, bellt er sie an. »Überlaß das mir!« »Wir wollen niemanden beunruhigen. Wir wollten uns lediglich nach Helen erkundigen«, sagt Ruiz. »Spielen Sie keine Spielchen mit mir«, gibt Brian Chambers höhnisch zurück. »Er hat sie geschickt, stemmt's?« Ich sehe Ruiz an. »Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Wir helfen der Polizei bei der Untersuchung der beiden Morde. Beide Opfer waren Freundinnen ihrer Tochter.« Chambers wendet sich Ruiz zu. »Sind Sie Polizist?« »Ich war mal einer.« »Was soll das heißen?« »Ich bin in Rente.« »Sie sind also Privatdetektiv?« »Nein.« »Das heißt, der ganze Mist ist kein bisschen offiziell?« »Wir wollten bloß Ihre Tochter Helen sprechen.« Er schlägt die Hände zusammen und lacht entrüstet. »Also, das setzt doch dem Ganzen die Krone auf!« Ruiz wird langsam ärgerlich. »Vielleicht sollten Sie den Rat Ihrer Frau befolgen und sich beruhigen, Mr. Chambers.« »Wollen Sie mich einschüchtern?« »Nein, Sir. Wir möchten bloß ein paar Antworten.« »Was hat meine Helen damit zu tun?« Vor vier Wochen hat sie Christine Wheeler, Sylvia Furness und Maureen Bracken, einer weiteren Schulfreundin, eine E-Mail geschickt und für den 21. September, einen Freitagabend, ein Treffen an einem Pub-and-Bath verabredet. Die anderen kamen, aber Helen nicht. Sie haben nichts von ihr gehört. Wir hoffen herauszufinden, warum nicht.« Brian Chambers starrt mich ungläubig an. Der manische Glanz seiner Augen ist einer fiebrigen Ungewissheit gewichen. »Was Sie da andeuten, ist unmöglich«, sagt er. »Meine Tochter kann keine E-Mails verschickt haben.« »Warum nicht?« »Sie ist vor drei Monaten gestorben. Sie und meine Enkelin sind in Griechenland ertrunken.« Plötzlich scheint der Raum nicht mehr groß genug, um die Verlegenheit zu verbergen. Die Luft ist stickig und scharf geworden. Ruiz sieht mich an, bringt jedoch kein Wort heraus. »Das tut mir sehr leid«, erkläre ich Ihnen. »Ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll. Wir hatten keine Ahnung.« Brian Chambers ist nicht an Entschuldigungen oder Erklärungen interessiert. »Sie ist bei einem Fährunglück ums Leben gekommen«, sagte Mrs. Chambers, die immer noch aufrecht auf der Sofakante sitzt. »Die Fähre ist in einem Sturm gesunken.« »Ich erinnere mich an die Geschichte.« »Es war im Spätsommer, ein Tornado in der Ägäis.« »Schiffe wurden beschädigt, Jachten zerstört.« »Mehrere Urlaubsorte mußten evakuiert werden, und vor einer der Inseln sank eine Passagierfähre.« »Tutzende von Touristen wurden gerettet.« »Andere Passagiere ertranken.« »Ich sehe mich in dem Raum um und betrachte die Fotos.« »Die Chambers haben einen Schrein für ihre tote Enkelin errichtet.« »Mitte gehen Sie jetzt«, sagt Brian Chambers. »Was haben Sie gedacht, wer uns geschickt hätte, Mr. Chambers?«, frage ich. »Wiedersehen«, sagt er. »Werden Sie von irgendjemandem bedroht?« »Fahren Sie vorsichtig.« Wir nehmen die A363 durch Bradford-on-Avon und streifen die Kuppe von Bathampton down. Vor uns schmiegt sich Baths Bar gemütlich ins Tal. Eine Reklametafel verkündet, Ihr Traum vom Ruhestand liegt direkt vor Ihnen. Ruiz findet, dass das Bath ziemlich gut auf den Punkt bringt, diesen schwefligen Geruch von Alter und Geld. Eine Frage geht mir nicht aus dem Kopf. Wie konnte eine Tote per E-Mail ein Wiedersehen mit ihren Freundinnen organisieren? Irgendjemand hat die Nachrichten verschickt. Wer immer es war, muss Zugriff auf Helen Chambers' Computer oder ihre Login-Daten gehabt haben. Oder er hat ihre Identität gestohlen und ein neues E-Mail-Konto eröffnet. Wenn ja, warum? Es ergibt keinen Sinn. Welches Interesse könnte jemand daran haben, vier alte Freundinnen zusammenzubringen? Es könnte der Mörder gewesen sein. Vielleicht hat er sie zusammengeführt und ist ihnen dann nach Hause gefolgt. Das würde jedenfalls erklären, wie er seine Opfer ins Visier genommen, ihren Wohnort, Arbeitsplatz und Lebensrhythmus ausgekundschaftet hat. Aber es erklärt immer noch nicht, was Helen Chambers damit zu tun hat. Wir müssen mit Maureen Bracken reden, sage ich. Sie ist die Einzige, die zu dem Wiedersehen gegangen ist und noch lebt. Ruiz sagt nichts, aber ich weiß, dass er das Gleiche denkt wie ich. Irgendjemand muss sie warnen. Die Oldfield School liegt inmitten von Bäumen und schlammigen Sportplätzen mit Blick auf das Avental. Ein Schild auf dem Parkplatz fordert Besucher auf, sich im Büro zu melden. Hinter einem Schiebefenster taucht eine Schulsekretärin auf. An der Wand hinter ihr hängt ein großer Stundenplan mit verschiedenfarbigen Blöcken, ein Meisterwerk der Logistik, das 850 Schülerinnen, 34 Klassenzimmer und 15 Fächer koordiniert. Den Betrieb einer Schule zu organisieren ist, als würde man als Fluglot so ohne Radar arbeiten. Die Sekretärin streicht mit dem Finger über den Stundenplan und tippt zweimal auf das Brett. »Mrs. Bracken unterrichtet Englisch im Anbau, Raum 2b.« Sie sieht auf die Uhr. »Es ist fast Mittag. Sie können im Flur oder im Lehrerzimmer auf Sie warten. Die Treppe hoch und dann rechts.« Maureen Bracken trägt ein knielanges, dunkelgrünes Kleid mit einem braunen Ledergürtel und Pumps, die ihre kräftigen Waden betonen. Ihr Haar ist zurückgesteckt, und sie trägt nur einen Hauch von Lidschatten und Lippenstift. »Was ist los?« fragt sie sofort. Ihre Finger sind voller Filzstiftspuren. »Möglicherweise gar nichts,« versuche ich sie zu beruhigen. »Sie ordnet einen Stapel Aufsätze und verstaut sie in einer Mappe. Ich sehe mich um.« »Sie unterrichten an Ihrer alten Schule?« »Ja, wer hätte das gedacht,« erwidert sie. »Als Schülerin war ich ein echter Wildfang, allerdings nicht so schlimm wie Sylvia. Deshalb haben Sie ständig versucht, uns zu trennen.« Sie ist nervös, deshalb möchte sie reden. Ich lasse sie, weil ich weiß, dass ihr irgendwann der Dampf ausgehen wird. »Sie haben gesagt, Helen Chambers hätte Ihnen eine E-Mail geschickt, um das Wiedersehen zu organisieren.« Sie nickt. »Die E-Mail muss von jemand anderem stammen.« »Warum?« »Helen ist vor drei Monaten gestorben.« Die Mappe gleitet aus ihren Händen, die Aufsätze segeln flatternd zu Boden. Fluchend bückt sie sich und versucht, sie mit zitternden Händen einzusammeln. »Wie?« fragt sie im Flüsterton. »Sie ist ertrunken. Es war ein Fährunglück in Griechenland. Ihre Tochter war bei ihr. Wir haben heute Morgen mit ihren Eltern gesprochen.« »Oh, die armen, armen Menschen! Die arme Helen!« Ich hocke neben ihr auf dem Boden, sammle die Blätter ein und packe sie wahllos gebündelt wieder in die Mappe. In Maureen hat sich eine Lehre aufgetan, die in ihrem Herzschlag nachheilt. Sie ist unversehens an einem dunklen Ort und lauscht einem dumpfen, monotonen Rhythmus in ihrem Kopf. »Aber wenn Helen vor drei Monaten gestorben ist, wie konnte sie...« »Ich meine, sie...« »Die E-Mail muss ein anderer geschrieben haben.« »Wer?« »Wir hatten gehofft, dass Sie das vielleicht wissen.« Sie schüttelt bebend und mit feuchten Augen den Kopf, als würde sie ihre Umgebung plötzlich nicht mehr wiedererkennen und als wüßte sie nicht, wo sie als nächstes sein muss. »Es ist Mittagspause,« erkläre ich ihr. »Oh, richtig.« »Kann ich die E-Mail mal sehen?« Sie nickt. »Kommen Sie mit ins Lehrerzimmer. Dort steht ein Computer.« »Das Lehrerzimmer ist fast völlig leer, bis auf das Fossil von einem Mann, der mit geschlossenen Augen auf einem Stuhl sitzt. Ich denke, er schläft, bis ich die Ohrstöpsel bemerke. Er rührt sich nicht, als Maureen sich an den Computer setzt und sich mit Benutzernamen und Passwort einloggt. Sie öffnet den Eingangsordner und scrollt rückwärts die Eingangsdaten ab. Helen Chambers' Mail hat die Betreffzeile »Ratet mal, wer wieder in der Stadt ist.« Sie wurde am 16. September mit Kopie an Christine Wheeler und Sylvia Furness gesendet. »Hi, Mädels. Ich bin's. Ich bin wieder im Lande und freue mich, euch alle wiederzusehen. Wie wär's, wenn wir uns am nächsten Freitag im Garrick's Head treffen? Shampoos und Chips für alle. Wie früher. Ich kann nicht glauben, dass es schon acht Jahre her ist. Ich hoffe, ihr seid alle dicker und schlechter in Schuss als ich. Ja, du auch, Sylvia. Vielleicht lasse ich mir für den Anders sogar die Beine enthaaren. Wer nicht kommt, ist selber schuld. Garrick's Head am Freitag um 19.30 Uhr. Ich kann es kaum erwarten. Alles Liebe, Helen. Hat sie Ihnen davor schon mal gemailt? Sie nickt und sucht wieder Helens Namen. Die Mail ist am 29. Mai eingegangen. Liebe Mo, beginnt sie. Mo ist offenbar Maureens Spitzname. Lange nicht gesehen und auch nichts gehört. Tut mir leid, dass ich eine so faule Briefschreiberin bin, aber ich hatte meine Gründe. Die letzten paar Jahre waren ziemlich hart, mit einer Menge Veränderungen und Herausforderungen. Die große Neuigkeit ist, dass ich meinen Mann verlassen habe. Es ist eine lange, traurige Geschichte, die ich jetzt nicht ausbreiten will. Lass mich nur sagen, dass es für uns nicht funktioniert hat. Lange Zeit war ich sehr orientierungslos, aber jetzt liegt das Schlimmste fast hinter mir. Im nächsten halben Jahr mache ich mit meiner wundervollen Tochter Chloe Urlaub. Wir lassen uns den Kopf frei pusten und erleben ein paar Abenteuer, die lange überfällig sind. Bleib auf Empfang. Ich schreib dir, wann ich nach Hause komme. Wir treffen uns im Garricks Head zu einer Sause mit der alten Clique. Gibt es dort immer noch Shampoos und Chips? Ich vermisse dich und Sylvia und Christine. Es tut mir leid, dass ihr so lange nichts von mir gehört habt. Ich werde es erklären. Alles Liebe für alle. Helen Ich lese beide Mails noch einmal. Sprache und Duktus sind ähnlich, genau wie der leicht flapsige Ton und die Vorliebe für kurze Sätze. Nichts wirkt gezwungen oder künstlich, aber als die zweite Mail verfasst wurde, war Helen Chambers schon tot. Als sie schrieb, dass sie das Schlimmste fast hinter sich habe, bezog sie sich vermutlich auf ihre Ehe. Gab es sonst irgendetwas? Frage ich. Briefe? Postkarten? Anrufe? Maureen schüttelt den Kopf. Wie war Helen? Frage ich. Sie lächelt. Hinreißend. Ein bisschen genauer brauche ich es schon. Ich weiß, tut mir leid. Die Farbe ist in ihre Wangen zurückgekehrt. Sie blickt zu ihrem Kollegen, der sich auf seinem Stuhl nach wie vor nicht gerührt hat. Helen war immer die Vernünftige. Sie hatte als Letzte von uns einen Freund. Sylvia hat jahrelang versucht, sie mit allen möglichen Typen zu verkuppeln. Helen fühlte sich nicht unter Druck. Ich glaube, ihr Mann mochte uns nicht besonders. Sylvia meinte, er wäre eifersüchtig, weil wir uns so nahe standen. Erinnern Sie sich an seinen Namen? Gideon. Sind Sie ihm je begegnet? Einmal. Helen und Gideon sind zum sechzigsten Geburtstag ihres Vaters aus Nordirland gekommen. Die Leute waren für ein ganzes Wochenende eingeladen, aber Helen und Gideon sind schon am Samstag nach dem Mittagessen wieder gefahren. Irgendwas war passiert. Ich weiß nicht was. Gideon war ziemlich seltsam. Extrem verschlossen. Was macht dieser Gideon denn? Er ist irgendwas beim Militär, aber wir haben ihn nie in Uniform gesehen. Wir haben immer Witze darüber gemacht, dass er so eine Art Spion sein müsse, wie aus Spooks, der Fernsehserie, wissen Sie? Helen hat Christine einmal einen Brief geschrieben, und auf dem Umschlag war ein roter Stempel, der besagte, der Brief wäre aus Sicherheitsgründen durchleuchtet und gelesen worden. Wo wurde der Brief denn aufgegeben? In Deutschland. Nach der Hochzeit waren Sie erst in Nordirland und sind später nach Deutschland gegangen. Maureen schüttelt den Kopf, als wollte sie ihn auslüften. Die armen Mr. und Mrs. Chambers. Da haben Sie Kinder, Maureen, fragt Ruiz. Einen Sohn. Wie alt ist er? Sechzehn. Warum? Sie weiß die Antwort, stellt die Frage aus lauter Nervosität aber trotzdem. Können Sie vielleicht irgendwo für ein paar Tage unterkommen? Frage ich. Angst flackert in ihren Augen auf. Ich könnte Bruno fragen, ob er uns aufnehmen kann. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Das Handy in meiner Tasche vibriert. Es ist Veronica Cray. Darcy ist gestern Nacht abgehauen. Derweil ist für den Nachmittag um drei Uhr eine Pressekonferenz angesetzt worden. Ich soll eine Erklärung abgeben und mich direkt an den Mörder wenden. Nach Beendigung des Anrufs berichte ich Ruiz die Neuigkeiten. Sie taucht schon wieder auf, sagt er, als hätte er das schon ein Dutzend Mal erlebt. Vielleicht hat er das ja auch. Mich beruhigt es nicht. Ich rufe Darcys Handy an und erreiche nur die Mailbox. D.I. Cray schließt die Tür zu ihrem Büro. Ich setze mich vor ihren Schreibtisch. Ohne das Rauchen-Verboten-Schild zu beachten, zündet sie sich eine Zigarette an und öffnet das Fenster einen Spalt. Sie greift in einen Schirmständer und zieht eine Flasche Scotch heraus. Ein Kaffeebecher muss als Glas herhalten. Ich beobachte, wie sie sich einschenkt und die Flasche wieder in ihrem Versteck verschwinden lässt. Auf ihrem Schreibtisch liegt eine mit einer gelben Haftnotiz versehene Mappe mit Ausdrucken aus dem Police National Computer. Die Datenbank ist auf ähnliche Verbrechen durchsucht worden. Wir haben einen Scheißdreck! Zum ersten Mal fallen mir die Ringe unter ihren Augen und die Falten in ihrem Gesicht auf, und ich frage mich, wie viel sie in den letzten zehn Tagen geschlafen hat. Sie suchen nach der offensichtlichen Antwort, sage ich. Worauf wollen sie hinaus? Ich erzähle ihr von der Wiedersehensfeier der alten Schulfreundinnen im Garrick's Head eine Woche vor Christine Willers Tod. Sylvia Furness war auch dabei. Das Treffen wurde per E-Mail verabredet, aber die Person, die die Einladung angeblich verschickt hat, war drei Monate zuvor bei einem tragischen Fährunglück in Griechenland ertrunken. Der Versender der E-Mail hat in ihrem Namen ein Konto eröffnet oder hatte Zugang zu ihrem Passwort und ihrem Benutzernamen. Das heißt, wir suchen nach Verwandten, Freunden, ihrem Ehemann. Ich würde mit dem Ehemann anfangen. Sie haben sich getrennt. Sein Name ist Gideon Tyler. Möglicherweise ist er bei den britischen Streitkräften in Deutschland. D.I. Cray will mehr wissen. Ich schildere unseren Besuch in Stonely Manor, wo Brian und Claudia Chambers hinter Sicherheitskameras, Bewegungsmeldern und Glasscherben auf der Mauerkrone leben wie gefangen. Gideon Tyler kannte beide Opfer. Sie waren Brautjungfern bei Helen Chambers Hochzeit. Was wissen Sie über dieses Fährunglück? Nur, was ich damals in der Zeitung gelesen habe. D.I. Cray blinzelt mich träger an, als ob sie zu lange auf einen Punkt gestarrt hätte. Okay, wir haben es mit einem Einzeltäter zu tun. Er wurde entweder in die Wohnung der Opfer eingeladen oder ist eingebrochen. Er kannte Einzelheiten ihrer Garderobe, ihres Make-ups, wusste von Silvias Handschellen. Er kannte ihre Telefonnummern und wusste, was für Autos sie fuhren. Er hat zufällige Treffen mit ihren Töchtern inszeniert, um an Informationen zu kommen. Sind wir uns soweit einig? Soweit. Und derselbe Mann ist in das Haus der Wheelers eingebrochen und hat die Beileidskarten aufgerissen. Eine logische Vermutung. Er hat etwas gesucht. Oder jemanden. Sein nächstes Opfer? Diesen Schluss würde ich nicht automatisch ziehen, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Veronika Crays Miene verrät nichts. Gefühle wären so störend wie ein Muttermahl oder ein nervöser Tick. Ist diese Maureen Bracken in Gefahr? Durchaus möglich. Nun, ich kann sie nicht unter Polizeischutz stellen, solange es keine konkrete Drohung oder eindeutige Beweise dafür gibt, dass sie Ziel eines geplanten Verbrechens ist. Ich habe keine konkreten Beweise, sondern nur eine Vermutung, eine Theorie. Ich wache eingewickelt in meine Decke und mit einem Kopfkissen in der Hand auf. Ich habe verpasst, wie Julian aufgewacht ist und sich angezogen hat. Ich mag es ihr zuzusehen, wenn sie in Dämmerung und Kälte aufsteht und ihr Nachthemd über den Kopf zieht. Mein Blick wird von ihren kleinen braunen Brustwarzen und der Mulde in ihrem Kreuz direkt über dem Gummizug ihres Slips angezogen. Ich ziehe mich an und gehe nach unten, zu Julian und den Mädchen. Das Telefon klingelt. Hallo? Niemand antwortet. Ich höre leises Verkehrsrauschen, quietschende Bremsen, Fahrzeuge, die langsamer werden und wieder beschleunigen. Der Anrufer muss sich in der Nähe einer Kreuzung oder Verkehrsampel aufhalten. Hallo? Hören Sie mich? Nichts. Bist du das, Darcy? Immer noch keine Antwort. Mir ist, als würde ich jemanden atmen hören. Die Verkehrsampel ist wieder umgesprungen, Autos fahren an. Sag einfach irgendwas, Darcy. Sag mir, dass es dir gut geht. Dann ist die Leitung tot. Ich beende das Gespräch und wähle die Nummer von Darcys Handy. Wieder meldet sich nur die Mailbox. Ich warte auf den Piepton. Darcy, nächstes Mal rede mit mir. Ich lege auf. Julian eröffnet mir, dass heute ein neues Kindermädchen bei uns anfängt. Eine Australierin. Ich dachte, wir könnten heute Abend vielleicht essen gehen. Ein Weirdate, sagt sie. Früher hatten Julian und ich regelmäßig Wir-Dates. Abende für uns, an denen wir einen Babysitter engagiert haben. Am ersten dieser Abende habe ich extra an die Haustür geklopft und Blumen mitgebracht. Das fand Julian so süß, dass sie das Essen auslassen und direkt mit mir ins Schlafzimmer verschwinden wollte. Das Telefon klingelt wieder. Ich bin überrascht, wie schnell ich abnehme. Alle starren mich an. Wieder antwortet niemand. Bist du das, Darcy? Ist Julian da? fragt eine männliche Stimme. Wer ist denn da? Dirk. Enttäuschung schlägt in Verärgerung um. Haben Sie ihm schon mal angerufen? Verzeihung. Haben Sie vor etwa zehn Minuten schon mal angerufen? Er beantwortet die Frage nicht. Ist Julian da oder nicht? Sie nimmt mir den Hörer aus der Hand und geht mit dem Telefon nach oben ins Arbeitszimmer. Durch die Geländersprossen beobachte ich, wie sie die Tür hinter sich schließt. Das Kindermädchen trifft ein. Sie ist genau so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Voller Sommersprossen, fotogen und mit einem australischen Sing-Sang-Akzent geschlagen, der sich anhört, als würde sie ständig Fragen stellen. Sie heißt Immogen und hat einen beachtlichen Vorbau. Ich weiß, dass das unglaublich sexistisch klingt, aber ich spreche auch nicht von normal groß, sondern echt riesig. Laut Julian war Immogen eindeutig die qualifizierteste Bewerberin für den Job. Sie hat jede Menge Erfahrung, hat sich im Gespräch gut präsentiert und ist bereit, zusätzliche Babysitter-Dienste zu übernehmen. Aber keiner dieser Faktoren hat den Ausschlag dafür gegeben, dass Julian sie engagiert hat. Immogen ist keine Konkurrenz. Sie ist nicht im Geringsten bedrohlich, es sei denn, sie würde sich aus Versehen auf jemanden setzen. Ich trage ihre Koffer nach oben. Sie findet ihr Zimmer super. Das Haus ist auch super, genau wie der Fernseher und mein klappriger Escort. Alles ist insgesamt absolut super. Julian ist immer noch am Telefon. Es gibt offenbar irgendein Problem bei der Arbeit. Oder sie hat Telefonsex mit Dirk. Ich habe Dirk nie kennengelernt. Ich kann mich nicht mal an seinen Nachnamen erinnern. Trotzdem finde ich ihn mit geradezu irrationaler Inbrunst unsympathisch. Ich hasse seine Stimme. Ich hasse es, dass er meiner Frau Geschenke macht, mit ihr auf Reisen geht und sie an ihrem freien Tag anruft. Vor allem hasse ich es, dass sie so bereitwillig für ihn lacht. Nachdem ich Charlie bei der Schule abgeliefert habe, mache ich einen Umweg über die Barth Library. Sie ist im ersten Stock des Podium Center in der Northgate Street untergebracht und über eine Rolltreppe zu erreichen. Die Bibliothekarinnen sind hinter einer doppelten Glastür und einem Tresen rechts des Eingangs eingepfercht. Im Sommer gab es ein Fährunglück in Griechenland, erkläre ich einer von ihnen. Sie hat eine Druckerpatrone ausgetauscht. Zwei ihrer Fingerspitzen sind schwarz. Daran erinnere ich mich, sagt sie. Ich habe Urlaub in der Türkei gemacht. Es gab heftige Stürme. Unser Campingplatz wurde überflutet. Sie beginnt mir eine Geschichte zu erzählen, die von nassen Schlafsäcken, einer beinahe Lungenentzündung und zwei in einer Waschküche verbrachten Nächten handelt. Und daher überrascht es nicht, dass sie sich an das Datum erinnern kann. Es war die letzte Juliwoche. Ich bitte darum, die archivierten Zeitungen der betreffenden Wochen zu sehen und entscheide mich für den Guardian und die Western Daily Press, eine Lokalzeitung. Die Bibliothekarin verspricht, sie mir zu bringen. Ich wähle einen Schreibtisch in einer ruhigen Ecke und warte. Die Bibliothekarin braucht einen kleinen Rollwagen, um die Bände zu transportieren. Ich helfe ihr, den ersten auf den Schreibtisch zu hieven. Ich blättere vorsichtig die Seiten um und überfliege die Schlagzeilen. Es dauert nicht lange, bis ich gefunden habe, wonach ich suche. Einundvierzig Menschen überlebten die Tragödie. Es gab siebzehn offiziell bestätigte Todesopfer. Zwei Tage später konnten griechische Taucher nach einer Wetterberuhigung drei weitere Leichen aus dem Wrack bergen. Sechs Personen wurden jedoch weiterhin vermisst. Ein Amerikaner, eine ältere Französin, zwei Griechen und eine britische Mutter mit ihrer Tochter. Das müssen Helen und Chloe gewesen sein, aber ihre Namen werden erst mehrere Tage später erstmals erwähnt. Ein Artikel in der Western Daily Press berichtet, dass Brian Chambers nach Griechenland fliegen wolle, um seine Tochter und seine Enkelin zu suchen. Er wird als Geschäftsmann aus Wiltshire bezeichnet, der, um ein Wunder bete und Vorbereitungen treffe, eine eigene Suchaktion auf die Beine zu stellen, nachdem die offizielle Suche nach Helen und Chloe erfolglos geblieben ist. Eine Woche nach dem Untergang der Fähre wurde die offizielle Suche nach den Überlebenden beendet und die weiterhin Vermissten, Helen und Chloe, für vermutlich tot erklärt. Das Interesse der Zeitungen an der Geschichte erlosch nach und nach. Die einzige weitere Erwähnung von Mutter und Tochter findet sich in einer Notiz über eine Gebetswache in einem NATO-Stützpunkt in Deutschland, wo sie gelebt hatten. Die seerechtliche Ermittlung hat Aussagen von Überlebenden aufgenommen, aber endgültige Ergebnisse könnten noch Jahre auf sich warten lassen. Mein Handy vibriert stumm. In der Bibliothek ist es verboten, zu telefonieren. Ich trete vor den Haupteingang und drücke auf den grünen Knopf. »Hör mal, alter Junge«, dröhnt Bruno Kaufmanns Stimme in mein Ohr, »ich weiß, dass du glücklich verheiratet und ein glühender Verfechter der Institution Ehe bist, aber musstest du meiner Ex-Frau unbedingt raten, bei mir einzuziehen? Es ist nur für ein paar Tage, Bruno. Ja, aber es wird mir viel länger vorkommen. Maureen ist reizend. Warum hast du sie gehen lassen? Sie hat mich fortgejagt. Und ja, genauer gesagt hat sie versucht, mich anzufahren. Ich musste aus dem Weg springen. Sie saß am Steuer eines Range Rover. Warum hat sie das getan? Sie hat mich mit einer meiner Forschungsassistentinnen erwischt. Mit einer Studentin? Mit einer Doktorandin, verbessert er mich, als fände er die Vermutung, dass er seine Frau mit jemand ohne akademischen Grad betrogen haben könnte, ehrenrührig. »Ich wusste gar nicht, dass du einen Sohn hast.« »Ja, Jackson. Seine Mutter verwöhnt ihn. Ich besteche ihn. Wir sind eine typische dysfunktionale Familie. Glaubst du, Maureen ist ernsthaft in Gefahr?« »Es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Ich habe sie noch nie so verängstigt gesehen. Pass auf sie auf.« »Keine Sorge, alter Junge. Bei mir ist sie sicher.« Als ich den Anruf beendet habe, vibriert mein Handy wieder. Diesmal ist es Ruiz. Er hat etwas, was er mir zeigen möchte. Wir verabreden uns zum Mittagessen im Fox & Badger Pub. Er klappt sein Notizbuch auf, die gleiche von einem Gummiband zusammengehaltene Sammlung welliger Seiten in einem angestoßenen marmorierten Einband, die er immer mit sich herumträgt. Ich habe beschlossen, Brian Chambers mal ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Ein Kumpel von mir im Handelsministerium hat den Namen in seinen Computer eingegeben. Chambers ist absolut sauber. Keine Bußgelder, kein Gerichtsverfahren, keine unkoscheren Verträge. Der Mann ist sauber. Er klingt enttäuscht. Also habe ich beschlossen, seinen Namen auch noch mal in den National Police Computer zu füttern, über den Freund eines Freundes, der vermutlich namenlos bleiben soll. Ja, genau, er heißt namenlos. Also, namenlos hat sich heute Morgen zurückgemeldet. Vor einem halben Jahr hat Chambers eine einstweilige Verfügung gegen Gideon Tyler erwirkt. Gegen seinen Schwiegersohn? Ja. Tyler darf sich dem Haus und Chambers Büro nur bis zu einer halben Meile nähern. Er darf nicht anrufen, weder E-Mails noch SMS schicken und auch nicht vor dem Tor vorbeifahren. Warum? Das ist das Nächste. Er zieht eine neue Seite aus seiner Zettelsammlung. Ich habe Gideon Tyler überprüft. Ich meine, wir wissen nichts über den Kerl außer seinen Namen. Wir wissen, dass er beim Militär ist. Genau. Also habe ich im Verteidigungsministerium angerufen und mit der Personalabteilung gesprochen. Aber sobald ich Gideon Tylers Namen erwähnte, verhielten sie sich verklemmter als eine Jungfrau auf Gefängnisbesuch. Sie haben total dicht gemacht. Warum bloß? Ich weiß nicht. Entweder schützen sie ihn oder er ist ihnen peinlich. Oder beides. Ruiz lehnt sich auf seinem Stuhl zurück, dehnt seinen Rücken und streckt die Arme hinter den Kopf. Ich kann seine Wirbel knacken hören. Daraufhin habe ich namenlos gebeten, Gideon Tyler zu überprüfen. Auf dem Stuhl neben ihm liegt ein Umschlag. Er öffnet ihn und zieht mehrere Blätter heraus. Das oberste ist ein polizeiliches Formblatt zur Erstattung einer Anzeige. Es trägt das Datum des 22. Mai 2007. Angehängt ist eine Zusammenfassung der Fakten. Ich überfliege die Details. Die Anzeige wurde erstattet gegen Gideon Tyler, dem Belästigung und Drohanrufe bei Brian und Claudia Chambers vorgeworfen werden. Des Weiteren wird er beschuldigt, in Stonebridge Manor eingebrochen und das Haus durchsucht zu haben, während sie schliefen. Er ist Aktenschränke und Schreibtische durchgegangen, hat Telefonunterlagen, Kontoauszüge und E-Mails kopiert. Außerdem wird behauptet, er habe auf noch ungeklärte Weise den gesicherten Waffenschrank im Haus aufgebrochen und eine Schrotflinte entwendet. Als Mr. und Mrs. Chambers am nächsten Morgen aufwachten, fanden sie die geladene Waffe zwischen sich in ihrem Bett vor. Ich blättere weiter, um den Ausgang der Geschichte zu lesen, aber es gibt keinen. Was ist passiert? Nichts. Was soll das heißen? Tyler wurde nie angeklagt. Unzureichende Beweise. Was ist mit Fingerabdrücken? Faserspuren? Irgendwas? Nichts. Hier heißt es, er habe Drohanrufe gemacht. Nicht zurückzuverfolgen. Kein Wunder, dass die Chambers so paranoid waren, als wir sie besucht haben. Ich blicke auf das Datum des Polizeiberichts. Helen und Chloe Tyler haben noch gelebt, als Tyler ihre Familie angeblich belästigt hat. Er muss sie gesucht haben. Was wissen wir über die Trennung? Fragt Bruce. Nichts, bis auf die E-Mail, die Helen ihren Freundinnen geschickt hat. Sie muss vor Tyler weggelaufen sein, und er war nicht glücklich darüber. Glaubst du, dass er es gewesen sein könnte? Vielleicht. Vielleicht. Warum sollte er die Freundin seiner Frau umbringen? Um sie zu bestrafen. Aber sie ist tot. Vielleicht spielt das keine Rolle. Er ist wütend. Er fühlt sich betrogen. Helen hat ihm seine Tochter weggenommen. Sie hat sie vor ihm versteckt. Jetzt will er zurückschlagen und jeden bestrafen, der ihr nahe stand. Ich werfe einen weiteren Blick auf den Polizeibericht. Gideon Tyler wurde von Detectives vernommen. Er muss ein Alibi gehabt haben. Laut Maureen war er in Deutschland stationiert. Wann ist er nach Großbritannien zurückgekommen? Haben wir seine aktuelle Adresse? Frage ich. Ich habe seine letzte, bekannte Adresse und den Namen seines Vermieters. Willst du ihm einen Besuch abstatten? Ich schüttelte den Kopf. Um den soll die Polizei sich kümmern. Ich rede mit Veronica Cray. Das Restaurant liegt am Fluss, mit Blick auf renovierte und in Wohnungen umgewandelte Lagerhäuser und Fabriken am anderen Ufer. Julian hat Wein bestellt und zieht mich an. Würdest du mich wieder heiraten, wenn du alles nochmal von vorne machen könntest? Natürlich würde ich das. Ich liebe dich. Ich habe dich. Ich habe die Mädchen. Das ist genug. Sie mustert mich wissend. Wenn das genug ist, warum hast du dich dann in diese Mordermittlung gestürzt? Man hat mich gebeten. Du hättest Nein sagen können. Ich habe eine Gelegenheit gesehen, zu helfen. Ach, komm, Joe, du wolltest die Herausforderung. Du hast dich gelangweilt. Es hat dir nicht gefallen, mit Emma allein zu Hause zu hocken. Sei wenigstens ehrlich. Ich greife nach meinem Wasserglas. Meine Hand zittert. Ich weiß, wie du bist, Joe, fährt Julian sanfter fort. Du versuchst, Darcys Mutter im Nachhinein zu retten, aber das geht nicht. Sie ist tot. Ich kann verhindern, dass eine andere dasselbe Schicksal erleidet. Vielleicht. Du bist ein guter Mensch. Die Menschen liegen dir am Herzen. Darcy liegt dir am Herzen. Das liebe ich an dir, aber du musst verstehen, warum ich Angst habe. Ich will nicht, dass du in die Sache verwickelt wirst. Nicht nach dem letzten Mal. Du hast deinen Teil geleistet. Du hast deine Zeit geopfert. Von jetzt an kann jemand anderer der Polizei helfen. Julian runzelt die Stirn und presst die Lippen aufeinander. Vielleicht muss ich nächste Woche nach Italien, verkündet sie unvermittelt. Warum? Es gibt Schwierigkeiten bei dem Verkauf eines italienischen Fernsehsenders. Einer der internationalen Anteilseigner hält uns hin. Wenn wir keine 90 Prozent Zustimmung kriegen, ist der Deal geplatzt. Wann fliegst du? Montag. Mit Dirk. Ja. Sie klappt die Speisekarte auf. Imogen ist er jetzt da. Sie wird dir helfen, auf Emma aufzupassen. Wie ist dieser Dirk so? Sie blickt nicht von der Speisekarte auf. Eine Naturgewalt. Was soll das heißen? Er ist lebhaft und sehr direkt. Manche Leute finden ihn ätzend und rechthaberisch. Ich denke, er ist jemand, an den man sich gewöhnen kann. Hast du dich an ihn gewöhnt? Ich verstehe ihn besser als die meisten anderen. Er ist sehr gut in seinem Job. Ist er verheiratet? Sie lacht. Nein. Ich würde deine Kollegen gerne mal kennenlernen, sage ich. Am nächsten Samstag gibt es eine Feier. Unser zehnjähriges Jubiläum. Mein Handy vibriert. Auf dem Display leuchtet D.I. Cray's Nummer auf. Maureen Bracken wird seit sechs Uhr heute Abend vermisst. Ihr Ex-Mann hat die Haustür sperrangelweit offen vorgefunden. Ihr Wagen ist weg. Ihre Handynummer ist besetzt. Mein Herz schlägt bis zum Hals. Wo ist ihr Sohn? Zu Hause. Er ist zu spät vom Fußballtraining heimgekommen. Irgendjemand hat sein Handy geklaut. Als er noch einmal in der Umkleidekabine nachsehen wollte, ist er dort eingeschlossen worden. Mein brennender Blick geht direkt durch Julian hindurch. D.I. Cray redet immer noch. Oliver Rapp versucht, das Handy zu orten. Es sendet nach wie vor ein Signal. Wo ist Bruno? Ich habe ihm gesagt, er soll zu Hause warten für den Fall, dass seine Ex-Frau anruft. Ein Polizist ist bei ihm. Zehn Minuten, Professor. Warten Sie vor dem Eingang. Damit ist der Anruf beendet. Ich sehe Julian an. Ihre Miene verrät nicht die geringste Spur ihrer Gedanken. Ich erkläre ihr, dass ich weg muss. Ich erkläre ihr, warum. Sie steht wortlos auf und holt ihren Mantel. Wir haben noch nicht bestellt. Wir haben noch nicht gegessen. Sie winkt nach der Rechnung und bezahlt den Wein. Ihre Miene ist eine unergründliche Mischung aus Enttäuschung und Trennung. Ich habe mit Bruno gesprochen. Er ist ein anderer Mensch. Kleiner. Es ist nach Mitternacht. Maureen wird noch immer vermisst. Ihr Handy hat aufgehört zu senden. Oliver Rapp hat das erlöschende Signal bis zu einem Telefonmast am südlichen Rand des Victoria Parks in Bath verfolgt. Polizisten durchkämmen die Straßen der Umgebung. In dieser Geschichte fügen sich Zufälligkeiten und kleine Begebenheiten aneinander und komplizieren das Bild, anstatt es klarer zu machen. Die E-Mails. Das Wiedersehen. Gideon Tyler. Veronica Cray hat zwei offizielle Anfragen mit der Bitte um Informationen an das Verteidigungsministerium gesandt, das sich nach wie vor ausschweigt. Wir wissen nicht, ob Tyler noch in der Army ist oder den Dienst quittiert hat. Wann hat er Deutschland verlassen? Wie lange ist er schon zu Hause? Was hat er seitdem gemacht? Kurz nach fünf Uhr morgens wird Maureens Wagen in der Queen Street, unweit der Tore des Victoria Parks, gefunden. Zwei auf steinernen Säulen stehende Löwen wachen über das Fahrzeug. Die Scheinwerfer sind an, die Fahrertür steht offen, Maureens Handy liegt auf dem Sitz. Der Akku ist leer. »Kommen Sie, Professor«, sagt Monk und packt meinen Arm. »Was ist los?« Sie lebt. Halb brennend, halb humpelnd versuche ich, mit ihm Schritt zu halten. Der alte viktorianische Musikpavillon erhebt sich aus der Dunkelheit. Dann sehe ich sie. Maureen. Sie kniet nackt vor dem Sockel der Bühne, die Arme in einer klassischen Stressposition ausgebreitet. Sie müssen stark schmerzen und jede Minute schwerer werden. In der rechten Hand hält sie fest umklammert eine Pistole, die zusätzliches Gewicht bedeutet. Sie trägt eine schwarze Schlafmaske, wie man sie auf Langstreckenflügen bekommt. Ein Lichtstrahl blendet mich. Ich schirme meine Augen mit der Hand ab. Safari Roy lässt die Taschenlampe sinken. »Ich habe eine SE angefordert.« Ich sehe Monk fragend an. »Eine Sondereinheit«, erklärt er. »Ich glaube nicht, dass sie jemanden erschießen wird.« »Das ist Vorschrift.« »Sie hat eine Feuerwaffe.« »Hat sie irgendjemanden bedroht?« Roy sieht mich ungläubig an. »Also, ich finde, diese Waffe sieht verdammt bedrohlich aus. Jedes Mal, wenn wir näher kommen, fuchtelt sie damit herum.« Ich blicke zu Maureen, die mit gesenktem Kopf kniet. Neben ihrer Augenmaske trägt sie noch etwas. »Kopfhörer.« »Sie kann sie nicht hören«, sage ich. »Wie meinen Sie das?« »Sehen Sie die Kopfhörer. Die sind wahrscheinlich an ein Handy angeschlossen. Sie spricht mit jemandem.« Roy saugt zwischen den Zähnen Luft ein. »Es passiert wieder.« »Er isoliert sie.« D.I. Cray tritt schwer atmend ein. Ihre Hosenumschläge sind feucht, und sie trägt eine Schiemütze aus Wolle, die ihr Gesicht vollkommen rund aussehen lässt. »Wo hat sie die Waffe her, verdammt noch mal?« Niemand antwortet. Aufgeschreckt durch den Lärm flattert eine fette Ente aus den Gräsern am Ufer des Teichs auf. Einen Moment scheint sie über das Wasser zu laufen, bevor sie an Höhe gewinnt und abhebt. Maureen muss völlig unterkühlt sein. Wie lange hockt sie schon hier draußen? Der Motor ihres Wagens war kalt, die Scheinwerfer hatten die Batterie fast ausgelaugt. Maureen wurde vor zwölf Stunden zum letzten Mal gesehen. Er hatte alle Zeit, ihren Willen zu brechen, schreckliche Gedanken in ihren Kopf zu pflanzen, Gift in ihr Ohr zu teufeln. Wo ist er? Er beobachtet das Ganze. Die Polizei sollte den Park abriegeln und Straßensperren errichten. Nein. Sobald er bemerkt, dass die Polizisten ausschwärmen, würde er Maureen wahrscheinlich befehlen, etwas mit der Pistole anzustellen. Wir müssen leise vorgehen. Von außen nach innen. Zunächst müssen wir das Telefonat beenden. Es muss irgendeine Möglichkeit geben, den nächsten Telefonmast isoliert stillzulegen. Terroristen benutzen Handys, um Bomben zu zünden. Für diesen Fall gibt es garantiert einen Blackout-Schalter, um jede Kommunikation zu unterbrechen. Maureen hat sich nicht bewegt. Mit der Maske sehen ihre Augen aus wie schwarze Höhlen. Ihre Arme zittern unkontrolliert. Die Pistole ist zu schwer, um sie hochzuhalten. Unter ihr ist ein dunkler Fleck auf dem Betonboden. Irgendwie muss ich den Bann brechen, in den er sie geschlagen hat. In Maureens Kopf läuft eine Gedankenschleife, wie bei Zwangsneurotikern, die sich immer die Hände waschen, alle Türschlösser kontrollieren oder die Lichter in einer bestimmten Reihenfolge löschen müssen. Er hat diese Gedanken in ihren Kopf gesetzt, und sie kann sie nicht mehr loswerden. Es dämmert langsam. Der Wind ist vollkommen abgeflaut. Von Ferne höre ich Sirenen, die Sondereinheit. Sie kommen mit Waffen. Maureens Arme sinken. Sie werden zu schwer. Bei einem Sturmangriff könnten die Polizisten sie vielleicht entwaffnen, bevor sie einen Schuss abgeben kann. Veronica Cray macht ihren Leuten ein Zeichen, sich zurückzuhalten. Schließlich kann ich ihre Aufmerksamkeit erregen. Lassen Sie mich mit ihr reden. Sie kann sie nicht hören. Lassen Sie es mich versuchen. Warten Sie auf die SE. Sie kann die Waffe nicht mehr viel länger halten. Das ist gut. Nein, er wird sie zwingen, vorher irgendetwas damit zu tun. Sie sieht Monk an. Besorgen Sie ihm eine kugelsichere Weste. Die Weste wird aus einem Wagen geholt. Die Gurte werden gelöst und um meine Brust gezurrt. Monk umarmt mich wie ein Tango-Tänzer. Die Weste ist enger, als ich vermutet hatte, trotzdem massig. Ich zögere einen Moment. Der Himmel ist türkis- und malvenfarben angelaufen. Ein paar Meter von Maureen entfernt bleibe ich stehen und rufe ihren Namen. Ich nehme meinen Stock und eine Decke und gehe langsam auf Maureen zu, ohne die Pistole in ihrer rechten Hand aus den Augen zu lassen. Etwa fünfzehn Meter von ihr entfernt bleibe ich stehen und rufe erneut ihren Namen. Sie reagiert nicht. Die Kopfhörer haben sie von ihrer Umgebung isoliert. Ich kann das schmale Kabel erkennen, das zwischen ihren Brüsten zu dem Handy zwischen ihren Knien läuft. Ich wiederhole ihren Namen lauter. Sie richtet die Pistole auf mich. Erst so weit nach links, dann nach rechts. Er sagt ihr, wohin sie zielen soll. Ich gehe nach links. Der Lauf der Waffe folgt mir. Wenn ich mich plötzlich auf sie stürzen würde, hätte sie möglicherweise nicht genug Zeit zu reagieren. Vielleicht könnte ich ihr die Pistole entwinden. Das ist dumm. Töricht. Ich kann Julians protestierende Stimme hören. Warum bist du derjenige, der sich in die Gefahr stürzt, fragt sie. Warum kannst du nicht der sein, der in die andere Richtung rennt und laut um Hilfe ruft? Ich habe jetzt die Stufen zu dem Pavillon erreicht. Ich hole mit meinem Stock aus und schlage hart auf das Geländer. Der Ton heilt in dem dunklen Park wieder, verstärkt durch die Dunkelheit. Maureen zuckt zusammen. Sie hat das Geräusch gehört. Ich schlage noch einmal auf das Geländer. Zweimal, dreimal, um ihre Aufmerksamkeit von der Stimme in ihrem Ohr abzulenken. Sie schüttelt den Kopf. Sie beugt ihren linken Arm und zieht die Maske von ihren Augen. Sie blinzelt in meine Richtung, versucht ihren Blick zu fokussieren. Ihr Gesicht ist tränenüberströmt. Der Lauf der Waffe hat sich nicht bewegt. Sie will mich nicht erschießen. Ich mache Maureen ein Zeichen, den Kopfhörer abzunehmen. Sie schüttelt den Kopf. Ich hebe einen Finger und forme mit den Lippen die Worte. Eine Minute. Sie weigert sich erneut. Sie hört auf ihn, nicht auf mich. Ich mache einen Schritt auf sie zu. Die Hand mit der Pistole wird ruhiger. Ich frage mich, wie widerstandsfähig diese Westen sind. Würden Sie ein Projektil aus dieser Entfernung aufhalten? Maureen nickt ins Leere und nimmt die Kopfhörermuschel von ihrem linken Ohr. Er hat es ihr befohlen. Er will, dass sie mich hört. Erinnern Sie sich an mich, Maureen? Ein kurzes Nicken. Wissen Sie, wo Sie sind? Ein weiteres Nicken. Ich weiß, was passiert ist, Maureen. Jemand redet mit Ihnen. Sie können ihn in diesem Moment hören. Eine Strähne ist ihr in die Augen gefallen. Er sagt, dass er jemanden in seiner Gewalt hat. Jemanden, der Ihnen nahe steht. Verzweifelte Bestätigung. Das stimmt nicht, Maureen. Er hat Jackson nicht in seiner Gewalt. Er lügt. Sie schüttelt den Kopf. Hören Sie mir zu. Jackson ist zu Hause bei Bruno. Er ist in Sicherheit. Erinnern Sie sich, was Christine und Sylvia passiert ist? Das Gleiche. Er hat Christine erzählt, dass er Darcy hätte und Sylvia vorgemacht. Er sagte, er hätte Alice. Aber es war nicht wahr. Darcy und Alice lebten. Sie waren nie in Gefahr. Sie will mir glauben. Ich weiß, dass er sehr überzeugend ist, Maureen. Er weiß Dinge über sie, stimmt's? Sie nickt. Und er weiß Dinge über Jackson. Wo er zur Schule geht. Wie er aussieht. Maureen schluchzt. Er ist heute nicht zur üblichen Zeit nach Hause gekommen. Ich habe gewartet und Jackson dann auf dem Handy angerufen. Jemand hat es gestohlen. Ich habe ihn schreien hören. Das war ein Trick. Jackson wurde nach dem Fußballtraining in der Umkleidekabine eingeschlossen. Aber jetzt ist er befreit und in Sicherheit. Ich versuche nicht auf den Lauf der Waffe zu starren. Jetzt ergeben die Puzzleteile ein vollständiges Bild. Er muss Jacksons Handy gestohlen und ihn in der Umkleidekabine eingeschlossen haben. Seine Hilferufe hat er aufgenommen und Maureen dann per Telefon vorgespielt. Sie hörte ihren Sohn um Hilfe schreien. Das hat gereicht, sie zu überzeugen. Es hätte die meisten Menschen überzeugt. Es hätte auch mich überzeugt. Maureen fuchtelt mit dem Lauf der Waffe herum, als wollte sie in die Luft mahlen. Ihr rechter Zeigefinger ist um den Abzug gelegt. Ihre Hände sind halb erfroren. Selbst wenn sie den Finger lösen wollte, könnte sie es wahrscheinlich nicht. Am Rand meines Blickfelds sehe ich dunkle Gestalten zwischen den Bäumen und durch das Gebüschschleichen. Die Sondereinheit. Sie haben Gewehre. Hören Sie mir zu, Maureen. Sie können mit Jackson reden. Legen Sie die Waffe weg und wir rufen ihn an. Ich ziehe mein Handy aus der Tasche. Ich rufe Bruno an und er wird Jackson ans Telefon holen. Ich kann die Veränderung, die in ihr vonstatten geht, spüren. Sie hört mir zu. Sie will mir glauben. Will hoffen. Dann reißt sie ebenso plötzlich mit einem halb verschluckten Atemzug die Augen auf und drückt die Muschel des Kopfhörers wieder ans Ohr. Nein, hören Sie nicht auf ihn, schreie ich. Ihr Blick flackert. Der Lauf der Pistole beschreibt eine Acht in der Luft. Das Risiko, dass sie mich trifft, steht etwa 50 zu 50. Jackson ist in Sicherheit. In ihrem Kopf ist ein Schalter umgelegt worden. Sie hört mir nicht mehr zu. Sie legt die zweite Hand an die Waffe. Sie wird es tun. Sie wird den Abzug drücken. Bitte erschieß mich nicht, Maureen. Ich stürze mich auf sie. Mein linkes Bein blockiert und reißt mich zu Boden. Im selben Moment explodiert die Luft und Maureens Körper zuckt. Ein roter Dunst breitet sich über meine Augen. Ich blinzle dagegen an. Sie sackt nach vorne, das Gesicht zuerst, die Hüften in die Luft, als hätte sie sich dem neuen Tag unterworfen. Das Handy fällt klappernd auf den Boden, gefolgt von der Pistole, die sich einmal überschlägt und bis unter mein Kinn rutscht. Irgendetwas in mir ist aufgebrochen. Ein schwarzes Vakuum voll brudelnder Wut. Ich nehme das Handy und brülle, »Du krankes, perverses Schwein!« Die Schmähung heilt in meinem Kopf wieder. Schweigen. Unterbrochen vom Geräusch eines Atems. Ruhig. Leise. Menschen rennen auf mich zu. Ein Polizeibeamter in kugelsicherer Weste geht ein paar Schritte vor mir in die Hocke und richtet sein Gewehr auf mich. »Werfen Sie die Waffe weg, Sir!« Meine Ohren dröhnen noch immer. Ich betrachte die Pistole in meiner Hand. »Sir, werfen Sie die Waffe weg!« Die Sonne ist aufgegangen und hinter grauen Wolken verborgen, die so tief hängen, dass sie von Hand gemalt sein könnten. Zwischen den Säulen wurden weiße Plastikplanen gespannt, die den Bereich abschirmen, wo Maureen Bracken gefallen ist. Sie lebt. Das Geschoss ist unter ihrem rechten Schlüsselbein eingedrungen, knapp 15 Zentimeter unterhalb der rechten Schulter. Der Scharfschütze der Polizei hatte sie gezielt verletzen, aber nicht töten wollen. Im Bristol Royal Infirmary warten Chirurgen darauf, sie zu operieren. Maureen ist mit einem Krankenwagen dorthin unterwegs, der von zwei Streifenwagen eskortiert wird. Derweil durchkämmen weitere Beamte den Victoria Park und die Außenzäune werden patrouilliert. Der Bereich um den Musikpavillon ist in zwei Ringen abgesperrt, die den Zugang einschränken, damit das Team der Spurensicherung den Tatort gründlich untersuchen kann. Ich beobachte sie auf der Treppe sitzend, eine silberne Aludecke um die Schultern gewickelt. Das Blut in meinem Gesicht ist zu einem bröckeligen Schorf getrocknet, der abblättert, wenn ich mit den Fingern darüber streiche. Veronica Cray kommt auf mich zu. Ich balle die linke Faust und öffne die Hand wieder, aber sie hört nicht auf zu zittern. Für Teilers letzte bekannte Adresse ist wiederholt und dringlich ein Durchsuchungsbefehl beantragt worden. Detektives befragen die Nachbarn und suchen nach Verwandten. Sein Leben wird in jeder Hinsicht dokumentiert und überprüft. Glauben Sie, dass er es getan haben könnte? Ja. Was hofft er durch die Ermordung der Freundinnen seiner Frau zu erreichen? Es gibt eine mögliche Erklärung, sage ich. Gideon glaubt nicht, dass sie tot ist. Vielleicht denkt er, dass Helens Familie und ihre Freundinnen sie verstecken oder Informationen über ihren Aufenthaltsort haben. Deshalb foltert er sie. Und wenn das nicht das gewünschte Ergebnis bringt, tötet er sie, um Helen dadurch zu zwingen, aus ihrem Versteck zu kommen. Veronica Cray scheint weder schockiert noch überrascht. Geschiedene und getrennte Paare tun sich häufig furchtbare Dinge an. Sie kämpfen um die Kinder, entführen sie oder vollbringen Schlimmeres. Helen Chambers war acht Jahre mit Gideon Tyler verheiratet, und jetzt kann sie ihm selbst im Tod nicht entkommen. Ich sage, Monk, er soll sie nach Hause fahren. Ich möchte Tylers Wohnung sehen. Warum? Es könnte mir helfen, ihn zu verstehen. Gideon Tyler lebt an der Fishpond Road im Schatten der M32. Die Behausung ist eine alte Werkstatt mit einem asphaltierten Hof, der von einem Zaun mit Stacheldrahtkrone geschützt wird. In dem Gitterzaun haben sich leere Plastiktüten verfangen, und auf dem Hof trippeln Tauben im Kreis, wie Gefängnisinsassen beim Hofgang. Der Vermieter, Mr. Swingler, ist mit den Schlüsseln gekommen. In seinen Doc Martens, Jeans und engem T-Shirt sieht er aus wie ein uralter Skinhead. Es gibt vier Schlösser. Mr. Swingler hat nur einen Schlüssel. Die Polizisten fordern ihn auf, zurückzutreten. Sie holen dreimal mit einer Ramme aus, angeln, brechen, splitternd aus dem Holz, und die Eingangstür gibt nach. Die Polizisten gehen leicht vorgebeugt voran und schwenken die gezückten Waffen von Zimmer zu Zimmer. Das Erdgeschoss ist freigegeben. Monk sagt, ich könne hereinkommen. Es riecht nach Hund und feuchten Zeitungen. Jemand hat den Kamin benutzt, um Papiere zu verbrennen. Die Arbeitsflächen in der Küche sind sauber, die Schränke aufgeräumt, Teller und Tassen sind in exakt gleichen Abständen auf den Regalen aufgereiht. In der Speisekammer sieht es genauso aus. Vorräte wie Reis und Linsen sind in luftdichten Metallbehältern verstaut, daneben Konservendosen und Haarmilch. Es sind Vorräte für eine Belagerung oder Katastrophe. Das Bett im ersten Stock ist abgezogen. Die Laken liegen frisch gewaschen und gefaltet auf der Matratze, bereit zur Inspektion. Das Badezimmer ist geschrubbt und gescheuert worden. Ich stelle mir vor, wie Gideon die Fugen zwischen den Kacheln mit der Zahnbürste säubert. Jedes Haus, jeder Kleiderschrank, jeder Einkaufskorb verrät etwas über einen Menschen, und das ist auch hier so. Dies ist der Wohnsitz eines Soldaten, eines Mannes, für den feste Abläufe und Regeln wesentlicher Bestandteil des Lebens sind. Aus der Betrachtung dieser Details kann ich Vermutungen ableiten. In der Psychologie geht es um Wahrscheinlichkeiten und Erwartungen, statistische Glockenkurven, mit deren Hilfe man menschliches Verhalten vorhersagen kann. Im Innenhof ruft jemand nach einem Hundeführer. Ich steige die Treppe hinauf und benutze eine Hintertür und ein Seitentor, um zur Werkstatt zu gelangen. Hinter einem Rolltor aus Metall spielt ein Hund verrückt. Ich möchte ihn sehen. Wir sollten auf den Hundeführer warten, sagt Monk. »Heben Sie das Tor nur ein paar Zentimeter an!« Ich kniee mich hin und lege den Kopf auf den Boden. Monk bricht das Schloss auf und stemmt das Rolltor erst ein Stück und dann noch ein bisschen weiter nach oben. Das Tier wirft sich wütend knurrend gegen das Metall. In einem Spiegel über einem Waschbecken sehe ich kurz ein Spiegelbild. Eine flüchtige Erscheinung gefletschter Zähne und braunen Fels. Meine Eingeweide kribbeln. Ich erkenne den Hund wieder. Ich habe ihn schon einmal gesehen. Er ist knurrend und zähnefletschend aus Patrick Fullers Tür gestürmt, um den Polizisten, die sein Herrchen verhaften wollten, an die Kehle zu gehen. Was macht er hier? Das Kreischen einer Sirene attackiert die Gehörgänge der Passanten, als der Streifenwagen sich einen Weg durch den dichten Verkehr bahnt mit flackerndem Blaulicht. Augengleich, die vor Kummer irre geworden sind. Auf leergefickten Straßen durchqueren wir Bristol, den Templeway hinunter, vorbei an der Temple Mead Station, weiter über die York Road und die Coronation Road. Mein Herz pocht. Sie trägt ein schulter- und bauchfreies Glitzer-Top, Jeans und Sandaletten. Über den Bund ihrer Jeans quillt eine Speckrolle. Eine nicht mehr ganz junge Frau, die man vor einem Jahrzehnt möglicherweise hübsch genannt hätte, und die sich jetzt immer noch anzieht wie ein Teenager, weil sie nicht wahrhaben will, dass der Lack langsam ab ist. Es ist Fullers jüngere Schwester Cheryl. Sie wohnt in seiner Wohnung. Ihr Bruder Patrick ist offenbar Patient der Funwork-Klinik, sagt D.I. Cray. Ich kenne das Krankenhaus. Eine private psychiatrische Einrichtung in Bristol. Wann wurde er aufgenommen, frage ich. Vor drei Wochen. Ein stationärer Patient? Sieht so aus. Cheryl zieht eine Zigarette aus einer zerknitterten Packung und streicht sie zwischen ihren Fingern glatt. Sie sitzt mit zusammengepressten Knien auf der Sofakante, sichtlich nervös. »Kennen Sie einen gewissen Gideon Tyler?« Cheryl zögert. »Er ist ein Freund von Pat. Gideon hat Pat den Platz in Fernwood besorgt.« »Woher kennen die beiden sich?« »Sie waren zusammen bei der Army.« Am Freitag vor einer Woche hat die Polizei in dieser Wohnung eine Person verhaftet. »Na, Pat war es jedenfalls nicht,« sagt sie. »Wer hätte es sonst sein können?« Cheryl fährt sich mit der Zunge über die Zähne und verschmiert Lippenstift auf dem Zahnschmelz. »Gideon nehme ich an.« Sie zieht heftig an ihrer Zigarette und blinzelt gegen den Qualm an. »Er hat nach der Wohnung gesehen, seit Pat in Fernwood ist.« Veronica Cray starrt gequält und schmallippig zu Boden. »Wir haben hier einen Hund angetroffen, einen Pitbull.« »Ja, Kapo,« erwidert Cheryl. »Er gehört Pat.« »Gideon passt auf ihn auf.« »Haben Sie ein Foto von Patrick?«, frage ich. »Klar. Irgendwo.« Sie steht auf und streicht den dünnen Baumwollstoff über ihren Schenkeln glatt. Auf hohen Absätzen schwankend drückt sie sich Brust an Brust an Monk vorbei und lächelt ihn vage an. Sie fängt an, Schubladen aufzuziehen und Kleiderschranktüren zu öffnen. »Wann waren Sie zum letzten Mal hier?«, frage ich. »Vor zehn oder zwölf Tagen.« Asche fällt von ihrer brennenden Zigarette auf ihre Jeans und weiter auf den Boden. »Ich war gekommen, um Pat zu besuchen. Gideon war hier und hat sich aufgeführt, als ob das seine Wohnung wäre.« »Inwiefern?« »Er ist ein verdammt seltsamer Typ, wissen Sie. Ich nehme an, das macht die Armee aus Ihnen. Macht die Leute fertig, verdreht Ihnen das Hirn. Dieser Gideon ist unfassbar jezornig. Ich habe bloß mal sein Schrotthandy benutzt, für einen einzigen Anruf, und er ist total ausgerastet. Ein beschissener Anruf!« »Sie haben eine Pizza bestellt,« sage ich. Cheryl sieht mich an, als hätte ich ihr ihre letzte Zigarette geklaut. »Woher wissen Sie das?« Bloß geraten. D.I. Cray wirft mir einen Blick von der Seite zu. Sie hat im obersten Regal ein Fotoalbum gefunden. Sie hält uns das vor ihren Brüsten aufgeschlagene Album hin. »Das ist Pat!« »Das wurde bei seiner Abschiedsparade aufgenommen.« »Er sah totschick aus!« Patrick Fuller trägt eine Paradeuniform und hat dunkelbraunes, an den Seiten rasiertes Haar. Er grinst schräg in die Kamera und sieht aus, als hätte er gerade seinen Schulabschluss gemacht. Was noch entscheidender ist, er ist nicht der Mann, den die Polizei vor neun Tagen festgenommen hat und den ich in der Trinity Police Station befragt habe. Cheryl zeigt mit dem Fingernagel auf ein weiteres Foto. »Da ist er noch mal!« Eine Gruppe von Soldaten nach einem Basketballspiel. Patrick hockt in einer Hose mit Tarnmuster lässig am Rande des Korps. Sein muskulöser, nackter Oberkörper glänzt vor Schweiß. Cheryl blättert weiter. »Irgendwo hier müsste auch ein Bild von Gideon sein.« Sie kann es nicht finden. Sie blättert zurück und sucht von Neuem. »Komisch! Es ist weg!« Sie zeigt auf ein leeres Quadrat auf der Seite. »Ich bin ganz sicher, dass es hier war!« Manchmal sagt eine Lücke in einem Album genauso viel wie ein Foto. Gideon hat es entfernt. Er will nicht, dass man sein Gesicht kennt. Aber das ist egal. Ich erinnere mich an ihn. Seine blassgrauen Augen und seine schmalen Lippen. Ich erinnere mich, wie er, das Gesicht von Ticks und Zuckungen verzerrt, über unsichtbare Mausefallen auf dem Boden gestiegen ist. Er hat wirr geredet und fantastische Geschichten erfunden. Eine wahrlich perfekte Theatervorstellung. Ich habe meine berufliche Laufbahn auf die Fähigkeit gestützt, sagen zu können, wann jemand lügt, vorsätzlich ausweichend oder falsch antwortet. Aber Gideon Tyler hat mich total blamiert. Ich habe Veronica Cray überredet, ihn freizulassen. Ich habe erklärt, er könne Christine Wheeler unmöglich gezwungen haben, von der Clifton Suspension Bridge zu springen. Ich habe mich geirrt. Patrick Fullers Raum in der Fernwood-Klinik ist mit einem Bett, einem Stuhl, einem kleinen Fernseher auf einem Ständer und einer Kommode karg möbliert. Patrick ist viel kleiner, als ich ihn mir nach den Fotos vorgestellt habe. Ich ziehe mir einen Stuhl heran und setze mich ihm gegenüber, sein ganzes Blickfeld einnehmend. D.I. Cray hält sich offenbar ganz gerne im Hintergrund. Fernwood ist er unbehaglich. »Hallo, Patrick. Ich heiße Joe.« »Wie geht's?« »Gut. Und Ihnen?« »Langsam besser.« »Das ist gut. Gefällt es Ihnen hier?« »Es ist okay.« »Haben Sie Gideon Tyler gesehen?« Die Frage überrascht ihn nicht. Er steht so stark unter Medikamenten, dass seine Stimmungen und Bewegungen auf einem Level eingeebnet sind. »Seit Freitag nicht mehr.« »Wie oft kommt er Sie besuchen?« »Mittwochs und freitags.« »Heute ist Mittwoch.« »Dann wird er wohl bald kommen.« Er kneift sich mit seinen langen Fingern rastlos in sein Handgelenk. Ich erkenne die roten Abdrücke, die Sie hinterlassen. »Wie lange kennen Sie Gideon schon?« »Seit ich zu den Paras gekommen bin. Er war echt knallhart. Er hat mir ständig in die Eier getreten, aber das war nur, weil ich so faul war.« »Er war Offizier?« »Und ob.« »Voll der Streber. Second Lieutenant.« »Gideon ist nicht bei den Paras geblieben?« »Nee. Er ist zum grünen Schleim gegangen.« »Was ist das?« »Army Intelligence Corps.« »Hat Gideon Ihnen erzählt, warum er zurück nach England gekommen ist?« »Nee. Er hat sowieso nie viel geredet.« »Seine Frau hat ihn verlassen.« »Habe ich gehört.« »Kannten Sie sie?« »Gideon hat gesagt, sie wäre eine dreckige Nutte.« »Sie ist tot.« »Dann ist es ja gut.« »Seine Tochter ist auch tot.« Patrick zuckt zusammen und lässt seine Zunge über die Wange rollen. »Wie kann Gideon es sich leisten, die Rechnungen einer solchen Klinik zu bezahlen?« Patrick zuckt die Achseln. Er kneift sich wieder ins Handgelenk, offenbar ein Auslösemechanismus, der verhindern soll, dass seine Gedanken abschweifen, damit er weiter ansprechbar bleibt. »Warum interessieren Sie sich so für Gideon?« »Wir würden gerne mit ihm reden.« »Warum sagen Sie das nicht gleich?« Er zieht ein Handy aus der Tasche seiner Trainingshose. »Ich rufe ihn an.« »Nicht nötig. Geben Sie mir einfach die Nummer.« Patrick drückt schon auf die Tasten. »Sie haben so viele Fragen. Fragen Sie ihn am besten einfach direkt.« Ich sehe Veronica Cray. Sie schüttelt den Kopf. »Legen Sie auf«, dränge ich Patrick. »Aber es ist schon zu spät.« Er gibt mir das Handy. Irgendjemand geht ran. »Hei, hei, wie geht's meinem Lieblingsbekloppten?« Es entsteht eine Pause. Ich sollte auflegen. Ich tue es nicht. Er ist nicht Patrick, sage ich. Eine weitere Pause dehnt sich. »Woher haben Sie den Apparat?« »Er hat ihn mir gegeben.« Erneutes Schweigen. Gideons Verstand arbeitet auf Hochtouren. Dann höre ich ihn lachen. Ich stelle mir vor, wie er lächelt. Hallo, Professor. Sie haben mich gefunden. Die I. Cray streicht mit den Fingern über ihre Kehle. Sie will, dass ich auflege. Tyler weiß, dass er identifiziert ist, und niemand verfolgt den Anruf. »Wie geht es, Patrick?« fragt Gideon. »Er sagt, es gehe ihm besser. Muss teuer sein, ihn hier behandeln zu lassen.« »Freunde kümmern sich.« »Das ist Ehrensache.« »Warum haben Sie vorgegeben, er zu sein?« »Die Polizei hat die Wohnung gestürmt. Niemand hat mich gefragt, wie ich heiße. Alle sind davon ausgegangen, dass ich Patrick bin.« Ich stehe auf und gehe an der Schwester vorbei in den Flur. Veronica Cray folgt mir und flüstert mir barsch ins Ohr. Gideon redet immer noch mit mir. Er nennt mich Mr. Joe. »Warum suchen Sie immer noch nach Ihrer Frau?«, frage ich. »Gideon glaubt nicht, dass sie tot ist. Ich konfrontiere ihn mit Christine Wheeler, Sylvia Furness und Maureen Bracken. Er streitet jegliche Verbindung zu den Frauen ab. Ich könne ihm gar nichts beweisen. Er macht sich über mich lustig. Er denkt, er wäre schlauer als ich. Und bis jetzt hat er recht. Ich höre eine Schulklingeln im Hintergrund. Kinder rennen und schreien. »Vielleicht könnten wir uns treffen,« sage ich. »Klar, wir können mal zusammen Mittagessen gehen.« »Wie wär's jetzt gleich?« »Tut mir leid, ich hab schon was vor.« »Was machen Sie denn?« »Ich warte auf einen Bus.« In dem nachfolgenden Schweigen hört man das Zischen einer Luftbremse. Ein Dieselmotor klopft und rumpelt. »Ich muss Schluss machen, Professor. War nett, mit Ihnen zu plaudern. Grüßen Sie Patrick von mir.« Er beendet das Gespräch. Ich drücke auf Wahlwiederholung, aber das Handy ist abgeschaltet. Ich sehe D.I. Cray an und schüttle den Kopf. Sie tritt mit Anlauf gegen einen Papierkorb, der gegen die gegenüberliegende Wand prallt und wegen der frischen Beule sich ungleichmäßig hin und her wiegend auf dem Teppich liegen bleibt. Die Tür geht mit einem Zischen auf. Schüler drängeln in den Bus. Einige haben Masken aus Pappmaché, andere ausgehöhlte Kürbis in der Hand. In zwei Wochen ist Halloween. Da ist sie. Sie trägt einen karierten Rock, eine schwarze Strumpfhose und einen flaschengrünen Pullover. Sie findet einen Platz in der Mitte des Busses und lässt ihre Schultasche neben sich fallen. Aus ihrem Pferdeschwanz haben sich ein paar Strähnen gelöst. Ich schwinge auf meinen Krücken an ihr vorbei. Sie blickt nicht auf. Alle Plätze sind besetzt. Mich auf meinen Stöcken vor- und zurückwiegend starre ich einen der Schuljungen an. Er macht Platz. Ich setze mich. Weißt du, ob dieser Bus über die Bradford Road fährt, frage ich. Sie schüttelt den Kopf. Ich öffne eine Flasche Wasser. Ich kann diese Karten an den Busseitestellen nie lesen. Sie antwortet immer noch nicht. Vermutlich sollst du dich nicht von Fremden ansprechen lassen. Nein. Das ist okay. Das ist ein guter Rat. Kalt heute findest du nicht auch, vor allem für einen Freitag. Sie schnappt nach dem Köder. Heute ist nicht Freitag, heute ist Mittwoch. Möchtest du einen Witz hören? Sie antwortet nicht. Eine Frau steigt mit ihrem Baby in einen Bus und der Fahrer sagt, das ist das hässlichste Baby, das ich je gesehen habe. Die Frau ist außer sich, aber sie bezahlt den Fahrschein und setzt sich. Ein anderer Passagier sagt, das dürfen Sie ihm nicht durchgehen lassen. Gehen Sie zurück und sagen Sie ihm die Meinung. Ich halte so lange den Affen für Sie. Sie lacht. Es ist das süßeste, was man je gehört hat. Sie ist ein Pfirsich, ein süßer, süßer Pfirsich. Wie heißt du? Sie antwortet nicht. Richtig, du sollst ja nicht mit Fremden reden, hatte ich ganz vergessen. Dann muss ich dich wohl einfach Schneeflöckchen nennen. Sie starrt aus dem Fenster. Das ist meine Haltestelle, sage ich und ziehe mich hoch. Eine Krücke fällt in den Gang. Sie bückt sich und hebt sie für mich auf. Was ist mit Ihrem Bein passiert? Nichts. Warum brauchen Sie dann Krücken? Damit ich im Bus einen Sitzplatz kriege. Sie lacht wieder. War nett, mit dir zu plaudern, Schneeflöckchen. Die Anwaltskanzlei Spencer, Rose und Davis liegt in einem modernen Büroblock gegenüber der Guildhall neben den Gerichten. Das Foyer sieht aus wie eine moderne Zitadelle und erhebt sich fünf Stockwerke hoch bis zu einem gewölbten Glasdach, das von einem Zickzack aus weißen Rohren durchzogen wird. Es gibt einen Wasserfall, einen Teich und einen Wartebereich mit schwarzen Ledersofas. Rose und ich beobachten einen Mann im Nadelstreifenanzug, der in einem gläsernen Doppellift auf unsere Ebene herabschwebt. Der Mann im Nadelstreifenanzug spricht kurz mit der Empfangssekretärin und kommt, seine Jacke aufknöpfend, auf uns zu. Er stellt sich nicht vor, sondern fordert uns lediglich auf, ihm zu folgen. Der Fahrstuhl trägt uns nach oben, die Topfpflanzen werden kleiner, die Keukarpfen schrumpfen zu Goldfischen. Wir werden in ein Büro geführt, in dem ein über siebzigjähriger Anwalt hinter einem großen Schreibtisch sitzt, der ihn noch eingefallener aussehen lässt. Er erhebt sich ein paar Zentimeter von seinem Lederstuhl und setzt sich wieder, entweder zum Zeichen seines Alters oder des Maßes an Respekt, den uns entgegenzubringen, er bereit ist. »Ich bin Julian Spencer«, stellt er sich vor. »Ich vertrete Chambers Construction und bin ein alter Freund von Bryans Familie. Mr. Chambers haben Sie ja bereits kennengelernt.« »Brian Chambers bietet uns nicht die Hand an.« »Der Mann im Nadelstreifenanzug ist im Zimmer geblieben. Er steht mit verschränkten Armen am Fenster.« »Die Polizei sucht Gideon Tyler«, sage ich. »Das wird doch verdammt noch mal Zeit«, brummt Mr. Chambers. »Wann haben Sie zuletzt mit ihm gesprochen?« »Ich spreche ständig mit ihm. Ich brülle ihn am Telefon an, wenn er wieder mitten in der Nacht anruft und nicht sagt, sondern nur leise atmet.« »Sind Sie sicher, dass er es ist?« Chambers starrt mich an, als würde ich an seinem Verstand zweifeln. »Tiler ist in unser Haus eingebrochen. Mehr als einmal. Ich weiß nicht, wie oft. Ich habe neue Schlösser einbauen lassen, Kameras und Alarmanlagen installiert, aber es hat nichts genützt. Er ist trotzdem durchgekommen. Er hat Nachrichten hinterlassen, Warnungen, tote Vögel in der Mikrowelle, ein Gewehr in unserem Bett. Die Katze meiner Frau war in den Wasserkasten einer Toilette gestopft.« »Und das haben Sie alles der Polizei gemeldet?« »Ich hatte die Nummer schon als Kurzwahl gespeichert. Sie haben einen scheiß Pfad zu meinem Haus getrampelt, aber Sie waren so gut wie komplett nutzlos.« Er sieht Ruiz an. »Sie haben ihn nicht verhaftet. Sie haben keine Anklage erhoben. Sie meinten, es gäbe keine Beweise.« »Die Anrufe waren von verschiedenen Handys ausgemacht worden, die man nicht zu Tyler zurückverfolgen konnte. Es gab weder Fingerabdrücke noch Faserspuren, keine Aufnahmen der Sicherheitskameras.« »Was will Gideon?« frage ich. »Julian Spencer« antwortet für ihn. »Das hat Mr. Tyler nicht deutlich gemacht. Zuerst wollte er seine Frau und seine Tochter finden.« »Das war vor dem Fährunglück.« »Ja, er wollte nicht akzeptieren, dass die Ehe zu Ende war und suchte Helen und Chloe. Er hat Brian und Claudia beschuldigt, sie zu verstecken.« Der Anwalt zieht einen Brief aus seinem Schreibtisch, um sein Gedächtnis aufzufrischen. »Mr. Tyler hat bei einem deutschen Gericht das gemeinsame Sorgerecht für seine Tochter erwirkt. Er wollte, dass seine Frau und seine Tochter mit einem internationalen Haftbefehl gesucht werden.« »Die beiden haben sich in Griechenland versteckt,« sagt Ruiz. »Ganz recht.« Nach der Tragödie hat Mr. Tyler seine Belästigungen doch bestimmt aufgegeben. Brian Chambers stößt ein höhnisches Lachen aus, das in einen Hustenanfall umschlägt. »Erzählen Sie mir von Gideon,« bitte ich ihn. »Wann haben Sie ihn kennengelernt?« »Helen hat ihn mit nach Hause gebracht. Ich fand von Anfang an, dass er kalt wie ein Fisch war.« »Wieso?« »Er hat immer den Eindruck gemacht, als kenne er die Geheimnisse aller anwesenden Leute, ohne dass einer seines kannte. Er war offensichtlich beim Militär, wollte jedoch nicht über die Armee oder seine Arbeit reden, nicht mal mit Helen.« »Wo war er stationiert?« »In Chick-Sands in Bedfordshire. Dort ist ein Ausbildungszentrum der Armee.« »Und danach?« »Und Nordirland. Und dann Deutschland. Er war oft unterwegs. Er hat Helen nicht gesagt, wohin, aber es gab Hinweise,« sagte sie. »Afghanistan, Ägypten, Marokko, Polen, Irak.« »Irgendeine Ahnung, was er gemacht hat?« »Nein.« Ruiz ist zum Fenster gegangen und bewundert die Aussicht. Gleichzeitig mustert er den Mann im Nadelstreifenanzug von der Seite. Ruiz ist intuitiver als ich. Ich suche bei der Beurteilung eines Menschen nach verräterischen Anzeichen. Er erspürt sie. Ich frage Mr. Chambers nach der Ehe seiner Tochter. Ich möchte wissen, ob der Bruch plötzlich kam oder sich lange hingezogen hat. Manche Paare klammern sich an nichts weiter als Vertrautheit und Routine, lange nachdem das eigentliche Gefühl verschwunden ist. »Mir hat es nicht gefallen, wie Gideon Helen manipuliert hat. In seiner Gegenwart war sie ein anderes Mädchen.« Etwas zuckt in seinem Gesicht, ein unwillkürlicher Reflex. »Als sie nach Nordirland gezogen sind, hat Helen immer mindestens zweimal pro Woche angerufen und lange Briefe geschrieben. Dann hörten die Anrufe und die Briefe nach und nach auf. Gideon wollte nicht, dass sie mit uns Kontakt hält.« »Warum nicht?« »Ich weiß nicht. Es kam mir vor, als wäre er eifersüchtig auf ihre Familie und ihre Freundinnen. Wir haben Helen immer seltener gesehen. Wenn sie zu Besuch kamen, blieben sie nie länger als eine Nacht oder zwei, bevor Gideon den Wagen wieder packte. Helen lächelte kaum und sprach nur noch flüsternd, aber sie war loyal zu Gideon und hat kein Wort gegen ihn gesagt. Als sie mit Chloe schwanger war, hat sie ihrer Mutter erklärt, sie solle sie nicht besuchen kommen. Später haben wir erfahren, dass Gideon das Baby nicht wollte. Er war außer sich vor Wut und verlangte, dass sie es abtreiben ließ. Helen weigerte sich. »Ich weiß das nicht mit Sicherheit, aber ich glaube, er war eifersüchtig auf sein eigenes Kind. Können Sie sich das vorstellen?« Seine Einstellung hat sich eigenartigerweise komplett geändert, nachdem Chloe geboren war. Er war verzückt, gebannt. Das Leben hat sich beruhigt. Sie waren glücklicher. Gideon wurde nach Osnabrück in Deutschland versetzt, die Basis der britischen Streitkräfte dort. Sie zogen in eine von der Army gestellte Wohnung. In den Quartieren für Familien gab es viele andere Frauen und Kinder. Helen schaffte es, etwa einmal im Monat zu schreiben, aber bald blieben die Briefe wieder aus, und sie konnte ohne seine Erlaubnis keinen Kontakt zu uns aufnehmen. Jeden Abend fragte Gideon sie, wo sie gewesen war, wen sie getroffen hatte und was geredet worden war. Helen musste sich wortwörtlich an ganze Gespräche erinnern. Wenn sie das nicht konnte, beschuldigte Gideon sie zu lügen oder Geheimnisse vor ihm zu haben. Sie musste sich aus dem Haus schleichen und ihre Mutter von einer öffentlichen Telefonzelle aus anrufen, weil sie wusste, dass ein Gespräch von zu Hause oder ihrem Handy auf der Telefonrechnung auftauchen würde. Selbst wenn Gideon dienstlich unterwegs war, musste Helen vorsichtig sein. Sie war sich sicher, dass sie von Leuten beobachtet wurde, die ihm Bericht erstatteten. Seine Eifersucht war wie eine Krankheit. Brian Chambers wiegt seinen Oberkörper nach vorne und faltet die Hände, als würde er darum beten, schon früher etwas zur Rettung seiner Tochter unternommen zu haben. Nach seinem letzten Einsatz wurde Gideons Verhalten noch unberechenbarer. Ich weiß nicht, was passiert ist. Dort Helen wurde er distanziert, launisch, gewalttätig. »Er hat sie geschlagen?«, fragt Louis. »Nur ein einziges Mal.« Mit dem Handrücken ins Gesicht. Helens Lippe war aufgeplatzt. Sie drohte ihn zu verlassen. Er hat sich entschuldigt. Er hat geweint. Er hat sie angefleht zu bleiben. Sie hätte damals gehen sollen, sie hätte weglaufen sollen, aber jedes Mal, wenn sie kurz davor war, bröckelte ihre Entschlossenheit wieder. Wenig später erhielt Gideon die Erlaubnis, außerhalb der Quartiere für verheiratete Soldaten zu wohnen. Er mietete einen Bauernhof in der Einöde, zehn Meilen von der Garnison entfernt. Helen hatte kein Telefon und kein Auto. Sie und Chloe waren völlig isoliert. Er hat die Welt um sie herum immer kleiner werden lassen, bis sie nur noch für die drei passte. Helen wollte Chloe auf ein Internat in England schicken, aber Gideon weigerte sich. Stattdessen ging sie in die Schule der Garnison. Gideon fuhr sie jeden Morgen dorthin. Von dem Moment an, in dem Helen ihnen nachwinkte, sah sie den ganzen Tag keinen Menschen mehr. Trotzdem verhörte Gideon sie jeden Abend darüber, was sie getan und wen sie getroffen hatte. Er behauptete, sie hätte einen Liebhaber. Wenn sie sich verhaspelte oder zögerte, wurde seine Befragung noch härter. Eines Nachts wartete Helen, bis Gideon schlief. Sie nahm einen Koffer, den sie unter der Treppe versteckt hatte, und weckte Chloe. Sie trauten sich nicht, die Autotüren zu schließen, weil sie keinen Lärm machen wollten. Der Wagen ist nicht sofort angesprungen. Die Zündung kreiselte wieder und wieder. Helen wusste, dass Gideon von dem Geräusch aufwachen würde. Er hüpfte barfuß, ein Bein in einer hastig halb übergestreiften Hose, die Stufen vor der Haustür herunter. Der Motor sprang an. Helen trat aufs Gaspedal. Gideon rannte ihnen die Einfahrt hinunter nach, aber sie bremste nicht. Beim Einbiegen in die Straße flog Chloe's Tür auf. Meine Enkelin rutschte durch den Sicherheitsgurt. Helen parkte sie und zog sie wieder in den Wagen. Dabei hat sie Chloe's Arm gebrochen, aber sie ist nicht stehen geblieben, sondern immer weitergefahren, weil sie die ganze Zeit dachte, dass Gideon sie verfolgen würde. Brian Chambers atmet geräuschvoll ein und hält die Luft an. Eigentlich will er aufhören zu reden. Er wünscht sich, dass er das schon vor zehn Minuten getan hätte, aber die Geschichte hat eine Eigendynamik, die sich nicht so leicht aufhalten lässt. Statt nach Calais fuhr Helen in die entgegengesetzte Richtung, nach Österreich und weiter nach Italien. Sie hielt nur zum Tanken. Vor einer Autobahnraststätte rief sie ihre Eltern an. Brian Chambers bot an, sie nach Hause fliegen zu lassen, aber sie wollte sich Zeit zum Nachdenken nehmen. Chloe's Arm wurde in einem Krankenhaus in Mailand geschient. Brian Chambers wies telegrafisch Geld an, genug, um die Krankenhausrechnung zu bezahlen, neue Kleidung zu kaufen und ein paar Monate unbeschwert reisen zu können. »Sie haben Helen überhaupt nicht gesehen?«, frage ich. Er schüttelt den Kopf. »Ich habe mit ihr telefoniert. Und mit Chloe. Sie haben uns Postkarten aus der Türkei und aus Griechenland geschickt.« Seine Stimme klingt belegt. Diese Andenken sind ihm kostbar. Letzte Worte, letzte Briefe, letzte Fotos. Jeder Fetzen wird wie ein Schatz gehütet. »Und wo sind Ihre Leichen?«, fragt Louis. »Die Leichen wurden nie geborgen. In diesem Teil des Ägäischen Meeres gibt es heftige Strömungen. Ein Marinetaucher hat Chloe gefunden. Ihre Schwimmweste hatte sich an den Metallsprossen einer Leiter am Heck der Fähre verfangen. Er hat die Schwimmweste aufgeschnitten, aber die Strömung hat die Leiche fortgerissen, und er hatte nicht mehr genug Sauerstoff in seiner Flasche, um ihr nachzuschwimmen.« »Und er war sich ganz sicher?« »Sie trug doch ihren Gipsverband.« »Es war Chloe!« Das Telefon klingelt. Der Anwalt blickt auf die Uhr. Die Zeit wird in fünfzehn Minutenintervallen gemessen, denn viertelstundenweise kann abgerechnet werden. Ich frage mich, welches Honorar er für diese Konsultation von seinem alten Freund verlangen wird. Ich danke Mr. Chambers dafür, dass er sich die Zeit genommen hat, und stehe langsam auf. Die Abdrücke auf dem Lederpolster beginnen sich wieder aufzulösen. »Haben Sie ein Foto von Tyler?«, frage ich. »Vielleicht zu Hause. Er mochte keine Kameras. Nicht mal bei der Hochzeit. Und vielleicht ein Bild von Helen. Ich habe noch kein richtiges Foto von ihr gesehen. In den Zeitungen war ein Schnappschuss abgedruckt, der vor dem Untergang der Fähre in Griechenland gemacht wurde. »Das war das aktuellste Foto, das wir hatten«, erklärt er. »Haben Sie noch andere Bilder?« Er zögert und sieht Julian Spencer an, bevor er seine Brieftasche aufklappt und ein Passbild großes Foto herausnimmt. »Wann wurde das aufgenommen?« frage ich. »Vor ein paar Monaten. Helen hat es aus Griechenland geschickt. Wir mussten einen neuen Pass für sie beantragen auf ihren Mädchennamen. Darf ich das mal ausleihen? Warum? Manchmal hilft es mir, ein Verbrechen zu verstehen, wenn ich ein Foto des Opfers habe. Und Sie glauben, Helen ist ein Opfer? Ja, sie war das Erste. Dann verlassen wir die Kanzlei. Warum sucht Gideon noch immer nach Helen und Chloe, wenn es das ist, was er tut? Meine Gedanken waren dann zu Christine Wheelers Handy zurück. Warum hat Gideon es behalten? Warum hat er es nicht weggeworfen oder in Christines Wagen zurückgelassen? Stattdessen hat er es in Patrick Fullers Wohnung mitgenommen, wo Patricks Schwester es ahnungslos benutzt, um eine Pizza zu bestellen, was seinen Plan um ein Haar hätte scheitern lassen. Gideon hat ein Ladegerät gekauft. Die Polizei hat die Quittung gefunden. Er hat das Handy aufgeladen, um die Speicherkarte einzusehen. Er dachte, das würde ihn vielleicht zu Helen und Chloe führen. Aus demselben Grund ist er während der Beerdigung in Christine Wheelers Haus eingebrochen und hat die Beileidskarten geöffnet. Er muss gehofft haben, dass Helen zur Beerdigung kommen oder zumindest eine Karte schicken würde. Was weiß Gideon, was wir nicht wissen? Leidet er unter Wahnvorstellungen? Leugnet er die Realität oder hat er Informationen, die allen anderen entgangen sind? Ruiz hat den Mercedes in einem Parkhaus hinter den Gerichtsgebäuden geparkt. Er schließt auf, setzt sich ans Steuer und starrt über die Dächer, wo Möwen kreisen wie Zeitungsblätter in einem Auffind. Wir wissen beide, was zu tun ist. Wir müssen uns den Untergang der Fähre genauer ansehen. Es muss Zeugenaussagen, eine Passagierliste und Fotos geben. Irgendjemand muss mit Helen und Chloe gesprochen haben. Julian ist in Rom. Sie ist am Mittwoch geflogen. Ich habe sie nicht mehr gesehen. Als ich von der Fernwood-Klinik nach Hause kam, war sie schon weg. Veronica Cray hat ein oder zweimal angerufen, um mich auf dem Laufenden zu halten. Gideon ist weder im Wählerverzeichnis eingetragen, noch steht sein Name in einem Telefonbuch. Er hat kein Konto und keine Kreditkarte bei einer britischen Bank. Er hat keinen Arzt und kein Krankenhaus aufgesucht. Er hat keinen Mietvertrag unterzeichnet oder eine Kaution hinterlegt. Mr. Swingler hat die Miete für sechs Monate bar im Voraus erhalten. Manche Menschen gehen vorsichtig durch die Welt, aber Gideon hat kaum einen Fußabdruck hinterlassen. Sicher wissen wir offenbar nur, dass er 1969 in Liverpool geboren wurde. Mit 18 ging Gideon zur Armee. Er diente im Ersten Golfkrieg und als Friedenssoldat im Kosovo nach dem Bosnienkrieg. Laut Patrick Fuller wechselte er Mitte der 1990er zum Army Intelligence Corps, dem Nachrichtendienst des Heeres. Und von Brian Chambers wissen wir, dass er im Defense Intelligence and Security Center in Chick Sands in Bedfordshire ausgebildet wurde. Zunächst war er in Nordirland stationiert und wurde später als Teil der Soforteingreifkräfte der NATO, IRF, nach Osnabrück in Deutschland versetzt. Normalerweise sind britische Soldaten nur vier Jahre im Auslandseinsatz, aber aus irgendeinem Grund ist Gideon länger geblieben. Warum? Jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, was er getan hat und wozu er fähig ist, spüre ich wachsende Panik. Sexuelle Sadisten bleiben nicht ruhig. Sie gehen nicht weg. Alle seine Handlungen waren mit kühlem Kopf geplant und geradezu euphorisch ausgeführt. Er denkt, er wäre schlauer als die Polizei, das Militär, der Rest der Menschheit. Jedes seiner Verbrechen war ein kleines bisschen perverser und theatralischer als das vorherige. Er ist Künstler, kein Metzger. Das will er uns sagen. Seine nächste Tat wird die schlimmste werden. Gideons Versuch, Maureen Bracken zu ermorden, ist gescheitert, weshalb seinem nächsten Opfer eine besondere Bedeutung zukommt. Veronica Cray und ihre Truppe spüren jede ehemalige Schulfreundin, Kommilitonin und Kollegin von Helen Chambers auf, vor allem die mit Kindern. Es ist eine gewaltige Aufgabe. Sie hat nicht genug Leute, um alle unter Polizeischutz zu stellen. Sie kann ihnen nur ein Foto von Gideon Tyler zeigen und sie auf seine Methoden hinweisen. Bis auf das Polizeifoto von Gideon, das vor zehn Tagen unter dem Namen Patrick Fuller von ihm gemacht wurde, gibt es kein Bild, das nicht mindestens zehn Jahre alt ist. Am nächsten Tag schlendert Charlie mit mir durchs Dorf, in dem ein großes Fest stattfinden wird. Wir unterhalten uns. Dabei verplappert sie sich. Sie hat vor kurzem mit Darcy telefoniert, ihr aber versprochen, es mir nicht zu sagen. Ich bin eher erleichtert als wütend. Darcy wird seit fünf Tagen vermisst und hat auf keinen meiner Anrufe und auf keine SMS reagiert. Charlie macht reinen Tisch. Sie und Darcy haben fast täglich miteinander telefoniert oder sich SMS geschrieben. Darcy wohnt in London und verbringt ihre Zeit mit einem älteren Mädchen, einer ehemaligen Tänzerin des Royal Belay. Ich möchte, dass du sie für mich anrufst. Und was ist, wenn sie dann nicht mehr meine Freundin sein will? Das ist wichtiger. Charlie zieht ihr Handy aus der Tasche und tippt die Nummer ein. Sie ist nicht da, sagt sie. Soll ich ihr eine Nachricht hinterlassen? Ich überlege kurz. In vier Stunden bin ich in London. Das Treffen am Abend mit Julian und ihren Kollegen. Sag ihr, sie soll dich anrufen. Charlie hinterlässt eine Nachricht. Danach nehme ich ihr das Handy aus der Hand und gebe ihr meins. Wir tauschen. Nur für heute. Meine Anrufe beantwortet Darcy nicht, aber deine wird sie beantworten. Charlie runzelt mürrisch die Stirn. Sie hat zwei niedliche kleine Falten über der Nase. Wenn du meine SMS liest, rede ich nie wieder mit dir. Julian ist aus Rom zurück. Ich wollte sie in Heathrow abholen, aber sie meinte, die Firma hätte einen Wagen geschickt, weil sie noch mal ins Büro müsse. Wir wollen uns später im Hotel treffen und gemeinsam zur Party gehen. Ich bin in Ruiz' Wohnung. Die Tür zum Waschraum steht offen, Kleiderquellen aus dem Trockner, leichte, hübsche Frauensachen. Seine Tochter Claire ist zu Besuch. Sie ist Tänzerin in New York. Auf einem Couchtisch im Wohnzimmer sind Dokumente und Mappen über den Untergang der Argo Hellers ausgebreitet. Ruiz setzt sich und zieht sein ramponiertes Notizbuch aus der Tasche. Ich habe mit dem Leiter der Ermittlungen, mit dem Coroner und mit dem dortigen Polizeichef gesprochen. Lose Seitenquellen unter dem Einband hervor, als er umblättert. Es war eine gründliche Untersuchung. Das sind die Zeugenaussagen und eine Kopie des Untersuchungsberichts. Sie sind gestern per Kurier eingetroffen und ich habe sie am Abend gelesen. Mir ist nichts Außergewöhnliches aufgefallen. Drei Personen haben ausgesagt, dass Helen und Chloe an Bord der Fähre waren. Einer von ihnen ist ein Marinetaucher, der auch zum Bergungsteam gehörte. Ruiz gibt mir seine Aussage und wartet, bis ich sie gelesen habe. Der Taucher schildert, dass er an jenem Tag vier Leichen geborgen hat. Die Sicht unter Wasser betrug weniger als zehn Meter und eine tückische Strömung erschwerte die Aufgabe zusätzlich. Beim fünften Tauchgang des Tages fand er die Leiche eines jungen Mädchens, die sich an den Metallsprossen einer Leiter bei einer Winde für die Rettungsboote auf der Steuerbordseite direkt am Heck verfangen hatte. Der Taucher schnitt die Gurte der Schwimmweste auf, aber die Strömung riss ihm die Leiche aus den Händen, und er hatte nicht mehr genug Sauerstoff in seiner Flasche, um ihr nachzuschwimmen. Er hat Chloe anhand eines Fotos identifiziert, sagt Ruiz. Das Mädchen hatte einen Gipsarm, es entspricht der Darstellung ihres Großvaters. Ich spüre, dass Ruiz trotz der Aussage nicht vollständig zufrieden ist. Ich habe den Taucher überprüft. Er ist ein Veteran mit zehnjähriger Berufserfahrung, einer der erfahrensten Taucher, die sie haben. Und? Die Navy hat ihn im vergangenen Jahr für sechs Monate suspendiert, weil er es versäumt hatte, Ausrüstung ordnungsgemäß zu überprüfen, weshalb ein Rekrut beinahe ertrunken wäre. Angeblich trinkt der Mann gerne einen, aber das ist nur ein Gerücht. Ruiz überreicht mir eine zweite Zeugenaussage. Sie stammt von einem kanadischen Studenten auf Europareise. Er hat laut eigenen Angaben kurz nach Ablegen der Fähre mit Helen und Chloe gesprochen. Sie saßen in einem Passagiersalon auf der Steuerbordseite. Chloe war seekrank, und der Rucksack-Tourist bot ihr eine Tablette an. Ich habe mit seiner Familie in Vancouver gesprochen. Nach dem Untergang der Fähre sind seine Eltern nach Griechenland geflogen und haben versucht, ihn zur Heimkehr zu bewegen, aber er wollte weiterreisen. Der Junge ist immer noch auf Tour. Müßte er sein Studium mittlerweile nicht wieder aufgenommen haben? Er hat sein Urlaubssemester offensichtlich verlängert. Die letzte Aussage stammt von einer Deutschen namens Jelena Schäfer, die ein Hotel auf Patmos betreibt. Sie hat Mutter und Tochter zur Fähre gebracht und ihnen zum Abschied nachgewinkt. Ruiz berichtet, dass er versucht hat, das Hotel anzurufen, und dass es jedoch den Winter über geschlossen ist. Ich habe immerhin einen alten Hausmeister erreicht, aber der Typ war zerstreuter als ein Professor mit Alzheimer. Er sagt, er könne sich an Helen und Chloe erinnern. Sie hätten im Juni drei Wochen in dem Hotel gewohnt. Ruiz gibt mir den Bericht des Seenotrettungsdienstes, der die Namen der Toten, Vermissten und Überlebenden auflistet. Eine offizielle Passagierliste gab es nicht. Die Fähre verkehrte regelmäßig zwischen den Inseln und wurde von Touristen und Einheimischen benutzt, die häufig einfach irgendwo an und wieder von Bord gingen und ihre Überfahrt erst auf dem Schiff selbst bezahlten. Helen und Chloe haben aller Wahrscheinlichkeit nach bar bezahlt, um nicht durch den Einsatz einer Kreditkarte eine Spur zu hinterlassen. Brian Chambers hat gesagt, dass er seiner Tochter zum letzten Mal am 16. Juni telegrafisch Geld von einem Konto auf der Isle of Man an eine Bank auf Patmos angewiesen hat. Welche anderen Beweise haben wir dafür, dass Helen und Chloe an Bord der Argo Hellers waren? Ihr Gepäck wurde drei Meilen östlich der Stadt an den Strand gespült. Ein großer Koffer. Ein einheimisches Fischerboot hat eine kleinere Tasche aus dem Wasser gefischt, die Chloe gehörte. Ruiz zieht ein gebundenes Buch hervor, dessen Einband mit einer aus Zeitschriften ausgeschnittenen Collage von Bildern verzehrt ist. Die Pappe ist vom Wasser aufgequollen, das Namensschild unleserlich. Das war bei den persönlichen Sachen. Es ist Chloes Tagebuch. Wie bist du da rangekommen? Ich habe ein paar höfliche Lügen erzählt. Ich solle es der Familie überstellen. Ich schlage das Buch auf und streiche über die vom getrockneten Salz gewählten Seiten. Es ist eher ein Skizzenblock als ein regelmäßig geführtes Tagebuch. Es enthält Postkarten, Fotos, Ticketabschnitte und Zeichnungen, hin und wieder auch einen Eintrag oder eine Beobachtung. Chloe hat zwischen den Seiten Mohnblumen gepresst. Man kann erkennen, wo Staub und Blütenblätter die Seiten verfärbt haben. Die brüchigen Seiten dokumentieren die Reise von Mutter und Tochter, vor allem über die Inseln. Mithilfe der Postkarten und erwähnten Ortschaften kann ich Helens Route rekonstruieren. Chloe macht den Eindruck eines intelligenten, unbeschwerten Mädchens, das ihre Schulfreundinnen in Deutschland und ihre Katze Tinkerbell vermisst, die von allen nur Tinker gerufen wurde, weil so das Glöckchen um ihren Hals bimmelte, wenn sie versuchte, im Garten Vögel zu jagen. Der letzte Eintrag stammt vom 22. Juli, zwei Tage vor dem Untergang der Argo Hellers. Chloe freute sich auf ihren Geburtstag. In gut zwei Wochen wäre sie sieben geworden. War bei den Sachen, die geschickt wurden, auch ein Foto von Helen Chambers? Frag ich Ruiz. Wir haben doch schon ein Foto von ihr. Plötzlich ahnt er, worauf ich hinaus will. Was? Du glaubst, es ist eine andere Frau? Können wir die Leute bitten, uns ein Foto von Helen Chambers zu faxen? Ich möchte bloß sicher gehen, dass wir von derselben Frau reden. Wir treffen uns mit Veronica Crane einem Café. Sie war heute wegen Gideon Tyler in London beim Verteidigungs- und Außenministerium. Das Verteidigungsministerium will die Ermittlungen übernehmen, verkündet sie. Was soll das heißen? Tyler hat sich unerlaubt von der Truppe entfernt. Sie behaupten, er wäre immer noch einer der ihren. Sie wollen die Verhaftung vornehmen. Was haben sie gesagt? Ich hab gesagt, sie könnten mich mal. Zwei Frauen sind tot, und das ist meine Ermittlung. Und ich werde ganz bestimmt nicht klein beigeben, bloß weil irgendein Sesselpupse in Kaki-Hosen, der jedes Mal einen Steifen kriegt, wenn ein Panzer vorbeirollt, das gerne so hätte. Ihre gallige Entschlossenheit steht im krassen Gegensatz zu der Umsicht, mit der sie Zucker in ihren Tee gibt und vorsichtig umrührt. Sie nimmt die Tasse zwischen Daumen und Zeigefinger und trinkt sie halb leer, ohne dass ihr die dampfende Flüssigkeit etwas auszumachen scheint. Ihr blasser, flacher Hals sieht aus, als würde sich darin eine Faust auf- und abbewegen. Sie stellt die Tasse ab und berichtet, was sie über Gideon Tyler herausgekriegt hat. Von einem Kontaktmann bei der Royal Ulster Constabulary hat sie erfahren, dass er vier Jahre bei der Tasking and Coordination Group in Armour eingesetzt war, einer Einheit des militärischen Geheimdienstes, die auf Überwachungen und Verhöre spezialisiert war. »Kein Wunder, dass er so schwer zu finden ist«, sagt Ruiz, »diese Typen wissen, wie man jemanden verfolgt, ohne selbst bemerkt zu werden. Die sind dazu ausgebildet, auf alle möglichen Beobachter oder zufällige Augenzeugen zu achten.« »Und woher wollen Sie das so genau wissen?«, fragt D. I. Cray. »Ich habe mal eine Zeit lang in Belfast gearbeitet«, antwortet Ruiz, »ohne es weiter auszuführen.« Es gefällt D. I. Cray offensichtlich nicht, im Unklaren gelassen zu werden, aber sie fährt fort. »Das Department of Immigration hat eine Akte über Teile. In den letzten sechs Jahren hat er mehrfach Reisen nach Pakistan, Polen, Ägypten, Somalia, Afghanistan und Irak unternommen. Die jeweiligen Aufenthalte haben unterschiedlich lange gedauert, nie kürzer als eine Woche und nie länger als einen Monat.« »Warum Ägypten und Somalia?«, fragt Ruiz. »Dort ist die britische Armee doch gar nicht im Einsatz.« Ich betrachte die Liste der besuchten Länder. Er ist ein ausgebildeter Verhörspezialist, ein Experte darin, verdächtigen Informationen zu entlocken, Kriegsgefangenen, Häftlingen, Terroristen. Das Bild von Sylvia Furness mit einer Kapuze über dem Kopf an einem Ast hängen tritt mir vor Augen, und ein zweites Bild, Maureen Bracken, kniend mit verbundenen Augen und ausgestreckten Armen. Sensorische Deprivation, Desorientierung und Demütigung, das stammt aus der Werkzeugkiste von Verhörspezialisten und Folterknechten. Wenn Gideon glaubt, dass Helen und Chloe noch leben, liegt es nahe, dass er annimmt, dass jemand die beiden versteckt. Brian und Claudia Chambers, Christine Wheeler, Sylvia Furness und Maureen Bracken. »Angenommen, Sie haben recht, und Tyler glaubt, die beiden leben noch,« sagt Veronica Cray, »warum versucht er, sie aufzuscheuchen? Welchen Sinn hat das? Helen wird nicht zu ihm zurückkommen, und er wird nie wieder dieselbe Luft wie seine Tochter atmen. Er will sie nicht zurück. Er will seine Frau dafür bestrafen, dass sie ihn verlassen hat, und er will seine Tochter sehen. Tyler wird von Angst und Hass angetrieben, Angst davor, wozu er selber fähig ist, und Angst, seine Tochter niemals wiederzusehen. Aber sein Hass ist noch stärker. Er hat eine ganz eigene Struktur. Was soll das heißen? Sein Hass ist von einer Art, die verlangt, dass wir beiseite treten. Sein Hass negiert die Rechte anderer. Er säubert, er vergiftet, er diktiert, was Gideon glaubt. Der Hass ist es, der ihn aufrechterhält. Auf der Party am Abend ruft mich Darcy an. Ich vergewissere mich, dass es ihr gut geht. Sie verspricht, sich noch mal zu melden. Je länger die Veranstaltung dauert, um so wütender werde ich auf Dirk Cresswell. Ich hasse sein arrogantes, lautes, anmaßendes und machohaftes Auftreten, was ich ihm vor allen Anwesenden auch sage. Der Abend endet in einem Desaster. Im Hotelzimmer konfrontiere ich Julian mit meiner Vermutung, dass er ein Verhältnis mit Dirk hat. Ich erwähne die Rechnung aus Italien, die ich gefunden habe. Sie ist beschämt über mich und mein Verhalten am heutigen Abend. An meinen Verdächtigungen sei nichts dran. Der Minutenanzeiger ist an Mitternacht vorbeigeklickt, der Sekundenzeiger rennt dem neuen Tag entgegen. Das Haus ist dunkel, die Straße ist leer und still. Seit einer Stunde beobachte ich, wie der Mond über den Schieferdächern und dem Gitterwerk der Äste aufgeht und Schatten in den Garten und an die Mauern unter dem Dachvorsprung wirft. Ich blicke wieder auf die Uhr. Es ist Zeit. Ich kauere mich vor die Hintertür und entrolle den Stoffbeutel mit meinem Werkzeug. Diamantpicks, Extraktoren, Chromepicks, Schlangen, Flachhaken und ein Spanner aus schwarzem Federstahl. Das Schloss ist ein Profilzylinderschloss. Der Zylinder dreht sich im Uhrzeigersinn vom Türrahmen weg. Ich schiebe eine Schlange in den Schlüsselkanal, spüre, wie sie über die Stifte gleitet und erhöhe mit dem Spanner vorsichtig den Druck. Minuten vergehen. Das Schloss ist nicht leicht zu knacken. Ich mache mehrere vergebliche Anläufe. Einer der mittleren Stifte lässt sich nicht weit genug hochschieben, wenn der Pick darüber gleitet. Ich löse die Spannung und beginne von vorne, wobei ich mich dieses Mal zunächst auf die hinteren Stifte konzentriere. Ich versuche mit leichter Spannung und moderatem Druck den Punkt zu ertasten, an dem ein Stift die Scherlinie erreicht und der Zylinder sich ein weiteres winziges Stück drehen lässt. Schließlich sind alle Stifte heruntergedrückt. Nettes Haus. Geschmackvoll. Ein Flur verbindet die vorderen und die hinteren Räume. Links liegt das Wohnzimmer. Sie schlafen im ersten Stock und es zieht mich zu ihnen. Auf jeder Treppenstufe bleibe ich stehen und lausche auf ein Knarren. Vom oberen Flur gehen vier Türen ab. Eine muss ins Bad führen, die anderen zu den Schlafzimmern. Ich höre ein Summen, wie von einem hinter Glas eingesperrten Insekt. Ein MP3-Player. Schneeflöckchen ist mit den Stöpseln im Ohr eingeschlafen. Ihre Zimmertür ist offen. Das Bett steht unter dem Fenster. Der Mond wirft ein kleines, helles Rechteck auf den Boden. Ich kniehe mich neben ihr Bett und lausche ihrem leisen, süßen Atem. Sie sieht aus wie ihre Mutter. Sie hat das gleiche ovale Gesicht und die dunklen Haare. Ich beuge mich ganz dicht über sie und atme im Gleichklang mit ihr. Die Stofftiere sind in einer Kiste in der Ecke verbannt worden. Puh, der Bär ist von Harry Potter und überbezahlten Fußballstars verdrängt worden. Ich habe auch einmal in einem Haus wie diesem gewohnt. Meine Tochter hat in einem Zimmer am Ende des Flurs geschlafen. Ich frage mich, was sie jetzt macht. Ob sie an den Fingernägeln kaut oder auf der Seite schläft? Hat sie ihr Haar wachsen lassen? Trägt sie es offen? Ich frage mich, ob sie intelligent ist, mutig und was sie von mir denkt. Ich ziehe mich zurück, schließe leise die Tür und wende mich den anderen Zimmern zu. Ich lege mein Ohr an die Türen und horche, ob dahinter jemand schläft oder ob es still ist. Ich öffne eine weitere Tür zu einem leeren Zimmer. Das Doppelbett ist mit einer Patchwork-Überdecke zugedeckt, auf der ein paar Zierkissen verteilt sind. Ich lege die Hand auf den Messingknauf der Kleiderschranktür und spitze erneut die Ohren. Nichts. Ich wühle mich durch die Kleider und nehme ihre Witterung auf, den Geruch, auf den ich aus bin, dazu ihr Deodorant und Parfum. Auf dem Boden des Kleiderschranks stehen Schuhkartons. Ich nehme die Decke ab. Sling-Pumps. Zehenfreie Sandalen. Pumps, Ballerinas. Schuhe mit Keilabsätzen. Sie mag Stiefel. Sie hat vier Paare. Zwei Spitze mit Fickmich-Absätzen. Weiches Leder. Italienisch. Teuer. Ich stecke meine Nase hinein und atme tief ein. Ich setze mich an die Schminkkommode und gehe ihre Lippenstifte durch. Das leuchtende Zinnoberrot ist am besten. Es passt perfekt zu ihrer Hautfarbe. Und die Manachitkette in der Sandschatulle wird sehr hübsch aussehen auf ihrer nackten Haut. Ich erhebe mich vom Bett, schließe die Kleiderschranktür und vergewissere mich, dass alles wieder an seinem Platz ist. Dann gehe ich zurück in den Flur, die Treppe hinunter, in die Küche und wieder zur Hintertür hinaus. Am Ende des Gartens bleibe ich stehen, beobachte, wie sich die Kiefern im Wind biegen und spüre die ersten Tropfen eines eisigen Regens. Ich habe mein Territorium markiert und unsichtbare Kampflinien gezogen. Beeil dich morgen! Als wir geheiratet haben, haben Julian und ich uns versprochen, dass wir nie wütend auf den anderen einschlafen würden. Gestern Nacht ist es nun geschehen. Meine Entschuldigungen wurden ignoriert, meine Annäherungsversuche abgewiesen. Wir haben unter demselben weißen Laken geschlafen, aber es hätte auch eisiges Ödland sein können. Um zehn haben wir unser romantisches Wochenende abkürzend aus dem Hotel ausgecheckt. Das Taxi hält vor dem Haus. Emma kommt den Weg zum Tor heruntergerannt und schlingt ihre Arme um meinen Hals. Ich hebe sie zu mir hoch. Ich habe gestern Nacht ein Gespenst gesehen, Daddy. Wirklich? Wo denn? In meinem Zimmer. Es hat gesagt, ich soll weiterschlafen. Das war aber ein vernünftiges Gespenst. Julian bezahlt das Taxi mit der Firmenkreditkarte. Emma windet sich aus meinem Arm und gleitet an meiner Brust hinunter. Sobald ihre Schuhe den Boden berühren, rennt sie zu ihrer Mutter. Immogen ist nach draußen gekommen, um uns mit den Reisetaschen zu helfen. Sie hat eine Nachricht von Veronica Cray. Tyler ist gelernter Schlosser. Ich rufe sie auf der Wache in der Trinity Road an. Ihre Antworten werden vom Summen eines Faxgeräts begleitet. Wo hat er gelernt? Bei der Army. Er übernimmt Nachtschichten für einen lokalen Schlüsseldienst namens T.B. Henry und fährt einen silbernen Transporter. Wir haben das Nummernschild mit dem eines Fahrzeugs abgleichen können, das die Brücke überquert hat, 20 Minuten bevor Christine Wheeler über den Sicherheitszaun geklettert ist. Arbeitet er von einem Büro aus? Nein. Und wie nehmen die Kunden Kontakt auf? Über eine Handynummer. Können Sie sie zurückverfolgen? Das Mobiltelefon sendet kein Signal mehr. Oliver Rapp ist alarmiert und beobachtet die Nummer genau. Wenn Tyler sich wieder einschaltet, werden wir es sofort erfahren. In ihrem Büro klingelt ein anderes Telefon. Sie muss Schluss machen. Ich frage sie, ob ich irgendetwas tun kann, aber sie hat schon aufgelegt. Julian ist oben und packt ihre Sachen aus. Emma hilft ihr, indem sie auf dem Bett herumhüpft. Ich rufe Charlie an. Sie hat noch immer mein Handy. Ihr seid früher nach Hause gekommen? Ja. Wo bist du? Bei Abby. Abby ist ebenfalls zwölf und die Tochter eines einheimischen Bauern, dessen Hof an der Norton Lane etwa eine Meile außerhalb von Wallow liegt. Hey, Dad, ich kenne einen neuen Witz, sagt Charlie. Erzähl ihn mir, wenn du nach Hause kommst. Ich will ihn dir aber jetzt erzählen. Okay, dann leg los. Eine Mutter steigt mit ihrem Baby in einen Bus und der Fahrer sagt, das ist ja das hässlichste Baby, das ich je gesehen habe. Die Frau ist echt wütend, aber sie bezahlt und setzt sich. Ein anderer Passagier sagt, das dürfen Sie ihm nicht durchgehen lassen. Gehen Sie zurück und sagen Sie ihm die Meinung. Ich halte so lange den Affen für Sie. Charlie bricht ein dreckiges Lachen aus. Ich stimme mit ein. Bis gleich. Bin schon unterwegs. Es beginnt mit einer Nummer. Zehn Ziffern. Dreimal die sechs. Was für manche Unglück verheißt. Dann folgt das Klingeln. Hallo? Spreche ich mit Mrs. O'Lachnen? Ja. Der Frau von Professor O'Lachnen? Ja. Wer ist denn da? Ich fürchte, ihre Tochter Charlie hatte einen kleinen Unfall. Sie ist vom Fahrrad gefallen. Ich glaube, sie hat in einer Kurve die Kontrolle verloren. Sie fährt manchmal ganz schön tollkühn. Ich möchte, dass Sie wissen, dass sie absolut unversehrt und in guten Händen ist. In meinen. Wer sind Sie? Das sagte ich doch gerade. Ich bin die Person, die auf Charlie aufpasst. Ihre Stimme zittert leicht. Ein unbestimmtes Rumoren drohender Gefahr. Etwas Großes, Schwarzes und Verhängnisvolles am Horizont, das auf sie zurast. Sie ist so ein hübsches kleines Ding, ihre Charlie. Sie sagt, sie heißt eigentlich Charlotte. Sie sieht aus wie eine Charlotte, aber sie erlaubt, dass sie sich kleidet wie ein Junge. Wo ist sie? Was haben Sie mit ihr gemacht? Sie liegt gleich neben mir. Nicht wahr, Schneeflöckchen? Hübsch wie ein Pfirsich. Ein süßer, süßer Pfirsich. Innerlich schreit sie. Angst hat die feuchte, warme Höhle ihrer Brust ausgefüllt. Ich möchte mit Charlie sprechen. Rühren Sie sie nicht an. Bitte lassen Sie mich mit ihr sprechen. Das geht nicht. Sie ist mit einem Socken geknebelt. In diesem Moment beginnt es. Der erste Sprung in ihrem Kopf tut sich auf. Ein winziger Riss, der die weichen, ungeschützten Teile ihrer Seele freilegt. Ich höre, wie die Hysterie durch ihren Körper vibriert. Sie ruft Charlies Namen. Sie fleht. Sie schmeichelt. Sie weint. Und dann höre ich eine andere Stimme. Der Professor nimmt ihr das Telefon ab. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Wollen? Ich will, dass Sie Ihre Frau wieder ans Telefon holen. Eine Pause entsteht. Ich habe nie verstanden, was die Leute meinten, wenn sie sagen, eine Pause sei bedeutungsschwanger. Bis jetzt. Diese Pause ist bedeutungsschwanger. Trächtig mit tausend Möglichkeiten. Julian schluchzt. Der Professor legt seine Hand auf die Sprechmuschel. Ich höre nicht, was er sagt, aber ich nehme an, er erklärt ihr, was sie tun soll. Holen Sie Ihre Frau wieder ans Telefon, sonst muss ich Charlie bestrafen. Wer sind Sie? Sie wissen, wer ich bin, Joe. Es entsteht eine weitere Pause. Gätien? Oh, gut. Duzen wir uns. Hol deine Frau zurück ans Telefon. Nein. Du glaubst, ich hätte Charlie nicht. Du glaubst, ich blöffe. Ich sag dir, was ich mache. Ich lege auf, ficke dein kleines Mädchen und dann ruf ich zurück. Ich schlage vor, in der Zwischenzeit versuchst du sie zu finden. Los, lauf. Versuch's auf der Norton Lane, da habe ich sie gefunden. Nein. Nein, leg nicht auf. Hol Julian zurück ans Telefon. Sie ist zu aufgefühlt. Hol sie ans Telefon, oder du siehst Charlie nie wieder. Hör mir zu, Gätien. Ich weiß, warum du das tust. Gib mir deine Frau. Sie ist nicht in der Lage. Es ist mir scheißegal, wozu sie in der Lage ist. Okay, okay. Einen Moment. Er hält den Hörer wieder zu. Er sagt seiner Frau, dass sie auf der Festnetzleitung die Polizei anrufen soll. Ich nehme ein zweites Handy und tippe die Nummer ein. Das Telefon klingelt. Julian nimmt ab. Hallo, Mrs. O'Lochlin. Ein abgerissenes Schluchzen bleibt ihr im Hals stecken. Wenn sie sich dieses Telefon von ihrem Mann abnehmen lassen, stirbt ihre Tochter. Das Schluchzen wird lauter. Bleiben Sie dran, Mrs. O'Lochlin. Was wollen Sie? Ich will dich. Sie antwortet nicht. Darf ich dich Julian nennen? Ich möchte dir etwas sagen, Julian. Wenn dein Mann dir nochmal den Hörer aus der Hand nimmt, werde ich deine Tochter erst ein bisschen vergewaltigen. Dann schneide ich ihr Stücke von ihrem Körper ab und schlage mit einem Hammer Nägel in ihre Hand. Und hinterher, das verspreche ich dir, steche ich ihr ihre hübschen blauen Augen aus und schicke sie dir in einer Schachtel. Nein, nein! Ich rede mit ihnen. Du allein kannst Charlie retten. Wie? Weißt du noch, wie du die Babys in deinem Bauch ernährt hast, als du schwanger warst? Baby Emma und Baby Charlie? Nun, dieses Telefon ist wie eine Nabelschnur. Du kannst Charlie am Leben erhalten, indem du in der Leitung bleibst. Legst du auf, stirbt sie. Lässt du dir das Telefon von irgendjemandem abnehmen, stirbt sie. Hast du verstanden? Ja. Sie atmet tief ein und wappnet sich. Sie ist stark. Eine Herausforderung. Ist dein Mann da, Julian? Flüstert er in dein Ohr, so wie ich in Charlies Ohr flüstere? Was sagt er? Erzähl mir, was er sagt, sonst muss ich ihr ein paar blaue Flecken verpassen. Er sagt, dass sie sie nicht haben. Er sagt, sie blöffen. Er sagt, Charlie ist bei ihrer Freundin. Hat er versucht, sie anzurufen? Ihre Nummer ist besetzt. Er sollte sie suchen gehen. Das macht er jetzt auch. Gut. Er sollte draußen nachsehen. Im Dorf. Er sollte zu Abby fahren. Was ist mit dem Kindermädchen? Sie sucht auch. Vielleicht finden sie sie. Könnte sein, dass ich blöffe. Was glaubst du? Ich weiß es nicht. Kannst du auf deinem Telefon die Nummer des Anrufers sehen, Julian? Schau sie dir an. Erkennst du sie? Ihre Antwort ist mir ein Stöhnen, eine abgewürgte Bestätigung, die in ihrem Hals stecken zu bleiben droht und kaum über ihre Lippen will. Wessen Nummer ist es? Die Handynummer meines Mannes. Was macht Charlie mit Joes Telefon? Sie haben getauscht. Glaubst du mir jetzt? Ja, bitte tun sie ihr nichts. Ich werde sie zur Frau machen, Julian. Alle Mütter wollen, dass ihre Töchter heranwachsen und Frauen werden. Sie ist noch ein Kind. Jetzt noch, aber nicht, wenn ich mit ihr fertig bin. Nein, nein, bitte rühren sie sie nicht an. Ich tue alles, was sie wollen. Alles? Denn wenn du es nicht machst, wird Charlie es tun. Ich tue, was sie sagen. Zieh dich aus, Julian. Den Rock und das hübsche Top. Das mit dem silbernen Faden. Ja, ich weiß, was du anhast. Ich weiß alles über dich, Julian. Ich habe Charlies Jeans schon ausgezogen. Ich musste sie leider aufschneiden. Ich war ganz vorsichtig. Ich kann gut mit einer Schere umgehen. Ich könnte meine Initialen in ihren Bauch ritzen, dann hätte sie ein Andenken an mich. Und jeder Mann, der sie je nackt sieht, weiß, dass ich zuerst da war. In jedem Loch. Nein, nicht. Ziehst du dich aus? Stell dich ans Schlafzimmerfenster und zieh die Vorhänge auf. Dann kann ich dich sehen. Werden sie sie freilassen? Das liegt ganz an dir. Ich mache, was sie wollen. Charlie nickt. Wie süß. Ja, richtig. Das ist deine Mami am Telefon. Willst du ihr Hallo sagen? Tut mir leid. Mami hat nicht getan, worum ich sie gebeten habe. Also kannst du nicht mit ihr sprechen. Bist du am Fenster, Julian? Ja. Zieh die Vorhänge auf, damit ich dich sehen kann. Und sie tun, Charlie, nichts? Mach einfach die Vorhänge auf. Okay. Du brauchst Make-up. Auf deiner Schminkkommode der Zinnober-Rote-Lippenstift. Ich möchte, dass du ihn aufträgst und die Malachit-Kette aus der Samtschatulle anlegst. Woher wissen sie... Ich weiß alles über dich. Alles über Charlie. Alles über deinen Mann. Bitte lassen Sie Charlie laufen. Ich habe getan, was Sie gesagt haben. Nackt sein allein reicht nicht, Julian. Was? Es reicht nicht. Charlie kann mir mehr geben. Aber Sie haben gesagt, du hast doch bestimmt nicht erwartet, dass ich so einen Hauptgewinn einfach wieder hergebe. Weißt du, was ich tun, Julian? Nachdem ich deiner Tochter jetzt alle Kleider vom Leib geschnitten habe, möchte ich sie von der Kehle bis zur Fotze öffnen, damit ich in sie hineinkriechen kann. Dann halte ich ihr Herz in den Händen, während ich sie von innen nach außen ficke. Ihr langer Schrei heilt in meinen Ohren wieder wie eine explodierende Granate. Ein weiterer Stift ist eingerastet. Das Schloss ist beinahe Haufen. Ihr Wille gibt nach. Erinnerungen fühlen sich an wie Materie. Erinnerungen sind das Einzige, was real ist. Ich renne den Mill Hill hinunter über die Brücke und zwischen Hecken den nächsten Hügel hinauf. Ich habe Charlie vor zwanzig Minuten angerufen. Ihre Freundin Abby wohnt etwa eine Meile den Norton Lane hinunter. Wie lange braucht man mit dem Fahrrad für die Strecke? Sie wird jeden Moment um die Ecke kommen, mit strampelnden Beinen, den Kopf gesenkt und den Rumpf gebeugt, als würde sie bei der Tour de France mitfahren. Ich versuche, sie auf dem Handy zu erreichen. Ich habe ihr meinen Apparat gegeben. Wir haben getauscht, damit ich mit Darcy reden konnte. Es ist besetzt. Mit wem spricht sie? Gideon hat sie nicht. Gideon gibt nur vor, Kinder zu entführen. Physische Konfrontation ist nicht sein Stil. Manipulation. Ausbeutung. Wahrscheinlich beobachtet er mich in diesem Moment und lacht, oder er beobachtet Julian. Er redet mit ihr. Von der Hügelkuppe blicke ich auf das Dorf hinab. Ich rufe Veronica Cray an. Keuchend und entfetzen berichte ich ihr, was geschehen ist. D.I. Cray versucht mich zu beruhigen. Sie möchte, dass ich rational reagiere. Es wäre nicht das erste Mal, dass Tyler blöft. Das ist seine Masche. Er muss irgendwo in der Nähe sein, sage ich. Wahrscheinlich hat er das Haus beobachtet. Sie sollten das Dorf abriegeln, die Straßen sperren. Ich kann nicht ein ganzes Dorf abriegeln, solange ich nicht sicher bin, dass ein Kind verschleppt worden ist. Orten Sie das Signal seines Handys. Ich schicke ein paar Streifenwagen. Er schicke ein paar Schienen, unter deren rostenden Fahrgestellen Unkraut wuchert. Bei den meisten habe ich keine Ahnung, wofür man sie benutzt. Das Bauernhaus ist das erste an der Straße. Hunde in einem Zwinger bellen aufgeregt. Abby öffnet die Tür. Ist Charlie hier? Nein. Wann ist sie gegangen? Schon vor Uhrzeiten. In welche Richtung ist sie gefahren? Sie mustert mich irritiert. Es gibt nur eine Richtung. War sonst noch jemand auf der Straße? Sie schüttelt den Kopf. Ich mache ihr Angst. Ich bin schon umgekehrt und laufe über den Hof zurück zur Straße. Ich kann sie nicht verpasst haben. Wohin soll sie sonst gefahren sein? Bis nach Norton St. Philip sind es zwei Meilen, und Charlie wäre garantiert nicht zwei Meilen in die entgegengesetzte Richtung von zu Hause gefahren. Ich rufe sie erneut auf dem Handy an. Warum telefoniert sie immer noch? Der Rückweg verläuft die meiste Zeit bergab. An den Hoftoren bleibe ich stehen und steige auf die Metallstreben, um eine bessere Sicht über die Felder zu haben. Als ich wieder über die Brücke komme, blicke ich in die Gräben zu beiden Seiten der Straße. An manchen Stellen wuchern Brombeeren und Brennnesseln hüfthoch. Am Rand des Asphalts erkenne ich Reifenspuren. Ein Fahrzeug muss am Straßenrand gehalten haben, um ein anderes vorbeizulassen. Dann sehe ich, halb verborgen von Unkraut, das Fahrrad. Ich wollte Charlie ein Rad mit Aluminiumrahmen kaufen, aber sie hat sich für ein Modell aus mattschwarzem Stahl mit Blitzen auf der Stange und stoßgefederter Vordergabel entschieden. Ich stapfe durch die Nesseln und Dornen, um das Rad aus dem Gebüsch zu zerren. Das Vorderrad ist von einem Aufprall verbogen und eingedrückt. Ich schreie ihren Namen. Aus den Bäumen steigt flatternd ein Schwarm Krähen auf. Mein Arm zittert, mein Bein, meine Brust. Ich mache einen Schritt und breche beinahe zusammen. Ich mache einen weiteren und stürze. Ich versuche aufzustehen. Es geht nicht. Ich schlucke hart, lasse das Fahrrad fallen und erklimme die Böschung zur Straße. Dann renne ich los wie ein Verrückter. Die Schrecken von zu später Einsicht und Bedauern haben mir die Luft abgeschnürt, sodass ich Charlies Namen nicht mehr über die Lippen bringe. Beim Anstieg auf den Mill Hill blockiert plötzlich mein linkes Bein in der Vorwärtsbewegung und ich falle der Länge nach hin. Schmerz spüre ich keinen. Ich rapple mich wieder auf die Füße und renne in einem sonderbar stolpernden Stechschritt weiter. Ich muss nach Hause. Ich habe versucht, Julian anzurufen. Die Nummer ist besetzt. Gideon redet mit ihr. Hinter der High Street blicke ich suchend auf die Fußwege. Vielleicht hat irgendjemand Charlie nach einem Sturz gefunden. Nicht Gideon. Jemand anderer. Ein guter Samariter. Als ich zum Haus komme, sehe ich Julian nackt und mit von Lippenstift verschmiertem Mund vor dem Schlafzimmerfenster stehen. Ich nehme zwei Stufen auf einmal, reiße die Tür auf, zerre sie vom Fenster weg, breite die Überdecke über ihre Schultern und nehme ihr das Telefon aus der Hand. Gideon ist noch am Apparat. Hallo, Joe. Hast du Charlie gefunden? Denkst du immer noch, dass ich blöffe? Nichts für ungut, aber ich habe es dir ja gesagt. Wo ist sie? Bei mir natürlich. Ich würde dich nie anlügen. Beweise es. Wie bitte? Du sollst beweisen, dass du sie hast. Welchen Körperteil soll ich dir schicken? Hol sie ans Telefon. Hol du Julian wieder ans Telefon. Nein. Ich will etwas von Charlie hören. Ich glaube nicht, dass du in der Position bist, irgendwelche Forderungen zu stellen, Joe. Ich werde keine Spielchen mit dir spielen, Gideon. Beweise mir, dass du Charlie hast, dann können wir reden, ansonsten habe ich kein Interesse. Ich drücke auf den roten Knopf des Mobiltelefons und beende das Gespräch. Julian stürzt sich schreiend auf mich und versucht mir, das Telefon aus der Hand zu reißen. Vertrau mir, ich weiß, was ich tue. Leg nicht auf, leg nicht auf. Setz dich, bitte, vertrau mir. Das Telefon klingelt. Ich gehe ran. Hol meine Tochter ans Telefon. Gideon explodiert. Mach das verdammt noch mal, ja nie wieder mit mir! Ich lege auf. Julian schluchzt. Er wird sie umbringen, er wird sie umbringen! Das Telefon klingelt. Ich schwöre, wenn du das noch mal machst, werde ich... Ich drücke auf den Knopf und würge ihn ab. Er ruft wieder an. Willst du, dass sie stirbt? Willst du, dass ich sie umbringe? Ich mache es sofort! Ich lege auf. Julian kämpft mit mir um das Handy und trommelt mit beiden Fäusten gegen meine Brust. Ich muss das Telefon außerhalb ihrer Reichweite halten. Lass mich mit ihm reden! Lass mich reden! schreit sie. Ich weiß, was ich tue. Leg nicht auf! Zieh dir einfach was an und geh nach unten. Die Polizei kommt gleich. Du musst sie reinlassen. Ich versuche, selbstbewusst zu klingen, aber tief drinnen habe ich solche Angst, dass ich kaum richtig funktioniere. Ich weiß nur, dass Gideon bis jetzt die Fäden gezogen hat wie ein Marionettenspieler, der alles unter Kontrolle hat. Ich muss dieses Muster durchbrechen. Ich muss ihn bremsen. Die erste Regel bei jeder Geiselverhandlung ist das Beharren auf einem Lebensbeweis. Gideon will nicht verhandeln. Noch nicht. Ich muss dafür sorgen, dass er seine Pläne überdenkt und seine Methode ändert. Das Telefon klingelt wieder. Gideon tobt. Hör gut zu, du Wichser! Ich schlitze sie auf! Ich schaue zu, wie ihre Eingeweide dampfen! Ich lege auf, während Julian nach dem Telefon hechtet und auf dem Boden landet. Ich bücke mich, um ihr aufzuhelfen. Sie schlägt meine Hand weg und starrt mich an, das Gesicht vor Wut und Angst verzerrt. Du warst das! Du hast das über uns gebracht! Kreischt sie und stößt mit dem Finger nach mir. Dann senkt sie die Stimme zu einem Flüstern. Ich habe dich gewarnt. Ich habe dir gesagt, misch dich nicht ein. Ich wollte nicht, dass du diese Familie mit deinen kranken, verdrehten Patienten, Psychopathen und Sadisten infizierst, mit denen du dich so gut auskennst. Wir bekommen sie wieder, sage ich, aber Julian hört nicht zu. Charlie, die arme Charlie! Sie lässt sich stöhnend aufs Bett fallen und schluchzt laut. Ihr Kopf hängt über ihre nackten Schenkeln. Es gibt nichts, womit ich sie trösten könnte. Ich kann mich selber nicht trösten. Das Telefon klingelt. Ich nehme ab. Hallo, Dad. Ich bin's. Mir bricht das Herz. Hallo, Schätzchen, geht's dir gut? Ich habe mir am Bein wehgetan. Mein Fahrrad ist kaputt. Tut mir leid. Das war nicht deine Schut. Ich habe Angst. Sie kann den Satz nicht beenden. Das Wort bleibt unvollendet. Ich höre, wie Klebeband von einer Rolle gerissen wird. Verabschiede dich von ihr, Joe, denn du wirst sie nicht wiedersehen. Glaubst du, du könntest mich verarschen? Du hast ja keine Ahnung, wozu ich fähig bin. Charlie hat nichts mit all dem zu tun. Nennen wir sie einen Kollateralschaden. Warum hast du sie genommen? Ich will das, was du hast. Deine Frau und deine Tochter sind tot. Tatsächlich. Nimm mich stattdessen. Dich will ich nicht. Ich höre, wie weiteres Klebeband von der Rolle gerissen wird. Was machst du? Ich packe mein Geschenk ein. Lass uns über deine Frau reden. Warum? Hast du sie gefunden? Nein. Na, ich habe ja jetzt eine neue Freundin zum Spielen. Sagt Julian, ich rufe sie später an und schildere ihr alle Details. Bevor ich noch eine Frage stellen kann, ist die Leitung tot. Ich wähle die Nummer, aber Gideon hat das Handy ausgeschaltet. Julian sieht mich nicht an. Ich wickle die Decke um ihre Schultern. Sie weint nicht. Sie schreibt mich nicht an. Die einzigen Tränen sind meine eigenen, die in meinem Innern strömen. Nie sind sie so frei geflossen. Ein Dutzend Detektives und doppelt so viele uniformierte Polizisten haben das Dorf und die Zufahrtsstraßen abgeriegelt. Transporter und LKW werden durchsucht, Autofahrer befragt. Veronica Cray ist mit Safari Roy in der Küche. Sie sehen mich mit einer Mischung aus Respekt und Mitleid an. Ich frage mich, ob ich konfrontiert mit dem Unglück anderer genauso wirke. Julian hat zweimal geduscht und Jeans und einen Pullover angezogen. Sie hat die Körpersprache eines Vergewaltigungsopfers, die Arme starr vor der Brust verschränkt, als wollte sie verzweifelt etwas festhalten, das zu verlieren sie sich nicht leisten kann. Sie sieht mich nicht an. Oliver Rapp hat zwei neue Handys, die er orten kann, Mainz und das Mobiltelefon, das Gideon benutzt hat, als er Julian zum ersten Mal angerufen hat. Er sollte in der Lage sein, die Signale zu lokalisieren, die die Telefone bis vor etwa einer Stunde gesendet haben, ehe Gideon den Kontakt abgebrochen hat. »Wichtig ist, dass Tyler wieder anruft«, sagt D.I. Cray. »Das wird er«, sage ich, und starre auf Julians Handy, das auf dem Küchentisch liegt. Er kannte ihre Nummer. Er kannte unsere Festnetznummer. Er wusste, was sie anhatte und welcher Lippenstift und welcher Schmuck auf ihrer Schminkkommode lagen. Julian hat mir nicht genau erzählt, was Gideon gesagt hat. »Wenn sie eine Patientin in meiner Praxis wäre, würde ich sie auffordern zu reden, Dinge in einen Zusammenhang zu stellen, das Trauma zu bewältigen. Aber sie ist keine Patientin. Sie ist meine Frau, und ich will die Einzelheiten nicht wissen. Ich will so tun, als wäre nichts passiert.« »Gideon, Tyler ist in meinem Haus gewesen. Er hat alles, was wichtig ist, genommen. Vertrauen, Seelenfrieden, Ruhe. Er hat meinen Kindern beim Schlafen zugesehen. Emma hat gesagt, sie hätte ein Gespenst gesehen. Sie ist aufgewacht und hat mit ihm gesprochen. Er hat Julien isoliert. Ihr gesagt, welchen Lippenstift sie auftragen und welchen Schmuck sie anlegen soll. Er hat sie dazu gezwungen, sich nackt ans Schlafzimmerfenster zu stellen. An die Festnetzleitung des Hauses werden Aufnahmegeräte angeschlossen, und ein Scanner ist programmiert worden, um die Handygespräche aufzufangen. Unsere SIM-Karten sind in Handys mit GPS-Funktionen transferiert worden. Ich frage, warum? Die I.Cray sagt, es sei eine Vorsichtsmaßnahme. Möglicherweise wollen sie eine mobile Fangschaltung versuchen. Gerahmt von dem Fenster sieht das Dorf aus wie die Illustration aus einem Kinderbuch, mit großen, bauchigen Wolken, die von Sonnenstrahlen gestreift werden. Ich höre, wie oben erneut die Dusche läuft. Julien versucht ein weiteres Mal, das Geschehene abzuwaschen. Wie lange ist das jetzt her? Drei Stunden. Egal, was geschieht, dieser Tag wird sich in Charlies Gedächtnis graben. Die Erinnerung an Gideon Theilers Gesicht, an seine Worte und seine Berührungen wird sie verfolgen. Monk duckt sich in der Tür, als er die Küche betritt und den Raum unversehens kleiner wirken lässt. Er sieht D.I.Cray an und schüttelt den Kopf. Die Polizei hat an jede Tür geklopft, Bewohner befragt und Charlies Weg zurückverfolgt. Nichts. Ich weiß, was sie denken. Gedächtnis ist weg. Er hat es geschafft zu entkommen, bevor die Polizei die Straßen abgeriegelt hat. Seit zwölf Uhr zweiundvierzig hat keines der beiden Handys, die Gedächtnis benutzt hat, ein Signal gesendet. Er weiß garantiert, dass wir ihn darüber orten können, deswegen wechselt er so häufig die Telefone und schaltet sie zwischendurch aus. Wie auf Stichwort trifft in diesem Moment Oliver Rapp ein. Wie ein nervöser Stadtstreicher schlurft er, eine Laptop-Tasche über der Schulter, eine karierte Mütze auf dem Kopf den Weg zum Haus hinauf. Auf der Türmatte streift er sorgfältig den Dreck von seinen Schuhen. Er baut seine Laptop auf dem Küchentisch auf und lädt die neuesten Daten der am nächsten gelegenen Basisstationen herunter, um das Signal zu triangulieren. In Gegenden wie dieser ist es schwieriger, erklärt er und streicht unsichtbare Falten aus seiner Hose. Es gibt weniger Sendemasten. Oliver schnaubt. Beide Anrufe liefen über denselben Mast. Den nächsten. Er macht eine Pause. Aber ihr Ausgangspunkt liegt außerhalb dieser Gegend. Was bedeutet das? Er war nicht im Dorf, als er sie angerufen hat. Er hat die Gegend bereits verlassen. Aber er wusste, was Julian anhatte. Er hat sie gezwungen, sich ans Schlafzimmerfenster zu stellen. Oliver zuckt die Achseln. Dann muss er sie irgendwann vorher gesehen haben. Er wendet sich wieder dem Bildschirm zu und erläutert Charlies Bewegungen. Sie hatte mein Handy in der Tasche, dessen Kontrollsignal von einem Mast südlich von Wellow empfangen wurde, solange sie bei Abby war. Das Signal veränderte sich, als sie gegen Mittag von dem Bauernhof aufbrach. Eine Analyse der Stärke deutet darauf hin, dass sie nach zu Hause unterwegs war. Auf diesem Weg hat Gideon sie von ihrem Fahrrad gestoßen und in die entgegengesetzte Richtung verschleppt. Oliver ruft ein Satellitenfoto auf, das er mit einer Karte unterlegt, auf der die Standpunkte der Telefonmasten verzeichnet sind. Sie sind bis zur Wells Road in südlicher Richtung gefahren und dann weiter nach Westen durch Redstock und Midsommar Norton. Wo endet das Signal? Am Stadtrand von Bristol. Die I.C. beginnt, Befehle zu erteilen, hebt die Absperrung des Dorfes auf und teilt die Beamten neu ein. Ihre Stimme klingt metallisch, als würde sie von einem von Oliver Rapps Satelliten abprallen. Das Zentrum der Ermittlungen entfernt sich von meinem Haus. Die I.C. winkt Oliver Rapp zu. Wir wissen, dass Tyler zwei Handys hat. Wenn er eins von beiden einschaltet, will ich, dass sie ihn orten. Ich will nicht wissen, wo er gestern oder vor einer Stunde war. Ich will wissen, wo er jetzt ist. Julian wartet oben im Flur in einer Ecke zwischen dem Fenster und dem Schlafzimmer. Ihr dunkles Haar ist von der Dusche noch feucht und verfilzt. Sie hat sich wieder umgezogen und trägt jetzt eine dunkle Hose, eine Strickjacke aus Kaschmir und nur eine Spur von Lidschatten und Rouge. Ich bin fassungslos, wie schön sie ist. Im Vergleich dazu fühle ich mich uralt und klapprig. Was denkst du? Glaub mir, das willst du nicht wissen, erwidert sie. Ich erkenne ihre Stimme kaum wieder. Ich glaube nicht, dass er Charlie etwas antun will. Das weißt du nicht, flüstert sie. Ich kenne ihn. Julian blickt auf und sieht mich herausfordernd an. Das will ich nicht hören, Joe, denn wenn du einen solchen Mann kennst, wenn du verstehst, warum er das macht, dann frage ich mich, wie du nachts schlafen kannst, wie du... du... Sie bringt den Satz nicht zu Ende. Ich versuche, sie zu umarmen, aber sie versteift sich und windet sich aus meinen Armen. Du kennst ihn nicht, sagt sie anklagend. Du hast gesagt, er würde blöffen. Bis jetzt hat er das auch getan. Ich glaube nicht, dass er ihr etwas antun wird. Er tut dir schon jetzt etwas an. Siehst du das nicht? Allein dadurch, dass er sie entführt hat. Sie wendet sich wieder dem Fenster zu. Du hast das über uns gebracht, wirft sie mir vor. Das hätte ich nie erwartet. Wie sollte ich das ahnen? Ich habe dich gewarnt. Neben all der Angst und Ungewissheit in ihrem Gesicht erkenne ich etwas, was zu sehen ich nicht erwartet habe. Verachtung, Abscheu. Ich liebe dich nicht mehr, sagt sie ausdruckslos, kalt. Nicht richtig. Nicht so wie früher. Es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt nur Liebe. Sie schüttelt den Kopf und wendet sich ab. Ich habe das Gefühl, dass etwas Lebenswichtiges aus meiner Brust geschnitten worden ist. Mein Herz. Sie lässt mich im Flur stehen. Gideon ist gelernter Schlosser. Er kann praktisch jede Tür öffnen. Ein Haus, eine Wohnung, ein Lager, ein Büro. Es gibt tausende leerstehender Immobilien in Bristol, und in jeder könnte er Charlie verstecken. Veronica Cray hat sich mit Monk und Safari Roy in der Küche beraten und bittet uns jetzt zu einer Taktikbesprechung. Wir müssen entscheiden, was wir tun, wenn er wieder anruft, sagt sie. Wir müssen vorbereitet sein. Oliver braucht Zeit, um die Quelle zu bestimmen und zu orten. Deshalb ist es wichtig, Tyler so lange wie möglich am Telefon zu halten. Sie sieht Julian an. Trauen Sie sich das zu? Ich mache es, antworte ich für Sie. Vielleicht spricht er nur mit Ihrer Frau, erwidert D.I. Cray. Wir haben ihn gezwungen, mit mir zu sprechen. Bieten Sie ihm keine andere Option. Und wenn er ablehnt? Er will ein Publikum. Lassen Sie ihn mit mir reden. Julian ist nicht stark genug. Julian wird wütend. Sprich nicht von mir, als wäre ich nicht anwesend. Ich will dich bloß schützen. Ich brauche keinen Schutz. Ich will widersprechen, aber sie explodiert. Sag kein Wort mehr, Joe. Rede nicht für mich und rede nicht mit mir. Ich weiche zurück, wie um einem Schlag auszuweichen. Diese Feindseligkeit hat alle verstummen lassen. Niemand sieht mich an. Sie sollten sich beide beruhigen, sagt D.I. Cray. Als ich aufstehen will, spüre ich Monks Hand auf meiner Schulter, die mich auf meinen Stuhl drückt. Veronica Cray wendet sich an Julian und skizziert die möglichen Szenarien. Bis jetzt hat D.I. Cray mir immer Respekt entgegengebracht und meinen Rat geschätzt. Jetzt glaubt sie, meine Urteilskraft sei kompromittiert. Ich bin zu persönlich betroffen. Auf meine Einschätzungen ist kein Verlass mehr. Die ganze Szene hat etwas Traumartiges und Verqueres bekommen. Die anderen verhalten sich professionell und besonnen. Ich bin ramponiert und habe die Kontrolle verloren. Veronica Cray möchte die Operation in die Trinity Road verlegen, damit die Polizei leichter reagieren kann. Unsere Festnetzleitung wird in den Einsatzraum umgeleitet. Julian beginnt mit kaum hörbarer Stimme Fragen zu stellen. Sie will weitere Details der Strategie wissen. Oliver Rapp braucht mindestens fünf Minuten, um einen Anruf zu verfolgen und das Signal anhand der drei nächstgelegenen Sendemasten zu triangulieren. Wenn die Uhren in den Basisstationen perfekt synchronisiert sind, kann er den Standort des Anrufers möglicherweise auf hundert Meter genau bestimmen. Julian wird in einem Mantel zu einem Polizeiwagen geführt. Veronica Cray geht neben ihr. Ich darf sie nicht begleiten. Monk soll auf mich aufpassen. Ich sehe ihnen nach. Sie irren sich. Jede Faser meines Seins sagt mir, dass sie sich irren. Ich kenne Gideon Tyler. Ich weiß, wie sein Verstand funktioniert. Er wird Julian zerstören. Es spielt keine Rolle, dass sie die stärkste, mitfühlendste, intelligenteste Frau ist, die ich kenne. Darauf hat er es abgesehen. Je mehr sie empfindet, desto stärker wird er sie beschädigen. Wenn ein Mann nicht sein Eigen nennen kann, findet er Wege, sich in den Besitz von anderen zu bringen. Zum Beispiel dieses Haus. Der arabische Geschäftsmann, dem es gehört, ist noch weg, wie ein Zugvogel über den Winter in den Süden geflogen. Vor seiner Rückkehr wird ein Hausmeister die Räume lüften und die Kissen aufschütteln. Einen Gärtner gibt es auch. Der kommt im Sommer zweimal die Woche, im Winter jedoch nur einmal, weil das Gras nicht mehr wächst und die welten Blätter zu verrottenden Haufen zusammengehakt wurden. Wie ich mich erinnere, ist das Haus groß und plump mit einem Turmzimmer mit Blick auf die Brücke. Eine Wetterfahne zeigt ständig nach Osten. Fenster und Türen sind gesichert. Ich räume den Holzschuppen im Garten aus, stelle die Sachen in die Garage und grabe ein Loch in den Boden des Schuppens. Dann sehe ich wieder nach dem Mädchen. Sie liegt in einem Schlafzimmer im zweiten Stock, auf einer unbezogenen Matratze auf einem Bettgestell aus Eisen. Sie kann mich nicht sehen. Ihre Augen sind verbunden. Die Hände sind mit Plastik-Schnur auf dem Rücken gefesselt, ihre Füße mit einer Kette, die ihr gerade genug Spiel zum Humpeln lässt. Weit kann sie ohnehin nicht laufen. Um ihren Hals liegt eine Schlinge, die an einen Heizkörper geknotet ist. Das Seil ist lang genug, dass sie das kleine Badezimmer mit Toilette und Waschbecken erreichen kann. Sie spricht. Sie lauscht. Ist da jemand? Sie lauscht. Hallo? Kann mich jemand hören? Dann lauter. Hilfe! Hilfe! Bitte! Hilfe! Ich drücke auf Aufnahme. Der Kassettenrekorder springt an. Schrei, meine Kleine, schrei so laut du kannst. Eine kleine Lampe wirft ihren Schein in das Zimmer, aber nicht bis in meine Ecke. Es gelingt ihr, sich von dem Klebeband vor ihren Augen und der Schlinge um ihren Hals zu befreien. In diesem Moment klatsche ich laut in die Hände. Der spöttische Applaus heilt in dem stillen Zimmer wieder wie ein Pistolenschuss. Das Mädchen schreit auf und will wegrennen, aber die Kette um ihre Füße reißt sie zu Boden. Ich packe ihren Nacken, drücke sie auf den Boden, hocke mich rittlings auf sie und spüre, wie die Luft aus ihrer Lunge gepresst wird. Ich greife eine Strähne ihres Haares, ziehe ihren Kopf nach hinten und flüstere in ihr Ohr. Du bist ein sehr schlaues Mädchen, Schneeflöckchen. Diesmal muss ich gründlicher sein. Nein! 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 Bitte! Lassen Sie mich gehen! Die erste Schlaufe des Klebebands versiegelt ihre Nase und blockiert ihre Atemwegel. Die zweite Runde bedeckt ihre Augen. Ich packe ihre Haare und gehe ziemlich grob zu Werke. Weitere Klebestreifen höhen ihre Stirn und ihr Kinn in Plastik ein. Sie wirft panisch den Kopf hin und her, bald liegt nur noch ihr Mund frei. Als sie ihn zum Schreien öffnet, schiebe ich einen Schlauch zwischen ihren Lippen und Zähnen hindurch bis in ihren Rachen. Sie wirkt. Ich ziehe den Schlauch wieder ein Stück heraus. Das Klebeband löst sich quietschend von der Rolle, als ich weitere Schlaufen davon um ihren Kopf wickele. Ihre Welt ist dunkel geworden. Ich höre, wie sie pfeifend durch den Schlauch atmet. Hör mir zu, Schneeflöckchen, sage ich leise zu ihr. Wehr dich nicht. Je mehr du dich wehrst, desto schlechter bekommst du Luft. Sie ringt immer noch mit meinem Arm. Ich halte das Ende des Schlauches mit einem Finger zu. Sie erstarrt panisch am ganzen Körper. So leicht ist es, Schneeflöckchen. Ich kann deinen Atem mit einem Finger stilligen. Nicke, wenn du mich verstehst. Sie nickt. Ich nehme meinen Finger weg. Sie saugt durch den Schlauch Luft ein. Atme ganz normal, erkläre ich ihr. Es ist eine Panikattacke, sonst nichts. Ich mache einen Schritt zurück, schalte ihr Handy ein und warte, bis das Display aufleuchtet. Dann wähle ich die Kamerafunktion und halte das Bild fest. Ich verlasse das Haus und gehe die Stufen hinunter. Die Garage steht in einem kleinen Wäldchen. Mein Van parkt neben einem Range Rover, der dem Araber gehört. Den Schlüssel hat er hilfsbereit an einem Haken in der Speisekammer zurückgelassen. Heute nehmen wir den Range Rover, verkünde ich mir selber. Das Garagentor hebt sich automatisch. Kies knirscht unter den Reifen. Ich biege rechts in die Bridge Road und wieder rechts in die Clifton Down Road ein. Ich schlängle mich über den Victoria Square und fahre die Queens Road hinunter. Einkaufsbummler schwärmen über die Bürgersteige und der dichte Verkehr des Sonntagnachmittags hat die Kreuzungen verstopft. Ich steuere ein mehrstöckiges Parkhaus neben der Eishalle an und kurve auf der Suche nach einem freien Platz die Betonrampen hoch. Der Range Rover verriegelt sich mit einem beruhigenden Klicken und einem Blinken der Lichter. Ich gehe die Treppe hinunter ins Freie und folge der Frogmore Street, bis ich in der Menge der Einkaufenden und Touristen untergetaucht bin. Vor mir liegt die geschwungene Fassade des Council House, jenseits davon die Kathedrale. Die Ampeln springen um, Gänge werden eingelegt, ein Bus mit offenem Oberdeckgondel zwischen Dieseldämpfen aus den Auspuffrohren dahin. Ich warte an der Ampel und schalte das Handy ein. Das Display leuchtet mit einem Sing-Sang-Ton auf. Menü, Optionen, letzte gewählte Nummer. Sie meldet sich voller Hoffnung. Charlie? Hallo, Julian. Hast du mich vermisst? Ich möchte mit Charlie sprechen. Ich fürchte, sie ist beschäftigt. Ich muss wissen, dass es ihr gut geht. Vertrau mir. Nein, ich will ihre Stimme hören. Bist du sicher? Ja. Ich drücke auf die Play-Taste und spiele die Aufnahme ab. Charlies Schreie dringen in ihr Ohr, zerfetzen ihr Herz und vertiefen die Risse in ihrer Seele. Ich stoppe das Band. Juliens Atem geht zitternd. Hört dein Mann zu? Nein. Was hat er über mich gesagt? Er sagt, sie werden Charlie nichts tun. Er sagt, sie tun Kinder nichts. Und du glaubst ihm? Ich weiß nicht. Was hat er noch über mich gesagt? Er sagt, sie wollen Frauen bestrafen. Mich bestrafen? Aber ich habe ihnen doch gar nichts getan. Charlie hat nichts getan. Bitte lassen sie mich mit dir reden. Ihr Gejammer fängt an, mir auf die Nerven zu gehen. Warst du je untreu, Julian? Nein. Du lückst mich an. Du bist genau wie alle anderen. Du bist eine verschlagene, verlogene, verräterische Hure mit einem Pestloch zwischen den Beinen und einem weiteren im Gesicht. Eine an der Ampel wartende Fußgängerin hat den letzten Satz mitgehört. Sie reißt die Augen auf. Ich beuge mich näher zu ihr und sage, Sie sucht so hastig das Weite, dass sie fast über die eigenen Füße stolpert. Ich überquere die Straße und gehe durch die Parkanlage vor der Bristol Cathedral. Mütter schieben Kinderwagen. Ältere Paare sitzen auf Parkbänken. Tauben flattern von dem Dachgesims der Kathedrale auf. Ich frage dich noch einmal, Julian. Warst du je untreu? Nein. Schluchzt sie. Und was ist mit deinem Chef? Du rufst ihn ständig an? Du bleibst bei ihm in London? Er ist ein Freund. Ich habe gehört, wie du mit ihm geredet hast, Julian. Ich habe gehört, was du gesagt hast. Nein. Nein, ich will nicht darüber reden. Weil die Polizei dieses Gespräch mithört, sage ich. Du hast furchtbare Angst, dass dein Mann die Wahrheit erfahren könnte. Soll ich es ihm sagen? Er kennt die Wahrheit. Soll ich ihm sagen, dass du es leid warst, in seinem Bett zu liegen und seinen pickeligen Rücken zu betrachten und deshalb eine Affäre hattest? Bitte nicht. Ich möchte bloß mit Charlie reden. Ich spähe durch den feinen Nieselregen zu den Gebäuden auf der anderen Seite der Park Street. Auf dem Weinmuseum kann ich die Umrisse eines Telefonmasts ausmachen. Wahrscheinlich ist es der nächste. Ich weiß, dass dieser Anruf aufgezeichnet wird, Julian. Wahrscheinlich ist es die reinste Partyline. Und dein Job ist es, mich so lange wie möglich am Telefon zu halten, damit sie das Signal orten können. Sie zögert. Nein. Du bist keine sehr gute Lügnerin. Ich habe mit einigen der besten Lügner gearbeitet und sie haben mich nie lange angelogen. Ich überquere das College Green im Schatten der Kathedrale und blicke in die Anchor Road. In einem Umkreis von knapp einem Kilometer gibt es garantiert fünfzehn Telefonmasten. Wie lange brauchen Sie, um mich zu finden? Charlie ist sehr geschmeidig, nicht wahr? Wie sie ihren Körper verbiegen kann. Sie kann ihre Knie bis an die Ohren ziehen. Sie macht mich sehr glücklich. Bitte rühren Sie sie nicht an. Dafür ist es längst zu spät. Du solltest hoffen, dass ich sie nicht umbringe. Warum tun Sie das? Frag deinen Mann. Er ist nicht hier. Warum nicht? Habt ihr beiden euch gestritten? Hast du ihn rausgeschmissen? Gibst du ihm die Schuld für all das? Was wollen Sie von mir? Ich will, was er hat. Das verstehe ich nicht. Ich will, was mir gehört. Ihre Frau und ihre Tochter sind tot. Hat er dir das erzählt? Ihr Verlust tut mir sehr leid, Mr. Tyler, aber wir haben Ihnen in keiner Weise etwas getan. Bitte lassen Sie Charlie frei. Hat sie schon ihre Regel? Was spielt das für eine Rolle? Ich will wissen, ob sie schon einen Eisprung hat. Vielleicht pflanze ich ein Baby in sie. Du könntest Großmutter werden. Eine bezaubernde Omi. Nehmen Sie stattdessen mich. Warum sollte ich eine Großmutter wollen? Ich will ganz ehrlich zu dir sein, Julian. Du bist eine wirklich gut aussehende Frau, aber deine Tochter ist mir lieber. Es ist nicht so, dass ich auf kleine Mädchen stehe. Ich bin nicht pervers. Siehst du, Julian, wenn ich sie ficke, ficke ich dich. Wenn ich ihr wehtue, tue ich dir weh. Ich kann dich so berühren, wie du es dir nicht mal vorstellen kannst, ohne auch nur einen Finger an dich zu legen. Ich blicke nach links und nach rechts. Leute laufen an mir vorbei. Manchmal rempelt mich jemand an und entschuldigt sich. Ich lasse den Blick über die vormähligende Straße schweifen. Ich mache alles, was Sie wollen, schluchzt sie. Ich glaube dir nicht. Du musst es beweisen. Wie? Du musst es mir zeigen. Okay, aber nur, wenn Sie mir Charlie zeigen. Das kann ich tun. Ich zeige sie dir jetzt gleich. Ich schicke dir etwas. Ich drücke auf eine Taste und das Foto wird gesendet. Ich warte lauschend auf ihre Reaktion. Da ist sie. Ein scharfes Einatmen, ein erstickter Schrei. Ihr fehlen die Worte, während sie auf den mit Klebeband umwickelten Kopf ihrer Tochter starrt, die durch einen Schlauch im Mund atmet. Tröss deinen Mann, Julian. Sag ihm, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Polizeiwagen fahren in südliche Richtung über die St. Augustine's Parade. Ich besteige einen Bus in die Gegenrichtung und beobachte die vorbeirasenden Streifenwagen. Ich lehne den Kopf an die Fensterscheibe und blicke die Christmas Steps hinunter, die rechts von mir abfallen. Fünf Minuten später steige ich vor dem Kreisverkehr in der Lower Maudlin Street wieder aus, strecke die Arme über den Kopf und spüre, wie meine Wirbel knacken. Der Bus ist um eine Ecke gebogen. Eingeklemmt zwischen zwei Sitzen und eingewickelt in ein Hamburger Papier sendet das Handy weiter. Aus den Augen. Aus dem Sinn. Ich höre nicht, wie die Tür geöffnet wird. Die Schritte im Flur höre ich auch nicht. Hallo. Ich öffne die Augen. In der Küche steht Darcy in Hut, Jeansjacke und Flickenjeans. Wie bist du hergekommen? Ein Freund hat mich mitgenommen. Ich wende mich zur Tür und sehe Ruiz. Zerknittert. Besorgt. Wie geht's, Joe? Nicht so gut. Er schlurft näher. Wenn er mich umarmt, breche ich in Tränen aus. Darcy tut es für ihn, legt ihre Arme um meinen Hals und drückt mich an sich. Ich hab es im Radio gehört, sagt sie. Ist es derselbe Mann, der, den ich im Zug getroffen habe? Ja. Sie streift ihre regenbogenfarbenen Handschuhe ab. Ihre Wangen glühen von dem plötzlichen Temperaturwechsel. Wie habt ihr beiden euch denn gefunden? Frage ich. Darcy sieht Ruiz an. Ich habe mehr oder weniger bei ihm gewohnt. Seit wann? Seit ich weggelaufen bin. Ich sehe Ruiz an. Du hast gesagt, deine Tochter wäre zu Besuch. Ist sie auch, erwidert er und tut meinen Ärger mit dem gleichen leichten Achselzucken ab, mit dem er seinen Mantel abstreift. Claire ist Tänzerin, fügt Darcy hinzu. Wusstest du, dass sie am Royal Ballet ausgebildet wurde? Sie sagt, es gibt für Leute wie mich ein Stipendium für besondere Härtefälle. Sie will mir bei der Bewerbung helfen. Ich höre nach wie vor nicht auf den Sinn ihrer Worte, sondern warte immer noch auf eine Erklärung von Ruiz. Die Kleine brauchte ein paar Tage Ruhe. Ich dachte, es könnte nicht schaden. Ich habe mir Sorgen um sie gemacht. Du bist nicht für sie verantwortlich, stellt er mit einem leicht scharfen Unterton fest, der mich grübeln lässt, wie viel er weiß. Darcy redet immer noch. Vincent hat meinen Vater gefunden. Ich habe ihn getroffen. Es war ziemlich seltsam, aber ganz okay. Ich dachte, er würde besser aussehen, wäre größer oder vielleicht berühmt, aber er ist nur ein gewöhnlicher alter Typ. Ganz normal. Er importiert Lebensmittel. Ruiz hat mir gegenüber Platz genommen und die Hände flach auf den Tisch gelegt. Ich habe den Kerl überprüft. Wohnt in Cambridge. Verheiratet, zwei Kinder. Er ist in Ordnung. Dann wechselt er das Thema und fragt nach Julian. Sie ist mit der Polizei weggefahren. Solltest du nicht bei ihr sein? Sie will mich nicht dabei haben und die Polizei hält mich für einen Risikofaktor. Risikofaktor. Interessante Einschätzung. Andererseits habe ich deine Ideen auch oft für gefährlich subversiv gehalten. Ich bin ja wohl kaum ein Radikaler. Eher ein Kandidat für die Rotarier. Er neckt mich, aber mir fehlt die Kraft für ein Lächeln. Darcy fragt nach Emma. Sie ist weg. Meine Eltern haben sie mit nach Wales genommen. Immogen auch. Meine Mutter brachen Tränen aus, als sie Charlies Zimmer sah und hörte nicht auf zu schluchzen, bis mein Vater ihr eine Kurpackung Papiertaschentücher in die Hand drückte und erklärte, sie solle im Wagen warten. Alle meinen es gut. Drei meiner Schwestern haben mich angerufen und versichert, dass sie meine Unerschütterlichkeit bewundern und für uns beten. Leider habe ich kein Interesse, mir Klischees und tröstende Worte anzuhören. Ich möchte Türen eintreten und Bäume rütteln, bis ich Charlie zurück habe. Ruiz entfaltet einen Zettel und breitet ihn auf dem Küchentisch aus. Das wurde heute Nachmittag gefaxt, sagte er, von der Seenotrettungszentrale in Piraeus. Es ist das Faximile eines Fotos. Eine Frau mit kurzen dunklen Haaren und einem runden Gesicht, etwa Mitte dreißig. Ihre Personalien sind klein in eine Ecke gedruckt. Helen Tyler, geborene Chambers. Geburtstag, 6. Juni 1971. Britische Staatsbürgerin. Hautfarbe, weiß. Größe, 1,75 Meter. Haarfarbe, braun. Augenfarbe, braun. Ich habe noch mal angerufen, um sicherzugehen, dass kein Irrtum vorliegt, sagte er. Das ist das Foto, das bei der Suche nach Teilers Frau benutzt wurde. Ich starre auf das Bild, als erwartete ich, dass es plötzlich vertrauter werden würde. Obwohl die Frau etwa gleich alt ist, sieht sie der auf dem Passfoto, das Brian Chambers mir gegeben hat, kein bisschen ähnlich. Sie hat kürzere Haare, eine höhere Stirn und andere Augen. Es kann nicht dieselbe Person sein. Was ist mit Chloe? Ruiz klappt sein Notizbuch auf und zieht ein Polaroid heraus. Sie haben dieses Foto benutzt. Ein Gast des Hotels, in dem Sie gewohnt haben, hat es gemacht. Das Mädchen erkenne ich wieder. Ihr blondes Haar leuchtet wie eine Fackel. Sie sitzt auf einer Schaukel. Das Gebäude im Hintergrund hat weiße Wände, an denen wilde Rosen an einem Spalier ranken. Ich betrachte noch mal das gefaxte Foto auf dem Küchentisch. Ruiz hat sich einen Scotch eingegossen und setzt sich mir wieder gegenüber. Wer hat den Griechen die Fotos gegeben? Frage ich. Sie kamen über das Außenministerium und die britische Botschaft. Und woher hatte das Außenministerium das Foto? Von ihrer Familie. Was, wenn niemand auf Patmos wußte, wie Helen und Chloe Tyler wirklich aussehen? Frage ich. Wie meinst du das? Was, wenn Mutter und Tochter bereits unter einem anderen Namen reisten? Ruiz schüttelt den Kopf. Ich komme da nicht mit. Helen und Chloe sind Anfang Juni auf der Insel angekommen. Sie haben ein Hotelzimmer genommen, sich unauffällig verhalten und alles in bar bezahlt. Sie reisten unter falschem Namen, weil sie wußten, dass Gideon sie suchte. Dann sinkt durch eine schreckliche Wendung des Schicksals an einem stürmischen Nachmittag die Fähre. Helen erkennt eine Möglichkeit, ganz zu verschwinden. Sie wirft ihr Gepäck ins Meer und meldet Helen und Chloe Tyler als vermisst. Sie besticht einen Rucksack-Touristen und einen Marinetaucher, damit diese gegenüber der Polizei lügen. Ruiz spinnt den Faden weiter, und der Rucksack-Tourist hat plötzlich genug Geld, um weiterzureisen, obwohl seine Eltern ihn zurückerwarten. Und der diskreditierte Marinetaucher, der sich mit einem Disziplinarverfahren konfrontiert sieht, könnte das Geld bestimmt auch gut gebrauchen. »Was ist mit der Deutschen?«, fragt er. »Was hat sie zu gewinnen?« Ich blättere die Zeugenaussagen noch einmal durch und ziehe ihre heraus. »Jelena Schäfer, geboren 1971.« Ich werfe einen Blick auf das Geburtsdatum und spüre ein Kribbeln. »Wie lange war Helen in Deutschland?« »Sechs Jahre.« »Lange genug, um die Sprache fließend zu sprechen.« »Du glaubst, Jelena ist eine Variante des Namens Helen.« Ruiz beugt seinen Oberkörper vor und lässt die Hände zwischen den Knien hängen. Er sieht aus wie eine verwirrte antike Statue. Er schließt einen Moment die Augen, um die Details aus meiner Perspektive zu sehen. »Du willst damit also sagen, die deutsche Geschäftsführerin des Hotels ist Helen Chambers?« Die Geschäftsführerin war die glaubwürdigste Zeugin, die die Polizei hatte. Warum sollte sie falsche Aussagen über eine englische Mutter und ihre Tochter machen, die Gäste des Hotels waren? Es war die perfekte Tarnung. Helen konnte Deutsch. Sie konnte vorgeben, Jelena Schäfer zu sein und den Tod ihres früheren Ich bestätigen. Ruiz macht die Augen wieder auf. Der Hausmeister klang nervös, als ich mit ihm gesprochen habe. Er hat gesagt, Jelena Schäfer wäre in Urlaub. Eine Tochter hat er nicht erwähnt. »Wie lautet die Nummer des Hotels?« Ruiz findet sie in seinem Notizbuch. Ich rufe das Hotel an und warte. Eine schläfrige Stimme antwortet. »Hallo? Internationaler Flughafen Athen. Wir haben eine Tasche gefunden, die vor ein paar Tagen nicht mit dem vorgesehenen Flug transportiert wurde. Laut Anhänger wurde die Tasche von einer Miss Jelena Schäfer eingecheckt, aber es gibt eine Unklarheit. Ist sie in Begleitung gereist?« »Ja, mit ihrer Tochter.« »Sechs Jahre alt?« »Sieben.« »Wohin ist sie geflogen?« Der Hausmeister ist jetzt wacher. »Warum rufen Sie mitten in der Nacht an?«, fragt er wütend. »Die Tasche wurde in das falsche Flugzeug verladen. Wir brauchen eine Nachsenderadresse.« »Miss Schäfer muss den Verlust der Tasche doch gemeldet haben,« sagt er. »In dem Fall hat sie auch eine Nachsenderadresse angegeben.« »Uns liegt aber keine vor.« Er riecht den Braten. »Wer sind Sie? Von wo rufen Sie an?« »Ich suche Jelena Schäfer und ihre Tochter. Es ist von entscheidender Wichtigkeit, dass ich sie finde.« Er brüllt etwas Unverständliches und legt auf. Ich drücke auf »Wahlwiederholung«. Der Anschluss ist besetzt. Entweder er hat den Hörer daneben gelegt oder er telefoniert. Vielleicht, um jemanden zu warnen. Ich rufe in der Trinity Road an. Safari Roy ist der verantwortliche Leiter im Einsatzraum. D.I. Cray ist zum Abendessen gegangen. Ich gebe ihm Jelena Schäfers Namen und die wahrscheinlichsten Daten, an denen sie mit ihrer Tochter von Athen abgeflogen ist. »Passagierlisten werden erst morgen früh zugänglich sein«, erklärt er mir. »Wie viele Flüge starten täglich von Athen aus?« »Hunderte.« »Und ich habe keine Ahnung, wohin Mutter und Tochter geflogen sind.« Wir entscheiden, der Sache selber auf den Grund zu gehen. Ruiz biegt in die Einfahrt von Stonebridge Manor ein. Ich sehe auf die Uhr. Charlie wird seit acht Stunden vermisst. Was soll ich Brian und Claudia Chambers sagen? »Ich werde betteln. Ich werde mich an Strohhalme klammern. Und ich werde sie um genau das bitten, was Gideon verlangt, seine Tochter und seine Frau. Er hat mich von seinem Glauben überzeugt. Sie leben. Ich habe keine andere Wahl, als es zu akzeptieren.« Wandlampen spiegeln sich in dem polierten Holzboden. Aus dem Wohnzimmer dringt helleres Licht. Brian Chambers stemmt sich aus dem Sofa und strafft die Schultern. »Ich dachte, wir hätten alles geklärt.« Claudia sitzt ihm gegenüber. Auch sie steht auf und zupft ihren Rockbund zurecht. Ihre hübschen, mandelförmigen Augen weichen meinem Blick aus. Sie hat einen mächtigen, dickfälligen und schwerfüßigen Mann geheiratet, strahlt jedoch eine eigene, beherrschte Kraft aus. »Das ist Darcy Wheeler«, sage ich, »Christines Tochter.« Ihre ganze Trauer steht Claudia ins Gesicht geschrieben. Sie nimmt Darcys Hand und zieht das fast gleich große Mädchen sanft in ihre Arme. »Es tut mir so leid«, flüstert sie. »Deine Mutter war meiner Tochter eine wunderbare Freundin.« Brian Chambers betrachtet Darcy mit einer Art Staunen. »Gideon, Tyler hat meine Tochter entführt«, verkünde ich. »Die nachfolgende, erschütternde Stille enthüllt mehr über die Chambers, als eine Stunde in meiner Praxis mir je verraten könnte. »Ich weiß, dass Helen und Chloe leben.« »Sie sind verrückt«, sagt Brian Chambers. »Sie sind genauso verrückt wie Tyler.« Seine Frau versteift sich fast unmerklich. Ihr Blick trifft kurz den ihres Mannes. Ein Mikrogefühlsausdruck, der Hauch eines ausgetauschten Signals. Das ist das Problem mit Lügen. Sie sind leicht zu erzählen, jedoch schwer zu verbergen. Manche Menschen können sie brillant vortragen, aber die meisten von uns tun sich schwer damit, weil unser Bewusstsein unseren Körper nicht komplett kontrolliert. Vom Herzschlag bis zur Gänsehaut gibt es tausende Körperfunktionen und Reflexe, die nicht vom freien Willen kontrolliert werden und uns verraten. Brian Chambers hat sich abgewandt. Er gießt sich aus einer Kristallkaraffe einen Scotch ein. Ich beobachte, wie er das Glas ergreift. Seine Hand ist beinahe zu ruhig. »Wo sind Sie?« frage ich. »Verlassen Sie mein Haus!« Gädjen hat es rausgekriegt. Deswegen belästigt er sie, lauert ihnen auf und quält sie. Was weiß er?« Er drückt das Glas in seiner Hand fester und wiegt sich auf den Fersen vor und zurück. »Wollen Sie mich einen Lügner nennen?« »Gädjen Tyler hat uns das Leben zur Hölle gemacht, und die Polizei hat nichts getan, gar nichts!« »Was weiß Gädjen?« Chambers sieht aus, als würde er jeden Moment explodieren. »Meine Tochter und meine Enkelin sind tot!« zischt er mit zusammengebissenen Zähnen. Claudia steht neben ihm, ihre Augen hart und eisblau. Sie liebt ihren Mann, sie liebt ihre Familie, sie wird alles tun, was nötig ist, um sie zu schützen. »Das mit ihrer Tochter tut mir sehr leid,« flüstert sie, »aber wir haben Gädjen Tyler schon genug gegeben.« »Sie lügen, alle beide, aber ich kann nur mit den Füßen scharren und mich hilflos räuspern.« »Wir können ihn aufhalten,« bände Drewis ein, »wir können dafür sorgen, dass er es nicht wieder tut.« »Sie können ihn nicht mal finden,« gibt Brian Chambers höhnisch zurück, »niemand kann ihn finden. Er geht durch Wände.« Ich sehe mich in dem Raum um, auf der Suche nach einem Grund, einem Einwand, einer Drohung nach irgendetwas, das den Ausgang unserer Begegnung ändern könnte. Überall sind Bilder von Chloe, auf dem Kamin-Sims und den Beistelltischen und gerahmt an der Wand. »Warum haben Sie den griechischen Behörden ein Foto gegeben, das nicht Helen zeigt?« frage ich. »Ich weiß nicht, wovon Sie reden,« sagt Brian Chambers. »Ich ziehe das Fax der Fotografie aus der Tasche und breite es auf dem Tisch aus.« »Es ist eine Straftat, falsche Informationen zu einer polizeilichen Ermittlung zu geben,« sagt Drewis. »Das gilt übrigens auch für Ermittlungen im Ausland.« Brians Gesicht läuft rot an. Drewis weicht keinen Zentimeter zurück. Ich glaube, er versteht das Konzept von Nachgeben nicht, jedenfalls nicht, wenn es um vermisste Kinder geht. Davon hat es in seiner Laufbahn zu viele gegeben, Kinder, die er nicht retten konnte. »Sie haben ein falsches Foto geschickt, weil Ihre Tochter noch lebt. Sie haben Ihren Tod vorgetäuscht.« Brian Chambers geht leicht in Rücklage, bevor er zuschlägt, was ihn verrät. Drewis weicht ihm aus und gibt ihm wie einem unartigen Schuljungen einen Klaps auf den Hinterkopf. Das bringt Chambers erst richtig in Wallung. Brüllend rammt der Drewis seinen Kopf in den Bauch, schlingt die Arme um ihn und drängt ihn bis an die Wand. Der Zusammenprall scheint das ganze Haus zu erschüttern. Die aufgestellten Bilderrahmen purzeln wie Dominosteine. »Aufhören! Aufhören!« kreischt Darcy. Sie steht mit glänzenden Augen und geballten Fäusten an der Tür. Plötzlich wirkt alles seltsam verlangsamt. Sogar das Ticken der alten Standuhr klingt wie ein trägetropfender Wasserhahn. Brian Chambers hält sich den Kopf. Er hat eine Platzwunde über dem linken Auge. Sie ist nicht tief, blutet jedoch stark. Drewis hält sich die Rippen. Ich bücke mich und fange an, die Fotos aufzuheben. In einem Rahmen ist das Glas gesplittert. Es ist ein Schnappschuss von einer Geburtstagsfeier. Die Kerzen spiegeln sich leuchtend in Chloes Augen wieder, während sie sich, die Wangen gebläht wie ein Posaunist, über den Kuchen beugt. Ich frage mich, was sie sich gewünscht hat. Es ist kein ungewöhnliches Foto, aber irgendetwas daran kommt mir verkehrt vor. Ruiz hat ein Gedächtnis wie eine Lebendfalle, die Fakten verschließt und behält. Und zwar nicht irgendwelche nutzlosen Banalitäten wie Pop-Songs, Grand National-Sieger und alle Rechtsverteidiger, die seit dem Krieg für Manchester United gespielt haben, sondern wichtige Details. Daten, Adressen, Beschreibungen. Wann wurde Chloe geboren, frage ich ihn? Am 27. Juli 2000. Brian Chambers ist schlagartig ernüchtert. Claudia ist zu Darcy gegangen und versucht, sie zu trösten. Dann erklären Sie mir, sage ich und zeige auf das Foto, wie Ihre Enkelin sieben Kerzen auf ihrem Geburtstagskuchen auspusten kann, wenn sie zwei Wochen vor ihrem siebten Geburtstag gestorben ist. »Verlassen Sie mein Haus!«, brüllt Brian Chambers, der sich immer noch den Kopf fällt. Blut ist über seine Augenbraue auf seine Wange geflossen. »Wie viele Leute werden noch leiden müssen, wenn wir ihn jetzt nicht aufhalten?«, sage ich flehentlich. Es spielt keine Rolle. Nichts wird sich ändern. Die Verkehrtheit der Situation, die unmittelbar drohende Katastrophe, all das geht an den Chambers vorbei, die offenbar in einer Dauerdämmerung von Angst und Verleugnung gefangen sind. Auf dem Weg durch die Eingangshalle sehe ich aus den Augenwinkeln etwas Weißes am Treppengeländer aufleuchten. Ein barfüßiges Kind in einem weißen Nachthemd, das zwischen den gedrechselten Holzstäben hindurch späht. Entrückt und fast wie nicht von dieser Welt steht es mit einer Puppe in der Hand da und zieht zu, wie wir gehen. Ich bleibe wie angewurzelt stehen und starre zur Treppe. Die anderen drehen sich ebenfalls um. »Du solltest schlafen«, sagt Claudia. »Ich bin aufgewacht. Ich habe einen Knall gehört.« »Das war nichts. Geh wieder ins Bett.« Sie reibt sich die Augen. »Deckst du mich zu?« Ich spüre den Pulsschlag meines Blutes unter der Haut. Brian Chambers stellt sich mir in den Weg. Von der Treppe hört man Schritte. Eine aufgeregt wirkende Frau erscheint und hebt das Kind hoch. »Han?« Sie reagiert nicht. »Ich weiß, wer Sie sind!« Sie dreht sich zu mir um und streicht sich den Pony aus dem Auge. Sie hat den Kopf tief zwischen die Schultern gezogen und ihre dünnen Arme fest um Chloe geschlungen. »Er hat meine Tochter!« Sie antwortet nicht, sondern wendet sich ab und geht die Treppe hinauf. »Nun sind Sie schon so weit gekommen! Helfen Sie mir!« Sie ist wieder in ihrem Zimmer verschwunden. Nicht gesehen, nicht gehört, nicht überzeugt. Schon bevor wir unser Haus erreichen, fallen mir unbekannte Fahrzeuge auf, die in der Straße parken. Ich weiß, was für Wagen meine Nachbarn fahren. Diese Autos gehören Fremden. Als der Mercedes in die Einfahrt biegt, öffnen sich ein Dutzend Wagentüren gleichzeitig. Reporter, Fotografen und Kameraleute umzingeln den Mercedes, beugen sich über die Kühlerhaube und fotografieren durch die Windschutzscheibe. Reporter rufen Fragen. Ruiz packt mich mit einem Arm, den anderen hat er um Darcy gelegt. Mit gesenktem Kopf kämpft er sich wie ein Rugby-Spieler durch das Gedränge. Die Fragen prasseln weiter auf mich ein. Monk öffnet die Haustür und schließt sie gleich wieder. Das Haus ist im grelles Scheinwerferlicht getaucht, das durch Spalten und Schlitze in Rollläden und Vorhängen dringt. »Sie sind vor einer Stunde aufgetaucht,« sagt Monk. »Ich hätte Sie warnen sollen.« »Öffentlichkeit ist gut,« sage ich mir. »Vielleicht sieht irgendjemand Charlie oder Tyler und gibt der Polizei einen Hinweis.« »Neuigkeiten?«, frage ich Monk. Er schüttelt den Kopf. Ich blicke an ihm vorbei zu dem Fremden, der in meiner Küche steht. Er trägt einen dunklen Anzug und ein steifes weißes Hemd und sieht nicht aus wie ein Polizist oder Reporter. Sein Haar hat die Farbe von poliertem Zedernholz, und das Licht spiegelt sich blitzend in seinen silbernen Manschettenknöpfen, als er sich durch sein Haar streicht. Als ich näher komme, scheint der Fremde, die Hände hinter dem Rücken, Haltung anzunehmen, eine Pose, die auf Paradeplätzen einstudiert wurde. Er stellt sich als Lieutenant William Green vor und wartet, bis ich ihm meine Hand anbiete, bevor er mir seine reicht. »Was kann ich für Sie tun, Lieutenant?« »Es geht eher darum, was wir für Sie tun können, Sir«, sagt er mit einem steifen Privatschulakzent. »Soweit ich weiß, hatten Sie Kontakt mit Major Gideon Tyler. Er ist eine Person von Interesse.« »Von Interesse für wen?« »Das Verteidigungsministerium, Sir.« »Stellen Sie sich hinten an«, sagt Ruiz lachend. »Der Lieutenant ignoriert ihn.« »Die Armee arbeitet mit der Polizei zusammen. Wir möchten Major Tyler aufspüren und alle notwendigen Maßnahmen für die sichere Rückkehr ihrer Tochter aktiv unterstützen.« »Aktiv unterstützen?« höhnt Ruiz. »Bis jetzt habt Ihr Dreckskerle uns nur Hindernisse in den Weg gelegt.« Lieutenant Green bleibt unbeeindruckt. »Es gab Umstände, die eine vollständige Offenlegung der Fakten verhindert haben.« »Tiler hat für den militärischen Geheimdienst gearbeitet.« »Ja, Sir.« »Was hat er gemacht?« »Ich fürchte, diese Information unterliegt der Geheimhaltung.« »Er war Verhörspezialist.« »Er hat Informationen gesammelt.« »Wann hat er die Armee verlassen?« »Gar nicht.« »Er hat sich unerlaubt von der Truppe entfernt, nachdem seine Frau ihn verlassen hat. Er wird sich vor einem Kriegsgericht verantworten müssen.« Der Lieutenant steht nicht mehr stramm. Seine Füße sind schulterbreit gespreizt, die polierten Spitzen leicht nach außen gerichtet, und er lässt die Arme hängen. »Warum ist Tylers Dienstakte geheim?«, frage ich. »Sein Einsatzbereich war sensibel.« »Das ist doch alles heiße Luft,« sagt Lewis. »Was hat der Typ gemacht?« »Er hat Gefangene verhört,« nehme ich die Antwort des Lieutenant vorweg. »Er hat sie gefoltert.« »Die britische Regierung lehnt den Einsatz von Folter ab. Wir halten uns strikt an die Genfer Konvention.« »Sie haben das Schwein ausgebildet,« unterbricht Lewis ihn. Der Lieutenant antwortet nicht. »Wir nehmen an, dass Major Tyler eine Art Nervenzusammenbruch erlitten hat. Er ist nach wie vor Offizier im Dienst der Britischen Army, und ich bin als Verbindungsmann zur Avon und Somerset Police eingeteilt, um seine umgehende Verhaftung zu befördern.« »Im Gegenzug für was?« »Nach seiner Festnahme wird Major Tyler der Army überstellt.« »Er hat zwei Frauen ermordet,« sagt Lewis fassungslos. »Er wird von Militärpsychologen untersucht werden, um seine Prozesstauglichkeit festzustellen.« »Im Augenblick ist mir alles egal. Von mir aus kann das Verteidigungsministerium Gideon Tyler haben, solange ich Charlie zurückbekomme.« Der Lieutenant wendet sich direkt an mich. »Die Army kann eine zivile Ermittlung mit gewissen Ressourcen und Technologien unterstützen. Wenn ich mich von ihrer vollen Kooperationsbereitschaft überzeugt habe, bin ich autorisiert, diese Hilfe zu gewähren.« »In welcher Hinsicht soll ich kooperieren?« »Major Tyler hatte spezielle Dienstpflichten.« »Hat er mit Ihnen darüber gesprochen?« »Nein.« »Hat er irgendwelche Namen erwähnt?« »Nein.« »Hat er Örtlichkeiten erwähnt?« »Nein. Er war ein sehr stiller Soldat.« Lieutenant Green zögert einen Moment und wählt seine Worte mit Bedacht. »Wenn er Ihnen sicherheitsrelevante Details anvertraut hat, könnte eine unautorisierte Weitergabe dieser Informationen an Dritte zu einer Anklage nach dem Official Secrets Act führen. Im Falle einer Verurteilung ist auch eine Haftstrafe möglich.« »Wollen Sie ihm drohen?« geht Ruiz dazwischen. Der Lieutenant ist gut ausgebildet. Erwart die Fassung. »Wie Sie bereits bemerken, zeigen die Medien großes Interesse an Major Tyler. Wahrscheinlich werden die Journalisten Fragen stellen. Es wird eine gerichtliche Untersuchung zum Tod von Christine Wheeler und Sylvia Farnes geben. Möglicherweise werden Sie als Zeuge aufgerufen. Ich rate Ihnen, Ihre Aussagen sorgfältig zu bedenken.« »Ich werde mit einem Mal wütend. Ich habe die Schnauze voll von dem ganzen Pack, von der Army und ihrer Doppelzüngigkeit und ihren Geheimnissen, von Brian und Claudia Chambers und ihrer blinden Loyalität, von Helen Chambers und ihrer Schwäche, von den Reportern, der Polizei und meiner eigenen Hilflosigkeit.« Ruiz möchte zum zweiten Mal an diesem Abend zuschlagen. Ich sehe, wie er sich vor dem jüngeren Mann aufbaut, der die Bedrohung mit einem Ausdruck besorgter Unvermeidlichkeit beobachtet. Ich versuche, die Situation zu entschärfen. »Sagen Sie mir, Lieutenant, wie wichtig ist Ihnen meine Tochter?« Er versteht die Frage nicht. »Sie wollen Gideon Tyler. Was, wenn meine Tochter im Weg ist?« »Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.« »Das möchte ich gerne glauben.« »Ich möchte glauben, dass die besten Köpfe der britischen Army und ihres Stabs alles in ihrer Macht stehende unternehmen, um Charlie zu retten. Leider war Gideon Tyler einer ihrer besten Köpfe. Und was ist mit ihm geschehen?« »Ich merke, dass ich stolpere und halte mich mit zitternder Hand am Tisch fest. »Vielen Dank für Ihre Hilfe, Lieutenant. Sie können Ihren Vorgesetzten versichern, dass ich mich absolut kooperativ verhalten werde. Ich werde Sie in dem gleichen Maße unterstützen wie umgekehrt.« Green sieht mich an, unsicher, wie er diese Antwort deuten soll. »Gideon Tylers Frau und Tochter leben. Sie wohnen im Haus ihrer Eltern.« Ich beobachte seine Reaktion. »Nichts.« Ich spüre ein Kribbeln in den Fingerspitzen. »Ich habe kein Geheimnis enthüllt. Ich habe es lediglich aufgedeckt. Er wusste schon von Helen und Chloe.« In der erwartungsvollen Stille sickert mir die Wahrheit tröpfchenweise ins Bewusstsein. Stonebridge Manor wird von der Army bewacht. Ruiz ist es schon bei unserem ersten Besuch aufgefallen. Die Kameras, Bewegungsmelder und Sicherheitslampen sind Teil einer laufenden Schutzmaßnahme. Die britische Army sucht Gideon Tyler schon viel länger als die Polizei. Das Bett ist weich. Ich schließe die Augen und liege still. Ich erwarte nicht, dass ich einschlafe, aber ich hoffe, dass mich die Welt vielleicht ein paar Minuten zur Ruhe kommen lässt. Irgendwo klingert ein Telefon. Ich blicke zum Digitalwecker auf dem Nachttisch. Es ist drei Uhr zwölf. Mein ganzer Körper zittert wie eine angeschlagene Stimmgabel. Der Festnetzanschluss ist in die Trinity Road umgeleitet, und es ist auch nicht der Klingelton meines Handys. Vielleicht ist es Darcis Mobiltelefon im Gästezimmer. Nein, der Ton kommt von näher. Ich schlüpfe aus dem Bett und tappe über die kalten Bodendielen. Das Klingeln hat aufgehört. Dann beginnt es von Neuem. Es kommt aus Charlies Zimmer. Aus ihrer Kommode. Ich reiße die oberste Schublade auf und wühle zwischen ihren Socken und zusammengeknüllten Schulstrumpfhosen. In einem Paar gestreifter Fußballsocken spüre ich ein Vibrieren. Ein Mobiltelefon. Ich zerre es heraus und klappe es auf. Hey, Joe, hab ich dich geweckt? Wie kannst du in Zeiten wie diesen schlafen? Mann, du bist echt kalt. Ich stöhne Charlies Namen. Ihre Matratze gibt unter dem Gewicht meines Körpers nach. Gideon muss das Handy dort deponiert haben, als er in unser Haus eingebrochen ist. Die Polizei hat nach Fingerabdrücken und Faserspuren gesucht, nicht nach Mobiltelefonen. Hör zu, Joe. Ich hab mir gedacht, dass du bestimmt eine Menge über Huren weißt, wo du doch mit einer verheiratet bist. Meine Frau ist keine Hure. Ich habe mit ihr gesprochen. Ich habe sie beobachtet. Sie ist ein heißer Feger. Sie hätte mich gefögelt, das hat sie mir gesagt. Sie hat mich angefleht, sie zu bumsen. Nimm mich, nimm mich, hat sie gesagt. Das ist die einzige Art, wie du eine Frau kriegen kannst. Du musst ihre Tochter entführen. Ach, ich weiß nicht. Ihr Boss vögelt sie. Und er unterschreibt ihre Gehaltsschecks. Damit ist sie doch wohl eine Hure. Das stimmt nicht. Wo war sie denn Freitagabend? In Rom. Komisch. Ich hätte schwören können, dass ich sie in London gesehen habe. Sie hatte in einem Haus in Hampstead Heath übernachtet. Sie ist um acht gekommen und am nächsten Morgen um acht wieder gegangen. Meine Brust schnürt sich zu. Ist es eine weitere von Gideons Lügen? Er macht es so mühelos, fliegt gerade genug Wahrheit ein, um Zweifel und Verwirrung zu sehen. Ich komme mir plötzlich vor wie ein Fremder in meiner Ehe. Ich will Julian verteidigen. Ich will Beweise dafür vorbringen, dass er sich irrt. Aber meine Gegenargumente klingen kümmerlich. Meine Ausflüchte schmecken Schalen noch, bevor ich sie über die Lippen bringe. Warum hast du Charlie entführt? Reime es dir selbst zusammen. Ich weiß, wer du bist, Gideon. Du hast die Truppe unerlaubt verlassen. Du hast für den militärischen Geheimdienst gearbeitet. Die wollen dich zurückhaben. Es ist immer schön, begehrt zu sein. Warum sind die so scharf darauf, dich zu kriegen? Das kann ich dir nicht verraten, Joe. Sonst muss ich dich womöglich umbringen. Ich habe dem Wort Geheimdienst eine neue Dimension gegeben. Ich bin einer jener Soldaten, die eigentlich gar nicht existieren sollten. Du bist Verhörspezialist. Ich weiß, wie man die richtigen Fragen stellt. Die Unterhaltung beginnt ihn zu langweilen. Er erwartet mehr von mir. Ich soll ihm eine Herausforderung bieten. Warum hat dich deine Frau verlassen? Ich höre seinen ruhigen, unbarmherzigen Atem. Du hast sie in die Flucht getrieben, sage ich. Du hast versucht, sie einzuschließen, wie eine Prinzessin in einem Turm. Warum warst du so sicher, dass sie eine Affäre hatte? Was soll das werden? Eine beschissene Therapiesitzung? Sie hat dich verlassen. Du konntest sie nicht auf Dauer glücklich machen. Wie hast du dich da gefühlt? Bis dass der Tod euch scheidet, habt ihr euch das nicht versprochen? Die Schlampe ist gegangen. Sie hat mir meine Tochter weggenommen. Soweit ich weiß, ist sie nicht gegangen, sondern gerannt. Sie hat das Gaspedal durchgetreten und so schnell wie möglich das Weite gesucht. Hat dich mit halb heruntergelassener Hose in deiner Einfahrt stehen lassen. Wer hat dir das erzählt? Hat sie dir das erzählt? Weißt du, wo sie ist? Er schreit jetzt. Du hast sie geschlagen. Nein. Du hast sie bedroht. Sie lügt. Du hast ihr Angst gemacht. Sie ist eine Hure. Tief durchatmen, Gideon. Beruhige dich. Sag mir nicht, was ich tun soll. Du vermisst deine Tochter, Joe. Aber ich habe meine seit fünf Monaten nicht mehr gesehen. Ich hatte auch mal ein Herz und eine Seele, aber eine Frau hat sie mir herausgerissen. Sie hat mich in tausend Stücke zerschlagen und nichts als ein glühendes Fädchen zurückgelassen. Aber es brennt immer noch, Joe. Ich hege diese Flamme. Ein brennendes Licht gegen die Huren. Vielleicht sollten wir über dieses Licht reden. Und wie viel verlangst du pro Sitzung, Joe? Für dich ist es umsonst. Wo wollen wir uns treffen? Wie wird man Professor für Psychologie? Es ist bloß ein Titel. Aber du benutzt ihn. Machst du das, damit du schlauer erscheinst? Nein. Glaubst du, du bist intelligenter als ich, Joe? Nein. Tust du wohl. Du denkst, du weißt alles über mich. Du denkst, ich bin ein Feigling. Das hast du der Polizei erzählt. Du hast ein Profil von mir erstellt. Das war, bevor ich wusste, wer du bist. Hast du mich falsch eingeschätzt? Ich kenne dich jetzt besser. Er lacht verächtlich. Das ist der große Beschiss der Psychologen. Typen wie du steigen nie von ihrem Zaun herunter, auf die eine oder andere Seite. Sagen nie ihre Meinung. Alles wird in Klammern und Anführungszeichen gesetzt. Entweder das, oder ihr verdreht alles zu einer Frage. Als ob eure eigene Meinung nicht gut genug wäre. Ihr wollt hören, was alle anderen zu sagen haben. Ich kann mir vorstellen, wie du deine Frau vögelst und sie, während du sie nagelst, fragst. Für dich ist es offensichtlich gut, aber wie ist es für mich? Du scheinst ja eine Menge über Psychologie zu wissen. Ich bin Experte. Hast du es studiert? Im Feld. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass Wichser wie du, die sich Fachleute nennen, nicht wissen, wie man die richtigen Fragen stellt. Was für Fragen sollte ich denn stellen? Folter ist ein kompliziertes Thema, Joe. Ein verdammt kompliziertes Thema. In den 50er Jahren hat die CIA ein Forschungsprojekt durchgeführt und mehr als eine Milliarde Dollar ausgegeben, um den Code des menschlichen Bewusstseins zu knacken. Die brillantesten Köpfe des ganzen Landes haben daran gearbeitet. Leute aus Harvard, Princeton und Yale. Sie haben LSD ausprobiert, Mescalin, Elektroschocks, Sodium Pentotal. Nichts hat funktioniert. Der Durchbruch gelang in McGill. Dort fand man heraus, dass ein Mensch, den man seiner Sinneswahrnehmung beraubt, binnen 48 Stunden zu halluzinieren beginnt und irgendwann zusammenbricht. Stresspositionen beschleunigen diesen Effekt, aber es gibt etwas noch viel Wirkungsvolleres. Gätien macht eine Pause, damit ich frage, aber die Befriedigung will ich ihm nicht geben. Stell dir vor, du wärst blind, Joe. Was wäre für dich das Kostbarste? Mein Hörsinn. Genau. Dein schwächster Punkt. Das ist pervers. Es ist kreativ. Genau das mache ich. Ich finde den schwächsten Punkt. Ich kenne deinen, Joe. Ich weiß, was dir nachts den Schlaf raubt. Ich werde keine Spielchen mit dir spielen. Doch, das wirst du. Nein. Entscheide dich. Das verstehe ich nicht. Ich möchte, dass du dich zwischen deiner hurenden Ehefrau und deiner Tochter entscheidest. Wen würdest du retten? Stell dir vor, sie sind in einem brennenden Gebäude eingeschlossen. Du rennst durch die Flammen und trittst die Tür ein. Sie liegen bewusstlos auf dem Boden. Du kannst sie nicht beide tragen. Wen rettest du? Ich spiele nicht. Es ist die perfekte Frage, Joe. Deshalb weiß ich mehr über Psychologie, als du je wissen wirst. Ich kann einen Willen brechen. Ich kann ein Bewusstsein in seine Einzelteile zerlegen und damit spielen. Weißt du, Joe, es gibt einen Moment, in dem alle Hoffnung vergeht, aller Stolz schwindet, alle Erwartungen, aller Glaube, alles Sehnen. Wenn dieser Moment gehört mir, dann höre ich einen Klang. Welchen Klang? Den Klang einer zerbrechenden Seele. Es ist kein lautes Knacken wie von splitternden Knochen, wenn ein Rückgrat bricht oder ein Schädel birst. Auch nicht weich und feucht wie ein gebrochenes Herz. Es ist ein Klang, bei dem man sich fragt, wie viel Schmerz ein Mensch ertragen kann. Ein Laut, der das Gedächtnis zerschmettert und die Vergangenheit in die Gegenwart einsickern lässt. Ein Ton so hoch, dass nur die Hunde der Hölle ihn hören können. Hörst du ihn? Nein. Jemand hat sich zu einer winzigen Kugel zusammengerollt und weint leise in eine endlose Nacht. Ist das nicht verdammt poetisch? Ich bin ein Dichter und weiß es nicht mal. Bist du noch da, Joe? Hörst du mir zu? Das werde ich mit Julian machen. Und wenn ihre Seele zerbricht, zerbricht auch deine. Ich kriege zwei für den Preis von einer. Vielleicht rufe ich sie jetzt an. Nein, bitte, rede mit mir. Ich habe keine Lust mehr, mit dir zu reden. Er wird auflegen. Ich muss etwas sagen, um ihn aufzuhalten. Ich habe Helen und Chloe gefunden, platze ich heraus. Schweigen. Er wartet. Ich kann auch warten. Er spricht als Erster. Hast du mit ihnen geredet? Ich weiß, dass sie leben. Eine weitere Pause. Du siehst deine Tochter, wenn ich meine sehe. Das ist nicht so leicht. Das ist es nie. Er ist weg. Das hule Echo meines Atems halt in dem leeren Zimmer wieder, und ich sehe mein Abbild im Spiegel. Ich zittere am ganzen Körper und weiß nicht, ob es Parkinson, die Kälte oder etwas Elementareres, Tiefer Sitzendes ist. Ich balle Charlies Schlafanzug in den Fäusten, wiege mich auf dem Bett vor und zurück und heule lautlos in die Nacht. Der Lastenaufzug leitet aus dem Kellergeschoss nach oben. Es ist fünf Uhr zehn, und der Flur ist verlassen. Ich zupfe am Ärmel meines Jacketts. Wann habe ich zum letzten Mal einen Anzug getragen? Das ist Monate her. Ich biege in einen weiteren Gang, entdecke einen Notausgang und werfe einen Kontrollblick ins Treppenhaus. Leer. Am anderen Ende des Ganges befindet sich gegenüber dem Fahrstuhl eine kleine Lobby. An einem kleinen polierten Tisch mit einer Lampe stehen zwei Sessel. In einem sitzt mit übereinander geschlagenen Beinen ein Detektiv und liest eine Zeitschrift. Meine Finger schlüpfen in den Schlagring in meiner Hosentasche. Das Metall ist von meinem Körper vorgewärmt. Als ich näher komme, blickt der Detektiv auf und setzt beide Füße auf den Boden. Seine rechte Hand ist außer Sichtweite. Ist sie fertig? Man hat mir gesagt, ich soll sie nicht wecken. Die Chefin will sie in der Zentrale. Er erkennt mich nicht. Wer sind Sie? Detective Sergeant Harris. Wir sind gestern zu viert aus Truro hochgekommen. Wo ist Ihre Marke? Seine rechte Hand ist immer noch verdickt. Ich stoße meine Faust in seinen Hals. Er sackt in sich zusammen und saugt durch seine zerschmetterte Luftröhre Blutblasen ein. Ich schiebe den Schlagring wieder in die Tasche, nehme seine Pistole und stopfe sie in meinen Hosenbund. Ein mattes Stöhnen und ein röchelnder Atem künden von seiner Bewusstlosigkeit. Sein Kopf sackt nach vorne. Ich klappe die Zeitschrift auf, breite sie über sein Gesicht und schlage seine Beine wieder übereinander. Er könnte auch schlafen. Dann klopfe ich an die Tür. Es dauert einen Moment, bis sie antwortet. Die Tür wird einen Spalt breit geöffnet. Ihre Umrisse zeichnen sich vor einem Schleier aus weißem Licht aus dem Bad hinter ihr ab. »Mrs. O'Loughlin, ich soll Sie zur Zentrale bringen.« Sie blinzelt mich an. »Ist irgendwas passiert? Hat man Sie gefunden?« »Sind Sie angezogen?« »Wir müssen los.« Draußen ist es noch dunkel. Ich habe Ruiz geweckt und ihn gebeten, mich zur Polizeizentrale in der Trinity Road zu fahren. Monk berichtet D. I. Cray von den Ereignissen in unserem Haus, was ihre Laune nicht verbessert. Sie will, dass das Haus ein zweites Mal durchsucht wird und diesmal gründlich. Jeder Schrank und jeder Durchgang für den Fall, dass weitere Überraschungen warten. D. I. Cray hat Oliver Rapp herbestellt und ihn angewiesen, den Anruf zurückzuverfolgen. Er trägt die gleiche weite Hose und Fliege, die er schon gestern anhatte. Dazu hat er einen wärmenden Schal um den Hals. Plötzlich bleibt er mitten im Einsatzraum stehen und klopft stirnrunzelnd seine Taschen ab, als hätte er auf dem Weg nach oben etwas verloren. »Gestern hatte ich noch ein Büro. Ich muss es verlegt haben.« »Am Ende des Ganges«, antwortet Veronica Cray, »Sie haben einen neuen Partner. Lassen Sie sich nicht von ihm herumkommandieren.« Lieutenant William Green sitzt bereits hinter den Glasscheiben eines kleinen Karbäuschens direkt neben der Funkzentrale. »Ich kann nicht besonders gut mit anderen Menschen zusammenarbeiten«, sagt Oliver Vertrossen. »Klar können Sie das. Wenn Sie höflich fragen, lässt der Lieutenant Sie bestimmt mit seinen Militärsatelliten spielen.« Oliver richtet sich gerade auf und rückt seine Brille zurecht, bevor er den Gang hinuntergeht. »Bis vor ein paar Tagen hatte ich noch nie von Gideon Tyler gehört, aber jetzt kommt es mir vor, als hätte er mich schon seit Jahren beobachtet, hätte in der Dunkelheit gestanden und mit von Blut tropfenden Händen auf meine schlafende Familie herabgeblickt. Er ist körperlich nicht imposant, kein Bodybuilder oder Kraftprotz. Gideons Stärke liegt vielmehr in seinem Intellekt, in seiner Planung und seiner Bereitschaft zu tun, was andere nicht begreifen. Er ist ein Beobachter, der Charaktereigenschaften katalogisiert, ein Sammler von Indizien, die ihm etwas über die Menschen verraten. Die Art, wie sie reden, stehen und gehen. Welche Kleidung tragen sie? Welchen Wagen fahren sie? Stellen sie im Gespräch Augenkontakt her? Sind sie offen, vertrauensvoll, kokett oder eher verschlossen und introvertiert? Ich tue das auch. Ich beobachte Menschen, aber bei Tyler ist es das Vorspiel für Unheil. Er lauert auf jedes Zeichen von Schwäche. Er erkennt ein erlahmendes Herz, kann innere Stärke von einer Scharade unterscheiden und findet die Verwerfungslinien einer Psyche. Darin sind er und ich nicht so verschieden, aber wir haben unterschiedliche Ziele. Er demontiert die Psyche, ich versuche sie zu reparieren. Die ganze Wand im Büro wird von einer großen Karte eingenommen, die von farbigen Stecknadeln und schwarzen Linien bedeckt ist, die sich überlappende Dreiecke bilden. Der letzte Anruf von Gideon Tyler kam vom Temple Circus im Zentrum von Bristol. Die Polizei sichtet die Aufnahmen der Überwachungskameras, um festzustellen, ob sie im Zusammenhang mit dem Anruf ein bestimmtes Fahrzeug identifizieren kann. Ich studiere die Karte und versuche, die Legende zu begreifen und die Bedeutung der roten, grünen und schwarzen Stecknadeln zu verstehen. Es ist, als würde man ein neues Alphabet lernen. Das Bild ist noch nicht vollständig, sagte Lieutenant, aber wir konnten die meisten Anrufe zurückverfolgen. Er erklärt, dass die farbigen Stecknadeln Gideon Tylers Anrufe sowie die Sendemasten markieren, die dem jeweiligen Signal am nächsten lagen. Die Dauer jedes Telefonats wurde zusammen mit dem Zeitpunkt und der Stärke des Signals protokolliert. Gideon hat kein Handy öfter als ein halbes Dutzend Mal benutzt und nie vom selben Standort aus angerufen. In fast jedem Fall wurde das Handy erst kurz vor dem Anruf ein und anschließend sofort wieder ausgeschaltet. Oliver führt mich, beginnend mit Christine Wheelers Verschwinden, durch die Chronologie. Mithilfe der Signale kann man Gideon Tyler in Lee Woods und unweit der Clifton Suspension Bridge verorten, als sie gesprungen ist. Desgleichen war er in etwa 100 Metern Entfernung von Sylvia Furness, als sie mit Handschellen an einen Baum gekettet starb, sowie von Maureen Bracken, als sie eine Pistole auf mich richtete. Ich betrachte die Karte nochmals und spüre, wie aus dem Papier eine konkrete Landschaft hervortritt. Unter den überwiegend roten, grünen und blauen Stecknadeln sticht eine weiße hervor. »Was hat die zu bedeuten?«, frage ich. »Das ist eine Anomalie,« erklärt Oliver. »Eine Anomalie?« »Es war kein Anruf. Das Mobiltelefon hat sich bei einem Sendemast angemeldet und sofort wieder ausgeschaltet.« »Warum?« »Vielleicht hat er sein Telefon eingeschaltet und es sich dann anders überlegt.« »Oder es handelt sich um einen Irrtum,« schlägt der Lieutenant vor. Oliver sieht ihn gereizt an. »Nach meiner Erfahrung passieren Irrtümer meistens aus einem Grund.« Ich streiche mit den Fingerspitzen über die Stecknadelköpfe, als würde ich eine Blindenschrift lesen. Auf der weißen Stecknadel verharre ich. Wie lange war das Handy eingeschaltet? »Nicht länger als vierzehn Sekunden,« sagt Oliver. »Das digitale Signal wird alle sieben Sekunden gesendet. Der markierte Mast hat es nur zweimal aufgefangen.« Irrtümer und Anomalien sind der Fluch jedes Verhaltensforschers und Kognitionspsychologen. Wir suchen nach Mustern in den Daten, die unsere Theorie stützen, weshalb Anomalien so verheerend sind und weshalb unsere Theorien mit Glück gerade lange genug halten, bis eine bessere vorbeikommt. Gettien war so sorgfältig darauf bedacht, keine digitalen oder sonstigen Spuren zu hinterlassen. Er hat kaum einen Fehler gemacht, von dem wir wissen. Patricks Schwester hat mit Christine Wheelers Handy eine Pizza bestellt. Das ist der einzige, an den ich mich erinnern kann. »Vielleicht war dies ein weiterer.« Oliver erklärt die Technik und die Vor- und Nachteile der Satellitenverfolgung. Es müssen verschiedene Kriterien erfüllt sein, um ein Mobiltelefon orten und den Standort ermitteln zu können. »Und wenn er von einem Festnetzanschluss aus anruft?« frage ich. Der Lieutenant schüttelt den Kopf. »Das Risiko wird er nicht eingehen. Und wenn wir ihn dazu zwingen?« Er zieht die Brauen hoch. »Wie wollen Sie das hinkriegen?« »Wie aufwendig ist es, die Mobilfunkmasten abzuschalten?« »Dem würden die Mobilfunkgesellschaften niemals zustimmen. Sie würden zu viel Geld verlieren,« sagt Lieutenant Green. »Es wäre ja nicht lange.« »Vielleicht zehn Minuten.« »Datlich würden Tausende von Anrufen verhindert. Die Kunden wären sehr verärgert.« Oliver scheint offener für die Idee. Er blickt zur Karte an der Wand. Die Mehrzahl von Gideons Anrufen kam aus dem Zentrum von Bristol, wo sich die Telefonmasten konzentrieren. Er denkt laut. »Ein abgegrenzter Bereich, vielleicht fünfzehn Masten.« Sein Interesse ist geweckt. »Ich weiß nicht, ob so was schon mal gemacht worden ist.« »Aber es ist möglich.« »Denkbar.« Er wendet sich ab, hockt sich vor seinen Laptop und lässt die Finger über die Tastatur tanzen, während seine Brille immer weiter die Nase hinunterrutscht. Ich spüre, dass Oliver in der Gesellschaft von Computern glücklicher ist. Mit ihnen kann er logisch kommunizieren. Er versteht, wie sie Informationen verarbeiten. Einem Computer ist es egal, ob er sich die Zähne putzt, in der Badewanne die Zehennägel schneidet oder mit Socken ins Bett geht. Manche würden sagen, das ist wahre Liebe. Plötzlich werden vor der Tür Rufe laut. Menschen rennen. Veronica Cray brüllt in dem allgemeinen Aufruhr Befehle. Polizisten hasten Richtung Fahrstuhl und Treppenhaus. Ich kann nicht verstehen, was sie sagt. Ein Detektiv rennt mich beinahe um und murmelt eine Entschuldigung, als er meinen Gehstock aufhebt. »Was ist passiert?« Er antwortet nicht. Ein beunruhigtes Schaudern läuft über meine Schultern. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich höre, wie Julians Name erwähnt wird. Ich brülle, um das Stimmengewirr zu übertönen. »Sagen Sie mir, was passiert ist!« Köpfe wenden sich mir zu und starren mich an. Niemand antwortet. Mein feuchter, weicher Atem erscheint mir lauter als die klingelnden Telefone und scharrenden Füße. »Wo ist Julien?« »Was ist passiert?« »Einer unserer Beamten wurde schwer verletzt,« sagt Veronica Cray und zögert einen Moment, ehe sie weiterspricht. »Er hat das Hotelzimmer ihrer Frau bewacht.« »Sie wird vermisst?« »Ja.« Sie macht eine Pause. »In der Hotelhalle und auf der Straße gibt es Überwachungskameras. Wir besorgen uns die Aufnahmen.« Ich sehe, wie er Mund sich bewegt, ohne die Worte zu hören. Julians Hotel war in der Nähe von Temple Circus. Laut Oliver Rapp ist das exakt die Gegend, aus der Gideon mich um drei Uhr fünfzehn angerufen hat. Er muss sie beobachtet haben. Wieder hat sich alles verändert, hat sich zuckend meiner Vorstellung entwunden, wie ein Fragment gesunden Menschenverstands, das in der Nacht abgebröckelt ist. Ich schließe kurz die Augen und versuche mir vorzustellen, ich wäre frei, doch stattdessen sehe ich nur meine eigene Hilflosigkeit. Ich verfluche Gideon Tyler. Ich werde nicht zulassen, dass er mir meine Familie nimmt. Ich werde nicht zulassen, dass er mich zerstört. Ich bin in Veronica Cray's Büro. Ruiz ist auch anwesend. Ich glaube, ich kann Gideon Tyler dazu bringen, an einem Standort zu bleiben. Wie? fragt D.I. Cray. Wir bieten ihm seine Tochter an. Aber wir haben sie nicht. Die Familie ist nicht zur Zusammenarbeit bereit, das haben sie selbst gesagt. Wir blöffen, genauso wie er bei Christine Wheeler, Sylvia Furness und Maureen Bracken geblöfft hat. Wir überzeugen ihn davon, dass wir Helen und Chloe haben. Veronica Cray starrt mich ungläubig an. Sie wollen ihn anlügen? Ich will blöffen. Tyler weiß, dass seine Frau und seine Tochter leben, und er weiß, dass wir die Mittel haben, sie hierher zu bringen. Wenn er sie sehen oder mit ihnen reden will, muss er zuerst Charlie und Julian aufgeben. Er wird ihnen nicht glauben. Er wird einen Beweis verlangen, sagt D.I. Cray. Ich muss ihn bloß in der Leitung halten und dazu bringen, stillzustehen. Ich habe Chloes Tagebuch gelesen. Ich weiß, wo sie war. Ich kann ihn täuschen. Und was ist, wenn er mit ihr reden will? Dann sage ich, sie ist unterwegs. Oder sie will nicht mit ihm reden. Ich erfinde irgendeine Ausrede. Die I.Cray saugt Geräusch vor Luft durch ihre Nase ein, deren Flügel sich erst zusammenziehen und dann beim Ausatmen blähen, ihre Kiefer malen. Wie kommen Sie darauf, dass er Ihnen das abkaufen wird? Weil es das ist, was er glauben will. Ich finde, das ist eine gute Idee, schaltet sich Ruiz ein. Bis jetzt hat uns Tyler herumgescheucht, als würde uns der Hintern glühen. Vielleicht hat der Professor recht und wir können zur Abwechslung mal ihm ein bisschen Feuer unterm Arsch machen. Einen Versuch ist es wert. Die I.Cray zieht ein Päckchen Zigaretten aus der Schublade und wirft einen abschätzigen Blick auf das Rauchen-Verboten-Schild. Unter einer Bedingung, sagt sie und zeigt mit der unangezündeten Zigarette auf Ruiz. Sie fahren noch einmal zu Helen Chambers. Erklären Sie ihr, was wir vorhaben. Es wird langsam Zeit, dass jemand in dieser verdammten Familie Flagge zeigt. Das Handy auf dem Schreibtisch vibriert. Ich blicke durch die Scheibe zu Oliver Rapp und William Green. Oliver nickt. Hallo? Guten Morgen, Joe. Hast du gut geschlafen? Gideon ruft aus einem Auto an. Ich höre das Motorengeräusch und das Surren des Asphalts unter den Reifen. Wo ist Julian? Sag mir nicht, du hast sie verloren. Wie achtlos, in weniger als 24 Stunden seine Frau und seine Tochter zu verlieren. Das muss eine Art Rekord sein. So ungewöhnlich ist es auch nicht, erkläre ich ihm. Du hast deine auch verloren. Er verstummt. Ich glaube nicht, dass ihm der Vergleich gefällt. Lass mich mit Julian reden. Nein, sie schläft. Hast du meine Frau und meine Tochter gefunden? Ja. Wo sind sie? Auf dem Weg. Falsche Antwort. Ich habe heute Morgen mit Chloe gesprochen. Sie ist ein aufgewecktes Mädchen. Sie hat eine Frage an dich. Er zögert. Oliver und William Green kauern über ihren Computern. Dutzende von Polizeieinheiten sind in Bristol verteilt einsatzbereit. Zwei Hubschrauber sind in der Luft. Ich blicke auf die Uhr. Was für eine Frage. Sie will wissen, was aus ihrer Katze Tinkle geworden ist. Ich meine, sie hätte gesagt, das wäre eine Abkürzung für Tinkerbell. Sie hat gefragt, ob es Tinkle gut geht. Sie hofft, dass du sie bei den Hans gelassen hast. Sie hat gesagt, die Hans hätten einen Bauernhof nebenan. Gideons Atmung hat sich leicht verändert. Er hört mir mit voller Aufmerksamkeit zu. Über den Kopfhörer verfolge ich Oliver Rapps Fortschritt. Bist du noch da, Gideon? Was soll ich Chloe sagen? Sag er, dass ich Tinkle zu den Hans gebracht habe. Das wird sie freuen. Wo ist sie? Auf dem Weg, wie schon gesagt. Das ist doch irgendein Trick. Sie hat mir von der Postkarte erzählt, die sie dir aus der Türkei geschickt hat. Ich habe keine Postkarte bekommen. Ihre Mutter hatte nicht erlaubt, sie abzuschicken. Weißt du noch, wie du ihr das Schnorcheln beigebracht hast? Sie hat von einem Boot ausgeschnorchelt und unter Wasser Ruinen gesehen. Sie dachte, es wäre vielleicht Atlantis, die versunkene Stadt, aber sie wollte dich fragen. Lass mich mit ihr reden. Du kannst mit ihr reden, wenn ich Charlie sprechen kann. Versuch nicht, mich zu verarschen, Joe. Hol Chloe ans Telefon. Ich will jetzt mit ihr sprechen. Ich habe dir doch gesagt, sie ist nicht hier. Ich habe wieder Olivers Stimme im Ohr. Wir haben Signale von drei Sendemasten. Sie müssen ihn dazu bringen, stehen zu bleiben. Sie haben in Griechenland gelebt, sind aber vor ein paar Tagen nach Hause gekommen. Sie werden beschützt. Ich wusste, dass sie leben. Ich verstehe dich nur bruchstückhaft, Gideon. Vielleicht kannst du irgendwo anhalten. Ich bleibe lieber in Bewegung. Ich habe so ziemlich alles ausgeschöpft, woran ich mich aus Chloes Tagebuch erinnere. Ich weiß nicht, wie lange ich dieses Spiel noch durchhalte. Da taucht Ruiz am anderen Ende des Einsatzraums auf, eilig und atemlos. Hinter ihm versucht Helen Chambers, die Hand ihrer Tochter umklammernd Schritt zu halten. Chloe wirkt noch ganz benommen von der Eile, mit der man sie geweckt, angezogen und aus ihrem warmen Bett hierher gebracht hat. Gideon ist immer noch in der Leitung. Deine Tochter ist hier. Beweise es. Erst wenn ich mit Charlie und Julian gesprochen habe. Du hältst mich wohl für einen Idioten. Du glaubst, ich wüsste nicht, was du da abziehen willst. Sie hat blonde Haare, braune Augen, sie trägt Jeans und eine grüne Strickjacke. Sie ist mit ihrer Mutter gekommen. Die beiden reden mit Detective Inspector Cray. Lass mich mit Chloe reden. Nein. Beweise mir, dass sie da ist. Lass mich mit Charlie oder Julian sprechen. Er knirscht mit den Zähnen. Ich will, dass du etwas begreifst, Joe. Nicht alle, die du liebst, werden überleben. Ich wollte dir die Wahl geben, aber du gehst mir auf den Sack. Lass mich mit meiner Frau und meiner Tochter sprechen. Sein kalter, kontrollierter Ton ist verschwunden. Er ist außer sich vor Wut. Er tobt. Er brüllt ins Telefon. Hör zu, du Schwanzlutscher! Hol meine Tochter ans Telefon, oder ich vergrabe deine kostbare Frau so tief in der Erde, dass du ihre Leiche nie findest! Ich kann mir seinen verzerrten Mund und fliegende Spucketröpfchen vorstellen. Im Hintergrund quietschen Bremsen. Ein Auto hupt. Seine Konzentration lässt nach. Oliver Rebb redet ebenfalls mit mir. Er ist gerade an einen neuen Mast weitergereicht worden. Signalstärke 5 DMB und fallend. Radius 300 Meter. Sie müssen dafür sorgen, dass er stehen bleibt. Ich nicke ihm durch die Scheibe zu. Beruhige dich, Gideon. Sag mir nicht, was ich tun soll. Hol Chloe ans Telefon. Was bekomme ich dafür? Du darfst entscheiden, ob deine Frau oder deine Tochter überlebt. Ich will sie beide zurück. Ich höre ein schmalliebiges Lachen. Ich schicke dir ein Andenken. Du kannst es dir rahmen lassen. Was für ein Andenken. Das Handy vibriert an meinem Ohr. Ich halte das Telefon mit gestrecktem Arm von mir weg, als könnte es explodieren. Auf dem kleinen Display leuchtet ein Bild auf. Julian liegt nackt und gefesselt mit wachsbleichem Körper, Mund und Augen zugeklebt in einer Kiste. Ihr Bauch und ihre Schenkel sind mit Erdklumpen bedeckt. Der dünne, ranzige Gestank der Angst steckt mir in die Nase, und irgendetwas zieht sich hastig aus meiner Brusthöhle zurück und vergräbt sich in den Kammern meines Herzens. Jetzt kann ich ihn hören, den Ton, von dem Gideon gesprochen hat. Ein winziges Wesen weint leise in eine endlose Nacht. Der Klang einer zerbrechenden Seele. Bleib dran, Joe, sagt er mit leise schmeichelnder Stimme. Als ich sie zuletzt gesehen habe, hat sie noch gelebt. Ich lasse dir nach wie vor die Wahl. Was hast du getan? Ich habe ihr gegeben, was sie wollte. Was soll das heißen? Sie wollte den Platz ihrer Tochter einnehmen. Für das groteske Bild fehlen mir die Worte. Stattdessen malt meine Fantasie ein eigenes Bild, und ich sehe Julians atmenden Körper vor mir, im Dunkeln liegend und unfähig, sich zu bewegen, das Haar unter ihrem Kopf ausgebreitet. Bitte, bitte, tu das nicht, flehe ich mit brechender Stimme. Hol meine Tochter ans Telefon. Warte. Ruiz steht vor mir, zusammen mit Helen und Chloe. Er zieht zwei Stühle heran und macht ihnen ein Zeichen, sich hinzusetzen. Ich schirme das Telefon mit der Hand ab. Er möchte mit Chloe sprechen. Was soll sie sagen? fragt Helen. Sie muss einfach nur Hallo sagen. Dann hebe ich die Hand und klappe die Finger nacheinander ein. Der Countdown für Oliver. Fünf, vier, drei. Chloe nimmt das Handy und flüstert. Hallo, Daddy, ich bin's. Zwei, eins. Ich lasse den Arm sinken. Auf der anderen Seite der Scheibe drückt Oliver auf einen Knopf oder legt einen Schalter um und ein Dutzend Mobilfunkmasten sind stillgelegt. Ich kann mir vorstellen, wie Gideon auf sein Handy starrt und sich fragt, was mit dem Signal passiert ist. Seine Tochter war eben noch da, aber ihre Worte wurden abgerissen. Fünfzehn Polizeieinheiten sind im Umkreis von 150 Metern um seinen letzten Standort in der Nähe der Prince Street Bridge in Einsatzbereitschaft. Veronica Cray ist auf dem Weg zu ihnen. Chloe begreift nicht, was geschehen ist. Das hast du sehr gut gemacht, sage ich und nehme ihr das Mobiltelefon aus der Hand. Wo ist er hin? Er ruft bestimmt noch mal an. Wir wollen, dass er ein anderes Telefon benutzt. Ich blicke durch die Scheibe zu Oliver und Lieutenant Green, die gemeinsam den Atem anzuhalten scheinen. Schon zwei Minuten. Wir können die Sendemasten nicht länger als zehn Minuten lahmlegen. Wie lange wird Gideon brauchen, um ein Festnetztelefon zu finden? Der Schreibtisch vor mir ist bis auf zwei Festnetztelefone leer, die mit der Zentrale verbunden sind. Oliver Rebb und Lieutenant Green sitzen im Kommunikationsraum nebenan. Helen und Chloe warten in Veronica Crays' Büro. Ich starre die Telefone an, als könne ich sie mit meiner Willenskraft dazu zwingen, zu klingeln. Wenn ich mich genug anstrenge, kann ich vielleicht vor mir sehen, wie Gideon anruft. In dem Ohrhörer zählt Oliver eine weitere Minute herunter. Acht sind vergangen. Meine Brust hebt und senkt sich. Entspann dich. Er wird anrufen. Er muss nur ein Festnetztelefon finden. Es dauert einen Moment, bis ich begreife, dass das Telefon tatsächlich klingelt. Ich blicke zu Oliver Rebb. Er will, dass ich es viermal klingeln lasse. Ich hebe ab. Hallo? Wo ist Chloe verdammt nochmal? Warum hast du aufgelegt? Gideon explodiert. Ich hab nicht aufgelegt. Die Leitung war plötzlich tot. Wenn das irgendein beschissener Trick ist... Chloe hat gesagt, du hättest aufgelegt. Es gibt keinen Empfang, du Arschloch. Guck doch mal auf dein Handy. Hey. Stimmt. Hol Chloe ans Telefon. Ich schicke jemanden, um sie zu holen. Wo ist sie? Nebenan. Hol sie. Ich stelle den Anruf zu ihr durch. Ich weiß, was du vorhast. Hol sie sofort ans Telefon. Ich blicke zu Oliver und William Green, die nach wie vor versuchen, den Anruf zurückzuverfolgen. Sie brauchen zu lange. Meine linke Seite bebt. Selbst als ich meinen linken Fuß auf den Boden setze, hört das Zittern nicht auf. Ruiz schiebt Chloe ins Zimmer. Ich halte die Sprechmuschel zu. Alles okay? Sie nickt. Ich höre mit. Wenn du Angst kriegst, hältst du den Hörer zu und sagst es mir. Sie nickt und nimmt den Hörer des zweiten Telefons. Hallo. Daddy, ich bin's. Hi. Wie geht's dir? Gut. Tut mir leid, dass wir unterbrochen wurden, Baby. Und ich kann noch nur kurz telefonieren. Ich habe einen Zahn verloren. Wirklich? Die Zahnfee hat mir zwei Geldstücke gegeben. Ich habe der Zahnfee einen Brief geschrieben. Mommy hat mir dabei geholfen. Chloe ist ein Naturtalent. Ohne es bewusst zu versuchen, bandt sie seine Aufmerksamkeit komplett und hält ihn in der Leitung. Ist deine Mama auch da? Ja. Hört sie zu? Nein. Auf der anderen Seite der Scheibe reckt Oliver beide Daumen. Sie haben den Anruf zurückverfolgt. Chloe weiß nicht mehr, was sie sagen soll. Gideon stellt ihr Fragen. Manchmal nickt sie, anstatt zu antworten. Hast du Ärger? fragt sie ihn. Mach dir um mich keine Sorgen. Hast du was Böses gemacht? Im Hintergrund höre ich das Sirenengeheul der näherkommenden Polizeiwagen. Gideon hat es auch gehört. Ich nehme Chloe den Hörer ab. Es ist vorbei, sage ich. Wo sind Charlie und Jillian? Du Schwanzlutscher, schreibt Gideon ins Telefon. Du mieser Abschaum! Ich reiß dir ein neues Arschloch auf. Du bist tot. Nein, deine Frau ist tot. Du wirst sie nie lebend wiedersehen. Ich höre weitere Sirenen, quietschende Bremsen und Wagentüren, die aufgerissen werden. Glas splittert und ein Schuss heilt aus dem Hörer. Bitte Gott, erschießt ihn nicht! Aus dem Einsatzraum ertönt Jubel. Fäuste werden gereckt. Irgendjemand ruft. Wir haben das Schwein! Chloe sieht mich an, verwirrt, verängstigt. Ich presse noch immer den Hörer ans Ohr und lausche, wie mindestens zwanzig Waffen gespannt werden. Jemand ruft Gideon zu, dass er sich auf den Boden werfen und die Hände hinter den Kopf legen soll. Weitere Stimmen. Schwere Stiefel. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Niemand hört mich. Kann mich irgendjemand hören? Heben Sie das Telefon auf! Brüllig. Sagen Sie mir, was passiert ist! Dann meldet sich am anderen Ende eine Stimme. Es ist Veronica Cray. Wir haben ihn. Was ist mit Charlie und Julian? Sie sind nicht bei ihm. Gideon Tyler sieht jetzt anders aus. Fitter. Schlanke. Kein stotternder Geschichtenerzähler und raffinierter Lügner mehr. Keine unsichtbaren Mausefallen auf dem Boden. Es scheint beinahe so, als könne er sich körperlich verwandeln, wenn er eine neue Persönlichkeit annimmt. Seine echte. Manche Dinge sind doch gleich. Seine dünnen, blonden Haare, die schlaff über seinen Ohren hängen, und die blassgrünen Augen hinter der Metallbrille mit rechteckigen Gläsern. Seine mit Handschellen gefesselten Hände liegen flach auf der Tischplatte. Die einzigen Anzeichen von Stress sind die Schwitzflecken in seinen Achselhöhlen. Er ist am ganzen Körper durchsucht und von einem Arzt untersucht worden. Gürtel und Schnürsenkel sind ihm abgenommen worden, genauso wie seine Uhr und seine persönlichen Sachen. Seitdem sitzt er allein in dem Verhörraum und starrt auf seine Hände, als könnte er die Handschellen mit seinem Willen sprengen, die Tür aufspringen und die Wärter verschwinden lassen. Ich beobachte ihn durch ein Observationsfenster, einen Einwegspiegel im Verhörraum. Obwohl er mich nicht sehen kann, spüre ich, dass er weiß, dass ich hier bin. Hin und wieder blickt er auf und starrt in den Spiegel, nicht um seine Miene zu studieren, sondern mit einem Blick, der sich jenseits davon mein Gesicht ausmalt. Veronica Cray trifft sich oben mit zwei Anwälten der Army und dem Chief Constable. Die Army verlangt, mit Hinweis auf nationale Sicherheitsinteressen, das Recht, Gideon zu verhören. D.I. Cray wird kaum nachgeben. Mir ist es egal, wer die Fragen stellt. Jemand sollte in diesem Raum sein und Antworten verlangen, um meine Frau und meine Tochter wiederzufinden. Hinter mir geht die Tür auf. Ruiz tritt aus dem dunklen Flur in den Beobachtungsraum, in dem kein Licht brennt, weil es durch den Spiegel leuchten und den versteckten Raum verraten könnte. Das Militär schickt einen Hubschrauber. Sie wollen ihn zu einer Garnison bringen. Sie haben Angst, er könnte uns etwas erzählen. Die Wahrheit zum Beispiel. Veronica Cray wird ihre Zuständigkeit bestimmt nicht aufgeben. Und wenn sie bis zum Innenministerium oder zum Lord Chamberlain gehen muss. Sie hat zwei Morde, zwei Schießereien und zwei Entführungen aufzuklären. Die Debatten und juristischen Winkelzüge dauern zu lange. Gideon sitzt derweil vier Meter entfernt, summt vor sich hin und starrt in den Spiegel. Er sieht nicht aus wie ein Mann, der den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen wird. Er sieht aus, als würde er sich nicht die geringsten Sorgen machen. D.I. Cray betritt den Verhörraum. Monk setzt sich auf den zweiten Stuhl. Eine dritte Person, ein Anwalt der Army, bezieht hinter ihnen Posten, um, wenn nötig, unverzüglich einzugreifen. Alle Mikrofone sind aus dem Raum entfernt worden. Es gibt keine Notizblöcke und Bleistifte. Die Vernehmung wird nicht aufgezeichnet. Ich bezweifle, ob es überhaupt eine Akte über Gideons Festnahme und seine Fingerabdrücke gibt. Irgendjemand ist eisern entschlossen, jede Spur von ihm zu tilgen. Veronica Cray gießt aus einer Plastikflasche Wasser in einen Plastikbecher. Sie legt den Kopf zurück und atmet tief ein. Tyler scheint ihren Hals mit Interesse zu beobachten. Wie Sie wahrscheinlich bemerkt haben, handelt es sich hierbei nicht um eine formelle Vernehmung, sagt sie. Nichts von dem, was Sie sagen, wird aufgezeichnet. Es kann also nicht gegen Sie verwendet werden. Sie müssen nur eine Frage beantworten. Wo sind Julian und Charlotte O'Loughlin? Gideon drückt seinen Rücken gegen die Lehne des Stuhls, schiebt die Arme vor und legt die Hände mit gespreizten Fingern auf den Tisch. Ich werde nicht mit Ihnen reden, flüstert er. Sie müssen mit mir reden. Er bewegt den Kopf von links nach rechts. Gideon starrt in den Spiegel, durch ihn hindurch. Wo sind Julian und Charlotte O'Loughlin? Er setzt sich kerzengerade hin. Ich bin Major Gideon Tyler, geboren am 6. Oktober 1969. Ich bin Soldat in der First Military Intelligence Brigade Ihrer Majestät. Er befolgt die militärischen Verhaltensregeln im Falle einer Gefangennahme. Name, Alter und Rang. Kommen Sie mir nicht mit dem Scheiß, sagt Veronica Cray. Gideon fixiert sie mit einem milchig-grauen Blick und sucht ihre Augen. Muss schwer sein, als Lesbe bei der Polizei, als Mitglied im Leckschwestern-Club auf das schwarze Dreieck zu stehen und sich die ganzen hämischen Kommentare anzuhören. Wie nennt man sie hinter ihrem Rücken? Beantworten Sie meine Frage. Beantworten Sie meine? Kriegen Sie es oft besorgt? Ich hab mich immer gefragt, ob Lesben viel Sex haben. Sie sind hässlich wie ein Hut voll Arschlöcher, also vermutlich eher nicht. Veronica Crays Stimme bleibt geschmeidig, aber ihr Nacken ist putterrot. Ich höre mir Ihre Fantasien ein anderes Mal an, sagt sie. Oh, ich überlasse nie etwas der Fantasie, Detective Inspector. Das müssten Sie doch mittlerweile wissen. Diese Aussage ist auf schreckliche Weise wahr. Sie wandern für den Rest Ihres Lebens ins Gefängnis, Major Tyler. Dort stößt Leuten wie Ihnen gerne mal was zu. Sie werden verändert. Gideon lächelt. Ich komme nicht ins Gefängnis, Detective Inspector. Fragen Sie ihn. Er weist mit dem Kopf auf den Army-Anwalt, der seinem Blick ausweicht. Ich bezweifle, ob ich überhaupt aus diesem Gebäude komme. Haben Sie schon mal was von Randitions gehört? Außerordentlichen Überstellungen? Geheimgefängnissen? Inoffiziellen Flügen? Der Anwalt tritt einen Schritt vor. Er will, dass die Vernehmung beendet wird. Veronica Cray beachtet ihn gar nicht, sondern redet weiter. Sie sind Soldatteiler. Ein Mann, der nach Regeln lebt. Und ich meine nicht Dienstvorschriften oder einen militärischen Ehrenkodex. Ich spreche von Ihren eigenen Regeln, davon, an was Sie glauben. Und Kindern wehzutun gehört nicht dazu. Erzählen Sie mir nicht, was ich glaube, erwidert Gideon und schrammt mit den Fersen über den Boden. Reden Sie nicht von Ehre, von der Königin oder dem Vaterland. Es gibt keine Regeln. Sagen Sie mir, was Sie mit Mrs. O'Loughlin und Ihrer Tochter gemacht haben. Lassen Sie mich den Professor sehen. Er wendet sich zum Spiegel. Guckt er zu? Bist du da, Joe? Nein, Sie werden mit mir reden, sagt D.I. Gideon hebt die Arme über den Kopf und streckt den Rücken, bis die Wirbel knacken, und schlägt dann mit beiden Fäusten auf den Tisch. Bei seiner Kraft klingt das Geräusch der auf den Tisch knallenden Metallhandschellen wie ein Schuss. Alle im Zimmer, bis auf D.I. Cray zucken zusammen. Gideon kreuzt die Arme an den Handgelenken und hält sie wie zur Abwehr vor seinen Körper. Dann reißt er die Hände auseinander, Blut spritzt quer über den Tisch und landet auf Veronica Crays Bluse. Gideon hat sich mit den Kanten der Handschellen eine Schnittwunde in der linken Handfläche zugefügt. Die Cray sagt nichts, aber sie ist blass geworden. Sie schiebt ihren Stuhl zurück und betrachtet den dunkelroten Blutspritzer auf ihrer weißen Bluse. Dann entschuldigt sie sich, um sich umzuziehen. Mit drei hastigen, steifen Schritten ist sie an der Tür. »Sagen Sie dem Professor, dass er kommen soll«, ruft er ihr nach. »Ja, dann erzähle ich ihm, wie seine Frau gestorben ist.« Ich treffe Veronica Cray im Flur vor dem Verhörraum. Sie sieht mich hilflos an und senkt den Blick, erschlagen von dem, was sie weiß und was sie nicht weiß. Der Blutfleck auf ihrer Bluse trocknet langsam. »Die schicken einen Militärhubschrauber. Ich kann sie nicht aufhalten. Sie haben einen vom Innenministerium unterzeichneten Haftbefehl. Was ist mit Charlie und Julian? Die Schulterblätter unter ihrer Bluse zucken. »Ich kann nichts mehr machen.« Genau das hatte ich befürchtet. Das Verteidigungsministerium ist mehr daran interessiert, Gideon zum Schweigen zu bringen, als meine Frau und meine Tochter zu finden. »Lassen Sie mich mit ihm reden«, sage ich. »Er will mich sehen.« Für einen Moment flimmert die Zeit. Der Tumult der Welt tritt in den Hintergrund. Die Icray zieht eine Zigarette aus der Schachtel in ihrer Hose und steckt sie in den Mund. Ich bemerke das Zittern ihrer Hand. Wut, Enttäuschung, Frustration, es könnte alles sein. »Ich schaffe den Army-Anwalt aus dem Weg«, sagt sie. »Sie haben vielleicht maximal zwanzig Minuten. Nehmen Sie Ruiz mit. Er wird wissen, was zu tun ist.« In ihren Worten schwingen vorher nicht gehörte Andeutungen mit. Sie wendet sich ab und geht langsam den Flur hinunter bis zur Treppe. Ich betrete den Verhörraum und die Tür fällt hinter mir zu. Einen Moment sind wir allein. Selbst die Luft in dem Zimmer scheint sich in ferne Ecken verzogen zu haben. Gideon kann nicht mehr aufspringen oder auf- und ablaufen. Seine Handschellen sind mit Bolzen und eingelassenen Schrauben auf der Tischplatte fixiert worden. Ein Arzt hat die Schnittwunde an seiner Hand verbunden. Ich komme näher, setze mich ihm gegenüber und lege meine Hände auf den Tisch. Mein linker Daumen und Zeigefinger trommeln einen stummen Zapfenstreich. Ich ziehe die Hand weg und klemme sie zwischen die Knie. Ruiz ist hinter mir in den Raum gekommen und hat leise die Tür geschlossen. Gideon sieht mich fest und mit einem unbestimmten Lächeln an. In seinen Brillengläsern sehe ich die Trümmer meines Lebens gespiegelt. »Hallo, Joe. In letzter Zeit, was von deiner Frau gehört?« »Wo ist sie?« »Tot.« »Das glaube ich dir nicht.« »Du hast sie getötet, als ich verhaftet wurde.« Ich kann den Gestank seiner Eingeweide riechen, den ranzigen, eiternden Hass auf die Frauen und die Welt. »Sag mir, wo sie sind.« »Du kannst nur eine von beiden haben. Ich habe dich aufgefordert, zu wählen.« »Nein.« »Ich habe gar keine Wahl bekommen, als ich meine Frau und meine Tochter verloren habe.« »Du hast sie nicht verloren. Sie sind vor dir weggelaufen.« »Die Schlampe hat mich betrogen.« »Das sind doch bloß Vorwände. Du bist besessen von deinem eigenen eingebildeten Anspruch.« »Du glaubst, weil du für dein Land gekämpft und dabei schreckliche Dinge getan hast, hättest du etwas Besseres verdient.« »Nein. Nichts Besseres. Ich will nur, was alle anderen auch wollen. Aber was ist, wenn mein Traum mit deinem kollidiert? Was, wenn mein Glück auf deine Kosten geht?« »Wir arrangieren uns irgendwie.« »Das ist nicht genug,« sagt er und blinzelt langsam. »Der Krieg ist vorbei, Gätien. Lass sie heimkehren.« »Kriege sind nie zu Ende,« gibt der Lachen zurück. »Kriege florieren, weil es immer noch genug Menschen gibt, die sie lieben. Manchmal trifft man Leute, die glauben, ein Einzelner könnte dazu beitragen, Kriege zu verhindern, aber das ist Blödsinn. Sie jammern, dass unschuldige Frauen und Kinder verwundet und getötet werden, Menschen, die den Kampf nicht freiwillig gewählt haben. Aber ich wette, viele dieser vermeintlich Unschuldigen jubeln ihren Söhnen und Ehemännern zu, wenn sie in den Krieg ziehen. Sie stricken ihnen Socken, schicken ihnen Lebensmittel.« »Siehst du, Joe, nicht jeder Krieger trägt eine Waffe. Alte Männer in reichen Ländern sorgen dafür, dass Kriege geführt werden. Genau wie die Leute, die auf ihrem Sofa sitzen, Sky News gucken und sie wählen. Also erspar mir deine verlogenen Moralpredigten. Es gibt keine unschuldigen Opfer. Wir haben alle irgendeine Schuld auf uns geladen. Ich habe nicht vor, mit Gätien über die Moral des Krieges zu diskutieren. Ich will seine Rechtfertigungen und Ausreden, seine Auftrags- und Unterlassungssünden nicht hören. Bitte, sag mir, wo sie sind. »Und was gibst du mir dafür?« »Vergebung.« »Ich will keine Vergebung für das, was ich getan habe.« »Ich vergebe dir, wer du bist.« Das scheint ihn kurz zu erschüttern. »Sie kommen mich holen, oder?« »Ein Hubschrauber ist unterwegs.« »Wen haben sie geschickt?« »Lieutenant Green.« Gideon blickt zum Spiegel. »Greeny!« »Hört er zu?« »Seine Frau Verity hat einen supersüßen Arsch.« »Jeden Dienstagnachmittag vögelt sie in einem billigen Hotel in Ladbroke Grove einen Lieutenant Colonel von der Versorgung.« »Einer der Jungs aus der Einsatzabteilung hat das Zimmer verwandst.« »Was für ein Tape!« »Es ist schon im ganzen Regiment rumgereicht worden.« Er schließt feixend die Augen, als würde er die guten alten Zeiten noch einmal durchleben. »Sie werden mich umbringen, Joe«, flüstert er. »Und wenn ich sterbe, wirst du Julian und Charlie nie finden.« »Die Uhr tickt für jeden, aber meine tickt ein bisschen schneller als die meisten, und das gilt auch für deine Frau.« Eine Spuckeblase platzt auf meiner Lippe, als ich den Mund aufmache, aber kein Wort herausbringe. »Früher habe ich die Zeit gehasst,« sagt er. »Ich habe die Sonntage gezählt. Ich habe mir vorgestellt, wie meine Tochter ohne mich heranwächst. Das war nur mechanische Zeit, der Stoff, aus dem Uhren und Kalender gemacht sind. Aber jetzt handle ich mit etwas viel Tieferem. Ich sammle die Zeit anderer Leute. Ich nehme sie ihnen weg.« So wie Gideon es sagt, klingt es, als könnten Menschen mit Jahren schachern. Sein Verlust wäre vielleicht mein Gewinn. »Du liebst deine Tochter, Gideon. Ich liebe meine. Ich kann nicht mal ansatzweise nachvollziehen, was du durchgemacht hast, aber du wirst Charlie nicht sterben lassen. Das weiß ich.« »Also ist sie diejenige, die du willst.« »Ja.« »Dann hast du deine Wahl getroffen?« »Nein. Ich will sie beide.« »Wo sind sie?« »Keine Wahl ist auch eine Wahl.« »Schon vergessen?« Er lächelt. »Hast du deine Frau nach ihrer Affäre gefragt?« »Ich wette, sie hat es geleugnet und du hast ihr geglaubt.« »Das ist mir egal.« Er bricht in ein heißeres Lachen aus. »Nein, das ist es nicht.« Er sieht Ruiz an und dann wieder mich. »Ich erzähle dir, was ich mit deiner Frau gemacht habe.« »Ihr habe ich auch eine Wahl gelassen.« »Ich habe sie in eine Kiste gesperrt und er erzählt, dass ihre Tochter in einer Kiste neben mir liegt.« »Sie könnte durch einen Schlauch atmen und am Leben bleiben, aber nur, indem sie ihrer Tochter die Luft wegnimmt.« »Seine Hände sind an den Tisch gekettet.« »Trotzdem spüre ich, wie seine Finger in meinen Kopf greifen, zwischen die beiden Hälften des Kleinhirns stoßen und sie auseinanderreißen.« »Was meinst du, Joe? Wird sie Charlie die Luft stehlen, um ein bisschen länger zu leben?« Ruiz stürzt quer durch den Raum und schlägt Gideon mit der Faust mit solcher Wucht ins Gesicht, dass er umgefallen wäre, hätte man ihn nicht angekettet. Ich höre das Brechen von Knochen. Er packt Gideon zwischen den unteren Rippen und rammt ein Knie in seine Niere. Schmerzjagd durch Gideons Körper. Schweißausbrüche, leere Lunge, Furcht, Fäkalien. Ruiz schreit ihn an, schlägt weiter mit den Fäusten auf sein Gesicht ein und will die Adresse erfahren. Eine gewalttätige, blutige Minute lang tobt er seine ganze Frustration aus. Er ist kein aktiver Polizeibeamter mehr. Für ihn gelten die Regeln nicht. Das hat Veronica Cray gemeint. Wellen des Schmerzes brechen sich über Gideons Körper. Sein Gesicht beginnt bereits anzuschwellen, aber er protestiert nicht und gibt keinen Mucks von sich. »Gideon«, flüstere ich. Unsere Blicke treffen sich. »Ich lasse ihn machen. Das verspreche ich dir. Wenn du mir nicht sagst, wo sie sind, lasse ich ihn dich totschlagen.« Auf seinen Lippen hat sich blutiger Schaum gebildet, und als er mit der Zunge über seine Zähne tastet, tüncht er sie rot. Ein gespenstisches Lächeln breitet sich über sein Gesicht, als seine Muskeln sich zusammenziehen und wieder entspannen. »Mach es!« »Was?« »Foltere mich!« »Ich sehe Ruiz an, der seine Fäuste reibt. Seine Fingerknöchel sind aufgeplatzt.« »Foltere mich!« stachelt Gideon mich an. »Stell die richtigen Fragen. Zeig mir, wie gut du bist.« Er sieht mich zögern und senkt den Kopf wie zur Beichte. »Was ist los? Erzähl mir nicht, dass du ein sentimentaler Moralist bist. Es wäre auf jeden Fall gerechtfertigt, mich zu foltern. Ich habe die Information, die du brauchst. Ich weiß genau, wo deine Frau und deine Tochter sind. Es ist nicht mal so, als ob du unsicher oder nur halbgewiss wärst. Selbst wenn du weniger als fünfzig Prozent überzeugt wärst, wäre es noch gerechtfertigt. Ich habe Menschen für weit weniger gefoltert. Ich habe sie gefoltert, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort waren.« Er starrt auf seine Hände wie ein Mann, der seine Zukunft bedenkt und verwirft. »Foltere mich! Zwing mich, es dir zu sagen!« Ich habe das Gefühl, als hätte irgendjemand irgendwo ein Schleusentor geöffnet und meine Feindseligkeit und Wut flössen ab. Mein Hass auf diesen Mann ist unbeschreiblich. Ich will ihm wehtun, ich will ihn tot, aber das wird keinen Unterschied machen. Er wird mir nicht sagen, wo sie sind. Gedeon will keine Vergebung, Gerechtigkeit oder Verständnis. Er hat im Blut eines furchtbaren Konflikts gebadet, hat auf Geheiß von Regierungen, Nachrichtendiensten und Geheimorganisationen außerhalb der Legalität operiert. Er hat Willen gebrochen, Geheimnisse beschafft, Leben zerstört und dafür zahllose andere gerettet. Es hat ihn verändert. Wie sollte es anders sein? Doch inmitten von all dem hat er sich an das eine reine, unschuldige, unbefleckte in seinem Leben geklammert, an seine Tochter, bis sie ihm genommen wurde. Ich kann Gedeon hassen, aber ich kann ihn nicht mehr hassen, als er sich selbst hasst. Es gibt noch eine Anomalie, sagt Oliver Rapp, rückt seine schiefsitzende Fliege gerade und tupft sich die Stirn mit einem farblich passenden Taschentuch ab. Als ich nicht antworte, redet er weiter. Tyler hat sein Mobiltelefon um 7.35 Uhr noch einmal an- und wieder ausgemacht. Es war genau 21 Sekunden lang eingeschaltet. Die Information rauscht über mich hinweg. Oliver sieht mich erwartungsvoll an. »Sie wollten doch, dass ich nach Anomalien Ausschau halte. Sie schienen der Ansicht zu sein, sie wären wichtig. Ich glaube, ich weiß, was er gemacht hat. Ein Foto.« Schließlich dämmert mir die Erkenntnis. Keine tiefe Einsicht oder eine blendende Vision. Manches ist klarer geworden. Klarer als gestern. Gideon hat ein Foto von Charlie und Julian gemacht. Er hat seine Handykamera benutzt, sodass er sein Mobiltelefon einschalten musste. Die Anomalien lassen sich erklären. Sie stützen eine Theorie. Oliver folgt mir nach oben in den Einsatzraum. Ich bekomme gar nicht richtig mit, ob die Detectives wieder an ihren Schreibtischen sitzen. Ich merke auch nicht, ob meine linke Hand Pillen dreht oder mein Arm unnatürlich schwingt. Das alles ist unwichtig. Ich gehe direkt zur Karte an der Wand. Neben der ersten weißen Nadel steckt eine zweite. Oliver versucht, seine Theorie zu erklären. »Gestern ereignete sich die Anomalie um 15.07 Uhr. Das Handy war 14 Sekunden eingeschaltet, ohne dass Tyler einen Anruf gemacht hat. Später hat er von demselben Telefon ein Foto an das Mobiltelefon ihrer Frau geschickt.« Er ruft das Bild von Charlie auf, auf dem ihr Kopf mit Klebeband umwickelt ist und ein Schlauch in ihrem Mund steckt. Ich kann förmlich hören, wie sie röchelnd durch die schmale Öffnung atmet. »Die zweite Anomalie ereignete sich heute Morgen. Tyler hat von demselben Handy ein weiteres Foto geschickt. Das Bild ihrer Frau.« Gettirn wußte, dass die Polizei sein Handy orten konnte, wenn er es einschaltete. Er machte keine Fehler. Er machte sein Mobiltelefon jedes Mal aus einem Grund an. Zwei Signale, zwei Fotos. »Können Sie die Signale zurückverfolgen?«, frage ich. »Mit nur einem Signal war es schwierig, aber jetzt ist es vielleicht möglich.« Ich setze mich neben ihn, ohne zu begreifen, was er macht. Zahlen rauschen über den Bildschirm, als er das Programm nach Ergebnissen befragt. Error-Meldungen überschreibt und Probleme umschifft. Es sieht fast so aus, als würde Oliver die Software während ihrer Anwendung erst schreiben. »Beide Signale wurden von einem zehn Meter hohen Mast in the Mall aufgefangen, einen guten halben Kilometer von der Clifton Suspension Bridge entfernt«, sagt er. Das Bild auf seinem Laptop verschwimmt zunächst, bevor es langsam scharf wird. Es ist, als würden wir aus dem All fallen. Topografische Details nehmen Gestalt an. Hügel, Flüsse, Straßen, die Hängebrücke. Ich gehe zur Tür und rufe, »Wo ist die I. Cray?« Ein Dutzend Köpfe wenden sich in meine Richtung. »Sie ist beim Chief Constable.« »Holen Sie sie her! Sie muss eine Suchaktion organisieren!« Die Wagen treffen sich am Caledonia Place, entlang eines schmalen Grünstreifens, der den Platz von der West Mall trennt. Wir befinden uns in einer wohlhabenden Gegend, voll großer Reihenhäuser, Bed-and-Breakfast-Hotels und Pensionen. Manche sind vier Stockwerke hoch und in Pastellfarben gestrichen, mit außenliegenden Rohren und Blumenkästen. Dünne Rauchfahnen steigen aus den Schornsteinen auf und ziehen über den Fluss nach Westen. Ein Bus mit zwanzig weiteren Polizisten trifft ein. Unerschütterlich in dem Tumult gibt die I. Cray Anweisungen. Beamte gehen mit Fotos von Tür zu Tür, reden mit Nachbarn, registrieren leerstehende Häuser und Wohnungen. Irgendjemand muss irgendetwas gesehen haben. Er war hier, als Christine Wheeler gesprungen ist. Er hat ihr ins Ohr geflüstert. Er muss irgendwo in der Nähe gewesen sein. Ich betrachte die Häusereien und die Skyline. Die Griften-Suspension-Bridge liegt knapp 200 Meter westlich. Gideon hat bestimmt ein Haus und keine Wohnung gewählt, einen Ort, an dem er sich vor den neugierigen Blicken der Nachbarn sicher fühlte, abgelegen oder sichtgeschützt mit einer Einfahrt oder einer Garage, damit er sein Fahrzeug von der Straße verschwinden lassen und Charlie und Julian unbemerkt ins Haus bringen konnte. Vielleicht ein zum Verkauf stehendes Haus oder eines, das nur im Urlaub und an Wochenenden genutzt wird. Ich gehe auf dem matschigen Grasstreifen an der Straße entlang. Die Bäume sind mit Drahtgeflecht geschützt, die Zweige zittern im Wind. »Wohin zum Teufel gehen Sie?«, ruft die I. Cray. »Ich suche ein Haus.« Ruiz schließt zu mir auf, dicht gefolgt von Monk, der nachgeschickt worden ist, um zu verhindern, dass wir Ärger heraufbeschwören. Wir gehen weiter den Westfield Place hinunter. Der Wind wirbelt Blätter und Bonbonpapiere auf, die einander im Rinnstein jagen. Ich überquere unvermittelt die Straße zu einer Mauer mit Steinkrone. »Geben Sie mir Räuberleiter«, sagt Ruiz, steigt in Monks gefaltete Hände und lässt sich nach oben hieven, bis seine Unterarme auf der weiß gestrichenen Mauerkrone liegen. »Ein Garten«, sagt er. »Das Haus liegt ein Stück weiter die Straße hoch.« »Kannst du die Brücke sehen?« »Von hier aus nicht, aber aus dem obersten Stock des Hauses vielleicht schon.« »Es gibt ein Turmzimmer.« Er schließt sich wieder herab, und wir folgen der Mauer auf der Suche nach einem Tor. Monk marschiert jetzt voraus. Ich kann nicht mit seinen langen Beinen Schritt halten und muss alle paar Meter ein Stückchen rennen, um ihn einzuholen. Steinsäulen markieren die Einfahrt. Das Tor steht offen. Reifen haben welkes Laub in den Pfützen zerdrückt. Hier ist vor kurzem ein Auto gefahren. Das Haus ist riesig und wie aus einer anderen Zeit. Auf der einen Seite von Efeu überwuchert, mit kleinen dunklen Fenstern, die durch das Blattwerk stoßen. An der westlichen Ecke des steilen Schreckdachs ragt ein achteckiger Turm in die Höhe. Das Haus wirkt unbewohnt, verschlossen. Vorhänge sind zugezogen. Auf der Treppe und dem kleinen Säulengang vor dem Eingang hat sich Laub gesammelt. Ich folge Monk die Stufen hinauf. Er klingelt. Niemand antwortet. Ich rufe Charlies und Julians Namen und presse mein Gesicht an eine schmale Milchglas-Scheibe, um noch die kleinste Vibration einer Antwort zu vernehmen oder sie mir einzubilden. Ruiz ist ums Haus gegangen, um in der Garage unter den Bäumen nachzusehen. Er verschwindet in einer Seitentür und kommt sofort wieder heraus. »Es ist Tylers Van!« ruft er. »Er ist leer!« In meinem Kopf machen sich taumelnde und hüpfende Gefühle breit. »Hoffnung!« Monk telefoniert mit D.I. Cray. »Sagen Sie ihr, sie soll einen Krankenwagen schicken!« Er richtet ihr die Nachricht aus und klappt das Telefon zu. Dann hebt er den Arm und drückt mit dem Ellbogen die Glasscheibe ein, die splitternd nach innen fällt. Er greift behutsam hinein, entriegelt die Tür und zieht sie auf. Das Licht funktioniert, aber die Schalter verschwinden beinahe im Blumenmuster der Tapete. Das Haus ist für den Winter geschlossen. Laken und Decken decken die Möbel zu und der Kamin ist gekehrt. Ich stelle mir unsichtbare Gestalten vor, die lautlos in den Ecken lauern. Drei Polizeiwagen fahren durchs Tor und wirbeln in der Einfahrt Kies auf. Türen werden aufgerissen. D.I. Cray führt die Beamten die Eingangstreppe hinauf. Gideon hat gesagt, Julian und Charlie wären in einer Kiste begraben und würden dieselbe Luft atmen. Ich will ihm nicht glauben. So vieles von dem, was er gesagt hat, war nur dazu gedacht, Menschen zu verletzen und zu brechen. Ich stehe schwankend im Esszimmer. Licht flutet durch die Terrassentür. Auf dem Parkett sind schlammige Fußabdrücke zu sehen. Ruiz ist nach oben gegangen. Er ruft mich. Zwei Stufen auf einmal nehmen, ziehe ich mich am Geländer hoch. Mein Stock gleitet mir aus der Hand und fällt klappernd auf die schwarz-weißen Fliesen. »Hier drinnen!«, ruft er. An der Tür bleibe ich stehen. Ruiz kniet neben einem schmalen Bett mit Eisengestell. Auf der Matratze liegt zusammengerollt ein Kind, Augen und Mund zugeklebt. Ich kann mich nicht erinnern, einen Laut von mir gegeben zu haben, aber Charlie wendet ihren Kopf meiner Stimme entgegen und stößt ein unterdrücktes Schluchzen aus. Sie wiegt den Kopf hin und her. Ich muss sie stillhalten, während Ruiz auf einer dünnen Matratze in einer anderen Ecke des Zimmers eine Schere findet. Seine Hände zittern, genau wie meine. Die Klingen der Schere öffnen und schließen sich behutsam, und ich ziehe das Klebeband ab. Staunend und mit offenem Mund starre ich Charlie an und kann noch immer nicht glauben, daß sie es ist. Ich blicke in ihre blauen Augen und sehe sie durch eine schimmernde Flüssigkeit, die sich nicht wegblinzeln lässt. Ich drücke sie an meine Brust, wiege sie in meinen Armen. Ich will sie festhalten, bis sie aufhört zu weinen, bis sie alles vergessen hat. Ich will sie festhalten, bis sie sich nur noch an meine warme Umarmung, meine Worte in ihren Ohren und meine Tränen auf ihrer Stirn erinnert. Wo ist deine Mom? frage ich. Sie sieht mich stirnrunzelnd an. Hast du sie gesehen? Nein. Wo ist sie? Ich sehe Monk und Ruiz an. Sie sind schon unterwegs. Das Haus wird durchsucht. Ich höre, wie Türen und Schränke geöffnet werden. Schwere Stiefel trampeln durch das Turmzimmer. Stille, die ein halbes Dutzend Herzschläge dauert, bevor die Stiefel sich wieder in Bewegung setzen. Charlie legt den Kopf an meine Brust. Monk kommt mit einem Bolzenschneider zurück. Ich halte Charlies Knöchel fest, während er die Backen vorsichtig an die Kette legt und die Arme zusammendrückt, bis das Eisen bricht und die Kette rasselnd zu Boden gleitet. Mittlerweile ist auch ein Krankenwagen eingetroffen. Die Sanitäter warten vor der Tür. Einer ist jung und blond und trägt einen Erste-Hilfe-Koffer. Ich reise mich los und gehe nach unten. Ruiz ist mit Veronica Cray in der Küche. Das Haus ist komplett durchsucht worden. Jetzt sind die Detectives in Garten und Garage ausgeschwärmt, stochern mit schweren Stiefeln im Laub und mustern den Komposthaufen. Die Bäume an der Nordgrenze des Grundstücks sehen aus wie Skelette. Der Schuppen wirkt verfallen und verlassen. Unter einer Ulme, unter der nach dem Regen Kolonien von Schirmpilzen gesprossen sind, rosten ein gußeserner Tisch und dazu passende Stühle vor sich hin. Ich gehe durch den Hintereingang an der Waschküche vorbei über den aufgeweichten Rasen. Ich habe das unheimliche Gefühl, als verstummten die Vögel, während der weiche Boden an meinen Schuhen saugt. Veronica Cray hat zu mir aufgeschlossen. Vor dem Schuppen bleibe ich stehen. Das Schloss ist bei der Durchsuchung aufgebrochen worden. Die Tür hängt schräg in rostenden Angeln. Drinnen riecht es nach Diesel, Dünger und Erde. In der Mitte des Schuppens steht ein großer Sitzmäher. Entlang der beiden Längswände stehen Metallregale, in einer Ecke Gartengeräte. Das Blatt der Schaufel ist sauber und trocken. Los, Gideon, sprich mit mir. Sag mir, was du mit ihr gemacht hast. Du hast immer Halbwahrheiten erzählt. Du hast behauptet, du hättest sie so tief vergraben, dass ich sie nicht finden würde. Du hast gesagt, sie und Charlie würden dieselbe Luft atmen. Alle deine Taten waren wohl überlegt, sorgfältig geplant. Deine Lügen enthielten immer ein Körnchen Wahrheit, das es leichter machte, sie durchzuhalten. Auf meinen Stock gestützt, hebe ich das Schloss und den aufgebrochenen Riegel auf und wische den Schlamm ab. In dem matten Metall kann man kleine silberne Kratzer erkennen. Ich blicke wieder in den Schuppen. Die Räder des Sitzmähers sind gedreht worden, um den Staub abzuwischen. Ich studiere die Regale, Pflanzkästen, Blattlaus-Spray und Unkrautvernichter. An einem Metallhaken hängt ein Gartenschlauch. Ich folge seinen Spulen, bis mir schwindelig wird. Das Ende hängt von dem Träger eines Metallregals nach unten. »Helfen Sie mir, den Rasenmäher zu bewegen!«, sage ich. Die Räder setzt sich ans Steuer, ich schiebe von vorne und sie lenkt den Mäher aus dem Schuppen. Der Boden darunter besteht aus festgetretener Erde. Ich versuche, das Regal zu verschieben, aber es ist mir zu schwer. Monk drängt mich beiseite, schlingt seine Arme um beide Träger und bewegt das Regal ruckelnd zur Tür. Pflanzkästen und Flaschenfallen scheppern zu Boden. Ich sinke auf die Knie und krieche vorwärts. Zur Wand hin, wo das Regal stand, wird die Erde weicher. Das Ende des Schlauches verläuft entlang einer an die Wand geschraubten Sperrholzplatte und scheint dahinter zu verschwinden. Ich drehe mich zu Veronica Cray und Monk um. »Da ist irgendwas hinter der Wand! Holen Sie Licht!« Man lässt mich nicht graben. Man lässt mich nicht zusehen. Teams von jeweils zwei Beamten wechseln sich ab und tragen mit Schaufeln und Eimern den Boden ab. Sie arbeiten im Scheinwerferlicht eines Polizeiwagens, der in den Garten gefahren ist. Ich schirme die Augen gegen das helle Licht ab und sehe Charlie durchs Küchenfenster. Der blonde Sanitäter hatte etwas Warmes zu trinken gegeben und eine Decke um ihre Schultern gelegt. Ich will nicht wissen, ob Julien eine Affäre hatte. Es ist mir egal. Nein, das stimmt nicht. Es ist mir nicht egal. Es ist mir bloß wichtiger, sie gesund zurückzubekommen. Das alles ist meine Schuld, aber es geht nicht um Erlösung oder um Linderung meines schlechten Gewissens. Julien wird mir nie verzeihen, das weiß ich. Ich werde ihr geben, was immer sie will. Ich werde ihr was auch immer versprechen. Ich werde gehen. Ich werde sie gehen lassen, wenn sie nur lebt. Monk ruft nach Hilfe. Zwei weitere Beamte kommen hinzu. Inzwischen ist die untere Kante des Sperrholzbretts freigelegt. Sie wollen die Wand einreißen. Dreck und Staub schimmern im Licht der Scheinwerfer, das in die Höhle fällt. Darin liegt Juliens Körper, zusammengerollt wie ein Embryo, die Knie am Kinn, die Hände hinter dem Kopf. Ich rieche einen Hauch von Urin und sehe ihre blau angelaufene Haut. Die Hände anderer Männer greifen in die Öffnung und heben ihren Körper heraus. Monk übernimmt sie und trägt sie ins Licht. Er steigt über einen Erdhügel und legt sie auf eine Trage. Ihr Kopf ist mit Klebeband umwickelt. Im Licht der Scheinwerfer leuchtet ihr Körper silbern. Eine blonde Notärztin reißt Julien den Schlauch aus dem Mund, presst ihre Lippen darauf und bläst Sauerstoff in ihre Lunge, während das Klebeband abgeschnitten wird. Pupillen erweitert, Unterleib kalt, stark unterkühlt, sagt die Ärztin und ruft ihrer Partnerin zu. Ich hab einen Puls! Sie drehen Julien behutsam auf den Rücken und decken ihren nackten Körper zu. Die blonde Notärztin kniet auf der Liege und legt Hotpacks in Juliens Nacken. »Was ist los?«, frage ich. »Ihre Grundkörpertemperatur ist zu niedrig, der Herzschlag ist unregelmäßig.« »Dann wärmen Sie sie!« »Wenn das nur so leicht wäre!« »Wir müssen sie ins Krankenhaus bringen!« Sie zittert nicht. Sie bewegt sich überhaupt nicht. Eine Sauerstoffmaske wird über ihr Gesicht gestreift. »Sie kommt zu sich!« Julian schlägt flatternd die Lieder auf und blinzelt wie ein neugeborenes Kätzchen ins grelle Licht. Sie will etwas sagen, bringt jedoch nur ein schwaches Stöhnen heraus. Sie bewegt wieder die Lippen. »Charlie ist in Sicherheit. Es geht ihr gut,« erkläre ich Julien. »Sagen Sie ihr, sie soll nicht reden,« weist die Notärztin mich an. »Lieg einfach still.« Aber Julian hört nicht. Sie wirft den Kopf hin und her. Sie will etwas sagen. Ich drücke meine Wange an die Sauerstoffmaske. »Er hat gesagt, sie wäre in einer Kiste. Ich habe versucht, nicht zu atmen. Ich habe versucht, Luft zu sparen.« »Er hat gelogen.« Sie schiebt ihre Hand unter den Decken hervor und packt mein Handgelenk. Ihre Berührung fühlt sich an wie Eis. »Ich habe daran gedacht, was du gesagt hast. Du hast gesagt, er werde Charlie nicht umbringen. Sonst hätte ich aufgehört zu atmen.« »Ich weiß.« »Wir sind fast am Krankenwagen. Charlie kommt aus dem Haus über die Wiese gelaufen. Zwei Detektives versuchen sie aufzuhalten. Sie täuscht links an, duckt sich unter ihren Armen und rennt rechts vorbei. Ruiz schlingt einen Arm um ihre Hüfte und trägt sie die letzten Meter. Sie stürzt sich auf Julian und nennt sie Mami. Das Wort habe ich sie seit Jahren nicht mehr benutzen hören.« »Vorsichtig! Nicht zu festdrücken!«, mahnt die junge blonde Notärztin. »Haben Sie Kinder?«, frage ich sie. »Nein.« »Dann werden Sie noch lernen, dass es nicht wehtut, wenn Sie einen festdrücken.« Epilog Es ist ein typischer Frühlingstag, an dem der Morgennebel rasch verdunstet und der Himmel so hoch und blau ist, dass es unmöglich erscheint, dass das All eine dunkle Sphäre ist. Der Fluss sieht glasklar aus, seicht an den Ufern, wo der Kies sauber ist und kleine Strudel um die Gräser wirbeln. Auf der anderen Seite des Tals sieht man zwischen knospenden Bäumen die Straße, die sich um eine Kirche schlängelt und auf der Anhöhe verschwindet. »Hat irgendwas angebissen?« »Nö«, sagt Charlie. Ich habe ein Auge auf Emma, die mit Gunsmoke, einem goldfarbenen Labrador, spielt, den ich vor dem Tierheim gerettet habe. Er ist ein sehr aufrichtiger Hund, der mich für den klügsten Menschen hält, dem er je begegnet ist. Abgesehen davon, dass er treu ist, ist er praktisch zu nichts zu gebrauchen. Als Wachhund bricht er jedes Mal ein lautes Bellen aus, wenn ich nach Hause komme, ignoriert jedoch fremde Besucher bis zu einer Stunde lang, bevor er sie plötzlich anknurrt. Und die Mädchen lieben ihn, und deshalb habe ich ihn auch. Wir angeln an einem Fluß, knapp 500 Meter von der Straße entfernt und durch ein Tor und über ein Feld zu erreichen. Unweit des Kiesbets haben wir eine Picknickdecke auf dem begrasten Ufer ausgebreitet. Seit unserem Wegzug von London ist der Wechsel der Jahreszeiten spürbarer, der Zyklus von Tod und Wiedergeburt. An den Bäumen knospen Blüten, in allen Gärten leuchten Osterblumen. Jener Nachmittag auf der Brücke liegt sechs Monate zurück. Herbst und Winter sind ins Land gegangen. Darcy ist an der Royal Belay School in London. Sie wohnt noch immer bei Ruiz, droht jedoch ständig auszuziehen, wenn er nicht aufhört, sie wie ein Kind zu behandeln. Von Gideon Tyler habe ich nichts mehr gehört. Es gab kein Kriegsgerichtsverfahren und keine offizielle Erklärung. Niemand scheint zu wissen, wo er festgehalten und ob er je vor Gericht gestellt wird. Veronica Cray hat mir erzählt, dass der Militärhubschrauber nach dem Start in Bristol noch einmal landen musste. Offenbar war es Gideon gelungen, das Schloss seiner Handschellen mit dem Gestell seiner Brille zu knacken. Er zwang den Piloten zur Landung auf freiem Feld, wurde jedoch nach Angaben des Verteidigungsministeriums kurz darauf wieder gefasst. Aber von Helen und Chloe habe ich gehört. Sie haben mir eine Postkarte aus Griechenland geschickt. Helen hat das Hotel für die Saison wieder eröffnet, und Chloe geht auf Patmos zur Schule. Viel stand nicht auf der Karte. Danke war die Quintessenz. »Kann ich dich was fragen?« setzt Charlie an und legt den Kopf zur Seite. »Klar.« »Glaubst du, dass du und Mom, dass ihr je wieder zusammenkommt?« Die Frage bohrt sich wie ein Haken in meine Brust. »Ich weiß nicht. Hast du deine Mom gefragt?« »Ja.« »Was sagt sie?« »Sie wechselt das Thema.« Ich nicke, hebe mein Gesicht in die Sonne und spüre die Wärme auf meinen Wangen. Diese warmen, klaren Tage sind tröstlich. Sie sagen mir, dass der Sommer kommt. Sommer ist gut. Julian hat nicht die Scheidung eingereicht. Vielleicht tut sie das noch. Ich habe einen Deal gemacht, einen Pakt. Ich sagte, wenn sie überlebt, würde ich alles tun, was sie verlangt. Sie hat mich aufgefordert, auszuziehen. Also bin ich ausgezogen. Ich wohne in Wellington gegenüber dem Pub. Sie lag noch im Krankenhaus, als sie mir erklärte, was sie wollte. Regen floß an den Fensterscheiben ihres Zimmers herunter. »Ich will nicht, dass du in unser Haus zurückkehrst«, sagte sie. »Ich will, dass du nie wieder zurückkommst.« Sie hat mich schon einmal rausgeschmissen, aber das war anders. Damals sagte sie, dass sie mich liebte, aber nicht mit mir leben könnte. Einen ähnlichen Trostbrocken hat sie mir diesmal nicht hingeworfen. Sie gibt mir die Schuld für das Geschehene. Sie hat recht, es war meine Schuld. Ich lebe jeden Tag mit diesem Wissen und beobachte Charlie genau auf Anzeichen eines posttraumatischen Stresssymptoms. Julian beobachte ich auch und frage mich, wie sie damit klarkommt. Hat sie Albträume? Wacht sie in kaltem Schweiß auf und verriegelt Fenster und Türen? Ich will nicht allein sein. Ich will die langen, leeren Momente nicht. Es erinnert mich zu sehr an miese Studentenwohnheimzimmer an der Uni, als ich zu Hause ausgezogen war und keine Freundin finden konnte. Ich kann durchaus allein leben. Ich kriege es hin. Aber ich stelle mir ständig vor, dass Julian das Gleiche denkt und irgendwann erkennen wird, dass sie zusammen glücklicher war als getrennt. Vater, Mutter, zwei Kinder, die Hamster und den Hund könnte ich mitbringen. Wir könnten einkaufen gehen, Rechnungen bezahlen, Schulen auswählen, Filme angucken und so romantisch sein wie jedes normale Paar mit Blumen an Valentins- und Jahrestagen. Apropos Jahrestage, heute ist ein ganz besonderer. Emmas Geburtstag. Um drei muss ich sie zu ihrer Geburtstagsparty zu Hause abliefern. Unsere Gespräche haben jetzt eine abstrakte Vertrautheit. Julian ist immer noch dieselbe Frau, die ich geheiratet habe. Sie hat braune Haare, ist wunderschön und kaum vierzig. Und ich liebe sie immer noch auf jede Art, bis auf die eine, bei der wir Körperflüssigkeiten austauschen und morgens nebeneinander aufwachen. Jedes Mal, wenn ich sie im Dorf sehe, denke ich aufs Neue mit Staunen. Was hat sie je in mir gesehen? Und wie konnte ich sie gehen lassen? Zu Hause rennt ganz morgens durch den Garten und trampelt auf der Jagd nach einem Eichhörnchen die Frühlingsblume nieder. Ich versuche, ihn zurückzurufen. Er bleibt stehen, hebt den Kopf, sieht mich an, als wäre ich unglaublich weise, und rennt dann weiter. Alles bereit für Emmas Party? frage ich. Die Gäste sollten bald hier sein. Wie viele kommen denn? Sechs kleine Mädchen aus dem Hort. Julian hat die Hände in die Taschen ihrer Schürze gesteckt. Wir wissen, dass wir so endlos weiter über Stürme die Reinigung der Abflüsse und Dünger für den Garten plaudern könnten. Wir haben beide nicht die Worte oder das Temperament, das zu teilen, was von unserer Intimität geblieben ist. Vielleicht ist das eine Form des Trauerns. Na, ich sollte Emma lieber fertig machen, sagt sie und wischt sich die Hände ab. Okay. Er sagt den Mädchen, dass ich sie in der Woche besuchen komme. Charlie schreibt mehrere Arbeiten. Dann vielleicht am Wochenende. Ich lächle sie einnehmend an. Ich zittere nicht, als ich mich umdrehe und mit gleichmäßig pendelnden Armen und erhobenem Kopf zum Wagen gehe. Hey, Joe! ruft sie mir nach. Du scheinst glücklicher zu sein. Ich drehe mich um. Findest du? Du lachst mir. Ich komme zurecht. Ich halte dichbelt. Ich komme zurecht. Ich komme zurecht. Untertitelung des ZDF, 2020